Und damit herzlich willkommen auf YouTube. Wir haben direkt den Tag danach, den Tag der letzten Folge. Ja, die muss ich heute noch nach dem Stream alles schneiden. Äh, kribi 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 kribi, ähm, heute ein bisschen schilliger unterwegs. Äh, weil im Oktober stehen so viele Termine an, dass wir jetzt sehr viel RP halt leider bei mir ausfallen müssen. Deswegen sind wir, äh, jetzt heute am Montag nochmal am Start, äh, dann wieder am Mittwoch. Ich weiß nicht, ob am Dienstag, weil Dienstag ist immer mal das Call-Tag, da dauert das meistens so ein bisschen, ne. Finde ich immer nur etwas später. Und, äh, das ist die Schmariane Schnanz, ne. Wir gucken mal. Sie möchte heute, das kann ich euch sagen, sich ein bisschen um diese Evan-Sache weiter kümmern. Und wir auch Frau Logan deswegen kontaktieren, weil das fand sie sehr interessant. Äh, hallo, ich bin im Team-Speak. Hallo. So. Boah, ist das schön. Es ist einfach nur Tag draußen. Oh, wunderbar. So, was sie gemacht hat. Achso, sie hat, ähm, sie hat Kurayame unten, äh, unten noch. Also, sie ist, ich bin kurz in den Kühlschrank gegangen und ich wollte eigentlich einen Zettel dahinter lassen, aber, äh, Ariane hat es da mit einer SMS gemacht. Ähm, sie hat geschrieben. Was? Sie hat geschrieben, äh, hey, falls du mich rumschleichen gesehen hast, ich habe nur etwas aus dem Kühlschrank genommen. Keine Ferngläser waren involviert. Ich habe dich auch nicht beim Schlafen beobachtet, versprochen. PS, ich bin wirklich kein Creep. Und dann, äh, okay, jetzt weiß ich, warum ich wach geworden bin. Aber das ist schon okay. PS, nun? Oh Gott, nun? Was? Das ist ja so lustig. Ey, nice. So, da hat Ariane noch Frau Nuck geschrieben. Frau Nuck, sie haben sehr viele Mails bekommen. Es sind 92 SMS-Screenshots. Ich hoffe, äh, ich habe nichts vergessen. Weil sie so trocken, ne? Das, wir hatten, glaube ich, noch nie so einen Charakter. Das macht ja so viel Spaß. Ähm, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Äh, das hat dann doch länger gedauert als gedacht. Die zwei ersten Gedichte habe ich ihnen abgetippt und mitgeschickt. Das, äh, auch noch. Äh, die drei letzten, da gibt es viel rein zu interpretieren. Ich kam nur noch nicht dazu, sie mir genauer anzuschauen. Das können wir gleich nochmal machen. Wenn ich sie irgendwie unterstützen kann, sagen sie es mir immer. Ich weiß, dass sie einen unfassbaren Stress gerade haben, wollte mich aber für ihre Arbeit bedanken. Ah, Garfield. Ach, das ist der Dinge. Und der, äh, das hier ist der, äh, Aztekas-Boy. Hallo, Ariane. Hallo, Garfield. Lange nicht mehr gehört. Mhm. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja. Bei mir ist alles okay. Ja. Ist es wirklich? Ja, ist es. Es hört sich aber irgendwie nicht daran. Wie geht's dir ran? Ähm, war die letzten Tage viel los. Es hat sich zum Glück sehr viel geklärt. Okay. Weiter bin ich eher konzentriert unterwegs. Oh, okay. Soll ich, äh, später nochmal anrufen? Nein, alles gut. Ich hab vielleicht nur ein paar Termine, aber der ist noch ein paar. Ah, okay. Äh, beruflich in Natur in PD oder privat? Ja, ja. Fertig. Ah, okay. Ja. Ich weiß nicht, ich, ähm... Was ist? Es, es hat irgendwie nicht geklappt, aber ich hätte dich in den letzten Tagen so, ich hätte dich in den letzten Tagen echt gebraucht, aber, ähm, irgendwie hat's, irgendwie hat's nicht funktioniert. Ich weiß nicht, es war so viel, so, so viel Chaos einfach. Alles gut, ich hab vollstes Verständnis dafür. Ja. Ich war ja am Freitag da, ich bin extra in den Dienst gekommen und dann irgendwann bin ich da halb wieder gegangen, so. Ist blöd gelaufen. Aber auch so, ich muss tatsächlich sagen, auch außerhalb von PD würde ich mich, weiß ich nicht, ich vermisse die Peer-Momente ein bisschen gerade. Ähm, ich auch. Ja, einfach gegenseitig ein bisschen auskotzen. Ich glaube, wir beide haben sehr viel in letzter Zeit erlebt, dass wir uns auskotzen müssen, ja. Ja, ich, ich glaube, da ist es nicht mit einem Peer-Moment getan, sondern, äh, mit einem ganzen Peer-Abend. Mhm. Wie sieht es bei dir heute um 21 Uhr aus? Hm, weiß ich noch nicht. Ich wollte heute ein bisschen, äh, Streife fahren. Das Problem ist, ich hab, glaub, ich, ich bin mir gerade sehr unsicher, ob meine Gefahrenlage noch besteht. Ich glaube, es wäre gerade, äh, also eigentlich besteht sie schon. Da wollte ich jetzt gleich mal, äh, Ray anrufen, Frau Kater, wie das bei ihr so ist. Weil ich muss mich derzeit auch abholen lassen und kann nicht allein irgendwo hin. Mhm. Und, äh, was ich halt machen könnte, ist, äh, ich könnte zum PD und könnte mich, äh, ausstempeln und wir könnten uns ein bisschen auf dem, auf dem Hof bei La Mesa, da ist noch so eine Sitzecke, da könnten wir uns eigentlich ein bisschen in Ruhe unterhalten. Mhm, ich kann aber leider erst ab 9 Uhr. Ja, ja. Ich hab halt jetzt noch einen Termin und um 20 Uhr hab ich einen Termin. Das ist, ne, das ist okay. Das ist okay. Ähm. Und das sind leider beides Termine, die ich letzte Woche halt, äh, absagen musste. Ach, scheiße. Deswegen will ich die nicht schon wieder verschieben. Ja, ne, ne, mach das auf keinen Fall. Ja, es war halt genau an dem, es war halt genau an dem Tag, wo ich, äh, suspendiert war. Und ich durfte dann erst mal allen schreiben, es tut mir leid, ich kann heute leider nicht zu dem Termin kommen. Oh. Kann man natürlich auch nicht einfach so schreiben, ich bin suspendiert, ne? Ja, scheiße, ne, das würde ich auch nicht machen. Ich war gestern auch kurz suspendiert. Oh, okay. Es ist viel, es ist gestern wirklich viel passiert. Ne, aber, ähm, dann, dann melde ich mich bei dir, ich merke mir, dass es ab 21 Uhr ist. Und, äh, versuche mich aber auch so, um, zwischen 21 und 22 Uhr bei dir zu melden. Okay. Ja. Okay. Dann, äh, pass auf dich an. Pass auf dich auf. Ja, du auch auf dich. Und dann vorher, was passiert, ruf an. Ja? Mach ich. Mach ich. Tschüss. Bis später. Vielen Dank, schauen wir das alles mal an. Wenn Sie etwas brauchen, dann kommen Sie gerne auf mich zu. Oh Gott, die arme Frau will man gar nicht noch mehr belästigen. Boah, mit Amaya tut mir immer so leid, es ist immer so kurz angeboten. Ariane ist natürlich trotzdem mega vorsichtig bei ihr, aber weil Amaya mal gesagt hat, sie wollte auch beim PD anfangen, Aria, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber. Ariane glaubt sie natürlich, ne? Ach, das ist schon, weiß ich nicht. Amaya ist halt, es klingt auch so ein bisschen in das Helfer-Syndrom, ne? Was haben wir denn jetzt mitgenommen? Ach ja, den haben wir ja auch noch. Oh, wie sieht das aus? Das ist, glaub ich, oh, ich bin so doof, harte. Mach ich, hat Amaya geschrieben. Oh mein Gott, dieser Albtraum, jedes Mal, wenn Ariane irgendwo ist, dieser Albtraum, dass sie einfach nicht an ihre Klamotten kann. Das ist ja ganz furchtbar, ey. Ach, weiß ich nicht, fühle ich das heute, ey? Nein. Nein. Irgendwie ist heute nicht Tag dieses Oberteils, ich weiß es nicht. Nee, das auch nicht. Ja, vielleicht? Nee, auch nicht. Weiß es wickelt auch. Nee. Hat auch ein bisschen zu sexy Sachen mitgenommen, glaub ich, ne? Hat sie noch die schwarzen sind da? Boah, ich weiß nicht wieso, ich liebe diese Schuhe, ne? Ich bin obsesst einfach, ist ganz, ganz schlimm. Jetzt haben wir nur diese eine Jacke, ne? Ach ja, doch nun Cates alten Freund, die hat gar keinen Freund. Also, die hat theoretisch jetzt gerade noch Skinner, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Hier ist nichts irgendwie sicher. Sieht schon nice aus, aber irgendwie mit der Jacke so fühle ich nicht so. Aber ohne Jacke fühle ich noch weniger. Ja, ich glaub, ja. Ich glaub, das kann man machen. Soll ich auch mal da oben nochmal rausgucken, ne? Oh, warte. Eine Sache muss ich noch ganz kurz gucken. Nee, wir haben den Topf nicht mehr. Schon nice, die Bude, ey. Ich wünsch dir wirklich, man könnte jetzt so real-time hier rausgucken. Das wär auch voll nice, aber ich glaub, das wird irgendwie in den Server springen. Am Ende sieht, jo, Ari ist meine Schwester. Ich hab tatsächlich bei so ein paar Sachen, der hat sich ja zu der Hochzeit eingeladen, da hab ich gedacht, man könnte es tatsächlich auch so deuten, der war ja schon damals so mit diesen, der sagt ja auch immer, ja, hat ja damals immer gesagt, Schützlinge, Schützlinge und so. Da hab ich gedacht, was ist, wenn der Ari wirklich einfach nur schützen will? Irgendwie so, weil er gerade Ariane schützt. Keine Ahnung. Es könnte sein, dass er sie deswegen auch mit zur Hochzeit nimmt, damit die irgendwie, äh, ja, unter Beobachtung ist oder damit, damit man da irgendwie die Hand drauf haben kann. Es kann alles sein, Leute, ne? Es kann alles sein. Ich weiß nicht, ich fühl jetzt auch das irgendwie nicht, ne? Oder fühl ich das, oder? Scheiße, ich will mit Ariane nach Hause. Also nicht nach Hause, aber irgendwie Klamotten, das ist ja furchtbar. Kein eigenes Auto, nichts. Hallöchen. Hallöchen. Wie geht es dir? Störe ich gerade? Ja. Wie geht's dir denn nach dieser Nacht? Hä? Da war ich echt viel schlafen gegangen. Was war denn? Hä? Ja, war aber lecker. Ach ne, ich hab ja einen Hotdog gegessen. Aha. Ja, gut. Jetzt hör mal auf hier. Jetzt, ähm, ich hab ne Frage. Wie ist das bei dir? Musstest du heute wieder abgeholt werden? Muss ich auch wieder abgeholt werden? Oder? Ja, werd du mal am besten abgeholt? Bei mir ist das sowieso Bumpe. Also... Das ist noch wichtig an dem Punkt. Dass du immer noch sagst, dass es Bumpe wäre. Ne, weil ich bin mir einfach nicht so sicher. Ich will jetzt auch nicht so ein riesen Drama machen und so. Aber irgendwie hat sich das... Ja, okay. Kommt noch drauf an, wenn man dieser SNS interpretiert. Aber irgendwie, äh... Weiß nicht. Das hat in deinem Fall tatsächlich nichts mit Drama zu tun. Das ist eine bereichliche Gefahr, die da rausgeht. Ich hab kurz überlegt... Die anderen trauen ihm auch nicht. Okay, weil ich hab kurz überlegt, mit dem Auto doch selbst zu fahren. Mhm. Weil es ist immer so, man will ja auch irgendwie keine Umstände machen. Keine Ahnung. Ja. Ich lass den in die Staffel zukommen. Der ist sowieso leidestellt, der ist grad bei mir. Äh... Achso, äh... Lässt du jetzt... Was hast du gesagt? Du lässt jemanden zu mir kommen? Genau, ich lass dich abholen. Okay. Oder zumindest begleiten, sowas in der Richtung, weißt du? Gut, könnt ihr, ähm... Weißt du was? Nein. Ich werd jetzt mit den Klamotten nehmen, die ich hier hab. Alles gut. Das ist, äh... Nein, alles gut. Ich hab nichts gesagt. Okay, dann, äh... Dann kann ich den schon mal... Ansonsten kommst du die Tage einfach mal zu mir runter. Ja, ich mein, ich hab ja Klamotten zu Hause, aber... Kann, ähm... Soll ich schon mal nach unten gehen, oder soll ich warten, bis ihr da seid? Äh... Warte, bis da jemand da ist. Also ich schick dir gleich auch die, ähm... Ich schreib... Ich schreib... Ich schreib dir, wenn die da sind. Okay, dankeschön. Ja, oder beziehungsweise ich sag denen, dass sie dich anrufen sollen. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Dankeschön. Guti, gerne. Tschüss. Wir müssen ja immer arbeiten gehen dann. Wisst ihr, wie ich mein? Wir müssen immer arbeiten gehen. Und das ist so komisch. Das ist ja nicht Arianis. Manchmal logge ich einfach ein und mach Schrank-LP. Wisst ihr ja, ne? Kann ich gerade gar nicht machen. Ähm... Ah, ja, Lamy. Ist ja auch noch mal ne Sache, ne? Max müssen wir auch noch. Wir sind nicht eingestempelt, ne? Gut. Ich schalte mal kurz Gartier drauf. Wie viel? 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 Danke für das Kompliment, Frau Banz. Ich finde übrigens auch, dass Sie einen guten Style haben. Sie könnten ja mal versuchen, sich wie ich anzuziehen und sich Freights machen. Just for the joke. Irgendwann mache ich das. So schön. Just for the joke. Just for the lulis. Ich finde es voll lieb, dass der Ariane hilft. Irgendwie fand ich es auch komisch. Ich weiß nicht. Aber Ariane hat gesagt, nimm es einfach Ihre Frau mit. Das ist komisch. Lami. Genau. Ich fühle mich ebenso sehr verarscht. Anstatt einer guten Besserung. Hey, was passiert? Ob du das glaubst oder nicht? Ich habe im Moment so viel Stress und habe in der Situation nicht darauf geachtet, dass man irgendwo parkt. Aber hey, Hauptsache wir leben alle. Und falls du mal über deine Probleme reden willst, sag Bescheid. Gute Besserung. Das ist ja... Ich habe das irgendwie voll ironisch aufgefasst. Sorry. Bin im Moment auch gestresst. Gute Besserung. Du weißt, ich bin ego-lehr auch nicht so. Auch nicht so. Ich will, dass es niemandem schlecht geht. Und du bist mittlerweile so oft zusammengepflickt worden. Und ich sollte man lieber in Watte packen. Was passiert ist, darüber willst du sicher nicht sehen. So, habe ich Frau Logan denn hier drin? Hallo, Frau Logan. Logan, meine Fingernägel. Ich nehme das nun langsam wieder auf. Ariane ist einfach schon voll ready. Voll ready. Alles wird gut. Ja. Wir warten mal das Gespräch mit Garfield dann auch ab. Ich habe irgendwie Bock, diese weißen Haare bei ihr auch wieder zu tragen, diese offenen. Ich nehme mal ein. Messio hat auch geschrieben gehabt. Der eiskalte Killer. Da wird Ariane sich noch hinsetzen und die Sache nochmal ganz... Also diese... Das ist ja die Sache. Können wir jetzt was reininterpretieren? Können wir nicht? Und sie will halt das nochmal mit einem anderen Auge irgendwie sehen. Die Sache ist eigentlich... Ich habe mir die anderen ja abgetippt. Boah, ich habe aber gar keinen Bock darauf gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wünschte, man könnte hier SMS irgendwie kopieren. Die Suchfunktion gibt es übrigens, die hätte ich jetzt nochmal nutzen sollen. Aber irgendwie einfach das hier kopieren. Aber das geht ja nicht. Das ist ja ein Bild, glaube ich. Keine Ahnung. Und dann einfach nochmal so in einem großen Text einfach mal angucken. So. Das sind ja drei Parts. Das heißt, man könnte... Also wahrscheinlich ist die SMS da einfach zu Ende gewesen. Aber bei den anderen Gedichten, die konnten wir ja auch separat betrachten und so. Ich weiß nicht, ob wir das hier separat betrachten sollen oder nicht. Und die anderen haben es ja so interpretiert, dass Ariane jetzt komplett abgeschrieben ist. Und eine neue Liebe irgendwie. Natürlich. Das wollen wir natürlich auch nicht, ne? Nimm mich! Ne, aber die Angst vor Verlust, sie lässt uns erbeben. Doch lasst uns bedenken, in diesem Augenblick die Liebe erstrahlt. Ich bin sie stark und echt. Also sie wird jetzt erstmal nicht drauf antworten. Und einfach... Ja, Barnes? Ja, super. Hallo, Mrs. Barnes. 74 aus Simmonds. Äh, wir sind mit dem Streitwagen gleich bei Ihnen. Sie können schon langsam runterkommen. Okay, bis gleich und Dankeschön. Gut. Bis gleich. Ein Butterschirm ist bei uns. Ja, also war ganz im Ernst. Ich würde dich gerne selber zur Arbeit fahren, mittlerweile. Das ist mir sehr unerwartet. Ja, das glaub ich Ihnen gern. Aber ich denke mal, das ist bewusst gewählt. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher. Ich habe Frau Kater nochmal angerufen. Wo soll sie hin? Ja, also... Führen sie mich jetzt überall hin? Ja, ich weiß nicht, wo sollen wir es hinfahren? Wo soll es hinbringen? Zum Lamesa, Pidi. Einmal Lamesa. Ja, vorher nochmal Aphrodonis. Fähren zwei, Beführungsfahrt mit Mrs. Barnes zum Lamesa, Pidi. Aphrodonis, Brodinger. Ich wollte mal bei der Safe Zone reinschauen. Also gestern haben wir Frau Kater Aphrodonis abgeholt. Wie ist das denn nicht zustande gekommen? Keine Ahnung. Mir hieß es nur, ich soll mit Ihnen fahren. Ach so. Ach ja, stimmt ja. Ich erinnere mich. Stimmt, du hast gestern eine Piererstreife gehabt. Ah. Ich war halt irgendwie am Atem machen. Dann hieß es auf einmal, ja... Wie bleiben Sie irgendwie da und fahren Frau Barnes? Hm. Frau Kater stand da auch nicht alleine, ne? Oh, die Blumen sind nicht mehr da. Ja, das waren die Detekte, soweit ich weiß. Dabei hatten wir irgendwie auch einen Termin dort. Also Frau Williams und die Frauen müssen das gewesen sein. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird ein Schuh draus. Sie meint ja auch irgendwas von einem Hochzeit. Bitte? Genau, irgendwas mit Hochzeit haben die auch. Tag davor waren wir halt mit ihnen unterwegs. Wo Frau Nuki ihr Umster an den Blumen hat. Ich hoffe, ich kann heute einfach ganz normal wieder Streife fahren. Das wäre schon mal ganz gut. Haben Sie momentan eine Bedrohungslage? Ja. Okay. Ja gut, ich bin darüber nicht instruiert. Also deswegen parke ich sie. Ja, ja schon. Ich hatte nur jetzt, weiß ich nicht. Ich kann ja auch nicht die ganze Zeit jetzt eingestempelt da im Innendienst, wenn ich nichts zu tun habe. Deswegen, da würde ich heute gerne rausfahren. Das glaube ich Ihnen. Ja. Genau, Simons hat glaube ich viel nicht mitbekommen, weil es war glaube ich, es hängt glaube ich mit der Bank zusammen, mit der Situation. Genau, genau. Weil Frau Barnes ist ja reingegangen in die Bank und wurde dann entführt von den Olympus Leuten. Okay, Sie hatten also persönlichen Kontakt zu der Entführung? Ja, ich war mittendrin. Oh, das ist ein besserer Leid. Ja, und einer hat einen Nacken an mir gefressen und das ist jetzt so die, auf der, ja das ist jetzt so die Gefahrenlage. Ja, ich habe nur gehört, dass diese Personen sehr psychisch sind mit ihren Rätseln und ihrer Art und Weise wie sie kommunizieren. Nicht nur das, also die, also die, ja, bitte? Ja, ich hatte ja mit der Fake Blackfawn und Fake Kingston zu tun, also das sind wirklich... Also, ich kann da von meinen Typen da reden und der ist sehr manipulativ. Ähm, der VIP-Eingang hinten oder hier vorne? Hier vorne reich. Alles klar. Ja, so 10, 20, Lamesa, Bidi. Super, danke schön. Ich dafür. Dann wünsche ich was, ne? Und hoffentlich einen angenehmen Dienst für Sie. Ja, ach, wird schon. Tschüss. So, boah, ich muss pinkeln aber auch, ne? Ich muss nur mal ganz kurz vorher pinkeln gehen. Ja, ich habe gerade ein bisschen Angst. Wir gucken jetzt mal, ob ich selber lecks habe. Warte. Ja. Ja, Erik lebt wieder hoch. Ich muss kurz mit Ariane auf Toilette. Lüchen. Hallo. Und kurz dem Erik Bescheid sagen. Sekunde. Wir gucken jetzt mal, ob wir sieben. Ja, ich muss kurz mit dem, wenn uns nicht bist. Und wieder los. 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 Xin zuerst. Ich muss nicht vergleichen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, der Erik kann den Upload gerade nicht ausmachen, aber er hat ihn begrenzt. Da bin ich mal gespannt. Deswegen warum fahren wir so lange aufs Klo? Ja, wegen Upload. Gucken wir mal. Achtung. Sind Sie angezogen? Hallo, sind Sie angezogen? Oh, super. Entschuldigung, hatten Sie was gesagt? Ja, ich hatte gefragt, ob Sie angezogen sind. Ach, sorry. Ja, 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 ja. Alles gut. Danke. Ich war so eine Zeit, dass ich das voll nicht ausgespielt habe. Arian ist einfach rein. Klamotten weg. Let's go. Leute, es ist einfach der tolle Pullover, ja? Ja, es ist einfach so. Wenn die nichts anderes gesagt kriegt, ja, dann, äh, okay. Kriegen wir halt Ärger, ganz kurz nochmal. Ich lerne es nicht. Ja, und Charlies Taschenappe nicht mehr, die muss man auch abgeben, ne? Äh, wie machen wir das denn jetzt? Äh, ja, wie kommen wir denn jetzt da hin? Oh Gott, wie kommen wir denn jetzt da hin? Scheiße, den Funkspruch hat nur so, hat zur Hälfte mitbekommen. Ruft Sie gleich Info-Hotline an. Let's go. So, das haben wir alles. Hier haben wir alles. 5, 1, 7, 10, 20, Läuftkopf. Check. Wir machen jetzt unsere Chill-Musik an. Da ist sie, wunderbar. 4, 3, 4, wieder Aktiv. Check. 4, 9, 10, Funkcheck. Check. Und jetzt schreiben wir auch die Akte, Mafia. Ach nee, wenn jetzt gleich Roll Call ist. Moment. Wahnsinn. Äh, eine Frage. Mhm. Äh, der Roll Call ist ja in Sandy Shores um 45 war das, oder? Genau. Ach so, fahren Sie rüber? Kann ich mich da anschließen? Ja, klar. Ich glaube schon, ja, ja, genau. Sonst müssen wir einen Bus nehmen. Äh, wieso? Das kräftet bestimmt. Aha, okay. Ist das aber, ich war länger jetzt tatsächlich nicht mehr dabei, wenn das in Sandy Shores ist? Ja, nee, genau. Genau, und gerade Kalendertage sind immer oben und die geraden hier unten. Okay, alles klar. Danke. Kein Dank. So. Hm, 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 hm. Ich hab' wieder vergessen, was das war. Ach ja, das war das. Oh Gott. Bitte, hat Fee vielleicht schon reingeschrieben? Fee, hast du schon reingeschrieben? Ja, guck mal, ich komme hin an. Ist sie das? Das ist sie. Oh. Was für ein Schatz. Ich kann nicht mehr, ne? Diese geile Sau. Da werde ich mich natürlich anschließen, ne? Geil. Fee ist die Beste. Guck mal. Hallo? Oh, wundervoll. Äh, wie sind wir? 19. 4. 4, 0, 5. Check. Ich hab' jetzt mal Ariane-Barns da hin, weil es gibt ja noch einen Barns. Guck mal, wie fleißig die Frau ist, ne? Den gönnen wir uns einfach jetzt. Das, was... Ah, ne. Doof, warte. Das, was Herr Hill uns gesagt hat, ne? Es muss nicht jeder da und so weiter und so fort. Nice. Wir waren die ganze Zeit mit 4 unterwegs, ne? Ähm, ich schließe mich der Aussage von 2... 72 war das, glaub ich, ne? 72 ist ja. Von der 72 vollumfänglich an. Der Fee hat einfach für uns die Arbeit gemacht. Oh, leid. Ja, können wir bitte einfach Fee loben? Ach, schön, ey. Geil. So. Ansonsten haben wir alles, ne? Warte, der 9. Oktober ist heute. 19.24 war das. Ariane Barns, Aussage von... Aussage von 4.19. Ariane Barns, der hat da kein Komma. Der hat auch kein Komma, okay. Oh, guck mal. Das hätte ich schon wieder beinahe. Es passiert mir immer wieder, ne? Ja, ne? Barns. So. Gut, weg damit. Fee dich. Speichern fehlgeschlagen. Okay. Jetzt aber. Wird jetzt drin? Ich hoffe ja. Hm. Hm. Gut, dann nochmal. So. So. Hertig. Äh, dann nochmal den hier. Ja. Eingefügt, hinzugefügt. 440 Funk, check. Check. Gut, jetzt haben wir es weg. Das hier ist irgendwie immer noch nicht gut. So, das hier alles. Hä? Moment mal, das... Ah, nee, warte mal. Das geht aber noch, oder? Ja, das schon. Bitte komm. Wäre ein Teil bereit am MRPD kommen? Check, komm. 12 Ende. Ich habe immer noch nicht diesen Steckbrief gefunden. 412 für die Leitstelle, komm. 412 hört. Einmal 5 ignorieren. 405 für die Leitstelle, komm. 405 hört, komm. Einmal anfangen, MRPD, die 275 rauslassen, dieses ist mit der 210 eine neue Streife, die 405 besetzt dann wieder, wer hat ihre reguläre Streife so weiter, komm. 405, somit Überführung zum MRPD. Check, vielleicht schon Ende. So, heute hole ich ein paar Sachen nach. Okay. Heute hole ich keine Sachen nach. Oh Mann, die Anrufe mit ihm vermisse ich jetzt schon irgendwie. Ja, ich schon wieder. Ich würde gerne in den Discord ansehen, ist das Passwort immer falsch, was mir zuschickt wird. Okay, das haben wir auch noch nie so gehört. So, lass mich trotzdem nochmal. Ich muss, also ich weiß nicht, ob ich falsch gucke, aber ich habe diesen Steckbrief von Evan nicht gefunden. Den würde ich gleich aber auch wieder... Wir sind echt gestorben, ey. Ja, ist so viel Leitstelle gekommen? Das ist ein bisschen was gewesen. Ich weiß immer noch nicht, was genau abgehandelt wird, bedeutet. Ich glaube einfach nur Ausweis und bla irgendwie. Das traue ich mich auch nicht mehr zu fragen, aber das habe ich alles vergessen, das ist so blöd. Ich finde ihn nicht. Bin ich doof? Hier, das hier. Hinzugefügt aus dem 20. Neutau. Ich finde das nicht. Bin ich... Also wirklich, bin ich doof? Ist das hier irgendwo verlinkt oder so? Ich verstehe es nämlich nicht. Ich habe das letztens schon die ganze Zeit gesucht. Ihr dürft mir nicht sagen, ne? Wer war das denn? Das war hier... Das war Williams. Ne, warte mal. War das Quima oder Williams? Jetzt bin ich aber gerade... Wieso verwechse ich dabei? Ich bin mal aktiv. Warte mal kurz. Ich schaue mich ja ganz schnell nachgucken. William... Oh... Stop. Ready? Ready, ready, wo man... William ... William ... Das ist doch eine Viertelstunde ey, da kannst du auch nicht mehr rausfahren ne. Ach du Scheiße. Hope Carter? Oh, das sind wir! Wenn sie mögen, können wir langsam aufrechnen. Äh, ja. Gut, okay. Lassen Sie sich Zeit, keine Hektik. Ne, ne, alles gut, alles gut. Ich wollte nur Dienstanweisung da. Ach so, die neue. Ne, nicht Dienstanweisung, wie heißt das nochmal, dieses Vor-Dienst-Antrieb-Lesen-Ding da. Ah, okay. Da steht auch jedes Mal genug drin. Ja, das stimmt. Der ist gut gefüllt. Das machen wir gleich danach nochmal. Das stimmt. Gut, dann suchen wir uns mal ein Auto, würde ich sagen. Ja. Also willst du jetzt fahren? Ja. Wow. Also, schätze ich mal, ne. Ich habe Führerschein noch nicht gesehen. Ist auch ein O1-Fahrzeug da. Ich dürfte auch fahren. 5-1-Fahrzeug. Ja, ich sag mal. Ja, dann nimm mal was Großes mit. Oh, ich guck auf ein großes Auto. Großes Auto? Ja, einfach den Dings hier. Oh Gott. Das ist doch bequem. Die sind so furchtbar, die Dinger. Ich fahre die so gerne. Das ist so gemütlich. Oh Gott. Ja, klar. Das ist richtig gemütlich. Hat man auch Platz und äh... Ich finde, der rutscht immer. Als wäre der auf so großen Geekissen. Ja, das ist äh... Ich habe mich so dran gewöhnt an diese Kiste. Aber eine 1060, dann wird das richtig lustig. So. Ja, wie schnell fährt der denn? Äh... 40? Wir haben auch nur Bergab und mit Heimweh. Ja. So. Dann nehmen wir doch den. Der sieht gut aus. Verdammte Axt. Bleib offen jetzt doch. Lass mich jetzt einfach hier rein, bis jemand was anderes sagt. Ach, das dürfte doch alles in Ordnung sein. Die faule Sau. Hätte ich auch so gemacht. Mal gucken, wie hier auch wir von der Mauer wegkommen. Super. Aber der war aber ziemlich nah ran geparkt jetzt. Hm. Ja, da hat's einer gut gemeint. Mhm. 4122, MD. Deck. So. Wir sind die 441. Haben wir da immer Notizen. Welche PD-Nummer haben Sie? Äh, die 440. Passenderweise. 440? Oh, wow. Mhm. Levante. Levante? Mhm. 5128, 20. Wir sind die Airfield Tankstelle. Und der Kollege? Und der Kollege? Ja. Da kann ich ja selber fragen. Äh, der Kollege, wie ist Ihre PD-Nummer? Ja. Tanja. 4... Moment. Wie bitte? 4? 29. 29. Gut. Jetzt hab ich's. Wir haben ein bisschen durch die letzten Tage. Haben ein bisschen genagt. Ja. Ja. Es ist doch einiges los, ne? Ja. Aber Sie sind gut überstanden. Oh, schon. Ist doch wunderbar. Ja, nach diesem Zwischenfall mit dem Auto, was uns weggerammt hat von Golden Olympus. Ach, Scheiße. Ja. Äh, ich saß hier mit Mr. Horus im Streifenwagen. Das war ein Revanche-Akt scheinbar. Oh Gott. Ja, die schrecken echt von nichts zurück, ne? Die sind Schweine einfach. Haben Sie sich verletzt? Meine Güte. Haben Sie sich verletzt? Äh, ne Nackelnwirbel war ausgerenkt. Oder verschoben. Kniescheibe war raus, äh, die Schulter war ausgugelt und ein Rippenbruch. Also, ich hab irgendwie so alles mitgenommen, was ging. Ja, also mehr kann man da auch wirklich nicht mitnehmen. Außer Tod natürlich. Aber Gottseidank ist das nicht passiert. Ja, Gottseidank ist das nicht passiert. Ja, Gottseidank ist das nicht passiert. Das war aber auch ne knappe Geschichte. Also, wir hätten auch nen Abhang runterstürzen können. Oh Gott. Sind wir schon eingetragen? Ja. Perfektor. Ja, das ist, äh... Man macht sich so seine Gedanken drüber. Ja. Aber hilft nix, äh... Muss man so teilweise abschütteln. Mit Kollegen drüber sprechen hilft da immer ganz gut, finde ich. Ja, das hab ich alles noch nicht gemacht. Ich, äh, wollte heute mit, äh, nachgehen nach Ihnen. Telefon? Mhm. Mhm. Hallöchen. Hallo Frau Bahns, wie geht's Ihnen? Ja, das wollte ich Ihnen fragen. Wie geht's Ihnen? Wir haben gar nichts von Ihnen gehört. Und Sie haben sich das sehr traurig angesagt. Züge 5 ist wieder auf Überführung. Ja. Waren schwere Zeiten, ne? Ich war da ja ein paar Tage im Krankenhaus und so. 1.44 Uhr, check. Alles nicht so einfach. Check. Sagen wir mal so. Oh. Haben Sie denn jemanden zu reden? Naja, ob Sie mit irgendjemandem darüber geredet haben, dass sie Ihnen das zusetzt? Was heißt denn zusetzen? Also ich, äh, sag mal so, ich hab ein paar Schlafprobleme, aber zusetzen ist jetzt ein starkes Wort. Okay, okay. Ähm, aber, äh, eigentlich hab ich sie ja, äh, jetzt auch, äh, ich glaube letzte Woche oder so war das versucht zu kontaktieren, äh, weil ich ja auch, äh, sie fragen wollte, wie es Ihnen geht, weil, naja, man hat sie ja da in diese Bank reingeschickt und das war, äh, schwierig, oder? Check. Es war schwierig, ich bin im Moment in einem, wie in einem Tunnel. Ich, ich kann Ihnen das irgendwann mal unter vier Augen dann erklären. Ich hab aber heute tatsächlich, äh, hoffentlich ein Gespräch mit Herrn Larsen. Äh, und das ist auch wirklich lange überfällig. Ich versuch mich grad ein bisschen abzulenken und, äh, diesen, diesen Evan-File da auch wieder jetzt aufzunehmen und sowas alles, diesen Anderson-File. Ja, klingt auf jeden Fall vernünftig, weil, ja, wir müssen ja auch irgendwann wieder zur Normalität mehr oder weniger zurückkehren, ne? Ist so. Und, äh, ich hoffe, das wird jetzt auch so sein. Zumindest hab ich, hab ich's grad irgendwie im Gefühl. Hm. Ja. Ja. Ja, wenn Sie mal ein bisschen Zeit haben, dann können wir ja mal, äh, ne Sprung trinken und ein bisschen reden. Ja, sehr gerne. Sagen Sie einfach Bescheid. Ohne 14, 20 Strawberry Tankstatt. Ich meld vielleicht heute Abend irgendwann schon, aber ich, ja, ich ruf einfach durch und Sie sagen, ob Sie Zeit haben und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Okay, Marie. Und andersrum auch. Ja, okay, dann passen Sie auf die Hauserhebel. Vielleicht schon 65, komm? Ja, Sie auch, bis bald. Hab nötige Abholung, dann hörst du auf die Seite Academy, komm. Wenn du mitkommst. 66 Ende. Äh, äh, 4 zu 4 oder 5 Fahrt zum Parahausflug. Ja. Die. Check. Und die Zeit wirkt das hier so verdammt trostlos, ne? Mhm, das stimmt. 4, 3, 4, 3, 4. Also hier wollte ich, glaub ich, nicht begraben liegen, um ehrlich zu sein. Hm, nee. Ich bin stattdurch und durch. Ich auch. Anfahrts Airport zwischen Gate 3 und 4 und die 5, 60 aufnehmen und zum Rollfall mit überführen. Das ist doch. 4, 3, 4, so fast, komm. Let's still end it. Ah, yeah. Ein richtiges rausfallen aus dem Auto. Oh Gott, aus dem Auto immer. 4, 2, 10, 20, David. Check. 4, 2, 6, aktiv. Du hast aber auch vorhin nix Angst, ne? Ja, ich merk's gerade, schnell rein, bevor es jemanden auffällt. Ich hab die gerade eben ausgezogen, falls jemand fragt. Scheiße. Check. Check. Hat keiner gesehen. 4, 0, 5, 80, um Sandy Show. So. Check. Hallöchen. Sehen die Leute hier aber auch alle gut aus, ne? Alles so hübsche Mitarbeiter hier. Bin ich da? 4, 4, 1. Ey doch, du siehst auch... Du siehst auch super aus. Ja. Komm, komm da hoch jetzt. Sind Männer alle die gleiche... Ja, was ist das? Ähm. Ich geh heute noch zum Friseursch... Ach komm mit. Kann mir jemand einen guten Friseur empfehlen? Oh mein Gott. Und warum habt ihr die alle wirklich schwarz? Das ist mal in der Soberfarbe. Ihr habt sogar alle die gleiche Haar. Ja. Also ich färb wirklich, ich färb nicht. Oh mein Gott. Ihr habt sogar alle dieselbe Uniform an. Oh mein Gott. Wow. Das könnte am Arbeitgeber liegen. Also... Boah, jetzt noch dieselbe Brille und derselbe Body, sag's euch, das wär... Oh mein Gott. Ich hab einen kleinen Fun-Fact. Ich hab bei Mautenheim Style bei Cozy auch. Echt? Ja, ja. Und das ist tatsächlich die PD-Frisur. Also wenn jemand reinkam, haben wir einfach nur gesagt, okay, PD-Frisur und dann wussten die Leute sofort Bescheid. Wir mussten nicht mal die Nummer sagen. Super, aber... Gibt es mittlerweile mehr Frisuren im Katalog? Sehr viele, ja. Ich meine für Männer, nicht nur für Frauen. Für Männer. Für Männer. Für Männer. Ja. Okay. Ich nehme das fest, wo ich äh... Ich nehme das, was Trambley hat. Ja, ist doch cool. Ey, nee, dann haben hier auch alle Herren im Norden die gleiche Frisur. Aber auch damit. Angst, äh, nicht bei der gleiche Nachfolge dann ist? Ich glaub, Trambley ist der einzige, der mich noch mit der ganz alten Frisur kennt. Nein. Du meinst, die sind nach hinten gekämpft? Äh, nee, noch Afro. Was? Oha. Oh! Das würde ich fühlen. Also, ich weiß ja, du hattest mal längere Haare. Ähm, als du von deiner längeren Pause wiedergekommen bist. Hörchen. Hallo. Du kennst dich auch noch. Der Mr. Foley ist super Frisur. Komm noch mehr mit der Frisur. Nee, der hat eine andere. Nee, Foley nicht, aber der Kollege daneben. Den braunen Haaren. Er hat dieselbe. Hat das mit Foley? Foley hat die gleiche wie... Ey. Wie Cucu, oder? Ja. Ist halt praktisch auch die Frisur. Aber mich erkennt man ja auch am Schnörres. Viele Komplimente für. Ja, stimmt. Ach, zum Glück. Aber ich kenne einen, der hatte auch so ein Schnörres. Der hieß Butler. Ach, nix. Ein richtiges Schnörres für sich. Butler hatte den auch. Ja. Hochgezwirbeln. Genau. Hatte wohl Geschmack auch. Oh, der fehlt mir, der Butler. Ja, der war lustig. Ja. Wie geht es denn hin? Gott, da kennt die mich auch noch jemand, den Butler. Ach, der andere. Wie hieß denn der andere, der auch irgendwann weg war? Ja. Ed Stark? Nee. Mein Beileid. Ja, Ronny. War auch lustig. Wie geht es wieder besser? Ich lage noch flach. Maker, genau. Good day. Good day. Eine Woche lang hätte ich gerade beschissen. Oh. Ja, dann. Aber alles ausgerührt? Ja, alles ausgerührt da. Volle Stärke da. Ja, super. Fantastisch. Herz putz ab. Wie die Leute sagen würden. Herz putz ab. Ist echt Angriff der Klonkrieger hier. Mhm. Ja. Ja, das Kennzeichen kommt zurück auf ein Creepy Horror Night. Ach so, Puentes. Ich hab dir letztens die Melder noch schickt nachts, ne? Ich hoffe, das passt so. Ja, so seid verstanden. Es war gerade ein Clownsmobil, nenn ich's mal. Was? Ein Clownsmobil? Ein Clownsmobil? Ich mach noch Urlaub. Das ist anders. Ich liebe Clowns. Ich liebe Clowns. Oh, da scheiße ich mich aber ein, wenn ich das ja wirklich... Auch nochmal für euch zur Info ist, wir zu Halloween. Hier werden Gesichter geschminkt. Ich hab gestern so einen Joker gesehen beim Crazy Cuts. Die machen da so Promo gerade für. Ja, ich mach Urlaub. So, ich fand das sah sehr gut aus. Der hatte auch dieses Psycho-Lachen echt gut drauf. Bekannt, ob es wieder so einen Sonderbeschluss gibt, dass die Leute Masken tragen dürfen. Ich geh nur. Anscheinend wird's einen Sonderbeschluss geben. Wie ist das? Ich kann ihn aber da zur Vorsicht tragen. Ich finde Clowns unheimlich. Äh... Wir haben noch eine zweite Person angebracht. Meine Freunde hatten sich mal dieses Make-Up gemacht. Es ging einen Monat lang nicht ab. Deswegen, ich würde da vorsichtig sein. Ja, aber gibt's da nicht so Abschminktücher? Nee, das war so ein bisschen permanent. Okay. Das ging irgendwie nicht. Schlafpapier. Da ist irgendwas schief gelaufen mit der Zusammensetzung, glaub ich, vom Make-Up. Da hab ich auch viel von gehört. War lustig. Okay. Die Leute haben mir echt leid getan. Das klingt super gesund, ja. Würde ich mir halt auch ans Gesicht schmieren. Ist auch schwierig, wenn man dann so zu einer Halloween-Party geht und dann kriegt man das nicht ab. Und dann kannst du ja so nicht im Dienst, ne? Ja. Ja. Danach kann man nicht sehr groß arbeiten. Also, das sieht dann natürlich auch falsch aus, wenn so ein Joker im Uniform da steht. Ja. Irgendwie wär's auch lustig. Hatten Sie auch was, Herr Taylor? Nö, nö. Nur in zwei Minuten geht los. Ups. Raum rein. Na dann. Immer nach hinten da. Immer nach hinten. Scheiße, damit wir auch nicht rauffallen. Nein. Warum bist du jetzt immer nach hinten zu stellen? Da hast du jemanden, die sich so gesagt haben, ne? Oh, oh, jetzt gibt's dich aber vom Schreckgefried hier auf den Arsch. Oh, jetzt wäre Joao rennen würde. Haben Sie gerade gesagt, der Raum ist scheiße? Nein, das ist ja scheiße Kleines. Ja, 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 ja. Ja, du hast gesagt, so ein Anbau wäre doch immer ganz nett. Ich bin dafür, das nächste Mal machen wir den Walker-Grapeseed. Japp. Aber ein Anbau-Grapeseed. Oh, Black ist doch. Was hat denn Chip? Wo muss ich denn? Ja. Wo sollen wir denn den Walker machen? Ja, und dann. Um das Gebäude zu bekommen, müsste ich ganz viel Golf spielen gehen mit dem Mischner. Und ich kann kein Golf spielen. Vor der Tür ist mehr Platz als hier. Problem. Tja. So, jetzt haben wir nen Tag wieder. Ganz normalen Tag. Ich notiere mir alles. Ich lieb's. Ich lieb's. Mach mal was als Tag. Grüße S. Achrodonis Brodinger. Das weiße Haus als Zeit mit den bunten Ärmeln. Ja, genau. Die Frisur Nr. 81 im Psycholog, der darf. So. Wunderschön. Leitstelle, wie sieht's aus? Sind die ganzen Kollegen soweit hier oder warten wir noch auf welche? Ich glaub, die Leitstelle ist noch nicht hier, oder? Ich glaub, die Leitstelle fehlt. Das ist ja perfekt. Äh, es kommen grad noch... Da kommt die Leitstelle. Guck mal rein. Guck mal rein. Reih! Check. Ja, wir warten kurz auf die zwei Fahrzeuge, die grad noch überführen. Und dann fangen wir langsam schon mal an. Dann haben wir den anderen Kollegen einfach gebrieft. Dann machen wir das heute mal lock auf lockig. Wie geht's denn soweit? Ist deine Vermutung auch heute? Ja, wunderbar. Äh, man lebt. Man lebt. Man scheint dir jetzt vorne für mich auf den Arsch. Bitte? Das ist eine von vielen möglichen Konversationen jetzt schon. Ja, also... Aber wenn die das auch nicht überbringen wollen, dann ist auch... Du bist ja kein Tuch. Reih, was machst du, wenn ich sag ganz schlicht? Wir sind schon mal mit den Helikopper vor uns Richtung Mexikopcorn. Ja, mach ich doch schon. Ich sag doch schon noch dafür hier. Man hat mehr Obst essen. Bezweifle auch, dass das in ein Stück abtransportiert wird. Wir haben viel weiter verarbeitet worden sein. Ja, klar. Ja, weil ich das ja allen mit aufzwänge so ein bisschen, ne? So. Das sind ja 91... Ach, ist das hier laut. Sind ja 91 Tonnen. Wunderschön. Gesundheit, Leo. Das ist auch wichtig. Na, ich mach ein bisschen. Zwölf und ein halb Kilo. Da sind dann um was 7000 Barriere. Einmal kurz drüber zu der Leiche. Da würden noch 4, 4, 4, 4 warten. Die sind gerade im Maze Bank Arena losgefahren, falls das noch für lange wäre. Aber nicht, dass wieder sowas passiert mit Ripe Seed und Diamond. Ah, die 424 ist auch noch gerade auf dem Weg, ne? Nein, die ist nicht auf dem Weg. Alles möglich. Normale Information gebunden. Hallöschön. Hola. Hola. Hallo. Wie viele Leute sind denn hier? Also, wenn ich so viel Gold wegbringen wollen würde, dann würde ich auch einen Ablenkungsmanöver verstanden. Ich glaub auch nicht, dass das alles auf einmal irgendwo hingebracht wird. oder so. U06, Überführungsfahrt Richtung Sendyschart ist auf. Check. Noch einige auf dem Weg. Ja, aber die kann sich gerne schon mal einen Supervisor vorne hinstellen, eine 100 Dollar abrechnen. Die haben volle Kanne verkackt, sind viel zu spät losgefahren. Da kann eine 100 Dollar abrechnen von jedem. Dann kann sie mal... Danke, McKinney. Da haben sie direkt Bock. What the fuck? Was? Das ist für Ariana einfach vermögen. Aber ich sag mal einen Tagsgemann, ne? Ja, legen sie los. Ja, dann heiße ich sie heute alle zum World Call. Herzlich willkommen zum 9. Oktober. Eine Minute verspätet. Ich wollte tatsächlich erstmal wieder an die Abteilungen abgeben, wenn sie ein Anliegen haben. Dann können sie jetzt einfach vorgehen direkt. Ich stehe schon vorne. Weiterhin halten sie die Augen bitte im Staatsgebiet offen. Sollten sie Tipps bekommen, wenn das der Bevölkerung immer so auffällt, dem gerne nachgehen. Vielleicht nochmal der Hinweis, sollte nochmal irgendwelche Anrufe kommen, Zwecks eines Tunnels im Rayton Canyon. Das können sie eigentlich getrost ignorieren. Wir waren gestern auch im Boot unterwegs. Und in Einheiten haben dort nichts vorgefunden. Ein Tunnel betreffend des Ruindorfs beim Sandy Shorts Airfield ist ebenfalls versiegelt. Es handelt sich vermutlich um einen Tunnel aus dem Goldrausch der 8. und 100er Jahre. Also das ist ein bisschen los. Also da gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass irgendwas zu finden ist. Allerdings können sie auch potenziell mit weiteren Einsätzen im Laufe des Abends rechnen, je nachdem wie sich die laufenden Ermittlungen ergeben. Dadurch, dass natürlich jetzt auch andere Behörden mit involvieren, die sich dem ganz normalen mit anderen Ressourcen zuwenden können. Also kann sein, dass potenziell noch Einsätze im Laufe des Abends folgen. Seien sie also gewappnet. Das wäre seitens der Operations. Achso, ne, noch einen Nachtrag von Mr. Gauthier. Einmal noch die Bitte, wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug unterwegs sind und das irgendwo hin überführen, überführen Sie es bitte auch wieder zurück. Das erzeugt im Fuhrpark eine Arschvoll Arbeit, die Fahrzeuge wieder von ANAP zu karren. Also wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug in Lamesa starten, dann bringen Sie es bitte auch wieder nach Lamesa zurück. Das wäre es dann jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es sonst noch eine Abteilung hin an den Dickenherz? Die Tech-Test eventuell. Alles klar. Gut, ich würde mal in die Partners übergeben. Seitens des BCSO. Hätte ich schon Anliegen haben? Hat sonst die Führung von BCSO ein Anliegen? Check. Negativ. Okay. Für Sie, für die Kollegen vom BCSO, da wurde auf dem schwarzen Brett ja noch etwas aktualisiert. Auch gerade in der aktuellen Zeit, wenn die Kapazitäten da sind natürlich. Das ist auch mit jedem Einsatz verbunden, den wir auch zu späterer Zeit haben. Das sollte logisch sein. Aber dass das Community Policing auch hier im Norden nicht vernachlässigt wird. Gerade in der aktuellen Zeit, die Leute haben Angst. Das haben sie vielleicht auch in den ganzen Medien mitbekommen. Und gerade in der Zeit ist es auch wichtig, dass der Dienst nicht nur im Streifenwagen stattfindet. Dass wir auch auf die Leute zugehen. Vielleicht mit ihnen auch mal drüber ein bisschen reden. Also soweit im Rahmen, wie wir mit den Leuten drüber reden können. Und einfach zeigen, dass wir wieder für die Leute auch da sind, Ansprechpartner da sind. Ich war jetzt auch bei ein, zwei Maßnahmen dabei, wo wir das so gemacht haben. Und ich habe selber persönlich gemerkt, das hat den Leuten sehr gut getan. Sonst empfinden wir uns auch gerade in dieser wichtigen Zeit von den Leuten, für die wir eigentlich arbeiten. Gut, von meiner Seite wäre es das. Gibt es noch ein anderes Anliegen von anderen Departments? Der Perro hätte noch etwas. Gerne doch. Einmal ein Punkt zum Thema Leitstelle. Wenn Sie Leitsteller sind, achten Sie vielleicht darauf, dass Sie die Streifenkettchen nicht mehr exakt so viele Streifen haben, wie gerade auf der Streife sind. Haben Sie doch vielleicht zwei Kettchen mehr, dann können die Kollegen, die in den Streifenwagen einsteigen, viel einfacher ihre neuen Streifen eintragen. Es muss nicht immer exakt da abgeschnitten sein, wie viele Streifen gerade auf der Straße sind. Sie können ruhig ein, zwei leere Streifenkettchen immer parat haben für den Norden und für die Stadt. Das ist einfacher für die Streifenbildung. Zweiter Punkt, wie der Kollege schon Community Policing angesprochen hat. Sie haben gesehen, dass Foodtrucks teilweise oder auch die Lieferfahrten angegriffen werden, beziehungsweise überfallen werden, die am schwarzen Brett so. Können Sie auch gerne mal Venture oder so zur Hand nehmen? Da wird ja gerne mal gepostet, wenn irgendein Foodtruck irgendwo ist. Machen Sie mal dort ein bisschen Community Policing. Nutzen Sie dazu aktiv Venture. Das wäre es von der Perro. Vielen Dank. Soweit ein Anliegen von dem anderen Departement? Gut, dann würde ich zu guter Letzt sagen, und sage an die Kollegen, die gerade dazu gekommen sind. Und zu guter Letzt würde ich tatsächlich sagen, gibt es sonstige Anliegen, gerade von Ihrer Seite? Von der 449? Ja. Es wurde letztens vor ein paar Tagen gemeldet, ein Überfall stattgefunden in Südchumasch. Dass generell in Schumasch vermehrt Überfall lag, weil wieder stattfinden und darum gebeten wurde, dass die Polizei vielleicht ein bisschen vermehrt auch einmal da Streife fährt. Zwecks der Überfallssache könnten Sie nach der Besprechung einmal nochmal auf mich zukommen? Ja klar. Vielen Dank. Gibt es sonst noch ein Anliegen von den Kollegen, die jetzt auch gerade da sind? Ja, ich habe noch eins. Ja. Die Besatzung der U06 meldet sich bitte selbstständig nach dem Rollcall bei mir. Okay, gut. Sonst noch ein Anliegen. Oh mein Gott. Wenn übrigens Korean nicht da ist, wie kommen wir heute hin? Ganz kurz, Gang Unit geht auch flott heute. Zum einen wollte ich die Kollegen einmal loben. Ich fange damit an. Ich habe mitbekommen, dass gerade South LS jetzt öfter bestreift wird, dass da auch mal die Turfs getourt werden. Das finde ich sehr, sehr gut. Behalten Sie das bitte bei. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann wollte ich auch nochmal anmerken. Also wenn Sie Ermittlungen haben oder einen Fall haben, wo Gangs involviert sind, dann können Sie uns jederzeit dazu ziehen. Wir geben Ihnen gerne Expertise. Wir geben Ihnen Ratschläge. Wir geben Ihnen Hilfestellung. Oh, da können Sie gleich nochmal mit Hilfestellen. Was allerdings nicht passiert ist, dass Sie uns diesen Fall aufbürden wollen. Also Sie können den Fall uns nicht einfach abgeben. So funktioniert das nicht. Also Sie können bei uns jederzeit die Expertise holen, aber Sie sind Officer, Sie können eigenständig ermitteln. Sie haben das Handwerkszeug dazu bekommen, Hilfestellungen und so weiter und so fort gerne. Aber wir übernehmen die Fälle nicht für Sie. Okay. Das waren nur meine zwei Punkte heute. Alles klar, vielen Dank. Ich glaube, Ariane weiß, dass er von Astrakas ist. Ich bin mir fast sicher, aber ich bin mir nicht zu 100 Prozent sicher. Ich würde noch einen Punkt aufgreifen. Dann können wir doch nicht Hilfestellungen. Aber was Chief Davis ja schon gesagt hat mit den Foodtrucks, die Information stammt von mir. Dabei geht es nicht nur um die Foodtrucks, sondern auch um die Lieferwagen. Das heißt, so eine Bakery zum Beispiel hier aus Palito Bay, die natürlich sämtliche 24 Sieben ansteuert und natürlich auch beliefert. Auch diese Wagen sind damit gemeint. Also es geht nicht nur speziell um die Foodtrucks wie von der Wurstrumpe, Chicks Chicken etc., wie man es kennt, sondern auch die Belieferungswagen. Wie diese Speedo-Vans. Genau, diese Speedo-Vans. Meistens haben die ein Firmenlogo drauf. Da gerne auch mal gucken. Alles klar. Was von meiner Seite. Gut. Hat jemand sonst noch ein Anliegen? Sonst möge er für bis zum ersten Rucker sprechen. Die Z44 hier. Ich möchte einfach nur die Kollegen noch mal dran erinnern. Wenn es irgendwelche Fälle gibt, die sie psychisch belasten, bin ich natürlich die Ansprechpartner. Wenn Sie sagen, Dr. Larsen, ah nee, nicht so. Haben Sie ganz, ganz viele Kollegen, mit denen Sie darüber reden können. Bitte nehmen Sie das einfach an. Dass Sie das bitte nicht vergessen. Vor allem in den letzten Wochen sehr, sehr wichtig. Hm. Vielen Dank. Preach it, brother. Wenn Sie sonst noch ein Anliegen haben, sprechen Sie ebenfalls einfach. Melden Sie sich einfach. Das hat sie nicht gedacht. Gut. Dann würde ich erstmal kurz an die Kollegen der Führung übergeben, wie es heute mit dem Watch-Command aussieht. Oh Gott. Wir sind Gott sei Dank Officer 1. Da freue ich mich immer. Oder soll das jetzt nach der Besprechung noch besprochen werden? Ja, wie geil das war. Kennt ihr den Moment in der Schule, wenn ihr versucht Augenkontakt zu vermeiden? Wenn ihr wirklich so zur Seite guckt, wer möchte das machen und dann guckt ihr so zur Seite. Das ist eigentlich Joe Simmons diesen Wortkreis für den heutigen Abend. Check. Alles klar, gut, dann bedanke ich mich für die Entwesenheit. Die Besprechung ist soweit um 19.55 Uhr. Haben Sie halt eine sichere Streife, passen Sie auf sich auf und ich wünsche noch einen erfolgreichen Abend. Ebenso. Schreiber, warten Sie bitte kurz mit Ihrer Streife. Ist die Frau Nuck da? Ja, treffen wir uns drauf. Habe ich noch nicht gesehen oder gehört, aber kann sein, ich guck mal. 4 zu 4, was hier weint. Ich bin noch mal ganz kurz für kleine Jungs und dann bin ich gleich schweizig. Was ist der Brooks jetzt? Ja, was denn Garfield? Ja oder nein? Geh ich erstmal hier raus. Ach, schön. Ja. Hallo. 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 Boah, ist dein Engel. Wunderbare Idee. Na, Frau Bounce, wie geht's Ihnen? Hey, wunderschön. Beschissen. Ich hab mir jetzt vorgenommen, jemand war für mich fahrzeug, aber die Wahrheit. Beschissen. Ja. Ach, so gut? Eiei. Kann ich nachvollziehen. Ja, ich hab heute ein Gespräch mit Herrn Nassen. Ausgründen. Hm. Wie geht's Ihnen denn? Ja, mich nervt ein bisschen, dass wir keinen anderen Punkt finden. Komm, man war hoch. Entschuldigung. Aber ich war heute nicht. Frau Bounce, ist da. Heute ist doch scheiße, wenn man dabei. Heute ist doch diese Durchsuchung da von diesem U-Band. Und ich bin so gehen dabei. Ich weiß von nichts. Ja, auch nicht. Ich hab halbgute Nachrichten. Ja. Ich hab beim... Ich hab beim Kasa veranlasst, dass sie uns alle Daten zu sämtlichen Fahrzeugen, sämtlichen Mitarbeitern und sämtlichen Standorten der Refinery Group zukommen lassen. Oh, wow. Oh, das ist so toll. Da ist es gemacht. Zudem ist mir was aufgefallen. Ja. Okay, lass uns kurz zur Seite gehen. Hey. Ist es so laut? Na, Lea, hat dir heute schon mal Sport gemacht? Zu der These, die ich gestern aufgestellt hab, ist mir noch etwas eingefallen. Ja? Bin ganz hoch. Hey, da ist ja nun mal dieses goldene V. Ja. Und ich hab ja schon gesagt, das könnte zum goldenen Olympus halt quasi alles hindeuten und Sie haben ja auch gesagt, das ist eine interessante These. Definitiv. Mir ist auch aufgefallen, dass quasi der Sitz der Götter ja auch den Ort beschreiben könnte, wo die Götter quasi thronen, wo sie anwesend sind. Und wenn wir dann auf V und Hills zurückgehen, könnte das wieder auf die Winewood Hills zu hindeuten. Ja. Verstehen Sie meinen Gedankengang? Verstehen Sie meinen Gedankengang? Meinen Sie, äh, Moment mal, war das der Olymp? Oder bin ich hier... Der Olympus. Der Olymp. Der Sitz der Götter. Okay. Wieso Winewood Hills? Ich sag Ihnen, wir in dem Logo das V haben und dahinter die Hills. Und V Hills würde auf einen Ort quasi hindeuten im Zusammenhang. 4 zu 4 sind weiß ich... Wenn ich quasi auf die Bus-App einmal gucke, würde ich mit V und Hills zu keinem anderen Ort... Ich weiß, was die meint, aber Ariane mich... ...hin steuern können als zu Winewood Hills. Das andere wäre Rockford Hills. Das würde keinen Sinn machen. Wir sind aktiv. Jetzt... Hören Sie mal, das ist nämlich gerade interessant, ne? Das ist ja... Ich habe doch dieses Gedicht davor gelesen mit den blauen Augen, ne? Und der Typ da, dieser Tessas, hat mir jetzt immer geschrieben, dass... Also nicht immer geschrieben, aber er hat es jetzt einmal erwähnt, einmal geschrieben, zweimal geschrieben, dass er an seiner Terrasse, also das heißt für mich, es muss Eigentum sein, also es muss definitiv ein Haus sein, an seiner Terrasse steht und auf seinen Pool schaut. Und er kann von da aus die ganze Stadt überblicken. Und da waren wir dann am Ententeich, weil da sind ja genau solche Häuser und das mit den blauen Augen und so, da hatte ich die ganze... Moment kurz, der Ententeich. Ja. Soll ich es Ihnen nochmal vorlesen, nochmal ganz in Ruhe? Ah, dürfen Sie gerne machen. Ah, der Ententeich. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ja, ich... Weil von da aus würde ich gerne sehen, ob man dieses blaue Auge vom Observer sehen kann. Mit den blauen Augen hatte ich nämlich eigentlich den Ententeich vermutet. Aha. Ich gucke mal ganz kurz. Ich habe mir nämlich hier die Gedichte ja aufgeschrieben. Ich lese nur das letzte einmal, einmal damit wir das nochmal, auch für meine Erinnerung, in blauen Augen tief und klar, verborgene Welten, wunderbar. Deswegen dachte ich tatsächlich, dass es unter dem Ententeich ist. Ein Ozean so tief und weit, in dem die Sehnsucht stets verweilt. Die Sterne leuchten in der Nacht, in diesen Augen, die so sagt, ein Glanz, der Herzen tief berührt und jede Sorge schnell verführt. In blauen Augen leuchtet Glück, ein Lächeln, das die Seele schmückt. Sie spiegeln Liebe, Zärtlichkeit und bringen uns die Ewigkeit. So strahlen sie, so hell und schön, in blauen Augen kann man sehen, die Schönheit, die im Inneren wohnt, die uns verzaubert, uns belohnt. Und das ist halt so... So, Kollegen, nicht mehr für die Rauchen, Quatschen, Arbeit, die Schleifung, man kann jetzt wirklich, wie Sie gesagt haben, das mit dem blauen Auge, mit dem Observerauge, das finde ich zu interessant. Das könnte der Observerauge sein. Ja, und unten dann dieser Tunnel. Wenn da wirklich ein Fahrzeug von ihm gesehen wurde, ich will da unbedingt weit hin. Die Sterne müssen auch nicht unbedingt die Sterne sein. Das können auch Stadtlichter bei Nacht vielleicht sein. Ja, der Stadte dagegen spricht nichts. Stimmt. Eine Frage, ich guck mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz hier auf meine Karte gucken. Aus Stein, das kann nicht gelastet werden. So, die habe ich immer eingegreiftet in meine hohe Tasche. Nein, alles gut. Es war noch wann anders, das muss ich aber raussuchen, vom Herz der Stadt oder vom Herz auf jeden Fall die Rede. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo der Observer Tower liegt, aber der müsste doch auch eigentlich ziemlich mittig sein, oder? Also wirklich, in der Downtown war der doch. Observer Tower... Oh, wie heißt denn die Straße noch? Ich bin mir ganz selber nicht so sicher. Äh, ist das nicht der North Archer Avenue? Ich schaue mal ganz kurz, Sekunde. Könnte auch sein, dass ich da zu hoch bin. Wo ist der Legion Square? Legion Square ist beim Vespucci-Pulver. Strawberry Avenue. Da ist der Legion Square. Peaceful Street müsste das sein in der Nähe, oder? Ah, da. Das wäre, also das wäre wirklich... Das ist ziemlich mittig, also. Das ist sehr, sehr mittig. Ich finde, ich ja. Oh, sie gefallen mir. Das war's, ich glaube. Adigatose, sie mir auch. Ich finde das richtig gut, das macht ja Spaß. Wäre das nicht so furchtbar jetzt alles, aber ganz im Ernst, ich finde das auch der... Sie sind nicht so furchtbar jetzt auf der Spur. Hey, ich muss auch gestehen, wir haben noch eine Beobachtung gemacht. Ich bin am Samstag mit dem Herrn Brooks im Norden auf der Streife gewesen. Und wir haben die Silos in der Nähe der Union Grain Farm quasi einmal patrouilliert. Ja. Und als wir das zweite Mal da lang patrouilliert waren, da stand dort ein Container-Anhänger, ein schwarzer. Okay. Und wir hatten später leider nicht die Möglichkeit, dort nochmal quasi langzufahren. Aber der Herr Brooks sagte auch, da sollten wir drauf achten, ob hier was passiert, weil da die Silos mit einem bestimmten Stoff sind. Aber ich bin heute mit der Frau McKinney rumgefahren und genau dieser Anhänger stand an einem Standort der Vanguard Refinery Group, ehemalig LSR. Und der dazugehörige quasi Zugwagen ist zugelassen auf die Vanguard Refinery Group. Das passt dir wie Arsch auf einmal. Ich weiß auch nicht, ob ich... Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mir diese ganzen Sachen nur einbilde, aber alles führt so zusammen gerade. Glauben Sie mir, ich habe das Problem auch, bei den Gedichten denke ich, ich überinterpretiere. Aber... Hey, das denke ich auch im Moment. Aber ich weiß nicht, Herr Kurayame hat ja dieses... Der hat ja da irgendwie so ein Gedicht, also so sinngemäß hat er das ein paar Leuten und mir auch per Mail geschickt. Haben Sie das auch bekommen? Nein. Ich bin erst seit Freitag hier, Miss Barnes. Was? Wie? Hi, ich bin seit Freitag erst hier. Ich bin noch Rekrutin. Schieben Sie sich. Okay. Sekunde. Warum? Nein, weil, warum? Ja, Sie sind jetzt schon sehr gut, meine Güte. Ich bin so scheiße. Äh, nein, Moment. Nein, Sie sind wirklich sehr gut. Das sollten Sie sehen. Nein, nicht wirklich. Aber Sie sehe ich auf jeden Fall auch bei den Detektives. Streben Sie das vielleicht an? Äh, das haben mir jetzt schon mehrere Leute nahegelegt. Ich lege Ihnen das auch nahe, definitiv. Ähm, genau. Bei dem Gespräch ging es nämlich auch, das war so rätselhaft und dann ging es dann um Verrat und Betrug. Äh, das fand ich ganz interessant. Es geht um den Verrat von Jason, der denkt, er habe die Oberhand, er liegt einer grausamen Vergeltung. Medea entfesselt ihre Kräfte um ihn und seine Verbündeten unermesslichen Schmerzen zu zu prüfen. Ich habe jetzt nur mal nach den Namen geschaut. Ich habe irgendwas in der Wüste da gesehen. Der wird aber nicht um den Jason geschrieben, sondern mit I vorne. Also statt J ein I. Nee, das war nur so. Also Iason. Na, wie heißen die so? Ja, oder so. Hochballen. Und da geht es tatsächlich auch in seiner Story mit um das goldene Vlies, dass so was mehr geschafft werden soll. Miss Warns? Ja? Das goldene Vlies wird das mit Vogelfrau geschrieben? Ja, ein Vogelfrau. Oh mein Gott! Ich sage doch, sehen Sie es da auch. Ein goldenes V. Im Logo der Vanguard. Finalry Group. Sie machen mich fertig. Wieso mache ich sie fertig? Sie machen mich fertig. Moment. Sollen wir vielleicht nochmal bei der Union-Ray-Od-Farm vorbeifahren und nochmal schauen? Ich halte das, glaube ich, für angebracht und dann den Container vielleicht nochmal angucken. Wie lange? Sie sind erst der Freitag da. Machen Sie mal wirklich schneller, dass der Ofis da wäre. Wie nehmen wir da mit, Frau Karte? Ich bin bei der Frau McKinney eingeteilt. Dann müssen Sie mich da rausziehen lassen. Ja, oder wir fahren mit Frau McKinney. Welchen Rang hat sie? Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Müsste ich im Streifenblatt nachgucken. Ja, dann gucken wir eben. Genau. Hm. Ich kann mich nicht beklagen. Das ist doch gut. Welches ist Ihre Scheibe? Ich kann sie auch eben fragen. Achso. Freu, freu. Ja. Hallöchen. Welchen Rang haben Sie? U2. Das ist perfekt. Darf ich mich mit einteilen? Wir hätten da etwas, was wir gerne nachschauen würden. Sie haben eine ziemlich begabte Mikrote. Arigato. Ja, ist mir auch aufgefallen. Das ist sehr interessant, was sie gerade alles erzählt hat und was uns jetzt gerade noch mal aufgefallen ist. Die Frau McKinney war so spitzfindig, da mit mir einmal quasi anzuhalten und unseren Wagen einmal zu checken, damit wir an ein, ja, Kennzeichen kommen, um einen Lastwagen zu checken. Super. Ja, das grüne Flies. Das ist, das fehlt, also. Das haut mich jetzt auch gerade ein bisschen rum. Das weist ja schon wieder dahin. Das weist wirklich darauf hin, ja. Ja, ähm, sofern die Leitstelle nichts zu checken hat, klar, gerne. Können wir machen. Ey, also wenn Sie das mit der Leitstelle klären, ja, wir waren halt schon nochmal Davies, ne? Ist halt. Ne, die 101 übernommen. Miss Martin, das müsste es sein. Äh, ja, ich weiß, wer das... 518 auf der Versuchungsfahrt zum Graveseater. Also, ansonsten kann ich nochmal, äh, ja, bei der Leitstelle anrufen will ich jetzt nicht unbedingt. Ich, ich kenne die ganzen Namen tatsächlich noch nicht so wirklich gut. Es sind immer wieder neue. Ja, Miss Martin, ich muss auch kurz erledigen. Ich rufe da fix durch. Super, ansonsten gucken wir, ob ich Ihre Nummer habe. Ja, ich frage der 1.60, befindet sich gerade ein Kollege an dem PC. So, positiv. Ich sag mal kurz meine, äh, Streife von vorher kurz Bescheid. Jo. Wenn man aufs Rand schießt, das ist schon... Äußerst, äußerst feindselig, momentan. Hallo. Hallöchen. Ich, äh, wechsel mal fix die Streife, um was, äh, ermitteln zu gehen. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Äh, ja, alles klar. Okay. Hey, stay safe. Ebenso. Brotan extreme Probleme haben, wenn wir Einsätze haben, dass wir da irgendwas... Geht, find ich da drin noch irgendwas? Ansonsten, äh, passt. Danke, ciao. Ja, ist genehmigt. Danke. Dann auf, auf. 413.20, Mary Rennert Tankstelle. Hast du meinen Kollegen gelassen? Also den da? Ach, natürlich. 518. 27. Braves sieht das so unlöslich aus. Check. Die Frau McKinney hatte auch einen wunderbaren Ansatz zu dieser Sache noch. Bin ganz ohr. Die, äh, Refinery Group könnte dementsprechend auch Anbindungen halt zur Bahn haben und vielleicht wäre es ganz gut, wenn man die Knotenpunkte der Bahn auch mal in Auge behält. Stimmt, das ist auch interessant. Die müssen es ja rausschaffen. Also ich denke die ganze Zeit nur darüber nach, wo die es hier haben, aber nicht, wo die es, äh, über welchen Wege die jetzt transportieren können. Herr Dieks, ähm, Moment. 413, wieder aktiv. Herr Dieks hatte die Frau befragt, die, äh, diesen LKW gefahren hat an der PSB von der... Ich kann nicht, ich, WENK, 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 WENK. WOLTG, WERATEN BOT, COMPHÜTER. Versuche ihn mal zu erreichen. Streichenblatt aktualisieren. Ich guck ihn mal über die Schulter kurz. Wissen Sie, wie es zu Union Grain geht? Achso, wir sollen zu Union Grain, ja klar. Richtung Union Grain, genau. Da sind auf der Rückseite so Silos. Und ich habe Frau Bahns eben von dem Anhänger erzählt. Hi, genau. Und jetzt wollten wir gucken, ob der quasi da eventuell noch steht oder halt schon nicht mehr. Aber das ist halt das Ding, nur dadurch, dass wir jetzt kurz geredet haben, es hat sich wieder eine kleine Sache aufgetan. Es sollte einfach Riesenrunden geben, wo man einfach seine Infos komplett mal teilt. Kommunikation ist so wichtig. Ich erreiche den Herrn Brooks leider auch nicht. Adam Brooks ist Außer-Dienst-Gang. Genau. Ja, Herr Dieks habe ich jetzt gerade auch nicht erreicht. Er hat auf jeden Fall den Ausweis und den Namen von einer Dame, die da Fahrerin war. Da bekomme ich einen Anruf. Aha. McKinney? Korrekt. 519. 519. 1020. Balito. So. Streife löst sich auf. Check. Check. Wird ausgerichtet. RPSLS-Tip Richtung der Ferrupedi. Gerne. Tschüss. RPSS korrektiert. Aktiv Richtung der Ferrupedi. Soll ihn ausrichten, dass wenn sie die Streife aktiv melden, es einfach ausreicht, die Streifenkennung zu nennen und zu sagen aktiv. Also sie müssen nicht sagen 434 meldet sich aktiv, sondern 434 aktiv. Hey, okay. Geht um das KIS-Zieb. Mhm. Mhm. Ist jetzt nicht dramatisch, oder? Dass man das dann einfach... Oh mein Gott. Ich sag das auch immer. Merke ich mir. Genau. Wir müssten auf jeden Fall gleich auf die andere Seite Richtung der Silos. Die hier vorne rechts? Check. Ich glaub noch ein Stück weiter. Oder meinen sie die an dem Highway, die Silos? Ich glaube die hier hinterm Highway auf der anderen Seite. Ah, okay. Also es gibt nämlich mehrere Silos. Sie sehen hinten links von uns drei Silos der Union Crane. Hey, genau. Nein, die waren das nicht. Die rechts von uns und dann die, die am Highway sind. Die waren das auch nicht. Dann fahren wir doch den Highway an. Im Norden bin ich immer so ein bisschen verloren. Kommt derzeit, wenn sie mal Nordstreife fahren. Ich bin sicher. Ich muss dann immer vorbeifahren und dann sehe ich immer, wo ich hin will. Verständlich. Ich bin seit drei Jahren auf der Insel. Ich kenne mich im Norden immer noch nicht aus. Ähm. Die Silos waren aber nicht die am Flugfeld, oder? Ja, ich kenne mich so gut im Norden aus. Ich habe es gerade schon gesagt. Achso. Sind das die hier vorne links? Das ist möglich. Okay. Hey, da könnte man so rumfahren. Ja, das geht tatsächlich. Also hier sind auch Bahneisen. Genau, und dahinter rechts. Da steht der auch noch. Und das ist genauso einer wie bei... Den schwarzen Container hier rechts. Genau, das ist genauso einer wie der drüben Stand, wo wir geguckt haben. Moment, welcher schwarze Container jetzt? Ja. Auf der linken Seite. Hat der da abgestellt? Ah, und Mr. Brooks hat gesagt, der war vorher den Tag auf jeden Fall noch nicht da. Ah, okay. Und Sie haben sich da schon genau umgeschaut? Check. Ähm, negativ haben wir nicht gemacht, weil wir nur zu zweit waren. Ah, jetzt können wir es ja. Ich würde trotzdem beim Aussteigen erst einmal mich hier umschauen, weil hier kann man ja überall oben hoch... Hier kann überall was sein, genau. Genau, ganz wichtig, hier die den 20 Funken. Ähm, 434 1020 Silos Unigrain. Gut. Gut. Dann schauen wir uns doch erst mal. Oh. Okay. Okay. Vielen Dank. 011, 1020, morning contact. Ja? Das ist natürlich jetzt nicht... Das ist gut. Okay. Mal bei der Union Grand nachfragen, was die alles so angemietet haben. Das ist mir tatsächlich nicht bekannt. Und Sie haben das Kennzeichen hier vorne von dem Anhänger gecheckt und der gehört zu dieser Vanyard Group? Diesen hier nicht. Wir haben den, der unten Richtung Hafen bei der ehemaligen Refinery Group steht. Den haben wir gecheckt. Dann können wir den nach vorne gleich auch nochmal checken. Ja, könnten wir gleich machen. 360, 1030, MOPD. Check. Wir hören die Container hier auch. Union Grand? Äh, da vorne ist ein Auto. Oh ja. Sieht wie ein Mitarbeiter aus. Das passt ja. Wir wollen mal nachfragen, ob ein Mitarbeiter ist. Ich gehe mal vor, so ohne, dann wirkt das weniger bedrohlich. Sie wirken auch so bedrohlich. Meine Güte, nette Kache. Mal kurz zum Kennzeichen. 410S, Adi. Check. Alles klar bei euch? Ja, und bei Ihnen? Ja, das ist alles super. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr euch nach dem Rechten umguckt. Check. Ja, ne? Also ich zeige Ihnen einfach, bevor wir meine Dienstmachern damit sind, ne? Ja, alles gut. In den Zeiten ist das verkehrt, denke ich. Also ich denke, wer drei Uniformen und einen Streifenwagen hat, der ist entweder... Gut organisiert, oder? Sehr gut organisiert und hätte dann auch eine Marke. Ja, oder er hätte halt irgendwas davon nicht. Und Sie sind? Robert Shaw, Co-CEO. Ja, das... Check. Haben Sie auch einen Dienstweis? Ja, klar. Bin wohl nicht im Dienst. Okay, alles klar. Super. Da kommt eine CEO. Ja. Ne, wir wollten hier nur nach dem Rechten schauen, nicht, dass sie sich wundern. Ja, ne, das ist super. Immer diese kriminellen Co-CEOs. Ja, deswegen sind wir hier, weil wir... Sorgen wir für Recht und Ordnung. Hallo, tschüss. Willkommen. Ja, Susi hat sich hier übrigens gekümmert dann, ne? Also, wenn ich jetzt verschleppt werden würde... Sie hat nämlich nicht nach Marken gefragt. Ich könnte eine für Sie kurz eine neue Streifel wissen. Ja, ähm... Vielleicht können Sie mir ja behilflich sein. Wissen Sie etwas über diesen Anhänger? Ja, der ist von Cypress. Der ist uns... Wird uns zur Verfügung gestellt. Damit die Cypress-Lieferungen... Wir packen die in den Trailer, die holen den Trailer ab und stellen uns einen neuen hierhin. Ah, okay, okay. Das heißt, es ist auch so die übrigen Container, die hier so stehen, die gehören alle so dazu. Also, äh, genau. Der Graue hier gehört zu uns, da hinten der Graue gehört zu uns, ähm, und hier vorne hinter dieser Halle, äh, die ganzen Silos im Prinzip hier, die gehören zu uns. Und ich meine, die sind sehr offensichtlich, da steht's auch drauf, aber... Ja, okay. Also, im Prinzip können wir davon ausgehen, dass alles, was so auf dem Gelände der Union Grain ist, und ich hab euch das, ähm... Also, ich hab zumindest den BCSO, ich denk mal, das ist dann auch bei euch gelandet, äh, ne Karte geschickt, war zwar... Die sah zwar aus wie von einem Kleinkind gemalt, ich bin jetzt, äh, motorisch jetzt nicht so der Beste da, aber... Am Ende ist wirklich sehr stark erkennbar, was von uns, äh, ist, und im Prinzip alles, was auf dem Gelände an Bauwerkeln ist, gehört zu uns, beziehungsweise, wenn irgendwas hier steht, was nicht hier stehen sollte, melden wir uns bei euch meistens. Okay, alles klar. Also, ist es auch nichts Auffälliges irgendwie oder Ungewöhnliches aufgefallen in letzter Zeit? In letzter Zeit, oma's doch, aber, ähm, also vorgestern Abend wurde erst auf mich geschossen, hier. Hier? Hier? Ja, nicht hier, sondern auf der anderen Seite in Grape Seat, aber, ja. Also, es sind ungewöhnliche Sachen momentan hier unterwegs oder ungewöhnliche Leute, aber... Erstmal sind sie verletzt worden, oder? Nee, 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 Gott sei Dank nicht. Also, ich weiß nicht, das Ding ist halt, ähm, waren, die wollten nicht den Observer entführen, und wir sind dann, weil wir halt zu unserer Farm wollten, ähm, dazwischengekommen, und das fanden die nicht so toll. Ganz kurz, ähm, nochmal, die wollten den Observer entführen? War das ein Absatz auf Wagen? Ja, also zumindest zwei Mitarbeiter, ja, ja, zwei Mitarbeiter vom Observer, hier der Chef. Okay, ähm, haben die, ähm... Hey, bei dem Einsatz war ich bei, genau. Ah, okay. Da war ganz viel Streifen von jetzt auf gleich, das fand ich sehr schön, dass es nicht um uns gesorgt wurde. Also, soll's sein, ne? Ja, definitiv. Nee, also, wir haben hier, gerade hier in dem Bereich, ne, also gerade nach hier oben hin, ähm, klar, da sind auch, ist auch Human Labs, da fahren öfter mal Fahrzeuge hin, aber hier in dem Bereich fahren auch öfter Motorräder einfach auf unser Gelände hier, bleiben hier stehen, warten, gucken sich um, genauso wie... Oh, wie heißt dieses Modell, dieses, äh, Charmen? Stand letztens auch hier mit drei Leuten drin, und, ähm, als wir dann aber Polizei gerufen haben, waren sie schon weg. Äh, auf unserer Farm drüben fahren dauernd Sportmotorräder rum, oder Sportfahrzeuge, wenn nicht dahin gehören. Sind das irgendwelche auffälligen Motorräder, oder sind das einfach irgendwelche random Leute mit bunten Motorrädern, also ist in Irgendwann... Nee, also es sind immer dunkle, es sind immer dunkle. Immer dunkle. Es war ein schwarz, also so ein schwarzes Motorrad, da weiß ich nicht, ob es eine Defiler war, oder eine, ne, also irgendwas, so ein, so ein sehr sportlicher Einsetzer, ein sehr hoher aber. Hätte auch eine Barty sein können, war auf jeden Fall breit und hoch. Ähm, und, äh, dann haben wir so die Standardmodelle, ne, Double T, Eski, ähm, wir haben letztens, als das mit dem Flugplatz hier war, wo dieses Flugzeug gelandet ist, was nicht landen hätte dürfen, Da hatten wir zum Beispiel, äh, schwarze Carbonisare, die über unser Feld gefahren ist, also so ein, so ein, ähm, Sport-Caprio, ähm, mit goldener Lackier, also so ein... Moment, 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 äh... Also so schwarz mit Gold-Pearl-Lack oder sowas. Ach so, okay. Ähm, ähm, solche Sachen halt permanent in letzter Zeit. Haben Sie das, haben Sie das alles gemeldet? Ist alles bei Stuart, also, äh, Herrn Trampley. Okay, wann ist das jetzt mal, äh, wann ist denn hier letztes Mal was Ungewöhnliches aufgefallen? So Motorräder, Autos, Leute hier auf dem Geburt? Vorgestern. Ja, also vorgestern haben die Leute versucht, der Wilson-Farm, äh, die Lager aufzubrechen, beziehungsweise sind da über die Wilson-Farm gelaufen und haben an den Toren gezogen, ob die offen sind, ähm, an demselben Abend war das mit dem Observer. Gestern ist jetzt nichts Auffälliges gewesen. Die Lager, die Lager haben sie versucht aufzubrechen. Welche Lager genau? Sind das gerade die Lager hier? Nee, nee, bei der Wilson-Farm, also das hier von der Union Grand. Nein, ähm, von uns die Lager sind, äh, im Prinzip hier direkt, äh, an der Kreuzung die vier Hallen. Ja. Und halt, äh, hier rechts die große, also die kleine Halle, da ist auch unsere Produktion drin. Und, äh, wissen Sie, wissen Sie vielleicht, was die Wilson-Farm da genau lagert? Aktiv. Äh, nee, leider nicht. Also ich, ich denke mal, genauso viel wie ihr Lebensmittel, alles was sie so ernten, die Ernte, bringen sie da unter, aber welchem Lager was ist, da müsst ihr dann auf die Wilson-Farm zu gehen, da weiß ich leider nichts drüber. Und haben Sie das, äh, gehört oder auch gesehen, dass die, äh, versucht haben, aufzubrechen? Also haben Sie wirklich die Leute auch gesehen, die das versucht haben? Äh, die haben, also wir stehen in Kontakt mit, äh, der Wilson-Farm und die haben es uns halt gesagt. Ah, okay. Die haben da auch vorher einen Polizeieinsatz ausgelöst, wodurch dann wahrscheinlich so viele Streifen auch schon in Grape Seed unterwegs waren, als es zu den Schüssen kam. Okay. Interessant. Ja, wir haben hier oft, äh, Motorräder langfahren, die dann langsamer werden, gerade schwarze, ne, so dieses typische Bild. Ja. Schwarzes Motorrad, schwarzer Helm, schwarze Klamotten und, ähm, dann fahren sie abends hier mal langsam vorbei und, äh, mittlerweile unseren Mitarbeitern haben auch gesagt, dass, wenn sie abends arbeiten, dann, äh, den Verbot haben, alleine zu arbeiten. Ja, richtig. Und, äh, am besten hier in der Produktionshalle sind, weil die dann nicht so einfach einsehen, ähm, man hat da drin, äh, genug zu tun momentan, ähm, und, äh, tagsüber sorgen die Leute halt dafür, dass in der Produktionshalle genug Tial ist, uns zu verarbeiten. Okay, ähm, die Motorräder, waren die in Ihren Augen, äh, übermäßig schnell, also so schnell, wie sie eigentlich gar nicht sein sollten? Weil sie scheinen sich ja ein bisschen damit auszukennen mit den Modellen. Naja, was heißt übermäßig schnell? Ein Sportmotorrad hat immer eine sehr starke Beschleunigung, da ist es eigentlich egal, ob, äh, in welchem Auto man fährt. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, ich hab mich, ich saß in einem sehr langsamen Farmfahrzeug und ich hatte keine Chance, irgendwie zu gucken, ob es schnell ist. Es hat uns gesehen und ist sofort weg gewesen. Okay. Interessant. Aber das passiert, wie gesagt, in letzter Zeit ziemlich häufig und deshalb haben wir ja auch mit dem BCSO regelmäßigen Kontakt diesbezüglich, dass die da gucken, weil, ähm, haben wir auch mit dem BCSO schon durch. Wir lagern hier Düngemittel mit Ammoniumnitrat, Ammoniumnitrat ist hochexplosiv, ähm, wir haben keinen Bock, dass unser, dass das hier halb GrapeCeed in die Luft fliegt, weil die sich denken, oh, lustig, wir setzen das Zeug mal hier in Brand. Oder so. Ja. Äh, wenn ihm weiter was auffällt, dann, äh, immer, also, auch wenn es noch was klein ist, das melden Sie sich mal beim BCSO? Definitiv mache ich immer. Ja. Gut. Hi, Arigato. Haben Sie vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Ich danke, dass Sie hier seid. Gerne. Dann, äh, wollen wir Sie nicht aufhalten. Ja. Alles gut. Ich hab nur gerade kontrolliert, ob noch alle Arbeitsmaterialien da sind. Ja, ist auch nicht verkehrt, ja. Genau. Okay, dann, hey, schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Willst du bereit, dass wir kommen? Ja, ebenso. Oh. Das war gerade der Kugum, der Chief. Ja. Er hat gesagt, dass wir einmal runterkommen sollen ins Lamesa PD. Da fasch ist Mission Road. Ach, ich bin Beifahrer. Äh. Halt er der Ende. Wieso soll ich da hin? Ähm, weil, ich glaube, die DTU da ist und ich die Tesa einmal weitergeben soll. Ah. Da muss die Antwort kommen. Sicher? Mission Road? Äh, ich frag nochmal. Äh, 10, 20. Ich warte nur kurz den Funkspruch ab. Äh, das schlicht nicht auf. Halt er der Ende. Das heißt, ich funke aktiv. 434 aktiv. Okay, okay. 434 aktiv. 434 aktiv. Äh, ähm, sie waren bei dem Einsatz dabei, als da die, äh, als da versucht wurde, die, äh, Whitson Farm da, diese Lager aufzuknacken? Ähm, Tendenziell, wir wurden hingerufen, weil Schüsse gemeldet wurden. Ach, wo die zwei vom Observer observiert, äh, entführt werden sollten. Genau, die kamen dann irgendwie dazu und haben dann erzählt, dass eine unbekannte Nummer sie angerufen hat und da hingeloggt hat. Hm, das kann doch alles kein Zufall sein, jetzt mal Butter bei die Fischerei, vielleicht denke ich mal, oh, es könnte ja das und das sein, aber das... Vor allem, wenn ich den Namen Observer wieder höre, also irgendwas ist da ganz komisch, da. Hier, Sektor, äh, ja, Streisensektor, effektor einfach. Wenn die an die Labe wollten, und da muss doch irgendwas anderes noch aus dem Lebensmittel drin sein. Ich glaube, da waren zwei Sachen gleichzeitig, ich bin mir aber nicht sicher. Ach so, ja, okay, das, ja, okay, klar, das kann sein. Ich bin, äh, sehr paranoid. Wobei es mich nicht wundern würde, wenn sie versuchen, dann eine Lebensknappheit herbeizuführen, um Panik auszulösen, um dann eben unter diesen Vorwand, äh, sich dünner machen zu können, ne? Oh mein Gott, das stimmt schon, ja. Wenn die beschäftigt sind in der Stadt, und mit der Stadt, da mit der Bevölkerung beschäftigt sind, dann können die sich verdünnisieren. Ja, hallo, Barnes? Guten Tag, Sergeant Payne vom Lake County Sheriff Office, G560. Ja. Äh, ich wollte nur ganz kurz fragen, ihr wartet eine längere Zeit, und bei den CEOs, gab es da irgendwas, was ich wissen sollte? Äh, ne, tatsächlich haben wir uns da mit dem Co-CEO unterhalten, äh, wir wollten da was nachschauen, da hat sie aber rausgestellt, dass ein abgestellter, ähm, äh, Anhänger von Cyprus ist, hat uns dann so ein bisschen erzählt. Ja, genau, genau, ja. Ja, der hat uns nur so ein bisschen erzählt, was da in letzter Zeit los war, Motorradfahren, äh, Lageraufbrechen und sowas, alles. Lamesa, hi, okay, mhm. Ne, okay, dann warte ich mich, dann bedanke ich mich. Okay, bis dann. Schönen Abnuch, schaui. Tschüss. Ich find's ganz so entspannt, dass einfach, also Ariane wär auch gern so wie die, wie die, wie die Recruitin, ne? Das wär gern Ariane, aber auch, dass Ariane, ich mag immer, wenn Ariane in zweiter Reihe steht und nicht ganz vorne. Ja, dennoch müssen wir einmal Tank fahren, gleich Lamesa. Der Wagen frisst leider doch sehr viel. Dann machen wir hier Mirror's Edge. Die U21 ist aktiv, allerdings nur bei sehr wichtigen Anliegen verfügbar. Also das mit den goldenen Vlies macht mich einfach immer noch so fertig gerade, ne? Ja, das macht mir, das war gerade wirklich so. Ja, das ist aktiv wieder Richtung Lamesa Petit. Jetzt mal, klar, das kann auch jetzt weit hergeholt sein, aber das sind so Puzzleteile, die gerade einfach so viel Sinn machen. Das kann doch alles irgendwie kein Zufall sein. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass es einfach zu gut zusammenpasst. Dass man sich noch daran aufhängt wahrscheinlich. Dass man sich dahin aufhängt, aha. Das Einzige, woran ich gedacht habe, was tatsächlich, ich beschäftige mich manchmal so Küsten, Psychologie und sowas, dass man sich auch Dinge sucht, die zusammenpassen und dann andere Sachen total außen vor lässt und die dann gar nicht beachtet. Darauf versuche ich die ganze Zeit schon zu achten, aber es ist halt nicht so einfach. Ja, der Mensch möchte einen Sinn dahinter haben, um es verstehen zu können. Dann lässt man die offensichtlichen Dinge außer Acht. Oh, Wakata, aha, sehr starke Aussage. U21, 1020 in den Kanälen südlich vom Elispub. Deck. 1020, Lamesa, Pidi. Woh, Rekt. 434, 1020, Lamesa, Pidi. Deck. Oh, mein Scheißbombi mit dem Gurt hier. Das fühle ich aber leider auch. Ich habe das auch mit Türen. Mit Türen ganz schlimm, ja. Wir sind hier auch immer so schwerfällig. Ey, wenn sich die Schnürsenkel darin verhaken oder so. Ja. Hören Sie mir auf. Niemals. So, jetzt weiß ich nur nicht, wo die Herren sind. Jetzt haben Sie einen großen Auftritt. Ihre zukünftigen Chefs. Ich... Ah. Da stehen ein paar. Sollen wir alle rein oder nur Sie? Weiß nicht, wollen Sie mitkommen? Keine Ahnung, fragen Sie mal nach, weil Schiefer hat Sie ja kontaktiert. Richtig weg, wer das Handy ist oder ähnliche. 441, aktiv. Guten Abend. Ja. Ja. Meinst du, in Not kann sie uns ja gleich alles auch irgendwie durchgeben, ne? Mhm. Auch wenn ich sehr, sehr neu reagiere. Wenn die Frau Barnes, die Frau McKinney mit reinkommen? Ja, haben die irgendwas hier Fallrelevantes mit zu tun, oder? Oh Gott. Die Frau Barnes ist darin involviert, so ist es nicht. Ja, ich habe gerade nicht mit Ihnen gesprochen. Was hat denn die Frau Barnes damit zu Türen? Oh, ist das unangenehm gerade. Ja, dann, äh, ja, soll die doch auch einmal reinkommen. Miss Barnes? Nein, dann bitte noch rekruten. Wir sind noch dran, Sir, wir sind dran. Alles gut. Super frisch auch noch. Miss Winchester, würden Sie vielleicht kurz Ihre, ja, Ihre Sache nochmal erzählen? Oh, ist das Homeland? Oh, nee. Sie haben sich Gedanken gemacht, super. Ich kenne da immer voll Schicks. Sie kennen sicher alle das Logo der Vanguard Refinery Group. Das ist auf Venture bestimmt zu finden, oder? Hey, genau, das finden Sie auf Venture. Diese Firma, ich sage das vorab, die existiert seit Juni und der Mitarbeiter-Account hat lediglich einmal etwas gepostet. Nur so als kurze Vorab-Info. Ich habe den Namen Vanguard einmal in seinen Ursprung, in unsere Sprache zurückverfolgt. Und Vanguard bedeutet bei uns quasi die Spitze, die Führung oder Vorreiter. Wenn wir jetzt das Wort Olympus nehmen, dann bildet der Olympus quasi den Thron der Götter, also den Sitz der Götter, aber auch quasi das höchste Gebirge. Das Wort Olympus, in sich zusammengesetzt, bedeutet halt umgangssprachlich heutzutage auch Berghügel oder quasi Hills. Nun bin ich ein bisschen weitergegangen und habe V quasi mit den Hills zusammengesetzt und habe auf der Stadtkarte etwas gesucht, was vielleicht damit zusammenhängen könnte. Und wir haben mehrere Orte mit Hills, aber nur einer würde darauf hinpassen. Das wäre meiner Meinung nach die Winewood Hills. Wenn wir jetzt quasi den Olympus damit zuziehen, dann wäre das vielleicht der Sitz der Götter und könnte eventuell auf die Winewood Hills hindeuten. Und die Miss Barnes hat mich mit auf die Idee gebracht, dass vielleicht in den Winewood Hills quasi eine Art Sitz der Götter über uns sitzen könnte, damit sie über uns... Nee, das hast du gesagt, das hat mich aber jahrelang. ...wachen, auf uns hinabsehen, wie auch immer. Des Weiteren, Refinery ist ja für alle ein Begriff, das symbolisiert quasi das Raffinieren und könnte vielleicht auf eine Art Metallweiterverarbeitung oder Rohstoffweiterverarbeitung hinbeuten. Die Vanguard Refinery Group, so hat ein Mitrekrut erklärt, könnte durchaus auch Anbindungen zu Schmelzen und sowas haben. Und sie haben durchaus mehrere Standorte, weil sie quasi ehemals LS-Resources sind. Und sie betreiben die Vanguard Refinery Group auch unter der gleichen Telefonnummer. Das haben wir heute vom CASA schon bestätigen lassen. Ich glaube, soweit war es das. Ach nein, am Tattag wurde scheinbar auch ein Wagen der Vanguard Refinery Group in der Nähe der PSB gesichtet, der am nächsten Tag dann verschlossen war. Also, ich will es jetzt hier wirklich ungern unterbrechen, aber es wäre echt praktisch, wenn sie lauter reden würde. Das würden wir uns allen einen großen Gefallen mit tun. Ja, zur zweiten Sache. Also, ich glaube, ich muss ja nicht darauf hinweisen, dass diese Fahrzeuge sich ja überall vermutlich bewegen können, wo sie wollen. Ob Auffälligkeiten oder nicht. Des Weiteren Miss Rosegar oder Miss Nook, also, verbessern sie mich, aber soweit ich jetzt weiß, besteht bei keinem der Tatverdächtigen aktuell irgendein Kontakt zu dieser Refinery Group, oder? Nicht, dass uns bekannt ist. Der einzige Punkt, wo wir die Refinery Group auch schon einmal auf dem Schirm hatten, ist die Tatsache, dass sie einen großen Schmelzofen besitzen. Da weigert sich die Vanguard Refinery Group uns allerdings Informationen darüber zu geben. Na, okay. Ja, ist ja auch deren gutes Recht. Also, bei aller Ehren, ne, also, guter Ansatz bestimmt irgendwo. Aber, ich würde dann die Rekruten raus bitten, dass wir hier nur noch die Leitung sind. Danke auf jeden Fall für den Vorschlag, ja? Danke schön. Ja, danke schön. Nee, Miss Barnes, die nicht. Die Rekruten. Ja, die Miss Barnes sind noch irgendwas Fallrelevantes beizutragen, oder? Miss Barnes ist die, äh, Seren, die im direkten Kontakt mit diesen Tesors halt ist. Okay, das ist aber alles in den Fallakten nachzuvollziehen, beziehungsweise wird dann jetzt demnächst eingepflegt, äh, eingepflegt, richtig? Positiv. Ja, wunderbar. Frau Barnes, einen angenehmen Tag noch. Warum haben die das jetzt so als einfach so Ansatz abgetragen, das verstehe ich jetzt nicht. Also, ich bin gerade auch wirklich froh, daraus zu sein. Boah, ich verstehe das nicht. Ich fand das wirklich, wirklich gut von Ihnen. Ich habe es gerade schon gesagt. Wirklich, wirklich gut. Also, meiner kurzen Auffassung jetzt durch diese Tüche... Wieso wurde das jetzt abgeschafft? Es wurde tatsächlich sehr geschmackt. Einfach komplett weg. Warum? Können wir irgendwie davon... Ja, ich kann mir die innen weggehen. Ja, aktuell. Ich habe irgendwie so Vibes. Boah, Hilfe. Irgendwie war der Vibe da drin sowieso. Das war jetzt, äh, war richtig unangenehm. Warum war es denn jetzt so unangenehm? Weiß ich nicht, weil ich nicht länger draußen gewartet habe oder so. Oder Herr Kuckum hat gesagt, ich soll so schnell machen. Ja, das ist ja auch richtig, das ist ja auch richtig, wenn Herr Kuckum das sagt. Die Kollegin ist seit einer halben Stunde nicht mehr erreichbar. Das fand ich jetzt, das tat mir ja recht, also, nee, also ich, ganz im Ernst, ich möchte Ihnen weiter zuhören. Ich finde das sehr, sehr wichtig, was Sie gesagt haben. Genau in diesem Moment gemeldet. Ich werde das auch nicht fallen lassen. Nee, macht Sie das auch nicht. Also, warum, warum wurde denn das jetzt unrichtig abgeschmettert? Verstehe ich jetzt nicht. Es wurde halt auch einfach nur gesagt, ja, von keinem der Tatverdächtigen, die wir bisher haben, besteht ein Zusammenhang. Ja, aber dass das Teil doch da irgendwie bei dem Raubüberfall da stand, Sie sagten, das interessiert ihn nicht. Ja, er hat gesagt, das kann halt immer und überall irgendwo stehen, das ist eine Firma. Und die müssen auch keine Ausgaben kriegen. Also, wenn wir so denken, dann können wir uns einen Aluhut aussetzen. Also, wenn doch, sag mal so, ein Laden verfallen wird und dann steht da jemand mit, weiß ich nicht, Vermonung. Vor allen Dingen, das sind Transporter. Ja, jeder kann sich eine Skimaske überziehen, der ist sicher nicht unser Täter oder was. Also, wenn wir so arbeiten würden, also. Sollen wir einfach wieder rausfallen? Ich gehe nur kurz auf Toilette und dann weg hier. Okay, gerne. E-Homlet, nee, das ist ja so unangenehm gewesen. Wann bin ich froh, dass wir da raus sind? Ich muss aber sagen, das war ja wieder gleich der Stimme. Also, Black ist ja richtig krass. Ich habe den jetzt in drei Charakteren immer nur so kurz erlebt. Obwohl er auch die Stimme jetzt nicht unbedingt verstellt, sind die ja alle drei so unterschiedlich. Und man freut sich auf den Anruf von Tessaus. Aber das jetzt gerade, ich wollte da einfach nur raus. Das war einfach durchgehend, was für ein unangenehmer Charakter. Ich gehe kurz pinkeln. Ich gehe kurz pinkeln. 4-2-6-Aktiv. 6- 4-1-4-10-30. Westlich rotes Parkhaus. 5-2-6-4-10-30. Check. U-0-6-Aktiv Richtung Gronjuwelen. Check. Ja, es hat bestimmt einen Grund irgendwie, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber Hilfe! Das ist ja fein. Wieso war Kurayama auf einmal da? Hä, das war ja ganz komisch jetzt. 413, aktiv. Da kann man sich nichts beweislich. Ja, definitiv. Die machen das auch schon richtig. Weil Recht haben sie, ne? Und auch mit der Firma. Aber muss die Firma wirklich keiner ausprobieren? Keine Ahnung. Oh, das passt immer so gut, aber jo. Weg hier. Hey, das war etwas denunzierend. Ja. Etwas. Ja, etwas. Ich muss sagen, ich habe viele also ganz im Ernst, ich habe viele Dinge hier erlebt. Ich habe, wurde von den Commissioner angeschrien vor Leuten. Ich habe sehr viel erlebt. Das war das unangenehmste Erlebnis, was ich jemals hatte. Wirklich. Ja, es ist ein bisschen erschreckend. Aber gut, dann habe ich zumindest das unangenehmste schon mal durch. Die 517F wechselt auf die 536. So, wir dürfen in Lamesa bestreifen, so wie ich das richtig gesehen habe, im Streifenbad. Sektor 4 sind wir zugesagt worden. 434 aktiv. Der Wortmann wird an den Info an alle aktiven Streifen. Schauen Sie auch vor mehr die Getränkeläden, die 24 seconds an. Schauen Sie, ob da alles soweit okay ist. Machen Sie gegebenenfalls Comediepolicing. Beruhigen Sie die Bevölkerung. Rutschkommandende. Rutschkommandende. Ich muss mal kurz verarbeiten. 434. Das Schlimmste ist, die können jetzt wieder rausgehen, wenn es nicht sehr relevant ist. Und ich bin auch gegangen, dann hat Herr Kurayama gesagt, nein, Frau Barnes, ich war nur so, unangenehm. Ja, und dann, nein, Frau Barnes, kommen Sie mal wieder zu. Und dann, nee, die muss hier nicht bleiben. Okay, tschüss. 4133. Ich habe nicht mal tschüss, die hat nicht aufregt. Es war so unangenehm. Also ich habe auch bei diesen unangenehmen Vibes irgendwann gedacht, ja, was erzählst du hier einfach? Warum? 4133. 1020 in den Depository. Fuß, glaube ich, unterwegs. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die Detektives haben das gehört, die da waren und haben sich auch gedacht, wow, da hängt sich jemand wirklich richtig rein. Deswegen, hm. War gut da. 5-5-9-Aktiv. Check. Jetzt hätte ich gerne mit Ariane gefragt, was heißt auf japanisch so und so, damit sie das natürlich anwenden kann, dann später aber die meisten Spieler, die eben Russen oder Japaner oder so zu spielten, können es nicht möglichen. Bei ihr bin ich mir nicht sicher. Hört sich schon nice an, aber ich will auch niemanden irgendwie vorführen. Adi, Leute, wir sind willkommen. Puh. Schauen wir doch mal, wie es hier ausschaut. Also der Lunamarket hat echt Probleme. Wirklich? So stimmt. Also wenn sie Wasser kaufen wollen, kriegen sie da nicht. 414-30-MD. Wird mich mal interessieren, wie der Laden hier aussieht. 414-20-Mirror-Edge-Tank. Yin-Yang ist noch gut. Stückt, aber das wundert mich nicht bei den Preisen. Check und cooldown machen. Was war das? Check und? Cooldown machen? Cooldown beachten. Ja, das höre ich in der Woche bestimmt 20 Mal geführt. 5, 3, 6, 10, 20. Okay, ich habe extra 2 Sekunden gezählt. Check. Macht sich nichts aus. Ich weiß nicht. Manchmal denke ich doch, oh, Spicy Halloween Nuggies. Die sind so gut. Ja, ich habe mich verlandet. Das kennen sie schon die Bubis. Der Wasser ist ja auch nicht mehr. Also. Oh ja, ich sehe, oh. Ja klar, das ist das Gehirn. Mein Wasser. Ja. Weil, jetzt nur den Wasserhahn auftauchen, also. Ja, wirklich. Was? Hallo. Hallöchen. Hallo. Konferenz, als das irgendwie geäußerte, waren wir hier auch in der Tankstelle und sind hier knapp 5 Leute reingestürmt. Und wir dachten, okay, jetzt geht's los. die wollten aber alle nur diese schulade haben diese boobies ja ich habe jetzt auch viel mit genommen aber nicht wegen hamster oder sowas hier ne aber okay die regeln sind echt gut keine kasse sind manchmal aus nichts aber die sind dann wahrscheinlich hier genau hier gibt es sogar noch die neuen verbandskästen da hätte ich auch ein bisschen angst dass die schnell weg sind geht eigentlich aber das mit dem wasser finde ich ja krass gucken wir uns doch mal den haben fand ich auch nicht so weiß ich nicht ja den hafen habe ich jetzt in letzter zeit die ganze zeit gedacht wegen dieser goldenen fließgeschichte und aber nicht nur deswegen sondern ich hatte in kora jama gefragt jetzt mal ganz hypothetisch wie würden sie so viel gold aus dem land schaffen und dann hat er so eine kleine geschichte gesponnen und er würde da den hafen auf jeden fall für nehmen viel interessanter finde ich natürlich noch dass man das gold an sich ja transportfähig machen muss deswegen passte das mit der refinery richtig gut und zumal gibt ja anspielungen auch auf schock und baupläne wurden von x-gems entwendet da hatte ich dann auch erst gedacht ob die da nicht ob das ganze so schmuck verarbeitet das fällt nicht auf und man kriegt es besser transportiert weiß nicht was sollen die daraus machen mini barren münzen keine ahnung moment das ist jetzt wahrscheinlich doch gar nicht herrgut ich guck mal ganz kurz mal auf den hof sind zwei fahrzeuge ein schwarzer karakara und ein schwarzer nennreich gefahren ja der schwarze karakara sind wir der meser hat sich hier in normalen fern zu kommen check dann ist die situation vor ort soweit ja geklärt aber ja jetzt ich habe diese dämpfer gerade da traue ich mich jetzt gar nicht mehr irgendwo was rein verstehe ich nur weil homeland das so sieht heißt das ja nicht dass es nicht richtig ist ich finde das auch schwierig die schlagen hier auf und meinen mehr zu wissen als wir ja das stimmt alles ab so wo wir uns schon jetzt seit fast zwei wochen intensiv dranhängen also schwierig ich habe mich das dann auch schon gar nicht mehr getraut dass das goldene v auch das goldene vlies symbolisieren könnte da habe ich das habe ich mich ja schon alles gar nicht mehr getraut so weit kam es tatsächlich nicht mehr das hat auch gewundert dass sie nicht mal ausreden durfte also nicht mal den gedanken zu ende spinnen durfte und sollte gerade sowas nicht arbeit von einem officer sein ich kann ihnen das sagen die arbeit eines officers da gehört ermitteln dazu und das habe ich auch direkt von den detectives deswegen ich mache das noch in einem anderen fall da wollte ich mich jetzt auch wieder mehr mit beschäftigen dass ich da ermitteln und officer und die detects waren dabei die waren auch in dem raum kann sein dass vielleicht noch mal auf sie zu kommen weil ehrlich gesagt also sie haben ja den ganzen kontext zusammen es gibt ja diese akte und also da gibt es ja noch mehr in die ihre diesen unterstützen also jede männer also wirklich glaubt 34 klare indizien ich habe gerade auch sogar noch einen indiz gefunden als der kurs von bahn hat von einer geschichte wie war das wie hieß der ist das und das ist wird mit v geschrieben genau der name von einem kriptischen anruf den er wohl bekommen hat was du sinngemäß noch mal aufgeschrieben hat und das ist auch wieder jemand aus der griechischen mythologie und er hat das goldene vlies über das meer schaffen lassen das wurde dann von einem drachen von einem schiff und drachen wurde das ab da an geschützt und hatten wir so ein bisschen gesponnen gestern und da meinte jemand von den officern das ist eventuell ja dieser heli sein kann bei dem vermutet wurde dass die noch bestückt ist da ist der schiffshoch also mit hoch zu vergleichen das tatsächlich nicht aber das ist da ich fand die hunde tatsächlich muss ich sagen fand ich sehr interessant muss ja nicht alles richtig sagen also irgendwie da hat man gemerkt okay wenn jetzt alle miteinander reden kommt irgendwie was bei raus es muss nicht immer machen aber sowas fehlt irgendwie kommunikation einfach ja ich bin der meinung dass wir an dem punkt angelangt sind wo wir offensiver vorgehen müssen mehr in die offensive gehen müssen es reicht nicht dass ich da zehn leute den die köpfe ich finde das auch immer noch so stark was wir eben hatten mit dem blick auf den auf das auge des observers von den winewood hills es also das macht alles für mich so viel sinn und die 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 sterne die quasi die lichter der stadt sein können das ist ein gedicht das ich gekriegt habe auch und das passt hat auch zu dem v und den hills und alles und da vorne rechts sind ja diese diese garagen das ist die garage in der ich da hingebracht wurde und wo dinge passiert sind und da ist auch noch eine garage in der nähe gewesen mit dem ja mit sehr vielen teuer aussehenden autos das hatte ich aber auch alles gemeldet weil sie nicht was daraus jetzt geworden ist da sind wir nämlich ausversehen zuerst reingefahren damit die hoch hier wollten wir gar nicht rein und dann sind wir in die andere gefahren schade dass die mail noch nicht da ist mit allen standorten die zur vanguard refinery gehören wer soll die mail schreiben also die kommt vom kasse an den account okay aber wurde noch nicht weitergeleitet hängen sie sich mal dahinter also mit dem detektiv zusammen einfach vielleicht noch mal mit mit frau noch und dafür abend gehen oder mit kreiner gefühlt interessieren ob diese hallen die sie dann gerade erwähnt haben vor uns auch vielleicht zur refinery group also ehemals lst 6 10 20 wenn ich davon aus dass das jemand schon gecheckt hätte hoffe ich gut vor 13 30 dann wurde auf jeden fall irgendwas drin gelagert das weiß ich noch ich glaube so große große kisten oder irgendwie so was ja danke für den dank für den wunderschönen streamen entschuldigung was ist ja super spannend ist gerade nicht mehr aber wir haben gerade zu unserem herrn strangen deswegen muss ich mich auch alles konzentrieren hier geht es irgendwie um griechische mythologie und und irgendwie ganz und wir haben hier gerade das moment das müsste ja das müsste hier gewinnt dann hier rechts das ist aber mittlerweile versiegelt und nehme ich an ja müsste versiegelt sein und die andere da sind wir meines wissens nach aber meine erinnerung ist es ist doch wieder ein bisschen hier müsste die hier rechts gewesen sein wir sind nur von der anderen seite reingefahren ich habe das alles gemeldet rein kann man sowieso nicht das wird den silus machen ein bisschen bauchschmerzen in diesen hoch explosiven was war das jetzt noch mal amonium sulfat das ist ein baustein für schwenkstoff und den anderen bausteinen ja zum beispiel aluminium über dann hatten die den anzug die haben pläne wir müssten eigentlich überall anderen anderen blocken einfach leuten 5 3 0 10 30 den guck mal lito bei johanna vielen dank für zehn verschränktes ab dankeschön vielen vielen dank tschuldigung dass ich jetzt so wenig auf dem chat guck heute ne wird 0 6 1 1 aber für nichts leisten aber wir können wenigstens ein bisschen zuhören das kann sehr gut die rampe muss der boah ich finde alle rampe immer sehr schlockend jetzt ganz furchtbar hier in der nähe ist noch eine garage und zwar ist die wenn ich würde ja nur gerne einmal vorbeifahren ich werde überlegen wo die war 4 4 1 wieder aktiv da geht eine straße runter im da geht eine straße runter ich glaube nördlich dann suchen wir mal das kann doch nicht sein ich habe die ganze zeit habe ich ihnen das gefühl dass es aber die ruhe von den sturm ist dass das kann doch nicht sein dass nichts passiert dass wir ein wenig rauskriegen das macht mich wahr wir kommen wir zum welsbänker und zu sagen dass es die straße hier gleich die paradelstraße ist gerade dass wir da noch hin müssen hin müssen also hier rein genau das also quasi unter uns genau hier links in der sind sehe ich gerade diese rohe und genau wenn wir hier runterfahren Oh, fantastisch. Wenn wir jetzt hier gleich rechts fahren, dann müssen wir sie gleich auf der linken Seite sein. Ja, okay. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Keiner Zettel, gar nicht. Okay. Danke. Hier gibt es halt auch so viele Lagermöglichkeiten. Herr Miss Winchester, sind wir immer noch dem Sektor zugeteilt? Ich schaue nach. Ja. 434, Sektor 4. Ja, da müssen wir wieder drücken, auch nach Lamesa. Ja. Was ist hier gerade der Plan? Boah, mag es mal jemand im Chat zusammenfassen von den Mods? Ja, das ist, sagen wir mal so, es gab ein Riesen-Event. Mein Charakter war tatsächlich auf sehr coole Art und Weise involviert. 519, 20, San Diego, 156, 156, 156, 156, 156. Sind auch tatsächlich Charaktere, also Spieler dabei auch gestorben. Check. Und mein Charakter wurde ausgetauscht, das Polizistin wurde ausgetauscht und musste rein. 4, 0, 5, 10. Und wurde daraufhin auch entführt. Hat dann Kontakt im späteren Verlauf mit einem, der, ja, der wird schon, also es ist schon ein krankes Schwein, der nennt sich Tessaus. Hat ihr hier diese ganzen SMS geschrieben, also sehr flirty alles. Und sie versucht halt auch die ganze Zeit Informationen rauszukriegen. Sie war vor kurzem noch ein Detective-Training, hat sich selbst degradiert, weil ich tatsächlich die Zeit nicht dafür habe und sie auch damit überfordert war. Und ist jetzt quasi mit am Ermitteln, auch bei einem anderen Ding, aber hier jetzt gerade halt mit quasi. War kurz noch die Gasse hier. Es ist sehr viel passiert gerade. Hier gibt es auch auf der rechten Seite so viele schwarze Fahrzeuge, so versteckt geparkt. Wirklich? Hey, da hinter uns, zwischen den Containern. Wenn wir die Gasse nochmal nachführen, also zurückfahren. Hier war nämlich der Lastwagen. Ja. Und als wir dann in die andere Richtung gefahren sind und wo wir gerade durch die Gasse gefahren sind, da ist Miss McKinney nämlich auch gefahren, dass da so viele dunkle Fahrzeuge auch geparkt sind. Check. Frau McKinney, können wir uns das nochmal angucken? Drauf können wir halt nicht, das ist wahrscheinlich zu dem Firmengelände gehört. Aber genau, wenn wir hier jetzt zwischenher fahren. Ja, ich habe ein Fernglas bei, ne? Ich kann trotzdem auf die Nummer 4 gucken. Ach ja, wir haben gerade eine Panne. Ich irgendwie Reifen drücke. Oh, scheiße. Soll ich mal gerade überprüfen. Ja. Dreck, immer die Karre. Oh, echt. Mal echt gucken. Auspuff-Chan hat sich auch schon wieder ganz komisch angehört. Auspuff-Chan? Check mal hier die Reifen. Ei, Auspuff-Chan! Ich nenne meinen Wagen auch immer Kanjo-Chan. Drei. Drei. Epsi. Der Funk war 10.30, ja. Äh, 10.30. Oder sind sie fertig? Der Bordcomputer sollte aber wieder gehen. Okay, gib ich gleich mal durch. Hm? Ja. Gut. Scheiße, die wird total gut zum Hekura-Yame passen. Stört mich überhaupt gar nicht. So. Ah ja, okay. So, also, ähm, zwei habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Ich bin eben einfach mal eins davon. Äh, was ist? Drei I? Hm? A-E-T. Leitstellen für die fünf beiden von heute Morgen. Leitstellen für die fünf beiden von heute Morgen. Die fünf eins neuen benötigen. Drei I A-E-T. Drei I A-E-T. Äh, auch am 28.08. Halterwechsel an die Vanguard Refinery Group. Nein. Hey, aha. Was hören wir? Und wir können nicht rauskriegen, was die wirklich machen. Also die gibt's auch noch nicht so lange. Hm-hm. Äh, ich hab noch ein Kennzeichen, die können wir ja trotzdem auch nochmal durchjahren. Äh, äh, I-6-3. Drei I A-E-T. Da der Einstelle, kontaktieren Sie fünf drei sechs und schließen sich die Verstreife ankommen. Drei I A-E-T. Drei I A-E-T. Kein passendes Kennzeichen. McKinney? Ja, hallo? Drei I A-E-T. Ja, hallo? Hm. Weil ein Einsatz, der über Funk ging und alles so im Grunde, ne? Jacks Fahrzeug geboren. Leute, natürlich sie, das ist ihr Chef. Das ist ihr Chef. Ein orangenes Bürgerfahrzeug. Nee, alles gut. Das wird so, das ist alles so unangenehm einfach nur. Und ich denke, jede Sekunde davon ist jetzt so furchtbar. Und Ariane hält da jetzt gerade natürlich, für die ist das super unangenehm alles natürlich, ne? Aber was ist unangenehm, die wohnen ja einfach nur gerade zusammen, weil wegen Schutz und so, ist ja eigentlich gar nichts, wenn sie sich so denken. Hä, warum denke ich überhaupt, hey, das macht gar keinen Sinn, so in diesem Zustand ist sie halt, ne? Ja, wird gemacht. Ah, die Leitstelle für die 530? Ja, alles gut. Aber es ist gerade ein bisschen getummelt an der Blaine County Savings Bank. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Also ich bescheid. Muss nichts Großartiges sein. Wir überprüfen, dass wir aber dennoch kommen. Wird gemacht. Bitte. Frau Winchester. Check. Hi, die Leitstelle.com. LH, äh, schreiben Sie sich das Kennzeichen auf jeden Fall nochmal auf. 413-337 Avenue. Soll ich Ihnen das dann mal durchgeben? Äh, ne, das Kennzeichen, das ich Ihnen gegeben habe, schreiben Sie, notieren Sie sich das irgendwo, falls Sie in irgendeinem Einsatz irgendwo das Auto sehen und das Ihnen was Verdächtiges macht, dass Sie immer Bescheid sagen können. Das, was Sie gerade gesagt haben, das, was nicht eingetragen ist. Ah, ne, ne, dieses 3-I-A-E-T. Äh, ich müsste zum Lamisa PD zurück. Ja. 3-I-A-P-T? 3-I-A-E-T. E-T. Genau. Okay. Ja, das andere ist halt nicht eingetragen. I-6-3-4-P. Aber überlegen, ob es will ich ein L. Es könnte eventuell auch ein L sein. L-6-3, ne, 6-3 war es, Entschuldigung. Also ein I oder ein L-6-3-4-P. Auch nicht eingetragen. Geben Sie mal nur 3-4-P ein, die letzten drei. 3-4-P. L-1-3-4-P und 3-4-P-U. L-1-3-4-P? Naja. Das ist ein L-1-3-4-P. Das gehört PD-2-Coskela. Okay, dann wird es das nicht sein. Jetzt sind wir den ganzen nach Spur. Ich wusste schon, was ich konnte. Aber dann ist das nicht eingetragen. Nicht eingetragen. Ein nicht eingetragenes Fahrzeug bei Vengard. Okay, das ist ein L-1-3-4-P. Das macht es wieder ein bisschen fishy. Ja, oder? Ich habe mich jetzt wirklich nicht getraut, das zu sagen. Ja, die Sache ist, ich habe schon genau draufgeguckt. Ich habe Angst, dass ich Knicke und eine Pupille habe oder so. Können Sie vielleicht, haben Sie im Fernglas irgendjemand von Ihnen? Ich habe ein Fernglas, ja. Vielleicht gleich nochmal so eine Reifenpfanne oder in die Hupfe. Ja, schau mal. So, ist das jetzt das, was ich mit soll? Ist der Herr ungeknickt? Ach, ne, wahrscheinlich nicht. Okay. Okay. Gut, dann gehe ich mal rein. Passt auf sich auf, ja? Können Sie mich gerne auf dem Laufenden halten, was es da mit dem Auto auf sich hat. Aber, äh, sie sind ein super Team, beide. Ja. Wirklich sehr nice. Anigato. Check. Hä, wie cool sind die beiden? Wie cool sind beide Charaktere? Oh, Mann. 4-1-3-Aktiv-Richtung Lamesa-PD. Check. 2-70 für die 2-55-Kommenden. Ja. Können Sie einmal zum Fahrzeug kommen? Nee, nicht, dass die Humuland-Leute doch immer da sind, ne? Ja, nicht. 5-5-3-6-Aktiv-Richtung. Wenn Sie fahren, invece. 8. Richtig? Wenn Sie jaん, wenn Sie oder Sie sehen, noch einmal weird sind, wenn Sie ja wegfinden müssen. Bitte nicht noch mal so eine Situation. Frau Banski, gehen Sie raus. Nein. 413-1330, Lamesa-Piti. Check. 530, wieder aktiv. Check. 434-1020, Lamesa-Tankstelle. Check. Oh Gott, das ist ja noch mehr unangenehm. 4-Sakko-Dame-Ausfeuer. 10-15-1020, Laperopea Community-Policing. Man steht mit dem Handy da, man sieht immer beschäftigt aus. 536-1020, Lamesa-Tankstelle. 536-1020, Lamesa-Tankstelle. 536-1020, Lamesa-Tankstelle. Boah, die sind aber nicht mehr da. Alles gepasst. Oh, super, die sind nicht mehr da. Oh Gott. Ja, dann ist alles gut. 221-1030, an den Repository. Ja. Check. Können wir das jetzt aufhören, um an Games zu machen? Arigate. 10-3. 536-1020, Lamesa-Tankstelle. 536-1020, Lamesa-Tankstelle. 536-1020, Lamesa-Tankstelle. 537-1020, Lamesa-Tankstelle. 537-1020, Lamesa-Tankstelle. Glaubst du das? Ne, gerade nicht. Mhm. Ist das Folie? 434. 434. Ja, los. Folie ey. 441-1020, Staudamm. Weißen sich zusammen, ey. Rechnen sich öfter. Okay. Das ist super. Check. Das ist super. Sehr, sehr hilfreich. 434-1020, MAPD und lös dich auf. Bei wem fahren wir mit? Check. Ich glaube, bei den Detekt ist das der Fall. Ah, okay. Wo fahr ich mit? Genau, es geht. Weiß ich nicht. Darf ich irgendwo mitfahren? Ja. Äh, weiß ich nicht. Bestimmt. Darf ich einfach hinterher? Ja. Ich darf auf jeden Fall nicht. Dann fahr ich mit ihm. 536, Agif. Check. Doch, ich sollte hier mit, oder? Ich fahr das Ding sogar. Wir fahren dann hinterher. Scheiße. Gut, dann geh ich auf die andere Seite. 530-1020. Wo geht's hin? Darf ich auch nicht weg? Oh, ey. Oh, ja, zu schnell. Entschuldigung. Darf ich nicht weg? Doch. Stimmt. Ah, Hilfe. Also, was ist der Plan? Wir fahren mit dem einen Streifen weiter. Ich weiß nicht, was der Plan ist. So, check. Wir sollen mit der Streifen mitfahren. Ich sag. Okay. 414 über Führungsfahrt Richtung MAPD. Check. Ah, scheiße. Viel zu sechs. MAPD. Ach. Ach. Du hast da diese... Hemd an. Weiße Ärmel. Schwarzes Kärb. Wurde gethacer. Täser, das ist ein Quest tut. Schon mal losfahren hier Kurayama, noch kurz Schwierigkeiten. Doch, keinem Weg. Was ist denn los? Ähm, das müsste das Observatunnel sein, da der Tunnel drunter oder äh... Die Streifen, die können schon mal losfahren. Ja, müssen wir wissen, wo oder der ist. Observatunnel, oder? Ja, genau. Einmal zum Observatunnel. Die 1010 übernehmen, komm. Also weißt du, wohin wir, ne? Ich weiß aber nicht, wo dieser Tunnel sein soll. Wäre nett für mich, dass jemand ins Navi hauen könnte. Einmal zum Observatunnel und dann, äh, sollten wir das da sehen. Das ist, ähm, müsste so ein U-Bahn-Schacht sein. Ich glaub, wir müssen auf den Orden... Da ist einfach ein Navi packen. Der auf dem Highway in den Tunnel reingeht. Ach, der über die STA oder was? Aber das ist ja nicht Observatorium. Also es müsste, weil ich sehe hier grad einen Disclatch, dann müsste es wahrscheinlich... Oh, Entschuldigung. Äh, wenn sie mir... Moment, wenn sie mir mal das Navi, äh, rübergeben würden. Aha. Tour 87 meldet sich ab. Dinge, so. Dann kann ich ihnen das... Obwohl, das können sie ja selber machen. Da müsste ein Disclatch sein. Ja gut, ich fahr grad. Ach so, ich dachte, ihr beifeiftet mir. Ich weiß, die U21 ist beim Dispatch. Und live-catching. Ja, äh, sagt jetzt einfach noch, wo ich hin soll. Rechts. Schau mich an. Eine Sekunde. Links. Fangen sie sich gleich links. 43580, komm. Ja, komm. Die anderen Streifen fahren uns übrigens hinterher vor. Ja, boah, Scheiße. Jetzt fahr nicht irgendeinen Scheiß zusammen. Ja, das ist irgendwie, ich weiß ja nicht wo... Wo denn jetzt? Ich weiß es nicht. Schau uns auf ihr Navi! Ich hab den Dispatch markiert. Fahr da jetzt hin. G4-1. Stadtroute beendet. Keine Auffälligkeiten. Unangenehm auch. Unangenehm hatte ich gerade mit Ragnant. Okay, wieso? Waren sie grad im Gespräch da... Ne, sie waren nicht dabei, oder? Boah, war das unangenehm. Ich wollte... Also das ist das erste Mal, in all den drei Jahren, dass ich einfach noch sterben wollte und in ein Loch springen wollte. Okay, sterben ist auch ein bisschen... Ja, innerlich, ne? Bin ich auch in dem Moment. Also... Ich fahr das jetzt einfach an. Keine Ahnung. Ja, wir halten jetzt einfach die Augen offen. Sehr gute Kollegin. Nochmal zum die anrufen. Die sollen direkt zum Mission Aeropoliitepartel kommen. Wir hatten nämlich... Hä, wie hieß hier ein Tunnel? Also ich weiß, dass hier unterirdische... Ja, das ist der unterirdische. Wir müssen wahrscheinlich über das TA. Frag das mal nach. Das ist halt super peinlich jetzt auch hier irgendwie. Ja. Wart zum Marsch. Thema eben jetzt... Wahrscheinlich hier unten das Ding ist gemeint. Da waren wir ja schon drin. Oder nicht? Nee, der Tunnel hier ist es nicht. Das geht in den U-Bahn-Schacht. Wo rein? Zumindest das ist die Info, die ich auch hatte. Hä? Ey, jo, du bist hier eine andere Streife. Weißt du, wo wir hin sollen? Foley fährt hier gerade irgendwo hin und weiß eigentlich nicht... Wie kann man doch jemanden so in die Foley aus? Fahren Sie bitte auf den Highway von der Staatsanwaltschaft aus. Und dort dann langfahren wir die... Ja, check. Okay. Ja, okay. 10.30. Ah, und 10.30. Foley rechts. Ja. 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 Die Uni ist ein bisschen langsam. Die Uni ist kurz 10.30 bei der Juni kommt dann nach. Was machst du? Ja, der Kollege ist 10.30. Ja, wir sind 10.30, ne? Ja. Was für eine Streife? Bin ich egal. Ja, ich weiß es auch nicht so ganz. Ja. Ja, ich weiß es auch nicht so ganz. Nicht ne gute, aber wenn... Foley, Mann. Ist ja auch noch angerufen. Es gebe ich schon noch Anschlüsse wegen euch. Sind sich hier nebenbei am Moppen, meine Güte. Ja, bitte? Ich bin hier mit Chiefs Supervisor trainiert. Ich bin hier mit Chiefs unterwegs. Ich bin hier mit Chiefs unterwegs. Oh. Wieso? Ja, wir sollen irgendeinen Tunnel clearn. Warum? Wir haben einfach nur die Information gesehen, was für ein Tunnel. Wir sind übrigens... Wir sind übrigens 10.30 am Depository. Wir können, dass das da reingeht. Südlich. Ja, check. Okay. Super. So. Ähm... Ich kann Ihnen so eine kleine Hintergrundinfo geben. Ähm... Anhand der Gedichte, die zum Beispiel ich auch bekommen habe, liegt so ein bisschen... Sind wir die ganze Zeit auf den Observer gekommen, weil da vom blauen Augen die Rede ist. Und vom Untergrund die Rede, von der Tiefe und sowas anderes. Und von dem Herzen der Stadt. Das passt alles sehr auf dieses Gebäude. Und in diesem Tunnel wurden tatsächlich auch schon schwarz unbekannte Fahrzeuge gesehen. Und... Ja, wir waren da schon drin. Genau. Und deswegen soll da nochmal genauer geschaut werden. Ja, check. Das ist jetzt nur die Info, die ich bis jetzt habe. Ich habe auch nur die Gedichte weitergegeben. Ja, alles gut. Mhm. Der Infoflow ist zuletzt leider eh nicht so gut, also... Ich habe heute noch mit einer Kollegin geredet. Einfach mal Kommunikation. Nee, nee, nee. Das ist gar nicht... Nee, nee. Ist gar nicht auf sie bezogen. Sogar allgemein, was auch diese ganzen... Diese Fallthematik angeht. Ja, ja. Ich meine ja auch allgemein. Also... Haben auch sehr viel, muss man dazu sagen. Ja, das sehr viel. Deswegen haben wir ja diese... Diese eine Akte quasi. Mhm. Die wird nur bis dato doch nicht so wirklich benutzt leider. Schade eigentlich. Wie... Wie heißt die Akte denn? Äh... Das finden sie unter dem schwarzen Brett. Und zwar beim schwarzen Brett ganz unten. Das heißt irgendwie... Äh... Golden Olympus oder sowas. Und da gibts halt quasi einmal Infos von den Detektives, von der Führung. Und Officer können auch Infos eintragen. Oh, das ist ja super. Das wusste ich nicht. Der Typ rennt jetzt zu euch. Der ist irgendwo hinter uns. Ah ja. Check, danke. Ja. Dann hol ihn doch. Ah, da ist er doch. Ja. Großartig auch. So, jetzt aber, ne? Entschuldigung. Ja, ey. Wenn man muss, dann muss man. Alles gut. Nix, was deinen leid tun muss. Check. 2,70 für die 68 kommen. Ja, 10. Ja, haben sie das MD ins MRV bestellt? Komm. Ja, das funktioniert, damit die Lage zu heiß war. Kommen. Ja, check. Wir geben denen mal Bescheid. Kommen. Kommen. Ach, dieses Stoppschild. Ja, das ist fies, ne? Das ist... Ach, weiß ich nicht. Fand ich illegal auch, aber nein. Definitiv. Manchmal ist es... Wir haben manchmal nicht. Also... Bei mir war es das jetzt immer sowas. Ja, es gibt ja... Es gibt ja zwei... Äh... Zwei Tunnel, die sich sehr ähnlich sehen, so wie... Wo wir gerade waren. Bei einem ist das halt da, und das andere... Das 2,70 für die 1,80. An der Stelle. Ja. Das MD wartet auf der Rückseite des MRPDs auf Sie. Kommen. 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 Ja, aber dann weiß ich ja, wo wir hinwollen. Das ist ja da, wo wir... Tag vor, wo das bei der Bank waren, haben wir ja... Das 2,80 gecleared da unten. Ach. Das stimmt ja. Das war ja hier. Stimmt, da bin ich vorbeigefahren, da wurde auch auf uns geschossen. Ah. Auf Kleiner auch. 4,26, 10,50, MRPD, 1,80. Aber zwei Tage auf Teledin war auch nicht schlecht. Ich hab das jetzt mal... 6. Erstmal Teledin genommen, ich war ein bisschen erschrocken. Ja, ich auch. Aber hab mich gut gefühlt. Krasses Zeug. Ja. Schon, ne? Wie auf so einer Wolke auch. Das stimmt, ja. Ja. Nur noch ein bisschen Stück zurück. Ja, sowieso passt. Ja, auch einfach so ein bisschen. Die Zufahrtsperren. Und hier wollen wir dann reingehen und gucken, oder was? Scheint. Ich hab da auch nicht mehr Infos wie du. Mann, ich weiß nicht, was ich jetzt kurz gebe. Nee, das wollte ich, dass ich nochmal ab... Ja, hallo. Ja. Das ist natürlich das passiert, ne? Jetzt bin ich grad mitten in einem, äh, Einsatz. Im Wichtigen. Alles klar. Leg ich auf, du rufst zurück wenn es geht, ne? Abgemacht. Okay. 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 Wir können rein. Kümmer. 4 0 6 10 20 ACLS. Check. Check. Geh mal. Ja. Miss B, wie geht's Ihnen? Ganz gut. Und Ihnen? Das ist schön. Ey, mir geht's eigentlich fantastisch. Ja, mir geht's eigentlich beschissen, ne? Ja, aber seien Sie doch ehrlich, Mensch. Ist doch okay. Das ist ja klar. Nee, dann entsteht immer so ein unangenehmer Smalltalk, wenn man ehrlich geht. Ey, kann auch die Fresse halten, ist kein Problem. Check. Wie geht's Ihnen? Ist das jetzt dieser unangenehme Smalltalk, oder? Ja, ist es. Nee, das war's. 4 0 6 10 20 ACLS. Ist das von uns? Ist das Auto? Ja. Ich hoffe. Ja, ja, das ist Auto. Okay. Sicher? Ist unser Kader Kader, ja. 4 4 1. Wenn nicht, werden wir es gleich mal. Lamesa. Die anfahren. Eine Kollegin zum Fischmo PD überführen kommt. 4 4 1 zum Messpuffen. Captain Palmer oder so. Leitende. Ich krieg's auch nicht bei dem Flug, haben wir gelernt was. Hört Korayama um, oder? Kann er hier nicht. Weiß nicht. Ich hol den Kara-Kara und hol den. Sie können ruhig weitergehen zu den Kollegen. Ich bleib hier oben. Ich hol sie ab mit dem Auto hier. Bei ihr ab. Die Masse geht vorbefolgen. Nein, 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 nein. Machen Sie. Ich warte oben bei Ihnen. Wir können daher. Oh Gott, meine Schuhe. Oh, ii. Oh, Scheiße. Zum Glück habe ich die Hose so in die Stiefel reingestoppt. Äh, ist das wieder nicht. Oh. Ist das wieder nicht. Oh. Und der Rekrute sind, glaube ich, oben geblieben. So. Ja, es geht darum. Achso, wenn die oben bleiben, dann ist das in Ordnung. Dann machst du hier quasi, dass sie einmal Schutz halten für die Staatsanwälte und so. Ähm, geht nur darum, dass jetzt keiner in den Rücken fallen kann. Aber wenn die anderen oben bleiben, jetzt in den Rücken. 406 aktiv. Dann kannst du bei denen hier bleiben. Sollten die jetzt hier unten verlegen, dann müsst ihr hier unten einmal bleiben. Quasi jetzt unsere Rückendeckung. Damit keiner uns von hinten überraschen kann. Also soll ich diesen Tunnel hier absichern? Ja, eigentlich eher nach hinten. Also den Eingang quasi, dass da keiner reinfahren kann. Weil den Tunnel da hinten gehen wir jetzt ab. Aber da oben ist ja Foley und so beim Eingang. Und deswegen meine ich ja, wenn die da jetzt bleiben, dann bleiben wir in der Staatsanwaltschaft. Ah. Wenn die jetzt aber hier runter kommen sollten, dann müsst ihr hier unten bleiben und von Niros sichern. Okay. Glaubens. Ich kann mich so mit, dann begleiten. Geht hier auch noch nach unten? Ja, ihr kommt hier runter. Ja, okay. Genau. Oh. Ich meine, hier ist es matschig. Sie fallen ja weich, aber sie machen hier Klamotten dann leckig. Naja, gibt's schon noch. Ja, ist wirklich matschig. Widerlich hier unten. Wir Staatsanwalte freuen uns auch, wenn wir mal raus dürfen. Ja, glaub ich. Ja, glaub ich. Ich hab schon mal gehört. Bisschen Freigang schadet nie. Bisschen Gassi. Bisschen Gassi. Bist verlobt? Ich bin verlobt. Wusse ich gar nicht. Bisschen Gassi. Bisschen Gassi. Bisschen Gassi. Irgendwo tiefer runter. Leitungs für 517 Gramm. Ne. Loch. In dem Sandhiesel. Bisschen Gassi. Ich hab das auch erwartet. Ich sag's nicht. Ich achte schon was. Chef 536 von Leitungslöckung. Also, würden die nicht hier sein, hätten Sie es 536 wird. Komm. Stand DSO anfahren. einen kollegen absetzen und mit der 517 eine neue streife bilden kommen noch irgendwo hin und viele staatsanwälte gibt es bald nicht mehr so richtig sind jetzt noch drei ne er ist ausgereist heute ja er ist heute ausgereist ich dachte immer wir haben schon mangel ja und davon sind weiß ich nicht zwei erfolgsversprechend in meinen augen aber ich bin noch nicht ausbildungsabteilung du bist jetzt aber nicht irgendwie neuerdings schon verlobt oder so was oder was ich ja ich war einmal verlobt der wurde dann von twinkie abgeknallt ich lasse 1.860 meldet sich ab ich achte darauf nie wirklich nicht kann man da zurückklettern ich frag mich gerade auch ob man da rein kann ne aber auf der anderen seite der linke seite das sieht so aus als ob man da an dieser maschine ja ich glaube da sind doch gerade die officer warte ne ich achte tatsächlich sind nur dem commissioner unterstellt ne ich kann mir nicht mehr sagen ich kann dir nicht mehr sagen wenn wir zusammen gekommen sind jahrestag ich kann mir schon den geburtstag meiner oma nicht merken also ne 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 meine nur umgekehrt ja und die wir hatten am 11.11. so viel dazu ne Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Check. Wer ist, wenn du Geburtstag hast? Am 2.12.1993. 1.73 meldet sich. Du warst oft genug, mein Beisitz. Wer ist, wenn du Geburtstag hast? Am 26.03.1993. Ist Halloween bald und schon wieder 11.11. Dann darfst du es. Genau. 5.3.6.10.20. Ich hätte gerne die Recruiting hierbei, ganz ehrlich. Aber ist halt, ja, Recruiting wahrscheinlich deswegen. Oh Gott, damit kann man, ich wollte gerade sagen, damit kann man so einen richtigen Horrorfilm drehen. Ja. So ein Ding, was immer näher zukommt, oder wie? Ja, richtig. Ich muss irgendwann einquetschen, zu... Oh Gott, will ich hier stehen? Ich weiß nicht, dass das losgeht. Waren das so Fahnen von hier? Ich weiß nicht, wie tief es da jetzt reingeht. Nicht, dass wir jetzt noch Minuten laufen. Ja, so um die Ecke da vorne wäre schon... Hm? Kann man ja vielleicht noch machen. Ja, Milla? Die Sache ist, es heißt ja nicht, dass das hier was ist, aber hier kann was gemacht werden. Dann kann man ja gucken, wo es irgendwie endet oder so. Ja, check. Check. Das hätten wir doch gemerkt, wenn die Tulle graben. Das ist doch viel zu laut. Ja. Ariane passt hier auch schon wieder gar nicht rein, ne? So hier passt die Null rein. Ist der Tulle gesichert? Nee, gehen Sie. Ich gehe gleich wieder in die andere Streife, die war nice. Die waren beide so gut. Keine Sorge, wir sind bei Ihnen. Das Zusammenspiel der beiden war halt so toll. Keine Sorge, ich habe meine Taschenlampe in der Hand. Blende es dann vorne. Die ganzen tollen Leute. Kuskieler ist auch da. Was? Ich glaube. Ich bin von meiner Hände zu suchen. Ich hoffe, ich will irgendwann so werden wie Ray Carter. Wenn es da jemand ist, ist es noch schon sofort die Waffe zieht und schießt. Ah, Waffe! So, nur ein Tunnel. Aber okay, wenn ich mir vorstelle, wenn jetzt ein Wasser rauskommen würde, ist es wirklich gruselig. Ist das sicher, dass wir das rechtzeitig hören, wenn da irgendwas durchfließt? Ich habe keine Ahnung. Also der Wetterbericht hat keinen Regen vorgesagt. Und der stimmt ja immer, ne? Natürlich. Was auf den sozialen Medien steht, stimmt aber. Richtig. Gut, das ist richtig. Am Ende des Tunnels. Gehen Sie nicht rein, Herr Kuckum. Wir brauchen Sie noch. Doch, ich muss. Nein, Herr Kuckum, gehen Sie nicht ins Licht. Doch, doch, doch. Aber wir holen Sie zurück. Nee, lass nicht. Aber nicht auf die nette Art und Weise, das verspreche ich Ihnen. Welches? Nicht, also. Ich habe in so Filmen gesehen, hier sind ja überall Stromkabel. Und ich habe mal in den Filmen gesehen, so wenn jemand tot ist, dass man dann die Stromkabel da dran hält. Komm, teilt drauf an. Wir warten jetzt noch kurz, bis wir den Tunnel fertig gesichert haben. Und wenn dieser eine Tunnel da von beiden Seiten zu ist, oder? Ja, stimmt. Ja, dann kommst du nicht rein. Als hätte man den zugemacht und in der Mitte ist jetzt irgendwie ein weiterer Tunnel irgendwo hin. Kann man da drüber klettern? Kann man da drüber klettern? Ja, mit Räuberleiter und so, bestimmt. Ja, da müsste man doch eigentlich durchkommen. Da können Sie an der Seite durchflutschen. Aktiv Richtung City Hall. Ja, machen Sie mal. Oh Gott. Sex. Du musst keinen Fall nicht. Also ich sehe da einen Tunnel. Echt? Ja. Ein bisschen rutschig hier. Mach hier, ich mach Räuberle. Komm hier. Ja. Warte. Nee, warte hier. Warte kurz. Da kommen wir nicht hier so ein bisschen so. Ja, warte. Ich versuche es. Ich schub dich hoch, ey. Oh Gott. Komm schon jetzt. Ich komm hier nicht hoch. 1,6, 10, 30. Das geht nicht. Du musst auf Sport. Man merkt, dass die für den Kühlschrank haben. Das ist so einfach, wie es aussieht. 5,19, 20. An deiner Schatten. Oh Gott. Der Kühlschrank, oder? Nein, nein. Jetzt hier, dass du hast den Tunnel gerade versperrt. Check. Also wir können mal bei McGill anfangen, aber ich glaube, das dauert dann noch ungefähr 5 Wochen. Es wäre halt einfach gut zu wissen, ob die hier immer liegen oder ob die jetzt hier hessischen sind. 4,4,1. Überführungsfahrt. Schellperrung. Check. 5,19, weiter vorrücken bis zur Baustelle, also bis zur U-Bahn-Baustelle. Vorsicht bei der Überquerung der Gleise am 4,89 Ende. Check. Wir können übrigens weiter, ist soweit? Ja, dann erst weiter. Rechts oder links? Links. Dann gehen wir einfach links. Irgendjemand sagte rechts nicht gut. Nee, rechts ist niemals gut. Beide Tunnel kommen eigentlich am selben Ausgang wieder raus, also von daher. Aber ob wir wirklich richtig stehen? Das heißt ja tatsächlich nicht, dass die jetzt gerade hier was lagern, aber es könnte dafür genutzt werden, um was wegzuschaffen. Unbemerkt. Ja, jetzt soll man hier durch diesen Tunnel auch... Also ich meine, wir haben ja vorhin diese große Bohrmaschine gesehen, die ist ja schon richtig groß, da kommt man hier ja bestimmt auch mit so einem Pickup oder sowas lang. Ja, auf jeden Fall. Gerade haben wir nochmal im Streifenwagen geredet, hier kamen ja auch die Schüsse, da war ich tatsächlich, wurde auch auf unser Auto damals geschossen, das kam ja hierher. Irgendwas muss hier sein. Ach du Gott, was ist das denn? Damit, weil der ja auch mit dem Fall involviert ist, kann sein, dass ihr gleich eh noch einen Auftrag bekommt. Sehr beruhigend, dieses Schild da dran. Licht anfassen, du wirst sterben. 11. 168, Funkcheck. Check. Ich bin in der Überlegung, ob es wirklich ein GTA gibt, weil man müsste eigentlich, aber irgendwie kann ich mich auch nicht daran erinnern. Ich bin überall durch alle Tunnel gefahren, das weiß ich noch. Und dann sind die Wänden hoch. Sagt es mir nicht, ne? Ja, wir sind ja noch nicht so tief, oder? Sind wir schon auf Grundwasser, sagen wir ja eigentlich nicht, oder? Ich hab keine Ahnung, wie tief wir sind. Obwohl, da oben, da oben kann man doch rausgucken. Ja, so tief sind wir nicht. Head out ist da. War ich wieder jemand auf Klo, oder was? Gute Frage. Aber da oben kann man rausgucken, also sind wir zumindest nicht so tief. Ja, aber was Musbarns schon meinte, tief genug, um unbemerkt zu sein. Also unbemerkter als auf der öffentlichen Straße, ne? An den tief. Wissen Sie, warum wir hier sind? Wie das zustande kam? Ich tatsächlich nicht, ne. Ich hab Gedichte von einem, der Entführer bekommen. Eigene Nerven sich jetzt, äh, begleiten. Genau, da geht es um blaue Augen. Und blaue Augen tief im Untergrund, funkeln. Ja, okay. Observer, blauer. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, okay. Und er meint, er ist an seiner Terrasse mit einem Pool und hat einen Blick über die Stadt. Tatsächlich gibt es solche Häuser und die Häuser haben tatsächlich den Blick genau hier auf den Observer. Und da handelt es sich noch um das Herz der Stadt. Und der Observer liegt im Herzen der Stadt. Also passt viel zusammen gerade. Ja, das stimmt. Ja, wir fahren hier Züge. Man muss halt jeder Spur nachgehen, ne? Ich glaube, ja. Oh, dann... Sind, wo sie erscheinen. Äh, Vorsicht, hier können Züge fahren. Äh. Niu. Ich mag Züge. Ich mag Züge. Ich mag Züge. Also ihr müsstet tatsächlich hier bei der Baustelle warten, aber wir müssen erst weiter clearen. Wir wollten erstmal nur, dass sie herkommen, ne? Dann Warns. Auf geht's. Ja, wir warten, ja. Ich mag Züge. Oh, schüt. Alles gut. 406, wer Leitstädte kommt? 406 hört. In Mainwood finden Sie aktuell Fahrzeuge, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind. Falls möglich, Ihre Streife eventuell auf O2-Fahrzeug wechseln. Aktuell nur O1-Autos aktiv kommen. Äh, 406, gerade 10, 30. Ich weiß nicht, ob man da einen langen will, wenn der Züge fahren. Ja, ich verstehe den Punkt. Ja gut. Aber die Zugstrecke... Wird nur einmal den Gedanken laut äußern, die Zugstrecke fährt ja auch die ganze Insel und auch durch Berge etc. Also, wenn ich irgendwo was wohin bringen würde, ich würde hier zu nehmen. Das hier ist ja die U-Bahn, das hier ist ja kein richtiger Zug. Ja, ich meine ja, das ist mir nur... Aber, ja, man könnte da lang laufen. Ja, man bräuchte... Das war doch einfach nur ein Gedanke, den ich einmal laut auskotzen wollte. Wie geht's gerade mit der Rekruten freuen? Aber der Gedanke ist doch gar nicht mal so schlecht... Boah, das war grad so unangenehm. Äh, der Gedanke ist ja gar nicht mal so schlecht, weil so ein U-Bahn-Netz wäre jetzt halt ganz nice. Wenn man einfach mal schaut... Gibt es da irgendwas, wo man vielleicht irgendwas auf ein Schiff laden kann oder sonst was? Oder weiter auf LKWs, keine Ahnung. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine kriminelle Ader habe, aber ich überlege dann immer so, was würde ich tun. Haben Sie damit viel Erfolg? Äh, weiß ich nicht. Also ich hab noch nie eine Terrorakte verarbeitet. 4-9-5-Überführung Fahrt zum MAPD. Aber ich sag mal so, bisher haben wir ja generell nicht so viel Erfolg, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Außer, dass wir viele Ideen haben, viele Orte anfahren und da immer nur, naja, mäßig Erfolg haben. Ich weiß auch nicht, warum die Idee von Miss Dings jetzt da so... Aber die könnte für uns doch noch weiter wichtig sein, oder? Wäre ganz toll gewesen, sie mal ausreden zu lassen. Da wäre nämlich noch viel, viel mehr gekommen. Wollten wir nicht das Observer-Gebäude? Ja. Da sind wir gar nicht. Sind wir im Ansatz. Soweit ich weiß, oder? Äh, nein, sind wir nicht. Also denken Sie dran, als das alles anfing, die Schüsse kamen zuerst, zuallererst von hier. Da sind wir über den Highway gefahren und hier fielen die Schüsse. Also nicht jetzt hier genau, ne? Am Eingang nach vorne. Da wurde auf uns geschossen. Das war noch bevor wir bei diesem Flugzeug waren, am Flugplatz. Da waren wir genau, wenn Sie... Können Sie sich auch einmal kümmern, dass die Geschichte vielleicht nochmal Miss Nuck erzählt wird in Ruhe, ohne dass sie abgehakt wird oder so? Das fände ich wichtig. Meinen Sie von der Rekord? Ja, bitte, wenn dann uns auch... Ja, ja, genau. Ja, ich habe ja gesagt, sie soll auf die Detektivs noch vor Nuck auf jeden Fall zugehen, weil sie hat doch gesagt, sie lässt sich da jetzt nicht abschmettern. Sie sagte aber, sie hat das gemacht und Frau Nuck sagte, sie hat nichts bekommen. Da fängt es ja schon an. Okay, ja, ich werde nochmal... Frau Winchester war das, ich werde nochmal mit dir reden. Ja, wichtig war noch, sie hat ja wegen dieser Vanguard-Group, die in den Gedichten bei mir ist ja auch so ein bisschen von Funkeln, macht Freude, Funkeln und sowas alles. Deswegen haben wir ja so ein bisschen den Schmuck. Es gibt ja auch... Was waren das? Pläne von Kronjuwellen oder so wurden... Baupläne wurden da irgendwie gestohlen. Bei mir eine Gedichte von Schmuck die Rede. Jetzt haben wir eine Schmelze. Das passt halt auch relativ gut zusammen, ne? Check. Weil, wie soll man das Gold sonst wegschaffen? Für 84, komm. Muss irgendwie weitergearbeitet werden. Ja, sie können mit ihrer Truppe weiter zu uns aufrücken kommen. Herr Kuriyama hat mir eine Mail geschickt mit einem Gedicht, das er vorgetragen gekriegt hat. Wir können tatsächlich weiter. 4, 4, 1, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13. Ich rede trotzdem mal weiter. Da geht es um einen Jason. Ich gehe zu. Das goldene Vleece, tatsächlich. Da stand da nicht mit drin, aber es geht nur um einen Jason. Und der hat das goldene Vleece übers Meer geschippert. Er ist von der Insel übers Meer, von einem Drachen bewacht, bla bla. Und da wollte sie darauf hinaus, dass dieses Logo ja ein goldenes V hat. Deswegen hat sie mich gefragt, Vleece mit F oder mit V? Und dann habe ich gesagt, mit V. Das ist schon sehr interessant alles. Ich finde halt auch. Ich habe das Gefühl, da wird nicht viel Gehör geschenkt. Das ist nichts Schade irgendwie. Das ist doch wichtig. Jeder kann hier super wichtige, gute Ideen haben. Jeder. Das ist losgehalten. Da müssen sie sich das anhören auf jeden Fall. Wenn die Rekrote noch auf uns zukommen können, wir uns das definitiv anwarten. Wir gehen da tatsächlich, sind wir ja dahinter, dass uns alles mal mitgeteilt wird. Damit wir möglichst viele Ideen haben und wir dann am Ende filtern können. Ich suche die Filter machen. Einmal kurz zu checken. Hier so, hier so mit. Aber als ich habe meinten, ganz zu Beginn kamen die Schüsse hier aus dem Angang. Was meinen Sie das zu Beginn? Also wann war das? Es war vor dem Bankraub. Das war vor dem Bankraub. Das war ein Tag, wo wir bei Grapesie waren auf dem R4. Da waren wir gerade auf dem Weg dahin. Das war auch der Tag, wo beim Casino da Schüsse... Okay. Genau. Und da sind wir gerade auf dem Weg nach Grapesie gewesen. Dann kam hier auf der Höhe Observer aus dem Tunnel kam Schüsse. Okay. Huna, das würde zu dem Hinweis mit dem Werdegang passen. Aber das wird das nochmal so. Deswegen. Okay. Wir sind noch. Hier wird es nass. Oh Gott. Oh Gott. Ah, iiih. Ja, hier am Rand geht es noch. Ah, ekliges Wasser. Ich muss gleich in der Kackebecke jetzt hinhoffen. Ich bin jetzt in der Kanalisation. Check. Achso, Huna, morgen mache ich frei. Nee. Jetzt zieh auf. Nein, ernst? Ja, mein Ernst. Heute und Donnerstag, äh, morgen und Donnerstag. Hab ich frei. Am Wochenende bin ich beim Krimi-Dinner. Ich hab da ne Rolle. Ey, bist du die Mörderin? Ich, das wäre, sag mal. Das darf ich nicht sagen. Sag mal bitte, ey. Sag mal bitte. Sag mal bitte. 500 Dollar. Hä? Dafür verdiene ich es. 1500 Dollar? Wo kommt man da hin? Lass mich mal runter. Ja, aber wo kommt man da hin, wenn man da hochgett hat? Sind sie da als Zuschauer, oder? Klar. Ja. Geht's wirklich? Ja, klar. Achso, ich höre. Ich schwöre, ich löse den Scheiß. Ich geh immer. Ja, ich hab nur ne Rolle. Ja, aber... Kennst du das Drehbuch so? Komplett? Nee. Ich kenne nur meine Rolle. Also, man kriegt dann immer per Venture-Mail seine Rollenbeschreibung. Und, äh... Ja, hier oben, es endet! Das ist super hier, wirklich. Super! Aber... Vielleicht heißt es ja... Vielleicht kannst du ja aus deiner Rolle irgendwie rausführen, wer der Mörder ist. Kann ich jemanden Urlaub? Äh, nee. Tatsächlich, äh... Also, kann ich wirklich nicht. Glaube ich einfach mal. Schade. Ja. Also, das ist ja jetzt schon das Dritte. Ich war bei den anderen beiden ja auch dabei. Also, es macht super viel Spaß. Ich mag das richtig gern. Ähm... Erstmal. Und vielleicht sagt einer nichts und alle anderen sagen, nö, ich bin's nicht. Und dann weiß ich auch, was es ist. Aber nehmen sie sich doch den Spaß, oder? Ich will gewinnen. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Vorsicht hier. Vorsicht. Wunderbar, warum warst du jetzt so schockiert, als ich meinte, ich mach morgen frei? Ach, gut. Work-Life-Balance. Mein Boyfriend hat mich gefragt, ob ich frei mache. Sag ich natürlich ja. Äh, Roskernbrooks, ähm, die Durchsuchung oder äh... Auseinandernehmen der ganzen Insel ist schon angefragt bei unserer Ops. Die haben ein bisschen leise geweint, aber es wird die Wege geleitet. Ja, ja, es hätte mich... Meinen haben sie leise geweint, ich hätte gedacht, die beiden laut. Aber du weißt ja, das goldene Ticket. Ja. Ja, ja, haben wir auch. Ich meine, im besten Fall gehen wir dann nachher noch gleich in die Wohnung von Kaross. Nach vorne. Wir haben auch immer noch nicht das Kino. Check. Hm. Das stimmt. Ja. Also, ich hab hier umgesichert. Also, im Grunde, es gibt jetzt zwei Wege. Einmal nach links, da geht's nach Easterlash. Aber da müssen wir durchs Wasser, ne? Richtig. Da müssen wir uns zumindest hier durchs Wasser. Hier rechts geht's wieder zu den U-Bahn-Gleisen runter. Okay. Also, wenn wir hier langlaufen, dann, ja, landen wir wieder bei Gleisen. Also, mitten wirklich im Gleis-System. Wohin führen, also, wohin genau Easterlash führen die? Und der Weg ist, glaub ich, wichtiger, oder? Also, links der Weg scheint mir auch wichtiger. Wir wissen, dass wir die durchs Wasser weit. Ich hab eigentlich keinen Schuttenkursblick für heute. Soweit keine, ähm, Feststellungen, eine Dame vorkunden, normale Wanderin, Richtung Norden unterwegs. Vielleicht kann man hier vorbeigehen, aber... Ja, Fisch, komm mit. Scheiße, jetzt sehe ich was. Ich dachte, da vorne wäre ein Fahrrad. Das sind ja Leute von uns. 434, herzlich. Den Patch südlich bei den Öl-Sundern anfahren. Dort in Mary-Render, an einem dunkelroten Mesa gemeldet, der dort... Na, nee, von den... Ja, Pornmann, dann bleibt mit den Einheiten wieder hier, dann sichern wir wieder vorne. 434, so, mit den ersten Patch. Okay, wollen wir gleich links gehen, dann? Ach du Scheiße, Alter. Wollen wir sicher runter? Wechsel wieder auf Pistole. Langsam, aber geht sicher. Achtung, Rechtsgitter. Ja, wir bleiben erst mal noch hier, bis die gesichert haben, tatsächlich. 441, hört. Ja, klar, lasst du das, komm. Aber nur den OVD, den OVD muss ich noch machen. Same. Gott, komm an Ende. Und wir sollen erst mal noch hier... Oh, die Leitstelle für die 540. Ja, oben in der Ecke, da kommt man auch noch hoch. Ich scherze. Ich hab's doch schon gefragt. Ich hab's doch schon gefragt. Wir haben gerade gesehen, wie auf der Nürnchen Seite von der Sanitankstelle am Allermussee... Die schwarze Verne befindet eine Person, gräbt anscheinend in der Hausruine was ein. Wir würden das überprüfen kommen. 519 fährt an. Hard-Check, erwarten Sie dann bei der Sanitankstelle für die 540. H530, so wie die Information eben vom Kollegen behandelt es sich dabei anscheinend auch um Personen und Kunden. Also, also zuvor höchst, zu verneinen. Ja, toll, hast du... Sag, oder? Hätte ich mal genauso gemacht. Großaktivitäten von denen. Ich meine, das ist über die Geiselnahme. Da ist ein Wettbewerb. Was ist Kurkum? Ich bin... Ich glaube, der ist mit nach vorne gegangen. Achso. Ja, Kurkum ist, glaube ich, mitgegangen. Entschuldigung. Die 530, auf ihrer rechten Seite haben sie den schwarzen Granger und auf der linken Seite ist auch nochmal ein Van mittelsohn. Das ist so blau, das ist 21 Uhr, das ist kurz vor 22 Uhr. Stimmt, das ist Nachts. Ja, es ist Nachts. Ist der da oben hier? Was ist da? Das ist recht. Bis hier links ist auch kein Tageslicht. Nee, das ist es nicht. Kommt das überhaupt her, das Licht? Gute Frage, warum ist hier Licht? Wo ist die Lampe? Ja, die Natur ist unergründlich, ne? Das haben sie sehr schön gesagt. Also ich dachte, da am Boden wäre eine Lampe, es war nur das Grenzen. Ja, da ist bestimmt irgendwo weiter hinten eine Lampe drin. Ey, kann man da nicht rein? Ja, ein bisschen eng. Wissen wir das eigentlich gleich alles zurücklaufen? Ja. Also je nachdem, wo es hier rausgeht, können wir abgeholt werden, oder? Das hätte ich auch gesagt. Also, ich meine, da führt ja auch noch gleich Licht durchs Wasser, dieser andere Tunnel. Wo wir eben ins Wasser abgebogen sind. Ich muss gleich mal aufs Handy schauen, wo wir ungefähr jetzt sind. Wenn ich so ein Quad hier einfach reinpacken würde, wenn ich es nur umfache. Ich habe keine Ahnung, wie tief wir gerade sind. Also meine Standort-App sagt mir gerade, wir sind mitten unterm Highwaykreuz. Die Frage, wie gut das GPS hier unten läuft. Ja, ich bewege mich auch gerade nicht mehr. Ich glaube, das ist ein bisschen stuck. Also ich würde dem auch nicht mehr besonders vertrauen. Nee. Mich würde interessieren, dass wir Richtung Hafen hier gehen. Okay. Also meines Wissens nach kommen wir gleich im Casino raus, oder? Casino. Okay. Irgendwann die Kanäle hin. Hier sind noch ein paar Leitern. Casino, Grape Seed, Airfield und Observer. Was sagt man eigentlich? Oh, hier rechts, da ist doch auch schon wieder eine Leiter. Mhm. Halt auch. Ich sehe mich heute bei Leitern. Ich glaube, da oben ist wieder Ende tatsächlich. Ich habe ein Déjà-vu von gerade eben. Das sieht fast gleich wieder aus. Ja. Ja, das ist das gleiche wie gerade eben. Es hat auch keiner von euch Lust nachzugreifen, oder? Ich habe Höhenangst. Das kann ich bestätigen, hat sie wirklich. Das kann Elva halt wirklich bestätigen. War ich aber nicht. Nein, die Geschichte bleibt da, wo sie geschehen ist. Das war irgendwie cool, das im R.P. zu sehen. Tatsächlich muss ich sagen. Ist das echt? Wie geht das jetzt eigentlich länger? 434 meldet an den Ölfeldern, keine großen Vorkommnisse, wagen, parkt normal am Straßenrand. Und dann postet mit dem Hinweis. Ja, und ist wieder aktiv. Liegen der Post dazu. Sehr witzig. Kurayame meint, Kurayame meint doch, er darf erst Mittwoch wieder mit, die ist doch unterwegs. Der Weg nach Narnia. Oder wäre ich jetzt gerne. Elva, wir müssen das Gold finden. Wir müssen das auch Wasser oder so. Weiß. Oh, den Heli. Richtig. Und dann sind wir tot. Nee, nicht für Ari, der will das Ding hier fertig machen. Leute, nicht alles bezieht sich immer auf Ariane, ne? Nicht alles bezieht sich auf Ariane. Ich wusste auch heute gar nicht, soll die Dinge... Nee, wieso soll die... Nee, nee, das ist ja mega weird. Nicht bei dem Charakter, der bei dem Charakter ist. So schwierig. Ariane ist regulär mit Garrett und so. Hallo, mit Garrett. Ja, ich bin jetzt wach. Und sowas alles, ne? Bei ihm so. 264 für 84 kommt. Hört. Ja, wenn ihre Kumpelkante nachrücken kommt. Ja, so gut. Sind schon die Tonne gekommen. Ich hoffe, ihr werdet gut bezahlt. Check. 488 noch. Na scheiße. Das ist ja wirklich mattig, ey. Ich kann dir tatsächlich gar nicht sagen, was ich gerade... ...kine. Bei mir ist doch. Bei mir ist doch... Was kriegt man aus? Na, gibt's nicht, glaube ich. Wir? Ja, dieses Metallblatt. Mal gucken, ob da irgendwas ist. Okay, das ist nix. Okay, das ist nix. ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war genau da, wo wir gerade reingefahren sind. Ja, da kamen die Schüsse her. Ich war hier nie oft, also in GTA Online bestimmt und hundertprozentig mit dem Auto, aber ich war hier nie drin. Ach, ich hab's nicht gestreamt, ne? Ja, natürlich. Ja. Ach, Kacke, ja. Oh, Kacke, ihr wisst das auch nicht. Kann das trotzdem noch irgendwas sein, ne? Ja, das könnt ihr beim Dennis nachgucken. Da war Ariane ab und zu zu sehen. Das war, als ich einfach nur zur Staatsanwaltschaft sollte. Ich denk so, ah, lockst du mal kurz ein, ne? Und dann saß ich irgendwie im Heli und denk mir so, hä? Und dann kam ich doch nicht mehr weg. Ich kam einfach nicht mehr da weg. Das war so unangenehm. Aber Ariane muss einfach so viel Arschtraining gerade haben, ne? Meine Güte. Die Frau wird einfach den absoluten Booty heute noch haben. Hat sie natürlich eh, ne? Aber wenn ich Schwung höre, das ist heute hier der Chef von der PSV. Ja. Warte, komm mal ganz kurz her. Elba. Check. Wir sind zur Infobestin oben draußen. Müssen wir uns einfach mal weitergehen. Weitergehen. Ja, check. Weitergehen. Wir kommen eben hoch. Hä? Was? Was war das denn jetzt? Ich bin doch weitergegangen. Hä? Was ist los? Irgendwas los? Ja, nee. Ich frage mich gerade, was wir hinten noch machen. Ich bin gegangen vorher und Frau Nuck schrie, Frau Banz, weitergehen, weitergehen, weitergehen. Nein, aber ich bin gegangen währenddessen. Ich war irgendwie komisch. Ich geh mal kurz zu den Kollegen hoch. Mhm. Ich meine, ich kann auch wieder zurückgehen. Ja, wir können auch mit da oben, oder? Nur wenn die anderen, äh, stattdessen wir jetzt noch in den anderen, wenn wir möchten. Wo es rechts ging. Ich hab mir das Gefühl gehabt, ich sollte da gerade nicht bei sein. Das war sehr deutlich. Ich weiß ja nicht, was wir schon da machen. Nein, nicht gemein. Die hat immer, die hat immer einen Grund dafür. Irgendwas sollte Ariane wahrscheinlich nicht hören, oder so. Hä, Leute? Eigentlich, sobald ich informiert war, wollten wir eigentlich unter das Observer-Gebäude. Ja, und wo? Ach, das muss man hier auch wieder Empfang haben, ne? Hm, ja. Ja, also wir waren meines Wissens noch überall, nur nicht unter dem Observer-Gebäude. Ne, jetzt machen Sie mich nicht fertig, wirklich? Ne, nicht mal im Ansatz. Oh, oh. Wir müssten eigentlich nur in eine U-Bahn-Station, in der Nähe vom Observer rein, drunter. Mhm. Und dann ist in der Nähe noch eine weite U-Bahn-Station. Ich schätze mal, dass da die kleinere Zwischenverlauf und da entlang. Und dann müssten wir relativ, also irgendwo unter dem Observer-Gebäude zumindest unterwegs sein. Ob wir jetzt genau drunter vorbeilaufen, weiß ich nicht. Aber zumindest grob. Aha. Aber da warten wir hinter sich an. Muss ich sagen. Hat mich auch ein bisschen verwundert, so. Welcher Knopf? Welcher Knopf ist das? Was ist denn jetzt los? Hä? Escape! Ach, ich wurde angerufen. Ja, Mensch, was ist ein Wunder. Ja, Alter. Du brauchst eins? Ne, das ist der Knopf hier. Hä, was ist los? Hallöchen, wurde es angerufen? Geht nicht. Hä? Achso, hast du hier schon mal mit? Okay, ich check's grad überhaupt gar nicht. Warte mal. Oh, scheiße. Ich hasse sowas. Achso, ja. Ich kann hier auch nicht drauf, ne? Bin ich gerade... Warte mal. Kann sein, das Handy? Ah, Leitstelle für 5.0. Ich muss mal ganz dringend ziehen. Also, wie es aussieht, ist die Video-Shot am Sammeln. Happy Scrapyard ist dort auch vor Ort. Ziehen soweit ab, die... 3.0 und die 5.0 mit aktiv kommen. Was war das denn jetzt? Hä? Warten da... Ja, ja, ja. Dead Escape bei einem Re-Shot-Menü bist. Ne, war ich ja grad nicht. Äh, Post 1 ist tatsächlich... Versteh ich jetzt nicht. Und, äh, ey Leute, die Frau Nook, die hat irgendeinen Grund gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht sollte Ariane nichts hören oder sie war im Stress oder so. Alles chill. Alles chill. Nicht immer sofort, nur weil jemand... Es sind viele Leute scheiße zu Ariane und da dürfen sie auch. So, warte. Und die war jetzt nicht scheiße, möchte ich dir auch sagen. Oh Gott, die Arme. Dass wir die irgendeinen Grund gehabt haben. Ariane ist ja einfach nur okay, die hat eine Waffe, der soll die da bleiben. Okay, ja. Aber bin ich vielleicht bei ihr nicht gelaufen? Es kann auch sein, dass ich vielleicht bei ihr nicht gelaufen bin. Keine Ahnung. Ach, Black, ja. Einer hat sie wirklich... Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich krieg einfach mein Psycho-Ende nicht. Warte, vergiss das Wort Ende. Ich will nicht sterben. Bitte. Also, wenn ich verstanden habe, weil ich bin doch gegangen. Aber vielleicht sah das gerade ihr gar nicht so aus. Egal. Wir werden es wahrscheinlich niemals erfahren. Ich weiß nicht, ob sie streamt, leider. Ein Cheap Gamer, ich weiß. Es hat nicht funktioniert. Ich konnte ja selbst das Overlay gerade nicht kontrollieren. Alles gut. Wir sind ja ganz schnell wieder drin. Ja. Darf ich da jetzt wieder hin? Dann bleibe ich einfach hier stehen. Ich bin wichtig. Ich sichere ab. Ja. Das ist so krass. I'm doing my part gerade. Das ist das Meme. Das ist das Meme. I'm doing my part. Oh, ja. Herr Kurya, müssen bei. Ich frage mich, was du gerade machst. Wahrscheinlich stehst du da mit deinem... Mit deiner Krücke. Und sitzt ihr wo rum? Wahrscheinlich macht er gerade tatsächlich super wichtige Sachen und Ariane steht nur rum. Boah, ich würde niemals Assistant Chief oder sowas hier sein wollen. Niemals. Ich habe heute Ari Stimme im Kopf gehabt mit I'm doing my part, als ich was gemacht habe. I'm doing my part. Fashion is my passion. Oh Gott, ich kann das. Diesen Satz kann ich nicht sagen ohne selber. Ich muss mich vorher muten. Weil Fashion is my passion ist so dumm einfach. Mit der Stimme auch noch. Fashion is my passion. Ich bin sehr modebewusst. Solange Herr Weiß nicht da ist, werde ich diesen Pullover tragen und ich würde ihn am liebsten jeden einzelnen Tag tragen, weil es immer das schönste Pullover der Welt ist. Hört mich wirklich fast, dass er nicht groß ist. Warum durfte ich da nicht mit? Check. Und warum geht mein Echo nicht? Oh, jetzt geht mein bisschen. Willst du den Falle für Info-Otline kommen? J.K.? Der Überfall auf die Zeche kommen? Oh. Ja. Ja, wir haben Wissen. Schreibt, bevor ich mir einfach schreibe, die wir in der Spreche anformen. 426 übernehmen Sie einmal mit und die 441 nehmen wollen. Check. Lacky war schon immer old wie. 441, 1040, Zeche. Was machen die denn da vorne? Ja, 519 übernehmen Sie mal die Position der 426, dass die vielleicht weg müssen, dass die Straße weiterhin gesperrt ist. Check. 519, 1040, Zeche, East Highway. Check. Check. Information zum Überfall. Teche. Die Täter sind in einem gräulichen Kassenwagen geflohen. Sind drei Täter. Was? Welchen Charakter meinst du? Ich glaube nicht, dass du meinen meinst. Nein. 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 434, verleihbar, watchcommandent kommen. 434, herzig. Ach, Verwaltungseinbruch in Rockford Hills. Einmal anfahren, watchcommandente. 434, 1040, Zeche. 441, 10.30, Little Soul, Bushaltestelle. Check. 434, 10.20, Dispatch, Wine Hotel. Check. Da darf ich nicht hin, da darf ich wahrscheinlich nicht, da werde ich nur hier stehen. I'm doing my part. Check. Sehen die Ari nicht? Doch, die müssen mich sehen, ich habe mich gerade bewegt. 534, 19.20, Unfall. Check. 46, 1850, to stay prison. Also da hinten darf ich nicht mehr hin, das hat sie jetzt so vernommen. Und da oben kann sie jetzt auch nicht hin. Hier ist es vorbei. Schrecklich, wie Ari immer so hilflos ist. Ey, hör auf, nein, ich will die aber nicht hilflos spielen. Tatsächlich, ich will die nicht hilflos spielen. Infektion der Leitstelle. Für Einteilungsangelegenheiten bitte aktuell den Mod-Commander anrufen. Ja? Ja? Alles bestens, alles bestens. Warum hat denn gerade Farnuk gesagt, ich soll da weggehen, so, äh, war ihm was, war ihm was? Ich hab keine Ahnung. Weil ich bin doch vorbeigegangen. Alles gut, die telefonieren gerade nur wegen was Wichtigem. Ich glaube, es ging nur darum, dass sie das jetzt nicht mithören sollten. Ach so. Was ich da gerade bespreche. Ich glaube, da oben geht es einfach nur. Okay. Kann sein, dass das irgendein... ...besprechend schnell ist. Aber gut, wenn sie eh hier stehen, ne? Gehört zurücklaufen, wir müssen jetzt hier stehen bleiben. Ich hatte vor allem, dass sie einen Fehler gemacht hat meine Bildschirche. Oh, ne, ne, ne. Warum? Ich bin mit dem Telefon anzusammen. Okay. War wundervoll, ja. Zum Checken des Außengeländes und des Hauses, äh, röchten wir in den 1010 kommen? Hallo. Hallo. Äh? Muskela, möchtest du meinen Helm, um dein Haar zu schützen? Warum kommt... Was ist denn hier los? Ich verstehe es gar nicht. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich bin mit dem Touch. Das wir dürfen jetzt müssen. Ja, sie kommen. Handeln sie ihre 50 schnell ab und fahren sie als 1010, die wurden auf dem Empowerkopf. Hilf mir an. Ich finde, schützt du auch mal mit oben zum Ein- und Ausgang. Schreifen. Schreifen, kommen. Schreifen. Schreifen. Ist Ihnen was passiert, oder warum sind jetzt hier alle? Wir wissen es nicht. Check. Äh... Warum jetzt hier stehen, oder warum wir hier unten sind? Ja, warum... Ja, warum, warum... Also warum wir hier unten sind halt, um uns das anzugucken, das Grund, weil es hier schon öfter ja Sachen gab. Warum hat Vanilla denn die Ausrüstung an? Das liegt tatsächlich hier, wo wir uns befinden, das ist halt ziemlich mockig. Deswegen hab ich zum Beispiel auch nicht nur meine normale Hose an, einfach damit ich die nicht wieder anziehen kann im normalen Streifendienst. Und er hat den Helm halt angezogen, sollte irgendwas runterkommen. Okay, dann ist es bei uns egal, ob man was auf dem Kopf ist. Ein roter Sportwagen, frei Insass. Frau Barnes, wie geht's Ihnen? Ja, beschissen. Ich hab mir gedacht, ich antworte einfach jetzt den ganzen Tag einfach nur ehrlich. Beschissen. War auch, also alles gut. Ehrliche Antworten sind eh immer die besten. Na, wie geht's Ihnen denn? Man lebt. Nein, das ist mein Spruch. Ist ja fantastisch. Aber heute ist es auch mein Spruch. Oh nein. Okay, äh... Moment. Dann muss ich mir kurz was überlegen. Den Umständen entsprechend. Oh, nicht gut. Check. 4 zu 16 wird sich noch vertönt. Nein, das ist mein Spruch. Check. Kommen wir. Ja, aber da wurde ja jetzt nichts gefunden. Wo kommen wir denn hier raus? Ähm... Möbelpark. Ähm... Wir müssen... Lass das Möbelpark... Wir müssen dann mal gleich wieder zurück. Wollte die ganzen Autos stellen. Und die kann man nicht hier hinfahren, dass die einfach hier abgeholt werden? Ja und wer fährt die hierher? Der heilige PD-Geist. Warum gibt's noch nicht autonomes Fahren wirklich? Geht aber zurück wesentlich schneller als gerade hin, weil jetzt gehen wir ja quasi alle zusammen wieder zurück. Ja. Ja. Sichert hinten überhaupt noch jemand ab? Ja, Bormer. Ganz ganz hinten am Eingang stehen Foley und Recruit und Koryame. Aber sein Stock bleibt hier nicht stecken im Mock. Hast du das mal ernst gemeint, das ist voll, also. Warum machst du denn so ein Lachen im Unterton gehört? Ihr lacht! Ihr lacht, deswegen muss ich auch lachen. Ich hab nichts gemacht. Schieb das nicht auf uns. Ich hab nicht gelacht, ich hab das ganz normal erzählt und ihr fangt an zu lachen. Natürlich muss ich dann auch lachen, was ist denn mit euch? Mhm. Ja. Aha, jetzt wieder nicht. Ja, okay. Ich hab das auch anders mitbekommen. Mhm. Nämlich Bahnns schämlich. Natürlich. Ist das komisch, wenn jemand anders Bahnns heißt. Ja, Matthew, hol Ariane jetzt ab. Schön hier unten. Schießt alle um und sagt, du steigst jetzt ein. Nein. Nein, Matthew, bitte nicht. Dora hat mich inspiriert einfach. Ich hab auch ihre Stimme die ganze Zeit bei solchen Sachen im Kopf, ne? Nein. Ich kann nicht. Ich werde alle deine Kollegen töten. Okay. Ich steig an. Babygirl. Oh. Wir haben die Frage, wie geht's euch schon? Ja. Ich brauch Sora, Alter. Passiert was? Ich brauch noch so ne Fanfiction. Gut, wir können soweit abrücken. 5,17. Check. Okay. Ich würde vorschlagen, wir checken trotzdem in der anderen Tunnel nochmal gegen. Na komm. Wenn wir schon hier unten sind und jetzt die 20 Minuten investieren. Das war trotzdem alles gerade irgendwie voll strange. Vielleicht war ich wirklich nicht richtig. Okay, das mit dem Telefonat verstehe ich aber. Das nehmen wir jetzt auch natürlich einen Abstand. Warte kurz. Oh. Da wurde jetzt gerade auch irgendwas geredet, was ich nicht hören darf. Habt ihr gemerkt? Ich glaub, da war auch irgendwas, was Aria... Hä? Das ist alles so krass intern. Ich dachte, wir wären super intern drin. So. Hast du auch gerade Palmer gehört? Ja. Oder bilde ich mir das gerade ein? Ich könnte es mir auch einbauen. Wir müssen einfach gehen. Das Warten kann auf was anderes bezogen sein. Kommt mal automatisch nach. Ist doch irgendwas los? Ja, ne. Ach ja, siehst du auch wieder auf. Ja, aber cool. Aber trotzdem durfte die dir doch alles... Also im PD selber gibt es doch. Interner darf doch irgendwie jeder wissen, oder? Also ich hatte bis jetzt nie das Gefühl, dass Officer 1 nicht ernst genommen wird. Ganz im Gegenteil. Aber das ist irgendwie keine Ahnung. Die trauen ihr nicht. Oh, es steht euch vor, da gibt es irgendein Konstrukt, das Ari irgendwie so aussehen lässt, als würde die mit denen zusammenarbeiten. Und die eskortieren dich jetzt in den Knast. 4, 2, 6, 4, 4, 3, 4 kommen. Oh Gott. Ja, wir sind gleich da gekommen. Ja, check. Die läuft die Ende. Wir sind das Sandwich gerade. Sora, was machst du da? Ja, ich glaube... Ja, 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 ich sehe sie. Die sind da unterwegs. Die kommen nach. Die kommen nach. Das ist alles gut. Also Frau Palmer war... Wir können dann jetzt auch. Das war so ein... Kommt jetzt bitte. Hab grad Frau Palmer gesagt? Ne, Herr Palmer. Ah, ich vor gar nicht. Von Herrn Bäumer. Ach, von Herrn... Ja, ja. Ich verstehe. Ne, ich verstehe. Franz, wie geht's Ihnen aktuell so? Mit der ganzen Situation? Ja, beschissen. Kann ich mir vorstellen. Beschissen? Wenn Sie Redebedarf haben, sagen Sie Bescheid, ja? Ja, ich werde gleich mit Herrn Larsen reden. Weil ich im PD wieder bin. Ja, das... Wenn Ihnen sonst was Gutes getan werden, können auch da gerne Bescheid sagen. Ja, alles gut. Dankeschön. Sie sind in meinem Department und Ihnen soll es auch arbeitstechnisch gut gehen. Weil sowas kann einen durchaus sehr mitnehmen. Ja, deswegen nehme ich an von Herrn Larsen. Die ist auch ein Freund von mir tatsächlich. Aber deswegen nehme ich die Hilfe von ihm in Anspruch. Äh, tatsächlich will ich aber eigentlich gerade alles nur von mir wegschieben und einfach nur gucken, dass ich irgendwie helfen kann. Danach kann ich mich um mich... Ich... Sag's Ihnen aus eigener Erfahrung. Fangen Sie so früh wie möglich damit an, sich... Um sich selbst zu kümmern. Ja, ich... Weil am Ende zieht sie keiner aus der Scheiße. Auch wenn's die Leute versuchen, der Einzige, der sie aus sowas rausholen kann, sind sie selbst. Was? Irgendwie demutiert mich das jetzt? Ich bin nämlich... Soll es tatsächlich... Nein, soll es tatsächlich nicht. Aber ich glaube nur, dass sie das nicht vernachlässigen. Äh, oft... Na, auch wenn's vielleicht aus Pflichtgefühl ist, oder aus dem Gefühl daraus sowas machen muss, vernachlässigt man sich. Und ich glaube, sie neigen da genauso dazu wie ich. Also sind denn auch jemand... Gibt Leuten gerne Tipps, befolgt sie aber nicht selber? Mhm. Ja, willkommen in meiner Welt. Ja, ich bin schon drin. Und mein Nachbarn haben wir uns immer verpasst. Aber ja, ich kenn das... Ich kenn das Problem so gut. 4-1-0-S-10-20, der Permopedi löst sich auf. Ich hatte sowas noch nie. Ich bin vollkommen überfordert mit der Situation. Aber wenn ich das laut ausspreche, dann darf ich nirgends von mir mit. Und ich möchte... So wie gerade konnte ich sagen, hey, da waren doch diese Schüsse. Die kamen genau aus diesem und diesem Tunnel. Äh... Weiß ich nicht. Ich will einfach nur mitgehen, falls mir irgendwas auffällt. Und dann Bescheid sagen. Das ist auch richtig. Richtig. Ich meine, letztlich ein bisschen Ablenkung brauchen sie sowieso. Mhm. Und ich schätze jetzt auch so ein, dass sie trotz der Situation, wenn sie hier im Dienst sind, absolut, wie soll man sagen, konzentriert und fokussiert sind. Aber wie gesagt, zögern sie da nicht, die Angebote in Anspruch zu nehmen. Mache ich. Wie gesagt, ich bin mir dessen schon bewusst. Ich habe jetzt auch bei dieser SMS-Sache wollte ich unbedingt mit Herrn Larsen reden, dass er mich nämlich beobachtet. Ich bin da doch sehr rational. Ich mache mir da keine Gedanken. Aber ich wollte einfach, dass er das ein bisschen beobachtet ist, falls ich irgendwelche Anzeichen zeigt, dass er mich sofort da rauszieht. Sicher ist sicher. Das ist vernünftig. Aber drum, also wie sie mir letztens auch schildern und die Gedankengänge, da sind sie denke ich auch nur sehr guten Weg. 429 Gestatus. Immer so, ich musste, wie soll man sagen, so das tiefste Loch erreichen, um auf den Trichter zu kommen, dass vielleicht so ein Therapeut vielleicht nicht verkehrt ist. 429 Kania, ihr Statt. Aber naja. Oh. Okay. Oh, Ihnen hat es geholfen dann? Vielleicht vermutlich nicht hier, nein, wenn es mir nicht geholfen hätte. Ja, wir sind ja jetzt vorübergehend Nachbarn. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ja. Ein Steinwurf entfernt quasi. Ja, stimmt. Ja, es ist, gefühlt wohnt das halbe Fidil in diesem Block. Ja, ich würde jetzt wieder abgehen, sollen wir einmal die 434 anfahren? 4 zu 6 müssen vor Ort bei der 434 sein. Ja, das wird ein bisschen dauernder Weg zurück. Ja, das Team war zu 34. Hier ist alles in Ordnung jetzt mal. Gut, den wir Weile haben, ne? Ja, Kania hat mich aber auch weggedrückt gerade, als ich ihn angerufen habe. Ich bin irgendwie so paranoid. Ich denke mir so, warum macht er jetzt? Ja, Kania steht in die Form, ne? Jetzt rein, gerade wieder von der 1030 wiedergekommen. Warte noch auf meinen Kollegen. Das macht alles, was wir wissen. Das macht alles, was wir wissen. Dann wird die Außensicherung weiter durchgehen. Wir sind gerade wegen dem Funk auf dem Ohr nicht verstanden, was haben Sie gesagt? Hier muss irgendwas sein. Das war der erste Ort an diesem Tag, an dem das Flugzeug gelandet ist. Ja, in Grape Seed. Das war der erste Ort, wo wir vorbeigefahren sind. Der erste Ort, wo überhaupt was passiert ist. Beim Eingang, beim Observer, also hier ganz am Eingang, wo wir gerade waren. Äh, nicht hier, sondern da. Ganz vorne bei der Baustelle da. Genau, genau. Da kamen die Schüsse raus. Und ich weiß so, die haben auf unseren Wagen geschossen. Wir haben uns den Funk durchgegeben. Und dann war das am Airfield und dann war das am Casino. Das lässt mich gerade echt nicht los. Wir werden jetzt gleich mit dem Vierer noch diese andere Abzahlung das Tunnel zu überprüfen. Einfach nur um sicher zu gehen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir unbedingt was finden. Aber ich glaube, das sind irgendwelche Transporträte hier. Das eignet sich ja richtig gut. Das kann durchaus genutzt werden, was ich mir schon gedacht habe, ob sie vielleicht irgendwo hier, beispielsweise innerhalb des U-Bahn-Netzes einfach einen Durchbruch haben. Zu einem ihrer Tunnel. Ah. Oh, ja. Stimmt. Weil letztlich, man kann ja dann einen Cybersfall, wenn es eine Abzeugung ist, diese auf dem Rückweg sprengen. Mhm. Und dann kann man nicht hinterher. Hat dann eine relativ sichere Route, um das Ding rauszubringen. Dass es mit ihnen sprengen wird dann, ja? Weil ich eh glaube, dass bei 90 Tonnen Gold, dass das nicht, also diese Geiselnahme war glaube ich einfach nur das Tüpfelchen drauf. Weil ich glaube nicht, dass sie im Zeitraum der Geiselnahme geschafft haben, das alles rauszuschaffen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, der hat drei Monate. Zumindest ist das jetzt die Info, die ich von diesem Testeros eigentlich habe. Also drei Monate ist er mit der Vorbereitung beschäftigt. Ja, dann können sie halt in der Zeit, wenn es nicht aufgefallen ist und sie diesen Durchbruch irgendwie verdeckt haben, auch schon das Gold rausgeschafft haben. Ist wieder aktiv Richtung Cypress. Also die Frage, wie oft die PSB ihre Goldbestände überprüft. Die Sache ist, so viel Gold kriegen die auf einmal nicht raus. Deswegen macht diese Refinery eigentlich tatsächlich Sinn, weil in dem Gedicht ist auch bei mir auch von ganz viel Funkeln, macht Freude und sowas alles. Also wir sind ja so ein bisschen, haben wir den Schmuck gerade. Zumindest die Schmelze. Genau. Ja, da waren wir tatsächlich auch schon häufiger da, aber bis dato nichts Auffälliges. Sie haben doch gerade gesagt, man könnte den Tunnel dann auf den Rückweg sprengen. Mhm. Und wir haben heute gehört, dass es seit, ja seitdem das alles angefangen hat, Vorfälle gibt bei der Union, bei dieser Grape Seed Farm, der Wilson Farm, da wo auch das Flugzeug war. Da haben wir heute mit einer Kurs hier ausgeredet. Die Direktiert wird ausnahmslich, Außenberechtigung. Und er meinte tatsächlich, dass vor kurzem auch versucht wurde, da die Lage aufzubrechen. Und dass wir ja ganz oft schwarze Motorräder da sehen und schwarze Autos, die fahren dann langsam vorbei und fahren dann wieder ganz schnell weg. Mhm. Ja, das kann aber auch sein, dass das momentan mit der, mit dieser letzten, dann mit der Nachrichtenmeldung zusammenhängt. Ich weiß, aber das war vor der Nachrichtenmeldung und er meinte, bei den Silos ist irgendwas drin, womit irgendwas Explosives gemacht werden kann. Da kenne ich mich gar nicht aus. Hm. Vermutlich Ammoniumnitrat, ja. Äh, ja. Inermittel. Ja. Keine Ahnung. Kann alles. Irgendwo immer sein. Ich gebe mal eben kurz den, äh, anderen Bescheid. Ja. Das muss so lustig sein. Das muss so lustig sein für den Support immer zu gucken, wie man redet und man ist dann so voll auf den falschen Pferden und die machen sich bestimmt mega lustig. So, äh, Lule, sind die alle doof. Ja. Bis später. Außenbereich. Hier. Ich werde gucken, wir haben dementsprechend vor. Äh, Miss Barnes, möchten Sie sich da anschließen oder möchten Sie mit uns noch in den Tunnel? Hm, ich würde gerne noch mit in den Tunnel. Dann habe ich nur die Bitte, gucken Sie, dass Sie so ein bisschen, äh, das, das Schlusslicht der Formation bilden. Einfach so ein bisschen hinter uns halten. In den Fall, dass was passieren sollte, dass Sie auf jeden Fall schnell Deckung finden. Okay. Gut. So, Miss Barnes, begleite uns einmal. Dabei erstmal das Schlusslicht des Ganzen, ja. Dann, äh, einmal. Korrekt. Jawohl. Findet er dir? Abmarsch. Check. Oh, Achtung. Bisschen Rutsche hier. Warns, ich nehme, wir nehmen dir. Video Check. Oh, Achtung. Bisschen Rutsche hier. Warns, ich nehme, wir nehmen dir. Video Check. Hier ist so eine kleine Station hier scheinbar. Geht das zurück in die Baustelle, oder? Müsste in die Richtung tatsächlich. Na gut, das ist nur so eine, sieht mir so nach einer kleinen Wartungshalte aus. Na links ist gar kein Einblick möglich. Wir sollten aber auch nicht weitergehen wegen der Gleise. Nee, auf keinen Fall. Ich bin nicht lebensmüde. Kein Bock von der U-Bahn abgemäht zu werden. Na, keiner zurück. Ja gut, dann haben wir das auf jeden Fall auch überprüft. Dann einmal ab zurück nach oben. Ab hinter uns, so lange. Oh, 70, will 434 kommen? Ich auch. Ja. Ah, Kollege ist außen vor der Tür, grad Nummer 10, 30. Ich bin so toll, wie ich einfach nur das mache, was andere machen, weil ich keine Ahnung habe, was man macht. Wir sind hier getrunken, aber wir kommen gerade wieder raus. Alles gut, wir rutschen dich vorbei. Wir sind rutschen, check. Einige Verlassungsniveau. Check. Ganz fensch, bisschen zurück. Jo, bleiben wieder da. Oh, gut. Hallo. Hallo. Ganz... Oh, Achtung. Ist ein... Und... Check. Ich fand seine Idee mit dem Durchbruch voll nice. Ja, aber wenigstens... Ganz im Ernst. Ach Mann ey, das... Ich muss... Hab ich das aufgenommen? Wenn, dann hab ich's wahrscheinlich gelöscht. Scheiße. Ich würd ich... Ich würd euch das gerne mal zeigen. Oh, da meter ich mich auch. Okay, bei uns. Kanalisation. Jep. Die anderen schon vorgelaufen? Mhm. Positiv sind schon Richtung der Baustelle. Drücken einfach nach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich mach sie. Ja, ich mach sie. Ja, er spielt jetzt sehr Hardbroken. Er hat angerufen. Er war sehr, sehr wütend. Check. Hast du das gesagt? Das bin ich auch ganz froh, dass er mich nicht mehr anruft gerade. Deswegen provoziert das jetzt noch. Also wütend auf sie oder wütend aufs... Äh, auf mich. Aber das war kurz vor der Sache. Danach kamen so Hardbroken drei Gedichte, äh... die ich aber noch versuche irgendwie zu interpretieren, weil die Gedichte waren irgendwie mal mitgerichtet, aber wenn man sie mal... wenn man das mal außen vorlässt, dann machen sie eigentlich nochmal einen ganz anderen Sinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch auf der Insel ist. Also es kam jetzt auch nichts mehr danach. Ey, warum mir? Hallo, wir können auch bei uns... Da haben wir die Rede davon, dass das Ganze innerhalb von... dass man das 10 Tagen durchgeführt sein soll. Und so wären die ja quasi... Wär das ja quasi gestern der letzte Tag gewesen. Ja. Also wahrscheinlich... Hat sich aber so angehört, wie... Ich weiß nicht, in der SMS... Telefon, Moment. Ja, Herr Hill? Hallo, Frau Barnes. Hallöchen. Ich... Ja? Ich bin jetzt frei, wenn Sie auch frei sind, das könnten wir... Ich bin gar nicht frei gerade, tatsächlich. Sie sind... überhaupt nicht frei, Sie sind voll... Äh... Okay. Gut. Dann, äh... Machen wir das vielleicht... Gerade hätte ich sogar gar keinen Empfang gehabt. Jetzt bin ich ein bisschen weiter oben. Eieieiei. Eieiei. 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 Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber die Tage auf jeden Fall, ja? Brauchen Sie sich nicht entschuldigen. Ich kann das schon nachvollziehen. Vorsicht. Ja, dann... Treffen wir uns einfach die Tage mal und schnacken ein bisschen. Okay, machen wir. Bis dann, pass auf Sie, Herr Hill. Alles klar. Sie auch halten den Kopf oben. Bis bald. Tschüss. Scheiße, hat sie hier noch Empfang? Wir waren doch jetzt doch wieder relativ weit oben, oder? Ich dachte gerade nämlich die Lichter, da wäre das Ding oben, scheiße. Aber eigentlich müsste hier Empfang sein. Sind wir gerade auch hier lang gelaufen? Wir sind gerade auch hier lang gelaufen, ja. Also meistens sieht der Rückweg dann wieder anders aus aus dem Hinweg irgendwie. Hör ich mal auf. Mit Erinnerung ist bei mir sowieso ganz so schlecht. Bei allem, was auf sie einprasselt, äh... Ja, das sowieso. Aber ich habe tagelang so eine blöde Garage gesucht und, äh... Keine Ahnung, dann stand ich davor und dann hatte ich irgendwie kein gutes Bauchgefühl und im Endeffekt weiß es doch. 1,5,5,9, Überführungsschadler, wie es abgeliebt. Jack. Ja, das ist ja, denke ich, auch der Situation unter Umständen geschuldet. Kann sich jetzt auch keinen Strick draus drehen. Ich habe mein Bestes gegeben, mich wirklich an alles zu erinnern. Ich habe noch im MD, habe ich noch den Ernst... Ich weiß nicht mehr, was ich denen gesagt habe. Irgendwas gefaselt. Schreiben Sie es sich auf. Unbedingt, ganz wichtig. Ja. Jetzt ist halt gefühlt fast alles weg. Oder sagen wir mal 50 Prozent Erinnerung ist halt weg. Okay. Gut, äh... Lass mal kurz... Ja, okay. Bin da immer flach rüber. Guck, da ist überhaupt noch mal nix. Gucken, noch mal gucken, noch mal gucken, noch mal gucken. Ganz schnell. Die Idee mit dem Durchbruch, die finde ich ganz krass. Was ist los? Check. Die Frage, ob... Ne, ich frage. Ich mache mir Sorgen. Was finde ich so gemacht, dass wir doch irgendwas anderes... ...getan haben. Mit diesem blöden Observer-Gebäude, da passt so vieles. Es wurde, ähm... Wurde ja versucht, zwei von dem Observer auch zu entführen. Wir wollten den Observer sprechen in der Bank. Mein Gedicht handelt von blauen Augen, Untergrund... ...Kieferborgen, Untergrund der blauen Augen. Das, das macht, das, das muss hier irgendwas sein. Check. Ich habe keine Ahnung was. Das Problem an der ganzen Sache ist halt, dass dieser, dieser Tür hier dann... ...richtung nicht falsch verläuft. Ja, noch nicht Richtung Hafen. Ja, beziehungsweise nicht Richtung Downtown, ne. Und das ist gleich mal noch... Wobei, äh, gleich haben wir jetzt erstmal noch... ...witzes Gespräch, aber... ...wir schauen uns dann gleich mal noch das Gegengebung von, äh... ...Observer mal noch an. Mhm. Man hat sich schon recht, das mit den blauen Augen macht schon Sinn. Ja. Gibt es bei den, ähm... Gibt es bei den Observer eigentlich noch Wohnungen drin? Hm, soweit ich was, nur Bürogebäude... ...also es ist ein reines Bürogebäude. Aber, bin mir auch nicht sicher. Die 519 löst sich aus der 519 und besetzt die 513. Man ist bestimmt zum Opa, der, ähm... in der Fotokamera, damit die Leute denken, ja... ...die wurden geblitzt. ...dass er gerade von seinem Pool an seiner Terrasse steht und er hat Blick über die ganze Stadt. Ja. Beim ersten Mal dachte ich noch, dass wir einfach nur so ein bisschen eingucken, aber beim zweiten Mal und dritten Mal... ...wurde ich da schon ein bisschen stutzig, aber da nicht doch für eben Wahrheit saft. Du kannst auch, wenn du etwas älter bist, wegrennbar, Hans. Ich würde dich auf jeden Fall zutrauen. Im ganzen Bild, was sich da gibt, der Gruppierung. Die Frage ist halt auch, wo dann beispielsweise sowas, äh... ...das Gold beispielsweise oder sonstige Sachen untergebracht sind. Ob dann, wie gesagt, irgendwie einfach ne Luke im Garten ist, oder mit nem Busch drauf. Und wir sehen die sowieso nicht aus der Luft. Ist das doch ne gute Idee? Ist das ne gute Idee? Na, ich glaub nicht mal, dass das an seinem Aufenthalts-Audit ist. Hat er hier in dem Innenteich die ganze Dinge vermuten? Scheiße! Das war's nicht mal. Hat das unbeabsichtigt gemacht? Kann natürlich sein, dass bei den Villen irgendwo oder jener untergekommen ist. Ja, da waren wir ja. Muss man auch erstmal dann nachweisen, ne? Ja, da waren wir ja. Also die Villen würden natürlich super passen, da waren wir auch, aber... ...nichts gefunden und äh... ...da wurde ja auch getaucht und da wurde auch nichts gefunden. Ja, ich war selber im Wasser, also... ...wurde nichts gefunden. Sagst du! Ich hab irgendwie das Gefühl trotzdem, das ist die Ruhe vorm Sturm. Das war zu unspektakulär irgendwie. Also nachdem, was ich gesehen hab... Echo! Ich hör dich gar nicht mehr! ...und mitbekommen hab von denen, lieben die es halt... ...verrückt, laut, wahnsinnig. ...auszustiften. Ja. Sehr viel Chaos. Sehr viel Chaos. 4.05 vielleicht, willkommen. Aber die Frage, ne? Also letztlich den Start an sich haben sie quasi schon zahlungsunfähig gemacht. Was sollen sie jetzt noch tun? Ja, das soll ein schwarzer Ei-Origin. Ja, haben sie auch. Langsam, seit mehreren Stunden das Gebäude umgekreisen. Hat vollgetöne Scheiben. Der König kann nicht durchschauen, wieviel es benutzt wird. Dann versteh ich nicht, wieso ich die ganze SOS bekommen hab. Wieso... ...die Tasche... ...vom Lamesa-PD war. Das war sinnlos. Ich hab's nicht verstanden. Check gleich wieder. Ja, natürlich... Wie gesagt, könnte es sein, dass die da auch ihre... ich sag jetzt auch mal mal psychopathischen Züge ausleben, ne? Hm. Ich hab das Gefühl, dass die... teilweise auch sehr... wie soll man sagen... sehr speziell und auch sehr auf eigene Faust agieren, statt einfach komplett im Kollektiv. 434 hat sie kommen. Okay. Dadurch, dass sie auch so... wieder Kontakt zu ihnen zum Beispiel. Das sind ja Aktionen, die wohl kaum mit allen anderen irgendwie... abgesprochen werden sein. Abgesprochen sein werden. Okay, kann sein. Ich dachte nur, das wär so ein Druckmittelding, weil sie ja bei mir ganz oft den Herrn Weiß... erwähnt haben. Okay. Oh, guck. Dann dachte ich, okay... Eigentlich wollen wir da irgendwas machen... Für Leitstelle kommen. Keine Ahnung, den zu erpressen. Weiß ich nicht. Ich bin trotzdem so vieles zu sehen. 405 für Leitstelle kommen. 297 für Leitstelle kommen. 27 hat schon. Stellen Sie Ihr Funkgerät lauter. Fahren Sie weiter in Casa an... Ach so. Bei uns hast du einen Freund gefunden? Ratatouille? Das ist so ein bisschen Wasser verteilt für den armen Kerl. Das ist auch nur auf mich wieder abgewälzt wild hier auch, ne? Das ist auch schon wieder... Heute bist du mal dran mit den Sachen abgekommen. Ja, merk das schon. Boah. Das ist jetzt... Vergangen, ne? Waren jetzt so viele Leute auf einmal. Nämlich immer Wasser wieder mit. Ja, war wohl verschreckt. Wann, wenn du alleine hier stehen bleibst, könnte er wiederkommen. Gleichgesinnt und so. Mensch, das war nicht nett. Waren wir... Waren wir irgendwann schon? 517, 1020, Mitubatungstelle. Naja, das ist tatsächlich nur so ein kleiner Aufgang, da... Ach so, da geht es auch nicht. Da sind wir quasi vorne bei der Ecke da. Ah, okay. Okay, gut. So wird auch alles überprüft. Wenn es hier tatsächlich direkt... Oh, da ist noch ein... So, hier gerade aus, ist die Union Depository. Ah. Glaub ich. Ne, gar nicht. Hier in die Richtung. Bei der... Absperrung. 517, 1020, MAPD. Dann einmal aufsetzen. Beziehungsweise... Ja, wir kommen, wir drei laufen einfach hoch. Oder... Ja, ja. 517, 2020. Ballett, was du auch strahlverlustig hast. Boah, ist das matschig. Ja. Um Gottes willen, das wäre mehr. Warum? Wie sind das jetzt? Oh. Zwei? Also ich sag, das ist kein gutes Zeichen. Also wenn ich jetzt mehr komme, das ist kein gutes Zeichen. Irgendeiner... Ach scheiße, wir sind durch die Kanalisation gelaufen. Ihr habt so viele Filme gesehen. Habt ihr beide Ratatouille geschaut? Nein. Nein. Diese Ratatouille von mir mit 700 Ratten. Das wäre jetzt... fatal. Haben sie Angst vorhanden? Nö. Wann ich auch nicht. Hat denn damals welche als Haustiere? Wirklich? Wirklich? Wahnsinn, super. Wahnsinn, super. Wahnsinn, super. Ja, stimmt. Sie hört intelligent sein zu sein. Äh. Was denn? Ich glaub, die kommen uns hinterher. Jetzt hab ich doch... Wo folgen die uns denn? Sind wir in Scheiße getreten oder so? Ja, anscheinend. Oder wir haben jemanden von deren Familie aus, die sind tot getreten. Das wäre dann auch schwierig, aber... Ähm. Warte. Warte, vielleicht. Kommen wir die Apfel? Wir schießen die jetzt aber nicht, ne? Schießstand spontan. Äh. Warte mal. Ich hab nur einen Isodrink dabei. Den will ich jetzt nicht auskippen. Nachher springen die mir hier nach Timbuktu. Ich seh ganz schön fett. Hallo, fetti Nugget. Fetti. Ja, und den er schießt. Gut. Dann, ich würd mal sagen... Fetti. Fetti. Ja, und Bars wird gleich... Einer wird gleich wieder gebissen. Ich seh das schon kommen. Ja, und das bin ich. Das raus. Hä? Okay. Ich beiße meinen Fuß. Ich bin wieder der Leidtragende für heute. Gut, mit den Stahlkappen. Beiß mal da rein. Ja. Eigentlich. Also... Dig, hat die Rad angefüttert. Ja. Nein, aber es kommt uns immer mehr hinterher. Wir sind glaub ich innermas getreten oder so. Ja, dann äh... Aufsitzen, Abfahrt. Jikes. Habt ihr denn gegen Ratten? Ja. Was sagt der, der die ganze Zeit hier draußen steht? Ja. Ne? Ich glaub wir sind noch mal nach Lamesa, wenn ich's jetzt richtig gehört hab. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt's auch wahrscheinlich äh... noch eine Hausdurchsuchung. Ja, dann fahren wir auch mal mit den Streifer mit. Ja, klar. Aber zuerst geht's nach Lamesa, richtig? Ja. Aktiv Richtung Lamesa, Fidi. Ja, ja. Dann grüße ich mich mal hin. Ja, ja. Oder Überführungsfahrt. 413 mit einem Überführungsfahrt nach Lamesa, Fidi. Frech wurde auch nicht gecheckt, ne? Aber wahrscheinlich Notruf oder so weiß man nicht. Mann, war das eher nüchtern. Nix gefunden. Weiß ich, ich find immer noch, das ist ein super Transportweg, aber ähm, tatsächlich da wo die Tunnel rausgeführt haben, das macht keinen Sinn. Ja. Hätten die jetzt zu nem Hafen geführt, hätte ich gesagt, okay, das muss ihm wie, keine Ahnung, abgeschmert gewacht werden, keine Ahnung. Das würde zu viel Sinn machen, aber das jetzt? Mhm. Ja, klar. 434 meldet, keine Auffälligkeiten rund ums Kaser und geht ab. Ja, wir suchen halt sowieso die Nadel im Heuerhafen, also... Ich hab auch das Gefühl, das ist vielleicht alles schon passiert jetzt, ne? Ich hab da auch nie mehr so viel Hoffnung, leider. Mhm. Ich frau ganz ehrlich, wann da zu schlecht organisiert, von meiner Meinung nach. 10.05 meldet ebenfalls, der keinen schwarzen Allwägen gesichtet, würde sich aber auch noch im Nahbereich aufhalten. Ja, fahr auch mal auf dem Besucherparkplatz. Ja, check. Ja, check. Man kann sich ja dann eventuell, wenn Kukumfeier haben, ein Sklet für Tüter mitnehmen. Ja, müssen wir ja, es gibt wieder einen Anruf. Ne, ich kümmere mich drum auch sehr. Wenn man ein Gespräch mit Herrn Maßen hat, stempelt man sich aus, ja, ne? Ja, Sie kommen. Ne, das können Sie im Dienst machen. Ne, das können Sie im Dienst machen. Genau. Ja, übernehmen wir, aber... Ich kriege mich mit steinem Kapazität kommen. Ja, check. Fortland, Ende. 413-1020, Herr Messerpidi. 413-1020, Herr Messerpidi. 413-1020, Herr Messerpidi. Ich bin noch nicht so nah gekommen. Alles gut. Äh, hier. Geht's sehen? Arigato. Sehr lieb Ihnen. Äh, ja, ich habe jetzt einen Termin mit Herrn Naas. Ich warte mal drin. Okay. Okay. Die Z44 setzt die Uhr 01. Traut sich nicht. Die traut sich nicht. Nichts. 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 Hier drin traut sie sich. Gar nichts. U01 mit einer Überführungsfahrt zum Lameserpidi. Ach, ihr lässt den doch nicht links liegen. Die hat voll Schiss hier irgendwas zu machen. Hallo? Die hat den jetzt auch nur gesiegt, so wie wir hier sind. Leute, genau so ist das. Genauso stelle ich mir vor, dass es ist. Das Ding spielst du aus. Ich glaube nicht, dass er denkt, dass Ariane ihn links liegen lässt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dem wäre es sehr unangenehm, wenn Ariane jetzt so sagt, Hey, Jose, hallo, ja, und dann da steht und so. Hallo. 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 Hat er irgendwie ein Büro, oder? Ja. Herzlichen Glückwunsch. ula spreads Sam Winter Music. Vielen, vielen Dank für den Ray. Dankeschön. Oh, unangenehm. Ja. Dankeschön, Dankeschön. So kommt es jetzt zurück. Vielen Dank für den Ray. Dankeschön. Äh, könnten Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Ja. Mag jetzt wissen. Ich hoffe, das ist okay. Können Sie mir mal die Schnallen an der Seite meiner Weste aufmachen? Äh, natürlich. Die eine Seite. Soll ich noch bei Ihnen was helfen? Ne, das passt schon. Das sah jetzt aber nicht nach Innendienst heute aus. Doch. Letzten Endes sah sich auch die ganze Zeit in einer großen Halle alleine über eine Stunde. Alleine? War doch super, in der Innendienst. Ja. Ja, doch, die Kratten. Oh Gott. Haben Sie einen Kaffee? So mit, wir schicken ein. Na, du kommst. Ne. Ach, ich kenne doch. Check, Info und dann. Schokolade. Ja, 435-434 vielleicht, du kommst. Ne, aber sehr lieb. Vierst du kommst. 234, willkommen. Nein, danke. Ich brauche gerade nichts mit Spuns. Sie haben mir schon geholfen mit der Weste gerade. Hier, du mit. Ach, ne. Wir waren ja bei Du. Ja, hier ja nicht. Ne. Achso, ja. Okay, dann gehe ich mir mal diese Anstattung anhören. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Die 342 löst sich aus der 412 um der Päropädie. 412 über 14 Lamisapädie. Check. U01. U01 1020 Lamisapädie. Check. 345 melde sich vom Funkkreis ab. Check. 434 1020 Enki. Check. 429, willkommen. Hey, du. Oh, du hast hier jetzt auch. Hattest du die Weste schon immer? Wir haben die 1 und 2. Ja, ja. Oh, cool. Ja, die schon immer. Check. Ja, dann. Sag mal draußen auf den Hof. Wenn du da hin willst, können wir was machen. Hier gibt es aber auch sonst eine Sitzrecke. Ja, oder zu einer Sitzrecke können wir auch. Ja, gehen wir auch in den Hof. Die Sitzrecke am Hof meine ich tatsächlich. Ja, ja, nee, nee, hier drin gibt es noch eine. Aber da ist man dann, äh, da gehen die ganze Zeit Officer vorbei. Das ist dann vielleicht auch nicht. So. Alter, ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu viel bewegt. Ich habe gerade Herzdopfen. Mhm. Was ist da? Äh, ja, freier Platz war. So, Herr Larsen. Werde mich nun hier setzen? Oh, Banz, okay. Ähm. Sekunde, bevor wir anfangen. Ich schreibe mir gerade mal auf, dass wir dieses Gespräch heute überhaupt haben. Ja. Weil du kommentieren musstest du leider trotzdem. U1-4 für Leute willkommen. U1-4 hört sich, komm. Wir haben den 9.10. Ihr Start ist nun jedenfalls aus. Mariana Banz. Okay, bevor wir loslegen, weil das ja jetzt in einem dienstlichen Kontext ist, muss ich dir natürlich ein paar rechtliche Sachen mit auf den Weg geben. Ja. Ähm, dieses Gespräch passiert natürlich unter der Schweigepflicht. Bedeutet, ähm, diese Schweigepflicht ist in meinem Vertrag festgesetzt, ist mit deinen Grundrechten begründet von Tanaka. Finde ich sehr genial von ihm übrigens. Bedeutet, selbst wenn der Kommissioner auf mich zugehen würde und fragen würde, was haben Sie denn jetzt mit der Frau Banz da gerade in diesem Gespräch besprochen, kann ich sagen, nichts. Ja? Ja, es gibt aber Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist, wenn du jetzt eine Strafverhältnis begangen hast, gerade begehst oder begehen wirst, muss ich das natürlich weitergeben, weil jetzt mache ich mich der Strafverhältnis schuldig. Das zweite ist, wenn du jetzt aus irgendeinem Grund dienstunfähig sein würdest, dann würde ich das auch weitergeben, aber nur an den Departmentschief oder den Assistant Chief. Ein bisschen Lamesa PD, das heißt, das wären, ähm, Miller und Koryan. Ähm, da würde ich dann aber auch nicht auf den Inhalt eingehen, sondern ich würde dann sagen, die Frau Banz ist aus meiner Sicht, keine Ahnung, für eine Woche diensunfähig. Jetzt kein Sextrainer. Okay, warte, das heißt, du kannst, du kannst dann wirklich auch sagen, dass ich die zu fähig bin, oh Gott. Ich kann die Empfehlung geben. Okay, ja. Darauf gehandelt wird, ist dann was von den Departmentschiefs. Ähm, das Ding ist, bei solchen Sachen kann ich dir aber auch ganz ehrlich sagen, die werden diese Entscheidung nicht treffen, nur wegen meiner Empfehlung, sondern die werden dann auf dich zugehen und dann kannst du dir selber was erklären, wenn es erklärt werden muss. Okay, ja. Gibt ja nur die Empfehlung. Ne, aber es geht auch nicht um Inhaltliches, weil das ist wieder von der Schweigepflicht gedeckt. Die dritte Ausnahme ist natürlich, wenn du mich von der Schweigepflicht in Bindest gegenüber irgendjemandem. Das machst du dann aber bitte, das heißt, du schickst mir dann eine Mail und schreibst dann da rein als Beispiel, ähm, wegen dem, was ich mit Herrn Dr. Larsen besprochen habe, ist, was ist ein gutes Beispiel, Frau Kater, äh, von der Schweigepflicht. Ja, das sind die einzigen drei Gründe, warum ich die Schweigepflicht in einem gewissen Maße brechen würde und muss. Okay. So, ähm, paar private Regeln von mir, die kennst du aber schon, bitte sei ehrlich. Ähm, bei dir schwingt halt auch das mit, mit der Frage, bist du denn dienstfähig? Ähm, es hilft halt nicht viel, da groß zu lügen, sondern es geht ja darum, dass wir dir helfen und andersrum. Ähm, und da ist es ganz wichtig, dass ich es auch richtig verstehe. Das Zweite ist, wenn du eine Frage nicht beantworten möchtest, musst du das nicht. Ähm, und das allerletzte ist, wenn ich irgendwas missverstehe, dann sagst du bitte Dr. Larsen, das ist Bullshit, oder von mir ist Garfield, das ist Bullshit, das ist so und so. Ja, du darfst auch fluchen. Ja. Alles klar? Alles klar. Und dass du jetzt denkst, dass du das gesagt hast, die Lügen dienstfähig, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil ich glaube, wenn man das hört, neigt man dazu zu lügen, weil man nicht dienstfähig sein möchte. Ne, deswegen sag ich das eigentlich jedem. Ähm, einfach erzähl erstmal, worüber willst du denn überhaupt treten. Über vieles, ich wollte dich eigentlich, da kann ich ja nicht mehr dienstfähig. Warte mal ganz kurz, die kommen näher. Äh, Mr. Hill geht soweit. Ich werde mal kurz was funken. Gut. Aktuell auch Fahndelsaufruf, dass beide Händersons in der Tat verwickelt waren. Du hörst ihn ja auch, ne? Ja, ich hab ihn auch an. Ich war halt immer ein bisschen leiser, aber... Ja, ich hab ihn auch an, ob ich jetzt in die Dienstunterbrechung... Ja, ja, kannst du, auf jeden Fall. Warte, gerade auf jeden Fall. Ja, wir sind euch soweit. 434 für Lightchelle kommen. Hört sie kommen? Ja, gucken Sie. Ja, hört sie kommen? Warte, aber ohne Unterbrechung. Also, ihr startet, Frau Orkman. Warte auf, mein Moment. Ich werde kurz viel, äh, vor allem gerade, äh, Mr. Hill ist rum. Ja, solltet ihr möglichst abbrechen, bis sie zu die Häuferlegen kommen? Check. Ich hab kurz Break an die Leitstelle, äh, Lux hat sich jetzt gemeldet. Ihr geht's vermutlich gut, Braun, sie kann da hinschicken. Ich glaub, das ist wieder wild. Abbrechen. Ja. Check. 3, 4, 4, 8, 80 und 4, 49 melden sich ab. Ach, leck mich doch am Arsch. Jetzt war ganz im Erd, was soll das? Leitstelle für die 405 kommen. Ja, sie kommen. Am besten Schreibst du einfach der Leitstelle. Das ist meistens ehrlich. Ich bin echt überlegen, wer hat denn gerade der Leitstelle? Ah, guck mal eben. Okay, also MD-Einsatz kommen. Der McKinney, perfekt. Hat ja schein, dass du sonst nicht zum Funken kommst. Ah, Storno, den City Hall MD-Einsatz kommen. Ich komme zum Funken. Ah, Storno 81 für Leitstelle kommen. D19 geht in die Dienstunterbrechung. Könnte ich jetzt irgendwas sagen? Wissen wir noch einen Milch haben? So, aus jetzt damit, aus. Ah, cool. Ich hab's eigentlich auch immer nur an, um zu hören, ob jetzt gerade irgendwie eine 1099 oder so ist. Ja. Und natürlich, wenn hier Gefahr ist. Also eigentlich wollte ich dich wegen einer speziellen Sache... Natürlich wollte ich dich sowieso wegen dem Bankwaffern an sich. Natürlich kontaktieren. Aber eine Sache hatte da gerade Vorrang. Und die Sache ist... Oh Gott. Warte, immer wenn ich den SMS-Ton höre. Oh Gott, okay. Ähm, die Sache ist, äh... Glaube ich glauben. Ich bin mir nicht so sicher, ob da noch was kommt. Und zwar, äh, weiß nicht, ob du das mitbekommen, dass ich diesen SMS-Kontakt zu diesen Tessos habe. Ich hatte nur das letzte Mal mitbekommen, weil ich dich angerufen hatte, weil wir dann noch in Davis waren. Ja, genau. Und dass ich die ganze Zeit mit den SMS-Kontakt habe, das weißt du auch? Ich glaube, Cream hatte mir das erzählt. Okay. Ja, ich glaube, Cream hat das mir erzählt. Das ist der Mann, der mich, ähm, entführt hat, dieser Fake-Goutier. Und da waren ja Fake-Goutier und Fake-Karta, die auch diesen Venture-Account haben. Karta und, äh, äh, Goutier und Karta. Ähm, die ganzen SMS, die habe ich tatsächlich, äh, auch jetzt alle an von Noob weitergeleitet. Das sind 92 Screenshots gewesen. Man ist abgesprochen hier, also da ist alles tutti. Ich wollte nur tatsächlich, das war mir wichtig, das hatte ich dann auch erwähnt, dass ich unbedingt mit dir reden muss. Ich habe gehört, dass einer Geisel aus der Bank das Gleiche passiert ist. Und sie hat tatsächlich, ähm, starke Anzeichen vom Stockholm-Syndrom gezeigt. Ich wollte dich generell dazu holen, dass... Ich wollte mich von dir beobachten lassen. Ich halte mich eigentlich für rational genug. Das Problem, weil du weißt, Gavi, der dich hindert, ich zerfrage mich oft gerne selbst. Und schaue mich auch mit, ähm, etwas Abstand selbst an. Beobachte mich selbst. Ähm, aber in so einer Situation, Larry ist jetzt nicht mehr aufgetaucht. War einmal kurz da, wir haben etwas in den Briefkasten geworfen, ist jetzt einfach wieder weg. Ähm, und da ist jetzt auch noch eine Sache rausgetommen und sowas alles, äh, was ich gehört hab mit Larry. Und das, also es ist Schluss, aber er weiß es noch nicht. Das muss ich noch machen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, und dass du was Falsches denkst. Ich hatte ein bisschen Angst, weil, äh, dieser Typ, so ein, das ist so ein krankes Schwein. Ich war dabei, ich hab alles gesehen. Trotzdem hat er mich so, also, ich hab auch die Manipulationstechniken erkannt. Aber er hat mir so geschrieben, dass ich wirklich dann in dem Moment dachte, nein, ich lass mich hier von Gavi beobachten. Nicht, dass ich auch nur, wenn ich Mühe an Anzeichen find, weil hier gibt mir jemand Zuneigung, die ich in all den drei Jahren in der Form nicht erlebt hab. Das war mir zu heikel. Ich wollte unbedingt, dass du mich dabei beobachtest. Ich wollte mir eine Sicherheit schaffen, ich wollte mich absichern mit dir. Leider hat das alles nicht geklappt, weil es war chaotisch, es wurde viel geplant. Ich, ähm, wurde dann ja auch von ihm richtig oft mit SMS zugeballert, angerufen, von der Freundin von ihm bedroht. Ähm, ich wohne jetzt zum Beispiel gerade auch gar nicht bei mir zu Hause. Ich wohne beim Herr Kurayama und, äh, jetzt sollte am Sonntag ein Treffen stattfinden. Natürlich hat das nicht stattgefunden, aber das sollte so eine Art Falle sein. Ähm, die Sache ist die... In den SMS. Sieht es manchmal so aus, als würde er da irgendwie von weg wollen. Aber ich bin mir sicher, das lässt er mich nur glauben. Also auch da denke ich eigentlich rational. Das Wort Eigentliches dabei. Die Sache ist, wenn da auch nur ein Mühe an Wahrheit dran ist, dann habe ich gerade richtig Angst, dass ich das nicht genug weitergegeben habe und dass da wirklich vielleicht irgendjemand, genauso wie dieser... Da wurde nämlich ein anderer Typ von denen, der wollte auch... Der, der mit der Geisel Kontakt hatte, der wollte irgendwie mit ihrem Kontakt und wurde von denen ungenietet. Und was ist, wenn das jetzt hier irgendwie auch passiert und ich habe das nur ernst genommen? Weißt du, wie ich meine? Bin ich jetzt manipuliert? Oder denke ich da richtig? Ich kann nämlich, was das angeht, kann ich gerade nicht da denken. Und das ist auch nicht klar beurteilt. Und das macht mir gerade Sorgen. Ich kann dir nur das sagen, was ich über diesen Herrn weiß. Das weiß ich durch Leute, die keine von ihm waren, durch Leute, die durch ihn geschadet wurden. Er ist manipulativ. Auf jeden Fall. Allein schon die Idee, sich als einen Herrn Gauthier auszugeben, hat eine gewisse Art dahinter. Weil er ganz genau weiß, dass das Leute stören wird. Vor allem Herrn Gauthier. Ja. Jetzt ist das Ding, Ariane. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber bevor dieser Bankraub war, wurden Herr Gauthier und Frau Kater entführt. Ja, ich habe mit Frau Kater geredet, sie hat mir auch einiges über ihn erzählt. Ja. Ja. Das ist der Typ, der Frau Kater gefoltert hat. Ne? Und da war der nicht von zehn Leuten mit Waffen umringend, als er das getan hat. Ja. Das heißt, zumindest bis zu dem Moment war der bereit, das zu tun. Ja. Aber warum? Ich verstehe, ich denke so viel nach, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Er tut so, er gaukelt mir vor, dass er sich irgendwie, weiß ich nicht, dass er einen Nacken an mir gefressen hat. Sagen wir mal so. Das letzte, er sollte von der Insel runter, wohl mit den anderen, so interpretiere ich das jetzt, dass es mit den anderen gemeint ist. Aber er bleibt, er hat sich überlegt, noch zu bleiben, denn hier ist etwas, was er noch sehen muss. Und das kann schon längst gelogen sein. Ja, ja, natürlich, aber jetzt, warte mal ab, da meinte er, geh zu einem Fenster. Und ich habe extra geguckt, ob irgendjemand da draußen ist. Was, siehst du deine Augen? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, das möchte ich noch sehen. Und das ist so gut gemacht gewesen. Das ist cheesy, ja. Und ich bin auch so ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Ich habe viele Sachen durchschaut. Aber, und ich habe Evan durchschaut. Und ich habe meine Vergangenheit damit. Und trotzdem, dass ich ab und zu in diese Richtung gedacht habe, Moment mal, was ist, wenn das aber wirklich so jemand ist, der da wirklich raus will? Was ist, wenn du den jetzt da überhaupt gar nicht ernst nimmst? Dann hast du irgendwie Blut an deinen Händen. So, und dann habe ich das natürlich auch, ganz ehrlich, Detective oder auch Kata oder Kurayame geäußert. Und ich hatte die ganze Angst, dass die denken, ich habe ein Stockholm-Syndrom. Das hatte ich wirklich nicht. Also, wie gesagt, ganz im Ernst, David, wäre das jemand, der in dem 24-7 arbeiten würde und mir solche Sachen schreibt, dann sehe ich mich schon mit einem Schleier im Altar. Aber es war schon wirklich sehr gut gemacht, so wie er es gemacht hat. Ich meine, da ist halt auch das Ding, Ariane, warum hast du denn geantwortet? Das hatte ich in der Absprache gemacht. Ich hatte, ich weiß gar nicht, die erste Antwort war, das war ein Standort. Dann haben wir dann die Garage nämlich gefunden. Ich hatte Kontakt zu seiner Freundin, weil die hat mir gedroht. Und das hatte ich auch immer alles weitergegeben. Also, ich habe wirklich, wirklich alles weitergegeben. Am Anfang war ich sehr vorsichtig und ich habe versucht, im Gespräch mit ihm Infos rauszukriegen. Denn ich war ja kurz Detective-Training, ich kann Ihnen das erklären. Ich war kurz Detective-Training und dann habe ich mich ja selbst ja quasi degradiert. Habe gesagt, okay, ich möchte nicht. Und dann wurde ich wieder Officer 1. Und dann wurde mir von allen gesagt, hören Sie Frau Barnes, Officer sollen ermitteln. Ermitteln Sie weiter. Und weil ich das eigentlich ganz gut kann, an Infos rankommen, habe ich natürlich gedacht, okay, das mache ich jetzt. Ein paar Infos habe ich rausbekommen. Ob die wahr sind oder nicht, das weiß ich nicht. Weil das wirklich ein ziemlich kranker manipulativer Typ ist, der sehr vieles direkt durchschaut. Und deswegen habe ich ihn zurückgeschrieben die ganze Zeit. Keine Sorge nicht, weil ich war in der Bank mit dabei, ich habe das gesehen. Alles gut. Ich frage das aus einem ganz einfachen Grund. Das heißt, bei dir war berufliches Interesse darauf zu antworten, in der Hoffnung, beziehungsweise auch, weil du darum gebeten wurdest, damit man diese Person schafft. Das heißt, da fällt ja schon mal dieser Teil raus. Es sei denn, und da sei bitte ehrlich, dass du trotzdem dann Interesse als Mensch oder potenziellen Partner hattest. Nein, definitiv nicht. Okay, das ist schon mal das Erste. Nee, nee, definitiv nicht. Ich kenne meine Perspektive. Das Zweite ist, wir müssen wirklich mal ganz, ganz dringend darüber reden, was Teil des Dienstes ist und was nicht. Weil aus meiner Sicht ist es nicht Teil des Dienstes, dass du einen Stalker zurückschreibst. Nur weil sich andere daraus Ermittlungsergebnisse hoffen. Ich habe mir daraus ermittelt. Kein anderer hat mich dazu angestiftet, wirklich nicht. Das war komplett ich. Okay. Gar viel? Aber dann bei dir, weil das ist eine Grenze. Ja, aber lass mich kurz ausreden. In der Bank. Ich denke, ich wurde reingeschickt, weil ich eigentlich eher so eine empathische Person bin. Und weil ich zuhöre, an Infos kommen. Und ich bin rein, ich war wie erstarrt. Ich habe einmal, einmal, habe ich die Geiseln gefragt, ob alles in Ordnung ist. Nicht so, wie ich sonst immer bin. Ich war steif, wie ein Brett. Ich konnte nichts machen in dem Moment. Das verfolgt mich die ganze Zeit, dass ich nicht so war, wie ich eigentlich immer bin. Nämlich um die Leute kümmern, die da Angst haben. Weil ich selber eine davon war, die Angst hat. Ich habe die ganze Scheiße mit denen mitgemacht. Ich wurde angeschossen, es tat scheiße weh. Ich hatte Angst wirklich, dass ich aus dieser Scheißhalle nicht mehr rauskomme. Und jetzt habe ich diese minimale Chance gehabt, wenigstens an Infos zu kommen. Das war teils dienstlich, aber teils auch privat. Weil ich wollte helfen, die zu viel. Ich wollte, ich wollte, ich wollte irgendwas tun. Ich konnte es in der Bank nicht tun. Ich wollte irgendetwas tun. Und jetzt hatte ich meine Chance. Deswegen hast du... Also wolltest du das quasi wieder gut machen? Ich wollte es wieder gut machen. Ich wollte helfen. Ich will auch nicht so wehrloses Opfer sein, die einfach... Die da entführt wurde. Oh, Frau Barnes, es tut uns allen so leid. Das ist so lieb gemeint, aber... Ariane. Ich sehe mich schon lange nicht mehr so... Du wurdest ohne Waffen, ohne Ausrüstung in eine Bank reingeschickt. In der Hoffnung, dass du denen irgendwas rauspresst. Ich bitte dich. Was hättest du machen sollen? Mit einem Kung-Fu-Rundumschlag alle K.O. schlagen. Nein, aber mich um die Leute indringen kümmern. Besser aufpassen. Mich besser erinnern. Nachdem du bedroht wurdest, nachdem du direkt die nächste Zielscheibe warst. Ariane, das ist unrealistisch. Ja? Ja? Ähm... Dass du reingegangen bist. Ich hätte Herrn Weiß dafür sowieso köpfen können. Ähm... Was man nämlich letztendlich gemacht hat, war denen eine weitere Geisel zu schenken, die auch noch einen gewissen Wert hatte. Weil wir ja wussten, dass die Polizisten verfolgen. Und wehtun. Um ein Exempel draus zu machen, ja? Was du ja in der Bank warst und das alles miterlebt hast, heißt nicht, dass du daran schuld bist, was in der Bank passiert ist. Aber ich war nicht ich. Ich habe einmal die Geisel gefragt. Einmal gefehlt. Die... Ariane, wenn du jetzt eine Waffe ziehen würdest und mir die ins Gesicht halten würdest, wäre ich auch nicht ich. Hörst du... Ja, aber ich bin reingegangen mit Uniform. Ich musste mich ja umziehen. Ich bin reingegangen mit Uniform. Manche haben mich angeguckt. Die hatten so einen leicht hoffnungsvollen Blick in meine Richtung. Verstehst du? Die... So... Oh, da ist jetzt jemand vom PD. Jetzt wird alles gut. Was war? Ich war drin. Eine Frau wurde erschossen. Und danach wurde noch jemand erschossen. Und ich stand nur da. Ich saß einfach nur da. Wie... Wie angewurzelt. Und... Erzähl mir mal, was du denn hättest machen können. Wenigstens die Leute fragen und... Wenigstens... Und wenn ich lüge, einfach sagen, es wird alles wieder gut. Oder... Hey, guckt nicht weg. Dreht euch um. Schaut da nicht hin. Sowas. Ich habe das alles gar nicht gesagt. Ähm... Zweite Sache, die ich mal Fake-Goutier, äh... Fake-Frau-Kater weiß. Ähm... Sie scheinen halt richtige Sadisten zu sein. Sie scheinen richtig Spaß dran zu haben. Ich habe ja mit... Einer der Geiseln... Und... Ja, doch mit mehreren Geiseln sogar mittlerweile geredet. Und sie haben erzählt, dass sie dazu gezwungen wurden, ihre düstersten Geheimnisse auszusprechen. Dass sie, sobald sie irgendwas gesagt haben, zusammengeschlagen wurden. Dass es eine Person gab, die nur laut wurde und deswegen in ein Nachbarzimmer gebracht wurde, wo sie dann erschossen wurde. Scheiße. Du hättest nichts machen können. Sie haben da mit höchster Gewalt und höchster Kraft dagegen gewirkt, dass irgendjemand in irgendeiner Form einen der anderen beruhigt. Die wollten das. Und die hätten das bei dir nicht anders gemacht. Hätten die das Gefühl gehabt, dass du irgendeine Form von Kontrolle in dieser Situation hast. Und es ist nur über die Geiseln, die sich ein bisschen beruhigt fühlen, hätten die dir das zurückgezahlt und den Geiseln auch. Das weiß ich, weil ich mit welchen von ihnen geredet habe und den Geiseln. Ja. Es ist gut, dass du Empathie hast. Ich sag immer, das ist eine der größten Waffen, die ein Polizist haben kann. Aber ich, aber da war's, da war's eben, hier bitteschön. Ja. Ja. Danke. Aber da war was. Es ist nicht möglich, das auszuleben. Ja. Frustrierend, dass es nicht ist. Es war super frustrierend. Entschuldigung, ich hab hier diese blöden Töne hier. Ich will wenigstens gucken. Oh mein Gott. Oh, der ist da nicht Ophelia. Entschuldigung. Boah, das saug ich jetzt jedes Mal wie schnellst du mir. Ich krieg einen halben Herzinfarkt einfach. Aber ich krieg keinen mehr. Ich glaub wirklich, das ist vorbei. Aber ich hab, ich hab wirklich, weißt du, wie erniedrigen das ist eigentlich, mit dem halt mit zu flirten und dann die Anrufe auch noch. Und ich denk mir, der verarscht mich die ganze Zeit. Ich merk das. Und ich frage mich, ob ich wenigstens eine blöde Info bekommen bin. Sein Aufenthaltsort, der hat es mehrfach, es war immer der gleiche, den er genannt hat. Dann die, die Garage, die er mir geschickt hat. Bringt wahrscheinlich nicht mal was, aber vielleicht hat sie irgendwas gebracht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühl das, ich könnt kotzen, wirklich. Weißt du, was die Sache ist, die ich heute am häufigsten gehört habe? Weißt du? Ich hätte am liebsten, dass es vorbei ist. Das habe ich heute von so vielen Leuten gehört, die generell über die PSB-Sache geredet haben mit mir. Kann ich so verstehen. Das ist halt anstrengend. Und das Problem, was nicht nur du hast, sondern sehr, sehr viele Kollegen. Keiner von euch hat die Zeit, es zu verarbeiten, weil es immer weiter geht. Ich bin davon überhaupt kein Fan, aber leider ist das auch einfach wegen der Mannstärke, die wir brauchen. Gerade leider nicht anders machbar. Du bist da aber nicht allein. Ne? Sehr viele Leute sind davon müde. Ähm, sehr viele sind einfach glatt. Natürlich geht's mir gut, OC. Hä? Voll nice hier gerade. Und das Beste, was du jetzt machen kannst, ist, ähm, jetzt ist diese Situation durch. Du bekommst keine Nachrichten mehr. Ja. Dass du dir jetzt auch die Zeit nimmst, das einmal ordentlich zu verarbeiten. Und das heißt, dass du eben nicht immer überall direkt mit reinrennen musst. Ah, mein Telefon. Wenn es um diese Sache geht. Darf ich... Geh ran. Ja, das ist jemand, der mich gerade auch bedroht. Super, ja, dann geh nicht ran. Ja, da steht nämlich nicht rangehen. Mann ey. Warte, ich... Wie meine Flugmodus, ja? Ich hab ja Funk und Telefon. Ja, das ist, äh, so ein Gangster-Boy. Keine Ahnung. Kein Bock drauf. Ja. Ja. Ähm. Jetzt die letzte Woche, ähm, ich mein, das beste Beispiel war, wir wollten drei, viermal miteinander reden und es kam immer was dazwischen. Ja. Ja. Und, äh, ich mach dir da keinen Vorwurf, das ist einfach durch die Situation entstanden. Es bedeutet aber auch, dass du nicht die Zeit hattest, das zu machen, was du wirklich machen möchtest immer. Ne, und auch nicht die, den Luxus, dich aus Situationen rauszuholen, wo du vielleicht schon überfordert warst. Ich weiß nicht, ob das so... Ich, ich war im... Ja. Erzähl weiter. Gab's, gab's diese Situation? Ich war am Ende, war ich überfordert und hab, ähm, in großer Runde, also, so, Herr Korayame ist wirklich, der ist toll, der sagt auch immer, ich soll mich mit einbringen und so. Und ich hab dann aber irgendwann gesagt, er hat auch immer gefragt, was wollen Sie machen, Frau Barnes, was wollen Sie machen? Und ich hab einfach gesagt, irgendjemand muss jetzt für mich entscheiden. Ich hab keinen klaren Kopf mehr. Ich hab auch die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwelche doofen... Ich bin Officer 1. Ich hab nicht so viel... Ich trau mir ja viele Sachen noch nicht zu, aber ich trau mir auch manche Sachen dann doch wieder zu. Und ich hab die Situation bis gestern eigentlich, find ich, relativ gut gehändelt. Ich kann... Ich versuche, das mit den Informationen rauszuschaffen. Das ist etwas, ich möchte darin besser werden. Ich konnte es. Ich konnte in dem Moment oft auch, wenn ich mittendrin war, ausblenden, wer das eigentlich ist. Damit man halt nicht schlecht wurde. Mhm. Aber gestern war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, jemand muss für mich entscheiden. Da hieß es, Frau Barnes, was wollen Sie als nächstes tun? Aber ich... Ich hätte gern, dass andere das für mich entschieden hätten. Da ist aber auch das Problem und da kann ich den Händen... Also ich nehme mal an, das war dann der Moment, wo entschieden wurde, dass abgebrochen wird? Oder... Also es wäre eh nicht zu einem Treffen gekommen. Wir hatten überlegt, ob wir dann natürlich Leute positionieren und ich geh halt hin, ne? Diese Art von Treffen. Natürlich geht ja nicht alleine hin. Wir hatten überlegt, ob ich dann halt sage, ja, okay, bis gleich war und dann einfach so sage, scheiße, das PD hat die SMS gelesen oder das PD hat irgendwie mein Handy durchschaut. Die schaffen mich jetzt weg. Ich muss jetzt da und da hin. Und dann hätten wir geguckt, ob die mich eventuell holen. Das wäre dann auch eine Falle gewesen. Ja. Er war gestern auch hier tatsächlich. Und äh... Weißt du, eine Sache habe ich gemacht. Die mache ich immer, wenn ich an eine Information kommen möchte. Ich sage die Wahrheit. Ich sage die Wahrheit, aber ich sage nichts. Also ich sage auch nicht, ich kippe nichts Wichtiges raus. Aber ich verhalte mich immer so, dass wenn man das hinterfragt, ich immer sagen kann, nein, das ist die Wahrheit. Du kannst dich irgendwie vergewissern. Ich habe wirklich nicht gelogen. Und das habe ich gestern durchgehend nicht gemacht. Und dann ist irgendetwas passiert. Irgendwas ganz komisches. Er war hier. Er hat mich gesehen. Ich habe aber gesagt, ich bin mit Kollegen im La Mesa PD. Ich habe gesagt, ich bin nicht alleine. Ich habe gesagt, ich schaue auf mein Handy alleine. Es kann keiner mehr über die Schulter sehen. Von außen war das auch so. Ihnen habe ich Herr Kuriyame natürlich alles vorgelesen. Und ich habe gesagt, die Staatsanwaltschaft kommt gleich. Wir wollen einen Weg finden. Ich möchte unbedingt einen Weg finden, wie wir dir irgendwie sowas wie Straffreiheit, nicht Straffreiheit, aber irgendwas aushandeln können. Weil wir wenig festgenommen werden. Und irgendwas ist dann passiert, dass er plötzlich meinte, du hast mich angelogen. Dann ist er am Telefon. Er war quasi so, wie damals die Männer in Kentucky mit mir geredet haben. Und hat mich auch ein bisschen an meinen Bruder Bobby erinnert. Er war richtig wütend am Telefon. Egal, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe nicht gelogen. Es war irgendwie so ein bisschen, als hätte man einen richtig wunden Punkt gefunden. Als wäre er gekippt. Das war gruselig. Und das wirst du auch keine Ruhe. Weil ich habe doch eigentlich, so wie ich das mache, immer alles richtig gemacht. Also was ist da gestern schief gelaufen? Ich glaube, das war der Moment, wo er gemerkt hat, er eben nicht so viel Macht über die Situation hat, wie er glaubte. In dem Moment, wo du gesagt hast, hier Staatsanwaltschaft und Deal, kann sein, dass er gesagt hat, oh scheiße. Wenn die Information weitergegeben wird, kann es halt wirklich sein, dass er... Und da hat er gesagt, scheiße, da habe ich jetzt plötzlich keine Macht mehr. Kann sehr gut sein. Oder das mit dem Lügenkonstrukt hat gar nicht funktioniert. Das kann auch sein. Du darfst halt nicht vergessen von dem, was ich gehört habe und von dem, was ich mir ausmale. Ich kenne ihn leider nicht. Beziehungsweise, ich kenne ihn zum Glück nicht. Sagen wir es hier lieber so. Kann ich mir auch vorstellen, dass er so geistesgegenwärtig ist, dass er wusste, dass er dich damit am meisten verwirrt. Indem er jetzt diesen Rückzug macht und auf enttäuscht tut. Hat er wirklich. Das hat er, das muss ich sagen, das hat er geschafft. Weil du das nicht erwartet hast. Weil er hat immer mitgespielt und jetzt, was ist die Frage, die du dir stellst, ob du ihn damit verletzt hast. Ne, das nicht. Ob ich das nicht gut genug gemacht habe. Ja, okay, von mir aus das. Aber, verstehst du? Ne? Er setzt damit wieder Zweifel. Und wer weiß, es kann sein, dass er in zwei Tagen anruft und plötzlich ist alles wieder okay. Und dann guesleitet er dich, zu denken, dass das alles nur war, damit das Lügen nicht weiterverfolgt. Scheiße. Also ich kann dir sagen, dass er im Estesen... Weil du gehst ja jetzt auch davon aus, dass er sich nicht mehr bei dir melden wird. Aber ich kann dir sagen, es muss sein, dass er uns gerade beobachtet. Verstehst du? Also ich will dir damit keine Angst machen, aber dass du weiterhin vorsichtig bist. Ja? Nur das. Die haben doch gesagt, die wollen das irgendwie innerhalb von zehn Tagen irgendwie von der Insel schaffen. Ja gut, das ist ja dann auch bald. Der Mädel meinte gerade, es müsste vorbei sein. Ja, es müsste eigentlich schon gestern oder so, hat er gesagt. Was soll das sein? Seid da einfach nur Vorsicht, weil wenn er schon vorher manipuliert hat, dann kann es sein, dass das jetzt gekommen ist, weil er sich ausgerechnet hat, dass du auf die alten Tricks vielleicht nicht mehr reinfällst. Ja? Oder es war schon länger so ein Trick und er hat jetzt gemerkt, jetzt kann er das machen, weil es jetzt gerade besonders effektiv ist. Und du hast recht, Lügen ist gar nicht so leicht. Also es ist zumindest nicht leicht, das Gegenteil von dem zu behaupten, was passiert ist. Sehr viel leichter ist es, in die Wahrheit kleine Lügen einzuflechten, die die Bedeutung von der Situation verschleiern oder verändern. Das, ja, ja, das habe ich ja auch ab und zu gemerkt, aber etwas, wo man nicht sagen kann, hey, das war eine Lüge. Ich meine nicht dich. Achso! Ich meine ihn. Ja, aber okay, weißt du was, diese Manipulation... Guck mal, da wirkt aus einer Entführung ein, ja, ich habe dich entführt, aber irgendwie mag ich dich. Ja, so war es auch, stimmt. Hätte er gesagt, ich habe dich gar nicht entführt, Bullshit. Aber so reicht es, dass du ein klein bisschen Zweifel hast, dass du vielleicht doch irgendwann dran gehst. Er hat gesagt, ich habe doch diesen Anruf bekommen, weißt du noch, kurz bevor Artemis dir ins Bein geschossen hat? Mhm. Da habe ich so gesagt, ja? Und dann, ja, da hatten wir den Auftrag bekommen, ich konnte nichts machen. Ja, siehst du? Also, das war eine Wahrheit. Es kann gut sein, dass er den Anruf bekommen hat, aber es kann sein, dass die Person am Anruf ihn einfach nur Furzgeräusche vorgespült hat. Es kann sein, aber da frag ich mich, wieso wurde, wieso wurde Ray gefoltert und Herr Gautier? Okay. Ich meine, mir wurde natürlich ins Bein geschossen, aber bei mir war eigentlich nichts mit Freitag. Weil die wissen wollten, wie das PD reagiert, wenn bestimmte Orte ausgerucht werden und wer die Ranghöchsten sind und wer wofür das Sagen hat. Das haben sie alle, die beiden gefragt. Das war Vorbereitung. Ähm, das Ding ist da. Trotzdem war da ein unnötiger Sadismus mit dabei, auf jeden Fall. Aber es hatte einen Sinn. Siehst du, da, das meine ich, ich kann nicht mehr klar denken, eigentlich sollte mir das auffallen. Na? Na? Ähm. Kann ich gleich noch mit dir was Privates aufreden? Äh, klar. Ja. Okay. Aber verstehst du jetzt, wieso man das gerade so wichtig ist und wieso ich so... Nein? Richtig. Ich hätte mit dir gerne das Gespräch vor Sonntag gehabt. Ja. Das wäre gut gewesen. Ähm, weil ich glaube, man hätte da vielleicht ein bisschen noch was machen können. Ich weiß halt nicht, wie gut du vorbereitet wurdest, ne? Ich traue Korayame auf jeden Fall zu, dass er einen darauf vorbereiten kann, weil wenn es jemand kann, dann die Leute, die für die Operation und für das Operative da sind. Er hat wirklich auf mich auf... Ihr passt immer noch auf mich auf. Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall. Ähm, so schätze ich ihn auch ein. Ja. Ähm. Ach, egal. Ähm. Ne, sprich dich ruhig aus, alles gut. Ähm. Ich kannte ja die Frau Sykes und darüber kannte ich den Herrn Korayame ein bisschen. Deswegen, ich wollte da gerade was sagen, aber egal. Nein, sag doch. Was denn? Was, was denn? Ähm. Ich habe Herrn Korayame durch die Frau Sykes immer als eine sehr, äh, verantwortungsvolle Person kennengelernt. Und, äh, deswegen, äh, traue ich ihm das auch so, dass er das da so gut wie möglich gemacht hat, ne? Ja. Ähm. Naja, ich wäre trotzdem gerne mal gewesen. Ähm. Du hättest mich auf andere Art vorbereiten können. Sag mal, ich will dich was fragen. Ja. Dich interessiert sowas ja auch. So. Mit Manipulationstechniken und so. Ich habe 92 Screenshots von seinen SMS an mich. Ja. Die habe ich dir den Detektivs geschickt von Nokia Chase, Detective Account und den District, äh, also der Staatsanwaltschaft. District Attorney, ja. Ja. Kannst du dir da, also möchtest du dir da eine Freigabe holen, dass ich dir die auch weiterleiten kann? Weil dann kannst du vielleicht den Mann ein bisschen studieren. Du hast gerade schon so viele Sachen gesagt, falls er mir nochmal schreibt, weißt du? Ähm. Du kannst die Idee ja mal bei den Detectives vorbringen. Ich, äh. Ja. Ich habe deinen Namen so oft überall erwähnt. Wie habe ich das Gefühl, dass, äh, aber es ist natürlich auch der eine geschuldet und den Chaos. Ja, auch weil ich diese zwei Tage suspekt war. Ja, aber so allgemein. Ich habe auch schon bei ganz vielen Leuten gesagt, äh, arbeiten sie mit Herrn Larsen zusammen. Und ich zum Beispiel, ich möchte mit Herrn Larsen zusammenarbeiten. Ich hatte das für sehr wichtig. Die Sache halt. Ja, ja, gibt es auch, gibt es auch. Aber, ähm, seit der Suspirung bin ich halt auch nicht mehr auf die zugegangen. Weil mir das echt am Sack ging. Ähm, die POR hatte halt was von jemandem gehört, hatte dann direkt darauf gehandelt und hatte dann, äh, äh, Kurkum halt gesagt, dass ich suspiert werden muss, bis das geklärt ist. Alles gut, ne? Aber es hat sich am Ende halt herausgestellt, dass die Leute von der Staatsanwaltschaft gesagt haben, nee, war alles in Ordnung, ihr hättet uns nur fragen müssen. Hm. Ne? Und, keine Ahnung. Ich warte, bis sie auf mich zugehen. Ähm, weil die sollen auch der Meinung sein, dass sie mich dabei haben wollen. Ich möchte aber mit dir zusammenarbeiten. Ja, dann bring's an. Und ich will das nur ein paar Sachen beibringen. Das kann ich ja auch so, unabhängig von dem Fall. Schau mal, Gavi, ich hab schon wieder mit Manipulation zu tun. Ich... Da kommst du nicht drum rum? Ich will das aber können. Ich will das durchschauen können. So richtig durchschauen können. Oh, da muss ich einfach kurz rangehen. Hey, Amaya, wie geht's dir? Ähm, okay. Warum hattest du angerufen? Ja, ganz okay. Amaya? Ich geh noch mal beiseite. Ja. Hallo Frau Brands, ich hab die Infos nicht... Das ist super. Vielen Dank Frau Offenheit. War gut verständlich mit Ariane. Dieses minimale Ausspielen und so. Ich glaub, das passte sehr gut zu ihr, oder? Ja, ich kann... Ich verspreche mit... Ja... 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 Da muss dann einiges raus. Ich hab so... Oh, das... Ja... Ich glaub ich hab gerade... Überlege... Außer Dienstzug gehen, aber... Ha... Kann ich ja gar nicht. Hallo Frau Logan. Heute... Heute... nicht... 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 Nicht mehr so lange... Aber... Am... Mittwoch... Vielleicht... Ich... würde mich... noch mal... hier... SMS... frei... Eben... überlegen... Im Lamesa-Biz... Komm sonst zu mir... Sitz hier und warte auf Davies... Und... Mache Aussagen... Und nach hinten... Mit... Herrn... Nasen... Juhu... Yay! Sitz- Ah! Ja, das funktioniert nicht so. Ich überlege die ganze Sorge an. Ich kann ihn halt nicht schreien. Das wäre alles awkward einfach nur. Tief. Macht entspannte Arme tief durch. Bis her. Drei. Drei. Und noch. Ähm. Na, wie sagt ihr die? Ja, oder? Ja. Ariane fragt natürlich nur, weil die muss ja nach Hause dann später. So, hä? Das ist ja, also bitte. Hier wird sich mal kurz was zu essen. Also dann. Was sag ich aber? Und das weiß ich aus Erfahrung. Also dann, ne? Bis dann. Ciao. Sorry. Ehemalige Patientin von mir. Wenn die anrufen, dann vielleicht zumindest, ob alles okay ist. Genau, eine Amaya, aber ich glaube nicht, das ist die gleiche Person. Es gibt tausend Amaya, wir sind dann her. Das stimmt, das stimmt. Also, wo waren wir? Wir waren da, das ist mein Mann, Knut. Ich hole mir mal ganz kurz vorne was aus der Küche, ja? Ich habe was zu essen einmal. Oh, das wäre super. Erst einmal, ich habe noch deine Bubis. Ja? Warum auch immer du mir deine Bubis zeigst. Verhalt meine Bubis. Ich schwör's dir, ich war heute mit Herrn Brooks und Frau Ellen unterwegs und die haben die ganze Zeit über Wassermelonen geredet. und meinten so, zeig mir deine Melonen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Streifenwagen ist manchmal so lustig einfach. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich liebe es hier zu arbeiten, aber ich bereue es ein bisschen, dass ich damals, als Sykes es mir angeboten hat, nicht direkt zum Sheriff Office gegangen bin. Weil ich glaube, ich hätte so Spaß gehabt als Sheriff Garfield. Oh. Also Doppelgut Garfield, Entschuldige, ich will ja nicht übertreiben, aber. Ja. Wer weiß. Ist ja alles nicht in Stein gemeißelt, ne? Ja, Kuhn redet auch die ganze Zeit darüber, dass ich bitte mal die Kopperspille machen soll. Aber ich habe halt Angst, dass ich da nicht mehr als Psychologe arbeite, sondern als Officer, der auch noch Psychologe sein kann. Du warst wirklich sehr gut mit Kate befreundet? Ähnliche Situation wie bei dir. Ich bin schon wieder so gut befreundet. Ne, aber. Nein, aber du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe. Und dann hat sie mich zu ihrem Geburtstag eingeladen und dann dadurch ein bisschen, ja. Findest du? Ich bin ja ähnlich. Naja, du bist halt auch blond. Ja, okay. Vom Optischen, aber auch vom Wesen her? Weiß ich nicht. Dafür ist das zu lange her. Ah, okay. Naja, ihr seid halt beides nette Personen, mit denen ich befreundet sein möchte. Ich weiß nicht, ob das zählt. So eine gewisse Ähnlichkeit oder zumindest gewisse Charaktereigenschaften vielleicht. Aber nein, du bist anders. Oh Gott, ja. Hast zum Beispiel eine nervigere Stimme. Bitte was? Gaby, du musst das aber auch nur du zu mir sagen. Ja, Digga, ich habe heute ein bisschen den Scheit gegessen. Ähm. Okay, super. Ähm. Ne, ähm. Lass uns das Thema vorerst abhacken. Ähm. Gibt es eine Sache da jetzt gerade, die du weiterleiten musst von mir? Also ich. Wie gesagt, wenn dich jemand fragt, dann kannst du das ruhig erzählen, was ich dir gesagt habe. Ne, ich habe wirklich absolut nichts zu verheimlichen. Ähm, ganz einfach, die Situation ist vorbei. Wären wir jetzt noch in dieser Situation, ähm, wäre das nochmal was anderes, weil du dir einfach ständig auch Stress damit aufbürdest. Und da muss man irgendwann an der Stelle sagen, vielleicht braucht sie jetzt mal vier Tage Zeit weg davon. Ne, das Problem ist, der hätte dich dann halt immer noch privat kontaktiert. Ja, die Sache ist, ich kann halt vier Tage sowieso, ich müsste die ganze Zeit zu Hause bleiben, ne. Das ist gerade ein Riesenkrieg. So, ne, ähm, das Ding ist, diese Situation haben wir so ja nicht mehr. Ne, du wirst ja jetzt nicht unbedingt direkt immer psychischen Stress ausgelöst, auch wenn es immer noch stressig ist, ne. Mhm. Ähm, aber wir haben zumindest jetzt nicht, Entschuldige, dass ich so sage, einen Psychopathen, der dich ständig anschreibt, ob du nicht mit ihm auf ein Date willst, ne. Ähm. Ja, okay, das hatte ich aber jetzt, ne. Bis jetzt, ja. Aber heute nicht mehr, oder? Nein, heute ist tatsächlich das erste Mal komplett nichts. Das heißt, wir haben schon mal dieses Akute raus, ne, dass du ständig damit beländert wirst. Mhm. Ähm. Ähm, ich sag's dir wie, es ist trotzdem gut, wenn du darüber redest, ähm, mit mir, mit, äh, Kollegen, wenn du das möchtest, von mir erst auch mit jemandem von außerhalb, vom MD oder so, ne. Ähm, das auf jeden Fall. Aber ich würde dich jetzt ungern deswegen krank schreiben, weil ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist eben nicht den ganzen Tag rumsitzen und drüber nachdenken, sondern dich davon ablenken. Willst du dich denn dienstfähig? Ja, heute weiß ich tatsächlich nicht mehr, ich, äh, werbe da nicht mal vorne. Ja, heute willst du vielleicht mal, ne, äh, ein bisschen Ruhe machen. Ich würde, ich würde gerne wieder in die Stadt gehen. Ich würde gerne an den Pier gehen. Ich will einfach nur im Stadtpark sein. Weißt du, solche Sachen irgendwie. Da hätte ich so Lust drauf heute. Ich vermisse das gerade so sehr. Aber so ist das halt bei solchen Situationen, ne. Ich hatte damals ja auch die Patientin, die mir dann bis zur Wohnung gefolgt ist, ne. Wir sind umgezogen. Ach du Scheiße, stimmt. Oh, jetzt geht ich wieder an dieser komischen Anrufe. Ich geh mal kurz ran, ja. Ja, hallo. Yeah, Wahnsinn. Ja, und jetzt leg dich einfach wieder so auf, ne. Und dass ich dich zurückrufen muss, dass ich auflege, ne. Ja, war doch jetzt erledigt oder nicht. Na, Mann, hast du dich bei Atkins mittlerweile entschuldigt, Mann? Ich glaube nicht, ne. Warum, dass ich irgendwie freund oder so, ne. Dann kann Atkins doch selber zu mir kommen. Außerdem habe ich ja seitdem ganz oft wieder mit ihm geredet, glaube ich. Ja, dann haben wir jetzt nicht so ganz vergessen, ne. Außerdem entschuldige ich mich nicht, weil ich habe nichts getan. Jo, du warst dabei. Jo, ist das dein Ernst, Mann? Du unterstützt das Mann, wenn die Pfeifos mit deinen Freunden schlecht umgehen, ne. Also, wie ist das denn bei dir? Ist das so dein Moral? Jetzt hör mir mal zu. Wenn du wirklich, wenn du da irgendwo stehst und deine Freunde machen Scheiße, gehst du hin und entschuldigst dich? Ja, kommt drauf an. Jo, was meinst du Scheiße? Kommt drauf an, wenn ich die Person kenne, ne. Ja, nee, ja, aber komm. Das ist mal was anderes, ne. Bitte, nee, ach Quatsch. Das machst du nicht. Ja, wie? Ach Quatsch, Mann. Bands, ja? Ich versuche ja nur, was vor Atkins zu regeln, fuck. Ich werde mich bei Atkins melden, wenn du das möchtest, aber hör auf, so viel Motherfucker zu sagen, um ihn zu drohen. Ja, habe ich jetzt einmal Motherfucker gesagt? Nee, tatsächlich nicht. Ja, siehst du? So, dann sind wir jetzt wieder gut. Ich werde mich bei Atkins melden, aber ich habe gerade sehr viel Stress. Ich muss das danach machen. Ja. Ja, dann melde dich bei Atkins, ja? Ja, mach ich. Ja, dann taug da rüber, Mann. Weil Atkins, Mann, der war da schon ein bisschen bedroht darüber, ne? Ja, ich mache das. Ich werde mich bei melden. Ja, mach das. Bands, Mann. Ja, gut. Ja, und komm mal einfach nur, weil du keine Kontrolle über bist, helst du mein Motherfucker. Ich habe schon wieder Motherfucker gesagt, dieses... Oh Gott. Ja, gut. Er spezifiziert ja nicht wessen Mutter. Vielleicht sieht er dich als so eine Art Ersatzmutter dann an, ne? Diese kleine Frechsau ist das, wirklich. Dann ging mir gestern ganz schön auf den Sack, weil ich gerade andere Probleme habe. Guck mal, das Ding ist, wenn Leute das benutzen als das Wort ich oder sein, dann hat das auch einfach keinen Wert mehr. Dann ist das als Inflation, naja, ne? Okay, dazu. Ja. Es gibt noch eine kleine private Sache, okay? Okay. Das ist der absolute Schnell... Das ist der absolute Schnelldurchgang, okay? Äh, okay. Ich höre zu. Oder versuche es. Larry ist, äh, wir waren, ja, getrennt und dann sind wir zusammengekommen und gleich dann hat er mir gesagt, hey, ich bin jetzt übrigens für Motherfucker, ciao. Und, äh, das war okay, ne? Ich habe dann natürlich auch, äh, mein Leben weitergelebt. Sehr viel, war sehr viel auf Arbeit. Lass mein Privatleben gerade so ein bisschen, äh, links liegen. Und, äh, dann kam er sehr verspätet wohl irgendwann wieder und hat mir einen Zettel in den Briefkasten gepackt und eine SMS geschrieben, so, als er mich vermisst und dass irgendwas in Phoenix auf der Ranch war, so. Und, äh, jetzt ist er wieder die ganze Zeit weg. Und, ähm, die Lehrerin würde ich mir auch Sorgen machen und ich mache mir auch Sorgen, ich habe eine Vermisstenwändung rausgegeben, aber, äh... Okay, ja. Genau, ja, alles gut. Soll ich, soll ich dir auf den Rücken klopfen? Nein, alles gut. Ähm, er, ich bin mit Honey Marshall, äh, bin ich befreundet. Assistant Chief, äh, Assistant Commissioner, Dings da. Ähm, und sie hat mir etwas erzählt. Ich habe doch diesen, ich habe ja diesen tollen Ring von Larry gekriegt mit diesem fetten Diamantklunker dran. Mhm. Ja, das, was ich gehört habe, ist, er wollte mich überhaupt gar nicht, er wollte mir gar keinen Antrag machen, sondern er wurde von ihr überredet. Sie hat den Ring gekauft aus dem Pfandhaus und er hat den Ring nicht mal abgezahlt. Was für ein Sack. Ja. Und sie meinte, sie war sich irgendwie so ein bisschen im Klag, sie dachte wirklich, dass, ähm, sie dachte wirklich, dass, äh, ich das wüsste und war dann so ein bisschen verwundert. Und die Sache ist halt die, regulär frage ich immer Larry, wenn irgendwas ist. Aber meine Güte, nicht mehr. Wirklich. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Seitdem er jetzt weg ist, sind die Gefühle halt, ach, ich wusste wirklich, die Gefühle sind halt, äh, ein bisschen erschlafft. Und ich habe dann mir Gedanken gemacht über viele Gespräche auch, wo wir gesprochen haben, so, warum habe ich das gemacht? Warum sind wir wieder zusammengekommen? Warum bin ich ihm wieder hinterhergelaufen? Und das eindeutigste Zeichen für mich gerade, dass, äh, wenn er wieder da ist, ich das definitiv schnell beenden muss. Ich, nicht mal im Bösen, ich, ich würde gerne noch mit ihm befreundet bleiben. Als wir befreundet waren, hat es sehr gut zwischen uns funktioniert. Ich, äh, ähm, also ich, ich, also, ja, okay, Interesse ist jetzt ein bisschen zu viel, aber da, da, da ist da jemand, den, äh, da hatte ich, da hatte ich so ein ganz kleines Gefühl jetzt, äh, letztens. Und da habe ich gemerkt, okay, ähm, wenn alle, ja, so alles, alles gut war bei mir und der Rita, da hatte ich sowas überhaupt gar nicht, hätte jeder vor mir stehen können. Das war jetzt aber so bei, bei einem da so, und das ist für mich eigentlich schon ein, äh, deutliches Zeichen, dass ich da das ganz schnell beenden muss. Okay. Ich, ähm, also erst einmal schieß ihn, schieß ihn in die Hölle. Auf jeden Fall. Manche ich. Ähm, wir hatten schon oft genug, ne? Ich weiß. Und du hast ihm so oft schon Chancen gegeben und wir hatten es immer wieder. Er gibt sich Mühe, bis er merkt, dass er sich nicht mehr geben muss und dann gibt er sich nicht mehr. Dass es da einen Streit gibt und dann gibt er sich wieder Mühe. Ja? Und entschuldige, aber ich glaube, wir sind uns da alle eigentlich, jeder. Ja, ja. Dass ein, äh, schon vorbesitzter Verlobungsring aus zweiter Hand, wo man das der Partnerin auch nicht sagt, dass er aus der zweiter Hand ist. Nein, er hat sich tatsächlich sogar eher dafür gefeiert, so. Immer wenn ich das jemandem gezeigt habe, wo er meinen fetten Klumpel hat, hat er, haha, so, dann nehmen wir, ich weiß nicht, das ist alles nicht richtig. Und er hat ihn nicht mal selber gesagt. Er hat ihn nicht mal, er musste überredet werden, mir einen Antrag zu machen, Gafi. Er musste überredet werden. Ja, und wir haben ja schon mal darüber geredet, wie wichtig dir das eigentlich ist, ne? Und, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es sollte dann auch von Herzen kommen, oder? Natürlich, es sollte von ihm selbst kommen, aber ich habe jetzt ein bisschen bemerkt, dass man auch anders behandelt werden kann, und, äh, das fühle ich mich gerade sehr wohl. Äh, auch wenn, also ich bin jetzt, ich, das ist jetzt keiner, also das ist einfach nur so eine Bekanntschaft da jetzt, ne? Und, äh, aber ich merke selbst hier schon... Alles gut, du musst dich nicht rechtfertigen. Ja. Ich habe es dir ja schon mal gesagt, nimm dir die Zeit, um neue Perspektiven zu erfahren, ne? Ähm, ich bin halt nur kein Fan davon, dass du dann sofort dich in eine neue Beziehung reinstürzt. Nee, nee. Weil das letzte Mal war es ja auch so, dass das von Skinner ja auch direkt aus einer alten Beziehung auskam, glaube ich. Ja, er hat mich ausgespannt. Ne, das hast du gesagt, ne? Ja. Ähm, ähm, ich weiß, dass das blöd ist, vor allem wenn man daran gewohnt ist, mit irgendjemandem zusammen zu sein, irgendjemanden zu haben. Aber lass dir erst mal die Zeit, bevor du sagst, ey, das ist jetzt das Nächste, Ernste. Oh, ehrlich zu sein, fühlt sich dieser Monat an, als wäre das genau so eine Zeit gewesen. Ich stürze mich nicht in eine neue Beziehung. Ich habe vor vielen Sachen gerade sehr viel Angst. Und ich kenne die Person noch nicht gut genug. Und, äh, ich habe einfach bei den Zukunftsgedanken sehr große Bauchschmerzen. Ich will einfach nicht nochmal betrogen werden. Ähm. Also, dann mach doch erst mal was Unverbindliches aus. Lern die Person erst mal kennen. Das versuche ich gerade. Entweder stellt sich dann heraus, äh, dass die Person, äh, genau das ist, was du suchst. Oder es ist halt erst mal nicht so. Dann hattest du halt eine Person, die du kennengelernt hast. Ne? Ähm, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ähm. Ich habe bei mir die Erfahrung damals gemacht, dass es bei meiner, äh, ersten Freundin hier ein bisschen zu schnell ging. Oh, okay. Und, ähm, ich wurde am Ende dann bitte enttäuscht, weil ich wurde halt verlassen, ne? Und, ähm, die Person war noch nicht mal ehrlich in mir. Ähm, warum sie mich verlassen hat. Ähm, und bei meiner jetzigen Frau, wir haben uns Zeit gelassen. Die ist erst irgendwann nach drei Monaten überhaupt mit mir eingezogen. Und selbst dann hatten wir dann fast noch drei Monate lang ihre alte Wohnung, falls irgendwas ist, damit sie ihren Abstand haben kann. Das ist auch genau das Richtige, das, also, ja. Und jetzt bin ich über ein Jahr mit ihr zusammen und verheiratet. So, so möchte ich das ja auch wieder haben. So, so war es am Anfang auf heute mit mir, muss ich tatsächlich sagen. Ich stürze mich nicht sofort hin. Irgendwas noch jetzt, ähm, ja, das mit dem Einziehen, da sollte der mal, da sollte man natürlich generell, äh, eigentlich warten, ne? Ähm, ja. Ja. Ähm, ähm, aber ich bin... Mit Lilly bin ich relativ schnell zusammengezogen, also für meine Gefühle, die Zeit ging einfach sowieso schnell vorbei. Aber, ähm, ähm, wir hatten halt immer ihre Wohnung, weil die auch nicht viel gekostet hat, erst mal beibehalten, damit sie diesen Ort hatte. Weil dann auch kein Druck dahinter ist, dass es funktionieren muss. Ja, man muss ja dann miteinander klarkommen, weil man lebt zusammen und wie soll man so schnell wegkommen? Ne? Das hatten wir dann dadurch nicht, diesen Druck. Bis wir wussten, okay, äh, pff, selbst wenn die Beziehung nicht klappt, sind wir coole Mitbewohner. Ähm, das ist halt eher das Ding. Ähm, würdest du dir wirklich empfehlen? Und lass diese Person, äh, lernen sie besser kennen, aber nimm dir auch den Platz, ähm, vielleicht einfach auch mal andere Menschen kennenzulernen. Ne? Ähm... Nein? Okay. Ne, irgendwie ist mein Interesse gerade tatsächlich auf so ne... Ach, scheiße. Ich... Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hab irgendwie gar kein Interesse jetzt da, so... Irgendwie Leute kennst du mir irgendeine Ahnung. Wie hast du die Person denn kennengelernt? Tja, das ist ne komplizierte Geschichte. Das ist ne komplizierte Geschichte, da kann ich nicht drüber reden. Okay, alles klar. Ähm, da ist, das spielt halt auch bei sowas immer rein, ne? Ich möchte nur nicht, dass das ne Person ist, die jetzt da war, weil das mit Larry halt gerade scheiße ist. Ne, ne, tatsächlich. Die so ein Trostding ist, weil das wäre der Person ja auch nicht recht. Das verstehe ich. Ne, ne, also ich hab mich selber jetzt irgendwie, beurte mich grad selber und denk mir, hm, was ist das? Das fühlt sich eigentlich tatsächlich relativ gut an, aber auch sehr, 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 sehr unsicher, ob das sehr einseitig ist, von meiner Seite aus. Dann lasst ihr die Zeit, bis du sicher bist, ne? Das ist, weißt du, das ist ja das Schöne, so am Flirten und an Menschen kennenlernen. Man, was man letztendlich macht, ist immer, man stochert so ein bisschen rum, um dann zu gucken, was dabei rauskommt. Ja, ähm, bei Lillian war das bei mir auch nicht anders. Ähm, ähm, mir war halt klar, dass ich sie mochte. Ich wusste es aber bei ihr nicht und dann hab ich sie halt einfach direkt auf ein Date gefragt. Und so wusste zumindest, was bei mir los war dann. Und dann wurde halt rumgestochert, ne? Äh, ja, okay. Warte mal, du hast nach einem Date gefragt? Ja, wir haben uns ja über die Arbeit kennengelernt und ich bin mit ihr ein paar Mal, äh, äh, hier Ambulanz gefahren und per Zufall sind wir dann danach der Arbeit ins Ellis gegangen. Ich hab sie da halt kennengelernt und da gab es halt einen Moment, wo mir dann klar war, okay, ich mag sie. Ja. Und ich wusste halt nicht, wie ich es angehen sollte, ne? Ähm, weil, äh, ich bin auch nicht so die Person, ich mag es nicht, mit einer Frau zu flirten, weil ich immer die Sorge hab, dass die Person sich dann unwohl fühlt. Ach, du bist wirklich ein Gute. Und, ähm, also dachte ich mir, versuchst du es mit Ehrlichkeit. Ich hab ihr gesagt, du, Lillian, ich hätte gern mit dir ein Date. Und, äh, ich mein, ist ja klar, wenn man nach einem Date fragt, warum, ne? Ja. Ähm, und sie meinte, vorher hätte sie mich so nicht gesehen und dann hätte sie dasselbe bewertet und unser erstes Date war eine absolute Katastrophe, aber sie meinte, ähm, es gab diese eine Situation, wo ich ihr beigestanden hab und das war für sie das Wichtigste. Ne? Ähm, und sie hätte sich da, äh, in mich zurückfallen. Und, ähm, das ist aber das Glück, ne? Man, man, man kann das so ein bisschen testen, man kann so ein bisschen gucken, hat die Person noch Interesse? Ne? Und dann kann man gucken, was daraus wird. Ähm, ich denk mir, ja? Hier, ich kann die Person aber nicht da ein Date fragen. Ich hab mir das grad kurz vorgestellt. Ja, es geht leider nicht. Das kann ich nicht. Ja, gut, aber das ist der einfachste Weg, ist zu sagen, dass du Interesse hast. Äh, ich versuche mein ganzes... Klar, du musst damit leben, dass es ein Nein geben kann. Oh Gott. Aber das ist irgendwie auch so, ich, ich, ich hab tatsächlich mal kurz überlegt, so, ob ich irgendwie sowas, also weißt du, gerade geht's eh nicht, ob ich irgendwann sag, hey, ähm, die Jacke, äh, die, die zieht aber schon ein bisschen Fäden. Sollen wir mal zum Aphrodonis gehen und ich hol dir eine neue Jacke? Ich kann sowas nicht, Garfield. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ist ja furchtbar. Dann wäre es vielleicht erstmal eine gute Idee herauszufinden, ob ihr gemeinsame Interessen habt. Dann ist es auch leicht, da mit der Person was zu unternehmen, ne? Ähm, das Ding ist da halt, ich bin halt ein Fan vom ehrlichen Approach, ne? Ich weiß, dass es scheiße ist, weil ich selber auch schon, ne, äh, zurückgewiesen wurde, aber dann weißt du es halt, ne? Oh, ja. Oh Gott, ne. Äh, ne. Also, so, dann können wir das Gespräch jetzt auch mal, äh, beenden, ne? Weil dir das unangenehm ist? Ja, es mir sehr unangenehm war. Ich kann... Ja, dann können wir das Thema wechseln. Ich bin jetzt erstmal wegen der anderen Sache wichtig, dass du weißt und, äh, wieso ich das gemacht habe. Wieso das auch für mich kein Problem war, wieso ich mich da durchgepusht habe. Kannst du mich trotzdem, sollte das, sollte das passieren, sollte das irgendwann weitergehen, kannst du mich bitte beobachten? Mich zu dir ziehen, wenigstens anrufen und mich irgendwelche Sachen fragen. Und sobald ich irgendwelche Anzeichen zeige, mich sofort daraus ziehen. Gut, dass ich kein Stalker bin, aber ja, ich kann das machen. Okay. Gut. Sollen wir mal rein? Äh, ja, ich würde jetzt, glaube ich, zum MRPT zurückfallen und dann... Ah, okay. Ähm, du machst das schon. Bei beiden Sachen kann ich dir nur sagen, beobachte dich selber, beobachte dich selber. Beobachte dein Umfeld und lass dir Zeit. Das mache ich. Ne? Und das ist... Solange du nichts überstürzt, darfst du dann nichts passieren können. Das nächste Mal reden wir über dich. Hoffentlich ohne Gefahrenlage und ohne Uniform. Äh, ja, ja. Hat Zeit. Es läuft ja jetzt alles gerade, also passt schon. Ja, dieses passt schon heißt eigentlich immer... Eigentlich würde ich schon, aber ich schiebe es gar nicht hin. Es ist eher, es ist ein Wartespiel, aber daran bin ich gewöhnt. Weißt du, ich bin eine Person, ich kann nicht auf den Bus warten, aber sobald ich im Bus sitze, kann der 30 Minuten länger brauchen und das ist mir egal. Hauptsache, ich weiß, es geht voran. Okay. Na, und das tut's. Fährst du jetzt sofort von hier aus wieder? Ähm, ich hab ja jetzt auch ein Auto aus dem MRPD. Wieso? Achso, weil dann würde ich dir vorne das Tor aufmachen. Achso, ja, das wäre nett. Auf jeden Fall. Dann, David, erst dich einmal drücken nochmal. Oder fährst du noch Streife? Weiß ich nicht. Na gut. Pass auf dich auf, ne? Und wenn irgendwas ist, äh, keine Sorge, ich ruf dich an, aber du rufst auf mich an, ja? Mach ich. Gut. Und du weißt, ich werde nachstochern, ne? Auch bei der anderen Sache, aber egal. Check. Okay. Ich hab mir deine Bubis gezeigt, das darf ich jetzt. So. Ja. Pass auf dich auch. Ja, okay. Scheiße, Jakuri, ich hab mir Bubis gegeben. Oh Gott, daran hab ich gar nicht gedacht. Aber trotzdem hat's ihn jetzt natürlich herzlaufen wegen dem, was er gerade rausgelassen hat. Nicht privat, sondern jetzt wirklich dieses Bankding. Die U01 mit einer Überführungsfahrt zum Beschwerdepart. Check. Ich darf leider nicht die Sirene mal machen. 413 mit einer Überführungspfad vom MRPD. Er hat den drei Kennungen? 413. Check. Hallöchen. 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 Du bist nicht mehr ein Lamisa PD, oder? Doch. Tatsächlich, ja. Hast du bis zum Gespräch? Ich bin immer noch hier. Wie du sitzt da? Wo sitzt du denn? Ja, ich sitze... Äh... Ich sitze, glaub ich, gegenüber vom... Guck mal, einfach... 413, 413, ich sitze, MRPD. Ich glaub, ich seh' dich. Ich glaub, ich seh' dich. Ich glaub, ich seh' dich. Check. Hallöchen. Hallöchen, schöne Frau. Wartest du hier noch? Ja, ich mach' den immer noch auf, Davis. Der ist immer noch im Gespräch. Ach so. Ansonsten, wir könnten eine kleine Spritztour machen. Wo willst du denn hin? Verbrecher jagen. Oh. So einfach Steife fahren, meinst du? Ja, also nur falls es geht. Macht man sich nützlich? Ja, doch. So 75 für 279 kommen. Doch, bei dir... Bei dir fühl' ich mich sicher. Das ist ganz gut. Bei mir sitzt der... 275 hört sich doch. Ja, hat seine Gründe, erklär' ich dir gar nicht. Ja, der 413 steht seitlich. Ich hab' immer mit dir drauf gemacht und wartet, komm. Du hast einen Gürtel gelassen. Einen Gürtel? Mhm. Ich bin auf dem Weg. Aber von euch soll ich glaub' ich in der Zeit einen Wagen nehmen. Wow! Entschuldigung. Ja, wir müssen von euch so lange den Wagen nehmen. Äh... Ariane? Ja. Dann müssen wir gleich über den Hof. Äh, ja, ich bin durch. Entschuldigung. 211020 Mission Road Department. Die 21 licht sich auf. Check. Ich mach' jetzt ein bisschen, um auf andere Gedanken zu kommen. Das ist immer ganz gut. Ja. Auf die Scheiße. So. Nee, auf die Scheiße will ich nicht. Hat immer so'n... Komisch'n Beigeschmack. Weißt du, ich würd' so gern... 4 und 3 aktiv Richtung MD. Würd' so gern einfach weggehen und Party machen oder irgendwie sowas? Ja. Ich weiß, was du meinst. Gib mir was so. Also nicht nur mit Party machen, aber einfach was anderes. Einfach shoppen gehen oder sowas. Ja. Normales Leben. Äh, ach so, fährst du oder soll ich fahren? Ich würde gerade... Weil ich kann auch mal fahren. Ich hab' lange nicht mehr. Kannst du auch. Also du kannst dir einen aussuchen, der bis O3 ist. Ja, den da vorne, den nehm ich. Bis O3. Das ist Sergeant. Ja, warte, es müssten ja die hier sein, ne? Die 411. Bin gut. Na dann rein mit dir. Da hab ich bloß kurz Davis, dass er Bescheid weiß. Ja. Und jetzt klar, dann fahr schon mal fort zum Dingens. Ich mache Tor auf. Ok. 413, 1020, MD 6 Und dann sind wir noch nicht, oder? Ach doch, nee, doch nicht Warte dann Ich, Davis, dann in den Dingens 6, 3, 3 Ich bin jetzt Davis Ja, nun Ich mache meine Hoseberggold an Hier ist eine Besprechung, da sind meine geht ja Ja, ist schon seit Ewigkeiten gefühlt Ein bisschen, ne? Da kommen wir nicht hinterher Aber bei dem Wagen kommt man relativ fix hinterher Aber ich glaube Warte, man darf die überhaupt Ist das kein Victor? Nein, aber Du hast einen Sergeant dabei Mit dem Sergeant darfst du Auch so ein Fahrzeug fahren Schauen wir denn hier, schönes Stattbahn interessiert mich ja immer Brustpumpe wurde heute überfallen 413, 1020 Check 419, Funkcheck Check Ja, ich war in der Dienstunterrichtung Ah, alles gut Ja, für das Gespräch wahrscheinlich Ja Es ging keine Ahnung Ich glaube, man sagt Meldet sich nach der Dienstunterrichtung Wieder an Aber es dauert ja zu lange Irgendwie Wenn es falsch ist, sag mir immer, ne? Pass auch übrigens auf, was du mir sagst Weil Frau Nuck wurde mir sehr laut gegenüber Dass ich bei einem Telefonat nämlich weitergehen sollte Weil das wohl irgendwas war, was ich nicht hören durfte Ja, du bist halt mittlerweile, ne, weiß ich nicht Betroffen, also wenn, ne, obwohl ich, aber eigentlich hab's gesagt bekommen Du bist auf eine gewisse Art und Weise halt betroffen und nicht jede Information kann halt an dich weitergehen Das ist halt leider so Ne, das ist auch gut Mach's mal hier, du, du Ne, der fährt schon Die Schweine haben einen Jugular Bin ein bisschen neidisch Welches Auto fährst du gerade nochmal? Das war's noch letztes Ding, oder? Na, ich fahr den Easy Aber ich spare aktuell von den Jugular Das, was die Korea haben auch fährt Das ist geil, oder? Wieviel muss er für zahlen? Sehr viel, 125.000 Warte, und das hat Korea, warum hat er so viel Geld? Meine Fresse Viel arbeiten, wenig ausgeben Freizeit, was ist das? Ja, du solltest ich mal ein bisschen mehr Freizeit nehmen, der Mann Ja, es gab eine Zeit, da hat er es ziemlich viel gemacht Da ist er mit Mr. Williams unterwegs gewesen Und mit dem jungen Trambley damals noch Mit Kate? Mit Kate? Aber ich fühle, dass man ist ein bisschen paranoid Man guckt ein bisschen öfter Ja, jetzt gerade auch wieder, ne? Ja, ja, eben Geht mir ganz genauso Wenn sie lange die dann noch in der Besprechung sind, kann er noch ein bisschen rumfallen Ja, habe ich ihm auch gesagt Also ich habe Davis geschrieben, von wegen So einfach Bescheid geben, wenn er soweit ist, oder wenn die soweit sind Ja, aber tatsächlich bestimmte Gedenkansätze hatten wir Wurde mir tatsächlich durch einen vom Casa heute gesagt Oh cool, das finde ich gut, dass die Kommunikation da gerade zurückklappt Ja, das wäre schön, wenn es, äh, es war Zufall, dass ich ihn dran hatte Oh, warte, ich muss unbedingt noch jemand anrufen Ähm, hast du die Nummer von Frau Winchester, das ist ne Rekrutin? 429, meld mich ab Ne, leider nicht Die sollte ich nämlich noch anrufen Ähm Aber ich kann sie dir gleich raussuchen Das wäre super, dann schaue ich, dass ich kurz gleich irgendwo anhalt Warte Weißt du, wie sie mit Vornamen heißt? Tatsächlich nicht, aber ich weiß nur, sie ist Rekrutin Sie müssen, also ja, ah ja, das wird passen Jeho 5, 5, 5 5, 7 Moment, wohin? Warte, warte 5, 5, 5, 5, 7 Genau, äh Also dreimal die 5, 7, 5, 7 Achso, 7, 5, 7, ja 8, 6, 4 8, 6, 4 Welche PD-Nummer hat sie? Leitstelle für den Vornamen Das ist ne gute Frage, kann ich dir gleich sagen Achso, dann mach einfach Winchester erstmal Am BCSO dürfte in 5 Minuten der Marshal Service mit den Anliegen ein Wurchen da vielleicht die Streife kommen? Nach einem Diensten her, oder? Oder ja, oder nee? Ja, haben wir ihn nicht, aber ich schaue, was ich machen kann, Carmen Also sie ist zumindest nicht mehr ein bisschen Ja, check, Info-Line-Ende Okay, ich warte mal Ich werde sie kurz anschreiben 2, 87 ist sie Ah PD-FIN-Line sind ganz hier Bitte gehen Sie mit Ihren Thesen doch noch einfach zu 5 Minuten 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 Die Kectives? Boah, so viel hast du mir jetzt in der Zeit geschrieben, ich kann nicht mehr 5 Minuten 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 weil er hat nämlich auch weitere infos gehabt zügig eines vorfalls vor bevor die sache mit der psb war da wurde wohl ein streifenwagen auch massiv abdrängt von einem rebler zu einem größeren suv der dann später bei der psb wohl geballert war es gibt glaube ich so viele sachen die nicht gemeldet wurden ja das ist halt das ding vor allen dingen wenn halt gemeldet wird dass eine streife abgedrängt wird dann müsste man halt endlich mal bei den kollegen nachfragen oder ähnliches aber es ging wohl vom hafen aus also die der reber war seit dem hafen bei denen dran und hatte versucht abzudrängen und war dann später mit der psb involviert wagen von hinten ja ich sehe es ich sehe es war weiter weiter ich hasse jugular manchmal wenn sie sich an den falschen bauen weil wenn ich selbst weiß dass ganz schön kacke rechts rumieren und jetzt noch ein stück geradeaus hier zum beispiel hat er gesagt könnten auch sachen versteckt sein hier bei dem container hafen container bereich von das ist von der psb und da waren mitarbeiter auch von der psb also mal checken ja wir bräuchten glaube ich zugänge zu den container und das ist das ding da müssen wir mit dem zusammenarbeiten 244 meldet sich ab die sache ist ich kann nicht in feierabend wenn ich in korea nicht in feierabend außer wir gehen jetzt gemeinsam außer feierabend und du kommst kurz so lange zu uns aber es ist halt immer so die frage dass wir haben lassen wenn man fertig ist ja dann musst du auch im fad nie eigentlich ist es ich warte auch nur auf davis und ich mit meinem partner ins weg wollte ich gar nicht ich würde mich halt gerne unterhalten wenn es nicht für nachts ist und hat ja viel zu tun leider ja das stimmt der sollte auch eigentlich gar nicht mehr so spät also der sollte hat der hat mir gesagt dass wir nur bis dass er also der hat mir gesagt dass der mittwoch wohl wieder gar also so nicht im dienst hat und dass wir den außendienst kann ja genau ist es so gut wenn so viel arbeitet gerade ich meine klar ist natürlich die sache jetzt aber ich weiß ich theoretisch nicht ist es nicht gut dass ich auch immer zum beispiel so aber es lässt sich halt aktuell nicht vermeiden ja das kommt noch mal dazu aber tatsächlich das hauptproblem ist halt aktuell die ganze situation weil er ist operations teil er hat ziemlich viel verantwortung noch dabei er ermittelt zusätzlich in dem fall noch mit bei also mit dem golden olympus dem scheißverein alles gut ich meine ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht dass es zu folgen hat ich bin ja auch bei dr larsen und panikattacken kommen halt dazu die schon erzählt hatte nur außerhalb des dienstes bisher auch getreten sind das heißt im dienst bin ich mental so abgelenkt dass ich da mal in irgendeiner form getriggert werde es ist so merkwürdig ein verein du hast im dienst der waffe du fühlst dich wahrscheinlich sich total unsicher ohne waffe also ohne die uni ohne ohne meine kollegen halt drum herum aber auch nicht jeder also einige kollegen schon also du zum beispiel bei dir fühle ich mich tatsächlich mental auch sicher dann eben zu davis und ein paar andere kollegen nolan den wir auch gestern im wagen mit hatten der mit dem wuschel hauen mit charming halt und ja was hat er lassen die beraten also eigentlich wollte hat er empfohlen tatsächlich in dienst dann hat sich also es war tatsächlich nur eine empfehlung dann hatte ich diese empfehlung hat er auch meinem chief gemeldet also davis in dem fall und davis hat mit mir gesprochen und hat halt selber den eindruck dass es mir nicht gut tun würde würde ich im indien zucken willa ruft an hallöchen ich warte gerade eigentlich nur darauf dass er außer dienst geht also beziehungsweise dass er aus dem gespräch rauskommt 402 aktiv ja ja ich weiß was du meinst weißt du wie man sich dem das dem ende neigen könnte oder ist das noch so ein gespräch was so drei jahre dauert ok ok aber das wäre super dann fahren wir nämlich auch mal gleich das lamesa an dann kann ich genau dann kann ich mich auch gleich außer dienst und ariane auch die sind aufbrauchstimmung ariane deswegen also ich bin bin noch nicht müde ne ja ja weil ich muss halt langsam außer dienst ja alright dann bis gleich naja fahr mal so ganz entspannt das lamesa langsam an ja richtig arke selektive wahrnehmung auf einmal ja das ist auch mit den schwarzen motorien schwarzen autos gute oder goldene fahrzeuge ja die hat da habe ich nur einmal ein ganz kurz gesehen das war es ansonsten habe ich wie viel haben die davon weiß ich nicht meine haben geld also naja stimmt das heißt meinte er selber schon ihm ist geld super wichtig und er hat ist übelst reich und bla 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 ja okay warum macht ja okay wenn er reich ist dann braucht er das gold nicht mehr macht gar keinen sinn naja kommt drauf an was wofür die das gold wollen ne kann es halt mehr mit dem gold anstellen als nur dein auto damit besprühen müssen wir tanken ja tanken äh mhm alistaxi okay tankstelle ja ja sind ich drauf vorbeigefahren äh alistaxi ist vorne bei lamesa die tankstelle naja du bist vorbeigefahren ne die kommt doch jetzt zum fd ach scheiße ich muss außer dienst wirklich habe keinen kopf gehabt dafür ja und dauert das gespräch noch ne ne die sind in aufbruchstimmung die werden auch gleich außer dienst gehen rösterreich mhm wie bist du denn ich mit helminer zusammengekommen also wie ist das entstanden ähm ich hatte tatsächlich einen äh ich hatte mich halt nie verknallt weil er sich ein bisschen um mich gekümmert hatte und dann war ich dann war ich mit äh commissioner weiß auf Streife und er meinte kam irgendwie auf dieses thema von wegen äh wer ist denn so mein typ und ich so naja bestimmt nicht weil ich auch irgendwie mit äh weil zu dem Zeitpunkt auch ähm Brian Miller noch da war also 68 68 in dem Fall und ich so meinte ja bestimmt nicht Brian Miller und er so und er so oh nein das hättest du beim Chief nicht mehr also bei dem weiße also ne hättest du das nicht mehr ja ja das ist das schlimmste ja das ist mir dann auch aufgefallen ich hab's sehr bereut 411 1020 Lame Zabidi ja 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 Oh mein Gott! Gesundheit und Check. Ähm, ähm, genau, und äh, dann hattet er tatsächlich Amos mit in den Wagen genommen, mit in die Streife. Und wir fuhren dann halt durch South Celeste, so wie's halt so richtig schön romantisch ist. Was? Okay. Und meinte so dann ja, wie Miller denn zu mir stünde, bla bla bla. Oh, wie peinlich. Ich hätte ihn am liebsten erwürgt, also ich bin ehrlich. Hätte ich dich gestern auch, aber ich hab's nicht. Ja gut, das heißt also, du willst wirklich was von in Korea, aber okay. Nein! Nein, äh, nee, das war wegen dem, was du gesagt hast, also das stimmt überhaupt gar nicht. Lass mich in Ruhe, nein, nein, wirklich, das war wegen dem, was du gesagt hast. Hör auf jetzt, lass mich in Ruhe. Nein, wirklich, nein, das, ach, lass mich einfach in Ruhe. Ach, sag, wo parke ich denn jetzt, wo wir den hier haben, ne? Ja, genau. Äh, ja, und dann, ähm, hatte der Commissioner einfach gefragt, so gerade raus, könnten sie sich etwas vorstellen mit Miss Carter? Und da standen wir gerade am Stadtpark, und ich bin vielleicht ein bisschen mental innerlich erstickt, und auch einfach so, weil Miller dann plötzlich meinte, ja. Und damit hatte ich nicht gerechnet. Also typisch, Herr Weiß. Ja, ist so. Der Watch Commander meldet sich ab. Check. Check. 4 in 1, 10, 20, Nameser, Fidi, und löst sich auf. Check. Das war vor allen Dingen noch, als es ganz viel Schnee lag. Und, äh. Oh, wie schön. Ja, und Amos konnte mir halt so noch keine Antwort geben, ne, weil er sich unsicher war, bla bla. Aufgrund seiner eigenen Vergangenheit. Mhm. Und, ähm. Ja. Ja, plötzlich. Aber, ich... Wann war denn das? Ich glaube, das war kurz vor Weihnachten. Warte. Dass er mir da... Ich... Jetzt hier ruhig weiter hin, ich muss dich nämlich noch was fragen. Ja. Und, äh, ja. Es war wild. Leitsstift für 4,89 kommen. Er hat mir dann auch, äh, einen dieser limitierten Weihnachtsmänner besorgt. Und so ein Kram. Und ein Weihnachtskit zusammengestellt. Können wir gleich noch eine Begleitung, äh, zu der Pegasus-Frauensorganisieren kommen? Ach. Hörst du, ähm. Check, 4,89 Ende. Ähm. Ich melde dich ab. Erstmal eine Bitte. Könntest du bitte, äh, nie wieder so offen sein, äh, wie letztens? Und die zweite Bitte ist, ähm, meine Frage. Äh. Antwort, Emma, die 6,9 kommen. Ich weiß nicht, wie ich das fragen soll. Also, komm. Hau einfach raus. Also, Herr Kuhayama hat gesagt, der ist am Samstag bei einer Hochzeit. Ich bin am Samstag tatsächlich nicht, äh. 5,1, 7,11. Wie was wird denn hier so? Mhm. Dann hat er gefragt danach. Frau Barnes, was machen Sie denn am Samstag? 5,1, 3, Befugung. Ich warte dann jetzt auch. Aber varte. Check. Ja, ich glaube, er wollte dich als Plus-Eins mitnehmen. Aber ich glaube als Plus-Eins, um mich zu schützen, damit ich nicht irgendwie durch die... Nein. Alleine zu Hause sitzt, glaube ich. Nein. 1,68. Ich melde dich. Hi, Elvis. Ich bin... Check to save. Jo. Wir kommen gleich unten. Bis gleich. Nope, das war definitiv nicht als, ich schütze dich. Ja, aber das ist bestimmt, damit ich nicht alleine... Also, damit er irgendwie Hand drauf haben kann. Nein. So habe ich das interpretiert? Potenziell als Freunde, zum Beispiel. Als Freunde, ja genau. Das ist ja... Ja, so meine ich das ja. Ja, auch. 4,1, 10, 20, 1 auf die. Die 2,9 löst sich aus mit 4,1, 3. Natürlich. Check. Mhm. Ich dachte ich mir... Hallo. Hallo. Warte, warte. Bessere Hälfte, warte. Oh Gott, ich hätte Ihnen das nicht sagen sollen. Die... Oh, die zwei. Weiter. 4,19 meldet sich ab. So, ertrage ich jetzt aber auch erstmal. Oh, was... was kommt jetzt? Ich will mit Ariane raus. Ich will mit Ariane raus. Ich will mit Ariane raus. Das ist jedes Mal denk ich mir so... Boah, geil. Schutz und so. Jetzt denk ich mir so... Oh, ich will mit Ariane raus. Oh. Sie muss leider alleine jetzt rausgehen. Hilfe. Oh nein, da darf nichts passieren. Hilfe, Hilfe. Warte. Meine Güte, die Frau ist wirklich wie ein Weihnachtsbaum geschmückt. Oh, noch eine Zigarette. Oh nein. Na ja. Soll ich gehen? Ja, ja, alles gut. Wir sind durch. So habe ich gesagt, was gesagt werden musste. Ähm. Ähm? Sie kommen wieder mit zu mir heute, oder? Ähm. Ähm. Ich, äh... Ich könnte auch nach Hause, wenn ich, äh... Wenn das besser ist? Ne, ich bleibe nur fragen, weil sie außer Dienst gegangen sind. Deswegen. Weil ich ja noch keinen Zweitschlüssel, ähm... Alte übrig habe. Ähm. Ähm. Moment. Ähm. Ich... Ich dachte, geht's gleich. Gibt's eine Überführung zur... Ähm. Achso. Ja, ich geh da mal außer... Nein! Oh Gott! Nein, 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 nein. Sie müssen ja nicht deswegen auf den Dienst gehen. Nein. Nein. Achso, ähm. Der Mann braucht sowieso die Ruhe. Sie hatten ja irgendwie gerade da so ein Gespräch oder so, hatten sie ja... erwähnt, äh... Vielleicht... Eftersel oder so. Oh! Was für ein Spiel? Weiß nicht. Oh! Oh! Wie süß ist das denn? Ja, natürlich selber gemacht, ne? Wir dürfen nicht zu viel reininterpretieren, Leute. Wir dürfen nicht. Oh ja, tut einfach so, als würde ich irgendwas noch auf dem PC gucken. Hm. Es ist so schwer... Ja, ich... Ich weiß nicht. Sie darf... Sie darf nichts reininterpretieren. So rum ist es. Sie... Sie darf jetzt erstmal noch nicht. Sie ist sehr unsicher gerade. Und vor allem, wenn sie gleich auf das Du wieder umspringen muss, ist das so weird. Oh Gott. Hä? Wie süß ist das denn? Gehen sie mit? Ja, ja, natürlich. Wir können uns doch hier verabschieden, aber das ist unangenehm. Nee. Okay. Die sind ja voll süß, woher sind die? Du kannst einen Blick riskieren, ob unser Streifen schon da ist, aber... Nö. Ich war aber im Wagen und ich ruf die Leitstelle nochmal an. Ja. Ja. Weil sie hatten halt erwähnt, dass sie da so Gespräch haben und vielleicht wäre es sehr anstrengend. Ich dachte nur so. Ach, deswegen. Ich gebe ihnen was zu. Aus meiner Kultur so. Und sie haben mir halt die Schokolade halt gegeben und ich wollte mich revanchieren. das ist ja lieb. Dankeschön. Nicht dafür. Und ja, das Gespräch war tatsächlich sehr anstrengend. Aber tat gut. Das ist ja gut, dann denke ich. Ja, ja. Ähm, also ich habe heute keine SMS bekommen oder so. Ähm, scheint ja alles gar nicht mehr so gefährlich zu sein, oder? Naja, wenn man nicht weiß, ob jemand noch da ist oder nicht. Das ist halt schon eine Unbekannte, die teilweise noch gefährlicher sein kann, oder? Und äh, unser Taxi ist da. Ja. Sag mal bei dir mit wann? Ja, da wird's... Könnt ihr gerne machen. Könnt ihr halt wie ihr wollt. Ich glaube, die sind zu dritt im Wagen. Ja, dann. Hm. Unangenehm. Das ist unangenehm. Dein Auto ist ein bisschen höher als gedacht. Geländewagen leider so an sich. Hm. Könnt an den Rohr liegen, wo ich die ganze Zeit sitzen musste, während ihr weg wart. Du weißt, dass du dir das noch länger anhören musst, ne? Ja. Auch wenn's nicht deine Schuld ist, oder? War gut. Hm. Diese Sensibilisierung. Das ist so süß. Aber das Thema gerade in der Besprechung war echt wieder too much, ne? Sag wie's das? Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, dass es ist sehr schwierig irgendwie. Das war die ganze Zeit, wenn man das fragen soll. Wir können grad nicht mitreden. Machi, machi. Ja, die kann leider nicht einfrieren gerade, ne? Das wird die jetzt hundertprozentig einfrieren schon mal. Mhm. Ich find das nice, dass wir tatsächlich jetzt irgendwas so mal gekriegt haben, was wir noch nicht kannten haben. Wenn's die Optionen gibt die Tage, wieso nicht? Frag mal nach, wenn das bei euch okay ist und die das halt bei uns wollen. Dann können wir das gerne mal arrangieren, wenn das möglich ist. Okay. Vielleicht, äh, kann man da ja nochmal ein paar Fragen stellen, die, äh, unsere Gruppe halt hat. Was? Irgendwas, wo wir... Ich weiß, krass, wir dürfen wirklich nicht echt nichts darüber damit. Ja, wir sind das Team im Olympus. Okay. Robert weiß ich Bescheid, dann, äh, melde ich nochmal, okay? Arregator für die schnelle Rückbildung. Jo. Matane. Wir sind Platinoctopus. Äh, wir haben die Möglichkeit, äh, im Flutbecken uns umzuschauen, wenn wir das möchten. Soweit ist erstmal nix bekannt zu irgendwelchen Veranstaltungen. Ähm, aber mein Kontakt könnte halt ne Möglichkeit arrangieren, wo die Detectors ein paar Fragen stellen könnten, Informationen zu bekommen. Und hätte die Premise, dass es nicht um die Racer halt geht, ne? So, warte, soll ich dich davor absetzen? Nö, alles gut. Ich muss laufen. Okay. Was meine Hüfte möchte, ist mir egal. Wow. Irgendwas ist ein Becken. Gesundheit, so lobe ich mir das. Immer besorgt um meine eigene Hüfte. Also gut, dafür hat der Mesa nicht genommen und der liegt nochmal höher. Super. Ist Frau Kater jetzt mit den anderen mitgefahren? Die ist glaube ich noch gar nicht aus, sie ist gerade erst auf dem Weg an Feierabend. Ah, ach ja, stimmt ja. Weil die Streife noch hier war. Ne? Ne wegen... Ich hab vier Autotüren gehört. Zu vier? Weiß ich nicht. Ich hab vier Autotüren gehört. Na gut. Ja. Wie soll ich dann aufmachen? Äh, ja. Ja, check. Äh, schön Feierabend. Ebenso. 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 Gleiche. Oh mein Gott. Hoffentlich sieht man jetzt nicht irgendwie... Also, ne. Die könnte ja auch ihre eigene Wohnung hier haben. Die Officer 1 mit dem vielen Geld. Ja, was jetzt? Ne? So. Hm. Was kommt jetzt? Hm. Sieht schon schmecksi aus, die Frau, ne? Ach, ich sag doch, ich hab schon eigentlich Marianne gesimmt. So, wir platzieren sie ganz toll. Ähm. So, ich bin gut zu Hause angekommen. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht und komm zur Ruhe. Och, jetzt ist das richtig schon awkward und ich lebe grad so hart dafür und es ist so furchtbar. Ich lebe grad total dafür. Ja, ich äh, 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 äh. Melde dich, wenn du versuchst. Mach ich. Passt mir ja auf dich auf. Bist so ein wertvoller Mensch in meinem Leben geworden. Garfid ist das perfekte Beispiel mit einfach einem männlichen Charakter, wo man nicht irgendwie jetzt simpen oder Dingens oder so. Garfid ist einfach toll. Spielt einen sehr treuen Charakter. Es ist so toll einfach. Ja, Marianne kann man ein bisschen auf Venture surfen und zu gucken, was so los ist, was sie nicht machen kann. Dann kann sie gleich ein bisschen rumrollen vielleicht. Kann eh nichts machen, aber mit welches anklicken. Ja, ich kann. Ja, ich kann. Ja, ich kann. Ja, ich kann. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Ich kann. bis 27 10 das 27 okay dass das wird sie jetzt nicht ansprechen am 27 ist wieder dieses horror doch ich will da unbedingt hin ich hoffe bis dahin ist das ich hoffe meine freunde sind auch da ich will nicht allein irgendwie so was in der art muss die jetzt einfach sagen das ist so billig ein fall oh gott da bin ich noch auf dem foto drauf erst auf 9 warum sind die da unten so lange oh man doch nicht so geil oder wie schnell fährt er steht er nicht Scheiße, wir sind ja eingeloggt, egal. Kinder ist nicht drauf, oder? Oh mein Gott, der Arme ist jetzt schon wieder nicht drauf. Oder? Ist der das? Nee. Nee, nee, der hat ja so einen komischen Grashüpferanzug. Und dieser schreckliche Anzug, ne? Damit sieht er halt noch älter aus, einfach. Boah, das wird auch unangenehm werden. Ariane sollte eigentlich Profi darin sein, aber es ist ja wirklich endgültig. Sie haben telefoniert, Entschuldigung. Nein, ich bin nicht am Telefonieren, ich habe Wünsche. Achso. Ich habe so Lust, nach draußen zu gehen, einfach. Jetzt habe ich auch gesehen, am 27. ist das. Dieses Horrordorf und ich bin bis jetzt jedes Jahr da gewesen. Ich denke, dass wir doch klappen, dieses Jahr wieder dorthin zu gehen. Gute Dinge, dass die Leute vielleicht schneller kriegen, als wir denken, nachdem wir jetzt auch Romnet angeschalten haben. Ich hoffe. Ich habe nur irgendwie, ich habe auch meine Freunde gefragt, die haben natürlich alle keine Zeit an dem Tag. Naja, mal drauf ankommen lassen. Ja, letztes Jahr war ich tatsächlich auch im Horror, in diesem Horrordorf. War sehr interessant. Es war so das erste Mal, ich Halloween gefeiert habe. Sind sie schreckhaft? Äh, du? Bist du schreckhaft? Oh Gott, das ist ja jetzt ganz bummo. Bist du schreckhaft? Nee, ich habe ja dafür gesorgt, dass andere Leute Angst hatten vor uns. Ach so. Okay. Ja. Ja. Ich bin, äh... Ich meine, es war sehr witzig. Auf der LS-Taxi-Party wurden wir einfach durchgelassen, um durchsucht zu werden, weil die Leute dachten, wir sind Darsteller. Ja, oder Leute von LS-Taxi. Ja. Ja. Ach, mein Liebsten würde ich jetzt wirklich um die Häuser ziehen. Das ist so blöd. Ja, grundsätzlich kannst du ja um die Häuser fahren. Du kannst nur keinen festen Ort per se, das geht zumindestens. Ja, ich glaube, fahren geht doch auch nicht. Ist auch schwierig. Ich hatte gerade Schnappatmung gekriegt, als so ein Auto uns hinterher gefahren ist, eine ganze Weine, aber... Hat er dann Weinwood gar nichts gepackt? Naja, grundsätzlich bist du ja ein bewegliches Ziel dann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann halt entdeckt wird, ist halt nicht so hoch. Wenn du schnelles Fahrzeug nutzt, ist es halt noch einfacher. Und dann kann ja auch Manöver fahren, um zu schauen, ob man wirklich verfolgt wird. Ich meine, ich würde schon gerne mal eine Runde fahren, aber... Können wir arrangieren. Kann auch mitkommen, wenn du möchtest. Nur, falls man nicht mal kommt, wirfst mich einfach... Was soll ich machen? Kann ja nicht so schnell laufen. Soll ich das machen würde? Dann würdest du mich einfach aus der Tochter. Ja. Ähm. Ich will mir nur was Bequemes anziehen, nimmst du? Ja. Da freue ich mich, der ist super. Oh mein Gott, ist das alles furchtbar. Ich lebe dafür. Ich lebe dafür so sehr gerade. Ich muss halt aufpassen, die ist halt wirklich noch mit Stina zusammen so, weißt du, dass... Ich weiß nicht, nicht zu viel, nicht zu wenig, aber irgendwie lasse ich mich auch gerne gerade davon treiben. Ich habe mir mit Ariane so krass Sachen vorgenommen und will die auf Teufel komm raus irgendwie durchziehen. Vielleicht ist das ja einfach... Weiß nicht. Vielleicht haben wir mal treiben lassen. So, was haben wir? Weißer Lace-Bulli langarm-Schwarz. Die Joggin-Hose. Dann haben wir hier die weißen Schuhchen. Ah, ich weiß nicht. Oh, was will ich jetzt? Was ich bei ihr abgezwungen habe, nachdem sie mir sagte, dass sie eine Beziehung zu Mr. Williams eingewilligt hatte, wegen dem unangenehm sein. Bitte nicht bei mir. Oh mein Gott. Dranky, danke für den Raid. Okay. Ich denke, ich werde mich dann auch nochmal kurz... Okay. Oh, Raid, das ist jetzt ganz furchtbar. Und ich lebe dafür. Es wird, glaube ich, so furchtbar süß und awkward. Ich glaube, es wird beides. Ich überlege gerade mit Ariane wirklich, aber ich kenne keine Orte hier. Irgendwo, wo man so die Stadt überblicken kann. Keine Ahnung. So, huch, ich wollte gar nicht hinfahren. Aber ich kenne leider nichts. Und vor allem, jetzt muss Ariane ihr Auto fahren. Und ich kann doch, also die kann doch nicht Auto fahren. Boah, Alter, diese Möglichkeiten, die man auf einmal wieder hat, ne? Diese ganzen Möglichkeiten einfach. Aber man kann hoch zum... Ja, okay, alles, was Winewood Schild ist und Ariane Auto ist irgendwie nicht so gut. Winewood Schild ist da. Da, oder? Ja, das müsste das Winewood Schild sein. Komm, Ariane, flitzen wir mal wieder ein bisschen. Die ist auf jeden Fall die Anstandsdame. Ray, ja, boah, ist das... Das ist eine der lustigsten Situationen einfach gestern im RP-Ever gewesen, ne? Natürlich Nudeln ungekocht und Max, wie sie, also damals sie da auf die Fresse fliegt, ne? Muss ich sagen, bleibt mein All-Time-Favorite. Nudeln ungekocht. Aber, Entschuldigung, jetzt nicht gut. Und, bequemer? Ja, tatsächlich. Ist das wirklich okay, also, wenn wir jetzt einfach durch die Gegend fahren? Ja, wenn wir durch die Gegend fahren und vorsichtig sind, definitiv. Okay. Ist ja auch jetzt nicht so gut, wenn du jetzt die ganze Zeit in der Wohnung hockst und nur arbeitest, ne? Naja. Ja, arbeiten natürlich, ja. Und mit welchem Auto? Ähm, ich geb dir mal... Ist die Frage, willst du mit den Jugola fahren oder möchtest du mit den Dominator fahren? Mit den Dominator, da hab ich den Schlüssel auch. Der ist, glaub ich, nicht so schnell wie... Der Dominator ist schneller. Äh, dann... Ja, scheiße. Nimm mir den Dominator. Ich werd nur einmal was kurz gegenchecken. Ja. Kleine Absicherung. Wie lange bist du heute noch im Dienst? Und, Fauli? Okay. Geht nur so, ne, ne, ich bin unterwegs, nur, dass, ähm, ich weiß, dass noch jemand erreicht war ist. Und kannst du das, schreib mir mal zwischen durch eine SMS, halt, und schreib dir ein plus, dass alles okay ist. Dann kannst du das dann nach an, äh, dort weiter erreichen und dann soll auch einfach nur nachgreifen, weil es okay ist bei SMS. Ja. Warte, ne. Dann haben wir ja eine kleine Absicherung. Okay. Dann kann ich ja direkt nochmal ein bisschen einkaufen gehen. Oder, oder ist das nicht okay? Also wirklich nur im Auto bleiben? Ist, okay, nö, ist schon okay. Ist ja jetzt kein Fahrer in das Gefängnis. Müsst du nur ein bisschen auf die Umgebung halten, vorsichtshalber. Okay. So, wo ist der? Hier vorne, ne? Ja. Gut, oh Gott. Mal kurz. Ein Schuhfach ist auch ein aktueller Verwandskasten pass. Ja, dann, viel Spaß. Ja, ich bin erstmal ganz vorsichtig. Seit wir tanken müssen, habe ich jetzt einen Tag Rechnung bezahle ich, logischerweise. Nein, nein, ich mach das schon. Alles okay. Ah, nein, passt schon. Nein, ich mach das schon. Ist wirklich alles okay. Nee, ist schon okay. Nein, ist wirklich, wirklich. Ja, aber trotzdem, ich fahr ja. Ja, aber letzten Endes haben wir ja keine andere Wahl. Ich bin aber schneller aus dem Auto und ich bin schneller an der Zappsteine. Ja, das ist gerade der Unterschied zwischen uns beiden. Kann gut möglich sein, ja. Ich kann aber auch meine Krücke wegwerfen und so einfach schnell rausspringen. Das denke ich nicht. So, und jetzt ist das Auto abgeschlossen. Wow. Also mach immer eine Freiheitsbobung hier raus. Alles gut, ich hab das Auto unter Kontrolle. Ja. Gut, ähm. Ich, äh, hab, ich, ich hab ein Ziel vor Augen. Okay. Glaube ich. Und das ist nicht der Akadios Tower. Das ist, äh, äh. Hör gelegen. War heute irgendwas, was ich nicht mitkriegen sollte. Warum? Ich weiß nicht, Frau Nook hat mich angeschrien, dass ich, äh, weitergehen soll. Was ein Telefonat war, was ich nicht hören sollte. Das hat dann Herr Miller gesagt, dass es das wahrscheinlich war. Äh, alle um mich herum reden in Rätseln. Und hören auf zu reden, wenn ich vorbeigehe. Hatte nichts mit dir zu tun, falls du das wissen möchtest. Okay. Dann bin ich beruhigt. Ist halt nun leider immer ein normales Vorgehen teilweise, wenn es um irgendwelche Informationen geht, die halt nicht so weit gespreadet werden sollen. Weil kann man doch in einem normalen Tun sagen und nicht, dass man sagt, äh, gehen sie weg. Freiltechnisch. Also so Autofahren kannst du gerade auch gar nicht, oder? Kann ich tendenziell schon nur langsam und falsch nicht übertreiben. Also ich kann auch theoretisch die Krücke weglassen. Also in G-Stock. Hab ja auch eigentlich nur einen im Moment. Dann ein bisschen zur Entlastung des Beckens. Diese Raid ist gerade nicht gut. Mein Vergleich zu Sonntag ist halt schon deutlich besser. Äh, bis Sonntag war das? Meine Hände sind so schwitzig gerade. Ich rutsche die ganze Zeit irgendwie vom Lenkrad ab. Kannst du sagen, dass du dein Lenkrad deiner Hand wenigstens noch hältst? Ja, ich, äh, versuch's nicht. Ich versuch's auf jeden Fall nicht zu töten. Oh Gott, ich wollte gerade auf den Highway noch mal. Du musst nicht nervös sein mit dem Auto. Ich bin, ich bin überhaupt gar nicht nervös. Ich mein, das ist das Auto. Das Auto ist, äh, das ist ein teures Auto. Ja. Mit den Kennzeichen sogar noch eurer, aber ja. Ja, und ich hab den Assistant Chief hier mit drin. Und, äh, wenn dem was passiert, dann, ähm, bin ich nicht nur gefühlt, sondern was Schlimmer ist. Gerade hast du Jo's hier drin. Bitte? Gerade hast du hier Jo's drin, nicht den Assistant Chief. Und wenn ich, äh, schwinde, dann gibt's halt neun Assistant Chief. Jeder ist halt leider, ähm, auswechselbar, wie man so sagt. Auswechselbar? Ersetzbar. Ersetzbar, ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Du sagst mir Bescheid, wenn du müde bist, oder? Ja, alles gut. Oh, das ist gut. Du sagst Bescheid, wenn du müde bist, ne? Ja, natürlich. Ja, okay, es ist ein bisschen weit weg. Ich mein, wir können, äh, wir können tatsächlich jetzt leider nicht, äh, drauf. Ich mein, obwohl, können wir schon, aber heute gab's ja einen Überfall. Wo willst du denn hin? Ich will die bunten Lichter sehen. Okay, ich folg einfach. Eigentlich dachte ich, wie, weiß ich nicht. Ich hab grad überlegt, wie komm ich am besten auf dem Pier, ohne, dass man aus dem Auto aussteigen muss. Gehen wir einfach drauf an zum Pier. Und, ausstecken. Wie gesagt, da gab's ja, da, ein Raub und ich bin so vorsichtig, gerade so übervorsichtig. Hm. Und ich kann wirklich kein Auto fahren. Ich geb mir das richtig Müll. Also, bis jetzt leben wir noch. Ja. Hast du bis jetzt nur ein Stopp-Shirt übersehen? Na, so ist doch okay. Oh mein Gott, wirklich? Oh Gott, das ist doch bestimmt dieses eine Stopp-Shirt gewesen, dieses Wiese, oder? Ja, das, eine, ja. Das existiert einfach nicht. Das ist mal da und mal nicht da. Ich weiß genau, was ich gesehen hab. Und in den Jogula hat der über die Kreuzungfluss bist du auch nicht reingefahren. Also, von daher. Aber der ist auch sehr schnell gefahren, würde ich sagen. Oh mein Gott. Ich wünsch dir, ich würde jetzt kein Auto fahren. Ich lass immer andere fahren. Aber warum? Äh, ich, ich weiß nicht. Ich bin immer so nervös. Ich bin generell eine nervöse Person. Aber musst du nicht. Äh, bin ich aber. Du hast halt ein Auto, was ganz cool ist, denke ich. Und Nervösität musst du hier ja nicht haben. Ja. Einfach entspannt. Nie genießen, auf die Kippen lassen. Aber jetzt weiß ich, dass ich ein Stopp-Shirt überfahren hab und es beinahe getötet hab. Das macht dich jetzt doch ein bisschen nervös. Naja. Beinahe ist er nicht echt tot, ne? Ja, das stimmt. Man soll ja positiv sein. Das Stopp-Shirt ist halt assi. Ja, das stimmt. Gut, dann fahr ich mal ganz vorne, äh, raus. Da vorne, wenn man die Treppe runter geht beim Pier, das ist tatsächlich, äh, der Ort, wo ich mich gerne mit Herrn Larsen unterhalte. Ich verstehe. Ich habe wirklich ein langes Gespräch heute. Also langes safe. Ja, ich hoffe. So, wir sind da. Magst du mir gefallen tun? Ja. Er flucht nicht, doch bitte parken. Ja, okay. Also sollte etwas passieren, dann rennst du hier hoch, steigst ins Auto ein. Ich glaube nicht, dass was passiert. Ich meine, ich bin halt für deine Sicherheit zuständig. In einer gewissen Hinsicht. So besser? Ja. Sollen wir vorsteigen? Ja, können wir machen. Oh, okay. Treppen ist natürlich jetzt schwierig. Nein, alles gut. Aber hier ist eine Bank, hier können wir uns hinsetzen. Treppen sind auch okay, Ariana. Okay, Joske. Das war wieder zu lange, oder? Ein bisschen. Ja. Ich glaube, wir nehmen doch lieber die Bank. Okay. Wir können auch drüben runterlaufen. Und wo denn drüben? Dort drüben müsste auch noch eine Treppe oder so eine Trampe sein, wo man da runterkommt. Wenn dich da unten wohl erfüllt, dann gehen wir da unten. Ich weiß nicht, im Moment immer, wenn ich irgendwelche Menschengruppen sehe, oder sagst du da jetzt Bescheid? Ich sage immer nur ein Plus, ja. Oh. Wie gesagt, ich versuche uns soweit, ab zu sichern, wie es möglich ist. Oh. Er kommt noch nicht hier runter. Achter. Oh mein Gott, jetzt scheuche ich dich hier ja durch die Gegend. Ist irgendwie auch nicht gut. Es kann aber auch zur Genesung einfach sagen. Du machst dir ein bisschen zu viele Sachen, alles gut. Würde es nicht gehen, würde ich es auch sagen. Genau, hier ist die Bank. Hier sitze ich immer ganz gerne. Was liegt denn da auf dem Boot? Bitte? Was liegt denn da auf dem Boot rechts von dir? Oh, ich gehe davon aus, es sind einfach nur irgendwelche Zettel von irgendwelchen Liebespaaren oder so. Ah. Soll ich den lesen? Wenn du denkst, dass das Liebespaare Zettel sind, dann... Denk ich nicht. Ich bin schon immer ein bisschen neugierig. Ich schaue weg nur, der das durchlässt. Also, ich mache dir keinen Vorwurf. Ich gucke einfach da hinten die Sterne an. Nein, ich halte mich jetzt zurück. Sicher, dass du es los schaffst? Ja, gerade so. Okay. Aber du kannst Geheimnisse über Leute hören. Hör auf, ich mache das sonst gleich noch. Okay, meine Güte. Oh, wow. Was war eine schöne Welle dort. Mensch. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Was sollte sehr... Ich... Ich kann gar nicht sitzen, ich bin nervös. Ich kann... Was sollte sehr ernst nehmen? Warum bist du denn nervös? Nein, ich bin nicht nervös. Ich... Ähm... Ein Föhn... Muss ich mir noch kaufen. Was bist du, ein Föhn? Weil da ist ein Föhn im Bad. Genau. Ah. Oh, ist das so? Ich habe ein schlechter Gastgeber, dass da kein Föhn ist. Ja, den muss ich wirklich noch besorgen. Ich kann den ja bei dir holen, wenn du einen hast. Ich habe tatsächlich einen. Ja, wir könnten dann bei mir vorbeischauen. Nochmal. Ja. Sollten wir hinkriegen. Ob es heute anscheinend ist, war halt ein spannender Tag. Letzten Endes. Halt mit einigen Gesprächen und Informationsteilungen und so. Also eigentlich alles für immer. Das, was eher anstrengend ist, ist für mich nicht wirklich, was machen zu können im Moment. Ja, das kann ich mir vorstellen. War dein Tag anstrengend? Nicht wirklich. Ich habe nur gemerkt, dass ich bei Autos zusammenzucke, bei Menschen zusammenzucke. Ähm... Ich habe in einer tollen Recruiting gesprochen. Ähm... Diese Tunnelsache war ja eigentlich auch nicht wirklich erfolgreich. Aber ihr wisst jetzt... Entschuldige, ja. Nee, nee, alles gut. Ihr habt übrigens das tollen System jetzt nicht gelernt. Ist auch nicht so verkehrt. Ja, das stimmt. Habe ich immer noch den Sitzpack? Scheiße. Sitzt die jetzt richtig? Schon etwas sehr, ne? Du setzt dich die ganze Zeit um. Nee, nee, alles gut. Ich hatte... Jetzt sitze ich richtig, ja. Das war ein bisschen ungemütlich. Verstehe ich schon. Aber wenn du nervös bist, lass doch mal die Bällen auf dich wirken. Einatmen, ausatmen. Das genießen. Ist damit klargekommen, wie der Homnet Agent, der umgegangen ist? Äh, wie sie mit mir umgegangen sind, war mir egal. Ich wollte die ganze Zeit sterben und einfach nur raus da. Ich wollte nicht mit rein. Und dann... Ach so? War ich so froh, als es endlich vorbei war. Und dann hast du aber gesagt, ich soll bleibe. Ich dachte so, nein. Ich will hier gar nicht sein. Und dann war ich froh, dass ich doch gehen konnte. Äh, weiß nicht. War irgendwie sehr unangenehm. Okay. Aber warum war das denn unangenehm mit einem... Ist doch nur Homnet. Also... Ist halt eine Behörde wie... Ich weiß, wie die ganze Situation da... Da gehöre ich nicht hin. Ah, ich verstehe. Ähm... Also... Du machst ja ziemlich wenig, ähm... Freizeit, Feierabend. Hat der... Oh... Hat er mir erzählt? Wait. Ja, momentan... Da nehme ich nicht wirklich was. Das ist richtig. Gibt nicht wirklich Gründe dafür. Gibt's denn irgendwas, was du vorher gerne gemacht hast? Hm. Komm hier mit Ray, das ist schon inzwischen. Ich hab zuletzt war ich mal wandern. Das war ganz nett. Mit, äh... Ehepaar Williams. Oder auch mal... In der Bar. Oder in einem Club oder so. Aber... Da ist die Auswahl ja aktuell... Etwas eingeschränkter. Ja, ich glaub, das wär gerade... Cool. Ich mein, du kannst... Hast du... Du bist doch nicht in Gefahr, oder? Oder auch? Hm... Da ich in der Führung des SRPDs bin, bin ich da schon... Leider auch mit drin in dem Thema. Ich bin jetzt in der aktuelle Situation, meins. Okay. Aber ansonsten... Hm... Ich bin eigentlich immer offen für ein neues... ... oder versuche zumindest offen für ein neues zu sein. Weil das an mir kritisiert wurde. Naja, man muss nicht jede Kritik annehmen. Nur so. Ich, äh... Hab grad jetzt auch nicht so viel zu tun. Und wenn das vorbei ist, würde ich... Also ich hab ein bisschen Hummer in dem Hintern. Ich möchte einfach raus. Nachvollziehbar. Okay. Was würdest du machen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest... Und nicht wie in dieser... Situation wären. Ich hätte tatsächlich Lust, äh... Irgendein Event zu besuchen. Nur um hinzugehen und dann zu merken, dass es eigentlich gar nicht so toll ist. Und dann mit Leuten einfach weiterziehen. Oder... Mit wem ich da auch immer bin. Also eher so ein bisschen Sputane-Aktivitäten dann. Wenn das Event dann scheiße ist. Ja. Hm. Weiß nicht. Ich... Hab gehört, dass... Nach Casa del Mar. Das macht ja jetzt bei der Mirror Park auf. Oder hat vielleicht schon auf. Ach, ist das dieses Restaurant, was da gerade so... Gebaut wird, oder wie? Ja. Ach, dann hat's noch nicht auf. Okay. Ich... Hab da nur... Ruhestellen-Zeug gesehen. Aber es ist schon ewig her, dass ich da vorbeigefahren bin. Können theoretisch ja mal schauen. Also mal gucken, bis da aussieht. Mhm. Okay. Wenn du schon weiterfahren möchtest, du kannst auch noch hier sitzen bleiben. Sobald es sich dir. Ich wünsch dir, dass Auto wieder autonom fahren. Ich bin für deine Sicherheit da. Ja. Ja, okay. Also ein Event würdest du gerne besuchen. Oh. Ich meine, es gibt ja nicht so viele. Hm. Ich weiß ja, letztes Event war Valamunia, tatsächlich. Oh ja, das war toll. Ja, von dem ich mitbekommen habe, definitiv. Ich meine, ich war für die Einsatzleitung dort zuständig. Aber danach... Nachbar habe ich da ein bisschen Freizeit genossen. Oder zumindest ist es so dargestellt, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und nicht die ganze Zeit den Terror im Kopf haben. Moment, haben wir uns da gesehen? Oder... Nee, ich glaube, das war ja ein Auto. Nee, oh Gott, ich glaube, wir haben uns auch da gesehen. Ich glaube nicht. Gut, Gott sei Dank. Bin mir aber nicht sicher. Also im Dienst glaube ich nicht und Außer-Dienst... Dann war das... Dann glaube ich auch nicht. Ich habe einige Kollegen gesehen und ich habe irgendwie... ...gerufen. Gott sei Dank bin ich so betrunken und ich war sehr betrunken. Wenn ich jetzt gerade so übernachdenke. Nee, nee. Also ich weiß, da war auf jeden Fall Anaudo vielleicht Kokum. Ich weiß, es war mir auf jeden Fall extrem fein. Da war ich noch mit denen unterwegs, weil sie sich das anschauen wollten. Ja, daran erinnern sie sich nicht mehr. Äh, du. Du erinnerst dich nicht mehr. Nein. Da war nichts. Ich habe gelogen. Oh Gott, denn warum lüge ich immer? Wo wollte ich jetzt eigentlich hinfahren? Wo wollte ich jetzt eigentlich hinfahren? Mirror Park. Naja. Wolltest du schauen, ob das Restaurant da aufmacht bald? Ja, ja, genau. So, ich bin Taxifahrerin, deswegen weiß ich auch genau, welchen Weg ich nehme. Ich habe aber auch meine eigene Orientierung. Da möchte ich schon mal vorwahren. Ähm. Sie wissen, du weißt, dass du dich nicht mehr rechtfertigen musst dafür. Du fährst so, wie du fährst, um deinen Weg zu finden. Ja, okay, bei mir dauert es immer ein bisschen länger, aber man kommt auf jeden Fall an. Ja, das ist doch super. So. Gut. Du hast mich gefragt, ob mein Name eine Bedeutung hat. Hat dein Name eigentlich eine Bedeutung? Ja. Ich sag mal, wie Josuke gibt es halt mehrere Bedeutungen, aber meine Kassel hat mir gesagt, es geht dir da eher um die Bedeutung des Supporten und Helfenden, kann man eigentlich sagen. Oh, passt ja. Und Korayame bedeutet dunkler Regen. Ist englisch übersetzt. Passt ja irgendwie auch. Ich weiß nicht, eigentlich... Warum? Ich habe dich jetzt ein bisschen kennengelernt und äh... Vorher war es, wenn du an mir vorbeigegangen bist, dann war es eher wie ein dunkler Schauer. Ich verstehe. Tatsächlich habe ich das Gefühl, aber jetzt nicht mehr. Gegenteil. Das, äh... Denke ich ist gut. Ich bin manchmal ein bisschen zu ehrlich. Gott mir neid. Lieber Ehrlichkeit als... Ja, nicht ehrlich sein halt. Aber tatsächlich ist der Name Korayama ein sehr älter Name. Und aus der Zeit der Samurai. Das wurde es mir so gelehrt. Das ist die Bedeutung dunkler Regen dann schon etwas spannender. Inwiefern? Ich kenne mich damit nicht aus. Die Samurai-Zeit war eine Zeit, die voller Ehre war, aber auch... Man kann schon sagen, Grausamkeiten. Es gab halt Kriege und... Manch einer sagt, der dunkle Regen könnte halt mit Heilhage zu tun haben. Manch anderer sagt, könnte halt... Auch anders gesehen werden wie der Blutregen. Oh, oh mein Gott. Okay. Vielleicht gab es da mal eine Schlacht, wo es... So war, aber... Ist aber auch nicht so wichtig. Ist halt wirklich so. Und ich habe mich verfahren. Sekunde, ich drehe kurz. Ich drehe natürlich nur da, wo ich darf. Natürlich. Ich will hier natürlich nie drehen. Ich fahre mal eine ganz große Runde. Oh mein Gott. Alles gut. Ja. Eine sehr, sehr große Runde. Hey, ich glaube, da war gerade mein Auto. Ich muss noch ganz kurz auf Toilette. Ja. Das ist halt alles für mich. Ich wollte gerade noch... Ich wollte gerade das... Ich wollte gerade halt wieder fragen. Wo müssen wir da mal hin? Oh Gott. Oh. Oh, jo, 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 jo. Das Auto zu fahren ist, aber ich... Ariane wäre... Oh mein Ding, dieses Auto war ja so ihr Traumauto. Das wird so teuer heutzutage. Ja. Ich muss halt gerade aufpassen, ne? Ich muss halt gerade wirklich aufpassen. Ich denke mir die ganze Zeit, ich wollte Ariane nie in eine Richtung... Das mag ich auch nicht. Aber trotzdem will ich mich auch nicht immer an dauernd RP versperren, muss ich ganz ehrlich sagen. Passt halt gerade vieles ganz gut. Oh, Quake Rider, gute Nacht, schlaf gut. Oh, Quake Rider, gute Nacht, schlaf gut. So in der Art, wie sie sich gerade... Also wie sie gerade ist. Und das ist... Und das ist... Okay. So. Äh, drehen. Genau. Die Runde habe ich jetzt ge- Wo bin ich? Ähm, wie weit bin ich jetzt gefahren? Wo muss ich hin? Ach, hier hin. Wo wollte ich noch mal hin? Im Mirror Park. Da komme ich doch bestimmt hin, wenn ich jetzt hier lang fahre, oder? Ja. Bei der nächsten Ausfahrt raus. Okay. Was wollte ich noch mal im Mirror Park? Ich wollte das Restaurant anschauen. Ah, stimmt, ja. Alles okay. Alles okay, ja. Okay. Ich trau dich ruhig, etwas Gas zu geben. Renieße es ein bisschen. Äh, warte. Ja. Ich versuch's. Jetzt fährst du rechts. Aha, ja. Weiß nicht, ich hab's gerade irgendwie mit dem Denken. Ich, ich weiß nicht, was los ist. Es hat, ähm, eine lange Zeit halt eben, ne? Ja, echt lange Zeit. Was sag ich denn hier? Äh, anstrengende Tage. Halt, letzten Endes. Du überlegst, was du durchmacht hast. Ja, das wird's gerade sein. Einsatzlagen. Ja. So. Ist natürlich klar, dass du ein bisschen durch bist. Ja, natürlich. Das wird's sein. Jetzt hier vorne links. Da fahr'n wir gerade aus. Ja. Wir leben noch. Ja. Warum sollten wir auch nicht leben? Weil ich immer noch sehr schwitzige Hände hab' gerade. Halt ich dir ein Taschentuch raus? Ja. Irgendwie geben oder so. Ich weiß nicht. Die sind nicht so ganz schwitzig. Das ist nur... so ein Gefühl. Hm. Keine Ahnung. Okay. So, jetzt muss ich noch schauen, wo man hier jetzt am besten parkt. So gesehen, gegenüber von der Frodone ist es so Parkborten. Ja, stimmt. Wo ist ein Stückchen bis dahin, ne? Ja, das ist voll okay. Wie gesagt, darauf musst du keine Rücksichtigen. Keine schlimmeren Schmerzen als das. Also, Moment mal. Also, hast du Schmerzen, wenn du jetzt läufst? Ganz leicht manchmal. Ich meine, ich kann mir das Auto auch einfach da hinfahren. Wir schauen, ob das... Nö, 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 nö. Das Auto... Unterboden... Nö. Du hast abgeschlossen, ne? Jetzt hab' ich abgeschlossen. Ach, stimmt ja. Dann ist ja bald wieder der Weihnachtsmarkt. Dauert ja auch nicht mehr lang. Hm. Da war ich... ... auch nicht zivil. Doch einmal, glaub' ich. Ja. Weiß es gar nicht mehr. Hier hab' ich... Ja, aber es war... Hm? Ja. Alles gut? Nein, du. Nein, du? Du. Ich hab' vergessen, weiß nicht was. Du bist dran. Hier hab' ich jemanden getasert und getroffen. Ich erinnere mich. Ja. Ich wusste nicht, was ich tue, aber ich hab' irgendwas richtig gemacht. Oder du wusstest, was du tust... ... was du tust und gut ist. Ja, oder so, aber ich glaub' die Chance ist wirklich gering. Und du weißt, dass es Bullshit, ne? Nee. Ist doch schön hier. Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Das Gehobener. Von dem, was man sehen kann. Also, so'n Bauchstellen-Shield seh' ich jetzt hier nicht mehr. Ich war auch schon sehr lange tatsächlich hier. Sieht wirklich danach aus, das würden die fast bald aufmachen. Ah. Da ist kein Tor vor. Naja, war eigentlich, darf man das doch nicht mehr, oder? Ups. Ich weiß nicht, wenn der Assistant Chief das macht, dann mach' ich das auch. Oh, wow. Kannst du ja mal kurz umschauen, wenigstens. Oh, Gott, das ist ja wirklich... Oh, mein Gott, ist das schön. Oh, wow. Oh, mein Gott. Ich muss leider sagen, ich liebe so'n Kitsch. Ich muss gerade etwas schützeln, tatsächlich. Warum? Hm, weil mich dieser Tisch mit dem Kitschblütenbaum dazwischen sehr an Stamm-Restaurant erinnert aus New York. Ein Stamm-Restaurant? Hm. Lustiger Zufall, dann. Definitiv. Ich bin überrascht. Tatsächlich das Schönste, was ich hier jemals gesehen hab. Alles. Das hat auf jeden Fall ein gewisses Charme. Vielleicht hast du Glück, denn das macht gut auf. Ja, gut. Obwohl, ich kann mit Freunden ja hier hingehen. Das hat eher so'ne Pärchen-Location hier. Ist das so? Ja, schon. Schau dich mal um. Hm. Vielleicht der Tisch in der Mitte, aber der Rest ist eigentlich nur auf Pärchen ausgelegt. Ich mein, hier auch... ...der Rosen und den... ...den Kerzen. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht so'n bisschen in eine noblere Richtung geht, aber wenn du's so dasteht... ...schon'n bisschen, ja. Und das da sieht... ...wenn es zweiter spinnst, wie Nordfin Doppeldate aus. Oh, stimmt. Das ist es wahrscheinlich auch. Mit'n schönen Kirschbaum... ...Kirschbaum... ...ich kann das Wort Baum nicht aussprechen heute. Kirschbaum in der Mitte. Oh, langer Tag bei dir. Ah. Ja. Ja, wir sollten uns lieber beeilen, oder? Ja. Ich, dass... ...dann irgendjemand mit dem Baseball-Schläger hier aufmacht oder so. Ja. ...die Geschichte von dir hab' ich mir gemerkt. Ja, die hatte mich auch etwas geprägt, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott, sehe ich das da... ...ist die Treppe beleuchtet? Ja. Oh mein Gott, das ist echt voll schön. Ob das wohl immer so bleibt, oder? Ne, das ist... ...ist nicht irgendwie vom Paradise was, oder? Ich... ...gehe eher davon aus, dass das hier etwas Festes ist. Achso, du meinst die, äh, ja. Die Treppe... Ich auch von aus. Wow. Ich gehe mal davon aus, das soll so einen gewissen Charme halt haben, weil... ...da du ja meinst, das ist mehr so... ...romantisch angelegt, dann. Ist das natürlich zum Ausführen mit der Treppe runter noch ein bisschen schöner, denke ich. Dann frage ich mich, wie das ist. Wenn da oben nämlich jetzt Parkplätze wären, dann würde es ja Sinn machen, aber... Dann lass doch mal hochgehen und runterlaufen gucken. Okay. Äh, Treppen, wirklich okay? Ja, ist wirklich okay. Du lügst mich an, du hast gerade gesagt, dass du Schmerzen beim Laufen hast. Wie gesagt, es zieht nur eins. Ah, okay. Okay, das ist dann am Park, man irgendwo... ...dann hat man hier einen schönen Weg. Ja. Noch einen Aufblick auf die Stadt. Skyline, See. Der hat dahinter noch die Weihnachtsmacht vor. Mit so einer schönen Weihnachtsbaum und so. Oh ja. Das ist ein Charme auf jeden Fall. Stimmt schon. Ich glaub, ich will's hier öfter hinverschlagen. Mit deinen Freunden dann, oder wie? Ja, oder... Ah, nein, ich weiß nicht. Naja, alleine wäre ja irgendwie nicht so gut, oder? Aber das Essen dort hältst du ja bestimmt interessant. Ja, da bin ich mir sicher. Das war ja schon bei der alten und markeilischen immer relativ nett. Gut. Aber teuer, aber gut. Naja, je nachdem, mit wem man da hingeht, ähm... ...sollte das Geld ja keine Rolle spielen, würde ich sagen. Ja, das ist, äh, auch wieder wahr. Ähm. Ja. Wer das denn? Wo möchtest du denn noch hin? Äh... Ne, was wolltest du fragen? Entschuldige. Nein, ich wollte gar... Nein, ich wollte nicht fragen. Ähm, wohin? Irgendwas wolltest du daran sagen? Nein, ich hab... Ich hab... Ich wollte nichts fragen. Ich wollte nichts fragen. Ich hab... Irgendwas wolltest du sagen, Ariane? Nein, ich... Nein, ich wollte nichts sagen. Wirklich nicht. Sollen wir jetzt zum Auto gehen? Klar, wenn du mir sagst, was du gerade mal sagen wolltest. Oh mein Gott. Nein, ich wollte nichts sagen. Ich geh jetzt einfach. Also kommst du mit? Kann ich hinterher kribbeln, ne? Oh mein Gott, ja, es tut mir leid. Bedeutet die Tätowierung eigentlich dann noch etwas? Ja, das ist mein Freundschaftstätow mit meinem besten Freund. Ah, cool. Ja. Und das an meinem Arm. Ja, ich ähm... Glaube ich, das ist mein erstes Tätow gewesen. Und ja. Also mehr so eine Jugendsünde dann? Nee, das hab ich hier stechen lassen. Was bedeutet das? Anfangs hat es keine Bedeutung gehabt, äh... Hat es auch eigentlich nicht. Larry hat nur immer gesagt, äh, Diamant auf der Insel und sowas. Das hab ich mir eigentlich eingeredet, aber äh, es hat keine Bedeutung. Ich verstehe. Ey, Güte, ich war so lange nicht mehr bei Amphrodonis, was natürlich okay ist. Das sollte keine Prio haben, aber ich hab den großen Schlussverkauf verpasst. Dann... Kriegt man es bestimmt organisiert. Oder vielleicht... Durchsichtigen sich die Problemarten ja auch. Zeitnah. Bauch schon, ähm... Oh, das ist das Auto von Haradekka. Das ist immer noch hier. Es wirkt ein bisschen so, als wolltest du irgendwie beauft und es nicht scharf, wenn es da kommt. Nein, nein, ich hab eigentlich alles davon. Ich hätte mir nur noch meine anderen Farben gewonnen. Achso. Ah. Ich hab nur die Brillensammlung gekauft, als sie neu aufgemacht haben. Sonst nicht? Mh, sonst gab es da nicht so viel, wo ich gesagt habe, das gefällt mir. Zumindest war ja neue Öffnung. Okay. Ich bin, was Anzüge angeht, sehr wälerisch. Ich bin zum Beispiel nur ein Fan von Anzügen, die hat enger Anliegen, wie das Sako jetzt hier in dem Fall. Und bin auch nicht so eröffnet von, davon, dass in der Sako schon ein Tuch rausguckt. Das finde ich natürlich gut. Sieht auch immer schicker aus. Ja. Das ist richtig. Wo wollten wir jetzt hinfahren? Du wolltest überlegen, wo du hinfahren wolltest. Oh, scheiße. Stimmt. Ähm. Ja, irgendwas hatte ich wirklich im Sinn. Nee, das... Moment, ich geh nach ein paar Orte ab in meinem Kopf. Nee, das auch nicht. Ah, das auch nicht. Fitschig. Ah, zu gefährlich. Hattest du vor, morgen unterwegs zu sein? Ähm. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Mittwoch auf jeden Fall. Okay. Ich würde den Schlüssel halt im Wohnzimmer schrank halten. Das heißt, äh, wenn er da drin liegt, äh, ja, wenn ich etwa, siehst du ja, wenn ich auf den Fernseher gucke oder in Obdösen bin, ähm, kannst du ihn einfach mitmachen. Okay. Dass du halt wieder reinkommst. Ja, das ist halt gerade ein bisschen. Wenn du wieder reinkommen möchtest. Wieso sollte ich nicht mich? Weiß ich ja nicht, vielleicht fühlst du dich ja unwohl, oder so. Plötzlich. Nein, ich fühl mich ziemlich voll im Moment. Ja, mit den Zweitschlüsseln hat heute nichts ganz geklappt, weil ich werde das Schloss austauschen lassen. Da wird etwas dauern. Moment, hast du heute wegen den Zweitschlüsseln gefragt? Hm, es hatte mich nur interessiert, wie das gehen würde, weil... Ach so. Weil Zweitschlüssel ja, der andere ja weg ist. Ah, ja, ja, natürlich. Damit auch keiner irgendwie Schabernack, äh, mitbetreibt. Genau. Und wie wir heute zu mir nach Hause, damit ich noch was holen kann. Ja, Entschuldigung, ich habe da... Meine Officerin wegrückt, nicht, dass jetzt Panik entsteht. Äh, dann geh doch ran. Plus bedeutet alles, okay. Ja, aber... Aber geh doch ran, ist doch okay. Ich bin... Ich bin... Ach so. Ach so. Ich war schon dran. Das ist gut. Entschuldigung, ich gucke die ganze Zeit nach vorne. Ich habe nicht gesehen, dass du irgendjemand von mir bist. Ja. Alles gut. Lieber konzentrieren, ne? Ja, aber wir können zu deiner Wohnung fahren. Ja, ich weiß halt nicht mehr, wo ich wohne. Moment, ich muss mich konzentrieren. Du wohnst, äh, bei der Fahrstuhle. Ja, genau. Ich, ähm... Ja, okay. Jetzt habe ich es wieder. War wirklich eine anstrengende Woche, ne? Ja. Sehr. Eigentlich... Eigentlich rede ich auch immer ziemlich viel. Okay. Und... Warum nicht eigentlich? Du bist über den Stop-Shirt gefahren. Och, scheiße. Ja. Äh... Ich, ähm... Das, ähm... Ich schwöre, diesmal war es wieder nicht da. Das ist mal da. Und das ist so ein LED-Stopp-Shirt. Mal ist es da, mal ist es nicht da. Das ist wegen... Ja. Strom. Wir haben doch wieder manchmal so Stromausfall. Und, ähm... Das betrifft aber diesmal nur das Schild. Hm, ich verstehe. Ja. Hättest du natürlich auch sagen können, äh... Wenn ich draußen möchte, dass ich mir jetzt einfach einbilde aufgrund meiner Wunde. Und dass ich dadurch abgelenkt bin. Aber das würde ja heißen, dass ich gelogen hätte. Und das habe ich ja gar nicht. Natürlich nicht. Nein. Ja. So, irgendwo hier wohne ich. Jetzt, äh, habe ich es gleich. Ach. Hm. Wie war das? Das korayamische Denkmal? Ja. Ja. Das korayamische Denkmal. Hm. Du willst es dir genauer anschauen, wenn wir bei dir fertig sind. Also, Sachen aus deiner Wohnung, oder Sache, oder wie auch immer. Wenn wir machen, gerne. Ah, das ist ein Grund, warum du gerade nicht so viel redest. Nein, ich, ähm, ich, ähm, nein, eigentlich nicht. Ähm, ich habe in der letzten Zeit so viel geredet. Deswegen, äh, weiß ich nicht, ähm, rede ich gerade weniger? Ach so. Ja, verstehe ich. Nach einem anstrengenden Tag würde ich auch weniger reden. Aber ich rede generell nicht so viel. Bin mehr so der zuhörende Mensch. Und ich rede viel. Okay. Oh, okay, warte mal. Ergänzt dich ja irgendwie, ne? Ja. Ja, schon. Ähm, gut, das war jetzt nicht gut durchdacht. Aber, Moment. Es ist, äh, nichts verloren. Wir können nicht meinen Geheimweg gehen. Und? Das ist nämlich hier mein Parkplatz. Nicht da vorne, sondern hier parke ich immer. So. Wir müssen jetzt aber leider noch mal komplett rumgehen. Willkommen in den Slums. Aber hier ist es sauber. Haha. Doch, ganz nett hier. So, hier gehe ich immer hoch. Da vorne. Würde ich es einfach nicht geschafft haben, da eine Treppe hinzumachen. Ist das also dein Geheimweg? Äh, ja. Der Geheimweg. Den Kowalski-Brunnen war es. Und, äh, ich, ähm, 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 ist heute warm, oder? Ja, ich fühl's eigentlich schon recht frisch, heute. Oh, ja, doch. Ja, frisch ist es auch. Genau, warm und, ähm, frisch. Ja, gut. Ich kann nicht. Ist der dann kalt? Ah, ne, ist warm und schwank. Okay. Ähm, beides gerade. Okay. Wenn der zu frisch ist oder so, sagst du, hey, da gebe ich dir noch was mein Sakko, ne? Ja, das geht schon. Aber danke. Oh, Moment, ich mach das Door auf. Ah, Regatto. Oh, Regatto, Regatto, ja. Ich hol auch wirklich nicht viel, ich, äh, ich weiß nicht, du kannst dich ja sogar umschauen, ich hab, äh, willst du die Torten von den, weißt du in die Eingefrorenen oder so? Hm, ne, eher nicht so. Okay. Äh, ist auch, ich guck nur kurz noch in den Briefkasten. Mhm. Soll ich schon reingehen, oder? Ja. Das ist ja voll niedlich, das ist ja ganz furchtbar. Hey, guck mal jetzt, was ist hier los? Was ist los? Vielen Dank für den Raid. War das so ein Raid? Warte, äh, bin ich gerade wieder zu? Das stummt, ja. Ja, das ist leider so ein Ding, ne, wenn man da reingeht, dann. Ist aber auch mit Handys so. So, okay. Ich, äh, setz mich einfach hier in und warte. Okay. So. Ich hab was cooles, was sie mitnehmen kann. Oh, Tilidin. Ibuprofen. Und die hat nicht mal einen Joint oder sowas. Das ist einfach die Nudeln hier mit, dann mach die dann bald hier mit Wasser. So. Ich beeil mich. Wir haben alle Zeit der Welt. Ist das so? Ich hab tatsächlich gar nicht so viel Platz, ey. Scheiße. Was könnte die dann noch mitnehmen, wenn ich sie auf eine Art und Weise jetzt auch... Oh mein Gott, ey. Ariane, du darfst nichts fest... Die Dings, die... Du darfst nichts machen. Obwohl, wie gesagt, ich verspür mich auch nicht mehr. Ähm... Ich will irgendwas mitnehmen. Boah, der Stelford hätte das jetzt zur Hochzeit angezogen. Ich weiß nicht, vor allem ein Kleid können wir mitnehmen, aber da haben wir keine passenden Schuhe, glaub ich, bei. Hm. Den weißen Pulli kann sie mitnehmen. Moment, ist das schwarze. Den hier. Den nehmen wir mit. Und noch ihre Hose, diese Summa. Moment, wo ist sie? Nicht die Gornblume, sondern die blaue. Hier noch. Da haben wir ein bisschen... Ein bisschen was können wir kombinieren. Wollt sie meine Eier sehen? Sie hat tatsächlich ein Cowboy-Code von Skinner, du musstet den auch geben und den Baseball-Stäger noch. Okay, ich bin fertig. Okay. Und sonst... Willst du was essen oder trinken oder so? Nee, alles gut. Aber danke. Oder so, man kann ja nur essen und trinken. Okay. Gut. Dann wieder zurück. Ja. Kann leider meinen Geheimgang nicht nutzen. Es sei denn, ich trage dich runter, aber das... Gab's da nicht gerade so ein... Na, egal. Nee, nee, wir laufen einfach mal. Okay. Na, warte mal. Nein! Können auch abkürzen. Nein, 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 nein. Doch. Nein, das ist zu hoch jetzt. Außer du müsstest an den Banken laufen. Es wiegt es so, als ob du nicht so lange laufen würdest. Nein, ich... Doch, ich laufe. Und sonst... Ja, keine Schmerzen haben. Dann laufe ich. Also. Okay. Ähm... Ja. Ich halte wieder das Tor auf. Regato. Heißt das Danke? Ja. Das ist Danke. Achso, ich dachte, das weißt du. Rego. Das ist Danke. Okay. Und Dozo heißt bitte. Domo heißt immer auch Danke. Okay, jetzt ist es kompliziert. Regato gozaimasu. Dankeschön. Äh, ist das das Auto? Nee, du bist so plötzlich geblieben. Achso, ja. Da vorne ist genau da vorne. Haben wir da vorne gemacht? Nee. Achso, wir müssen einmal komplett rum. Jetzt erinnert mich. Ja. Ja. Wegen mir, weil ich, äh, mich anschießen lassen hab. Bitte? Hm? Nee, ich hab's wirklich nicht... Achso? Weil ich hab's wirklich nicht verstanden. Achso. Weil ich mich anschießen lassen hab, müssen wir halt laufen. Also. So weit. Hab ich glaube gesagt. Warum entschuldigst du dich? Ja, ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. So, wir haben... Ich würde gerne hoch zum Observatorium, aber da wurde ich schon mal ausgeraubt und irgendwie ist es jetzt, wenn ich so auf die Ohr gucke, habe ich das Gefühl, das könnte nochmal passieren. Aber wenn du da hoch möchtest, müssen wir auch da hochfahren, weil im Prinzip nur weil du da ausgeraubt bist, heißt es ja nicht, dass es nochmal passiert. Gerade ist es wichtig dann, ja. Ne, alles gut. Gerade ist es auch wichtig, nochmal zu den Orten zu kommen, um die Angst halt rauszubekommen. Okay, willst du mal lachen? Ich versuche, ja. Das ist doch hier das bunte Parkhaus, oder? Ich habe gerade beim PD angefangen und stand hier mit einem Kollegen. Und ich wusste nicht, Entschuldigung, ich muss mal kurz sagen, ich wusste halt nicht, wie man dieses Parkhaus nennt. Und dann habe ich halt gefragt, 10, 20, wo sind wir hier? Ja, und er hat ja was gesagt, aber ich habe es völlig falsch verstanden und habe gefunden, 10, 20 Bundesparkhaus. Und das habe ich tatsächlich relativ oft gesagt, bis ich irgendwann mitbekommen habe, dass es ein normales Motorrad ist. Ähm, dass es Buntesparkhaus heißt und nicht Bundesparkhaus. Das war ein netter Sprecher. Ja, ich muss darüber lachen, weil ich lache gerne über meine Verbeidheit. Hast du nicht gesehen? Ich habe ein bisschen gegrinst, also. Hab ich gesehen, ja. Ich bin halt nicht so lachend unterwegs, tut mir leid. Gut. Challenge accepted, oder so. Hm. Okay, ich habe... Oh Gott. Es gibt Geschichten, da muss ich einfach selber anfangen zu lachen. Dann lache ich so viel, wie sie erzählen, aber irgendwie schaffe ich es ihnen dann nicht, sie zu erzählen. Und mein Gegenüber lacht nicht mit. Okay. Aber, ähm, nein, das, das, ich glaube, äh, ich glaube, das versteht man nur, wenn man dabei war. Das kann ich nicht urteilen, tatsächlich. Ja, ich glaube, das versteht man wirklich nur, wenn man dabei war. Ich habe ziemlich witzige Freunde, die auch ein bisschen verpeilt sind. Hm, das ist doch sehr schön. Mhm. Würde ich sagen. Bemisst du deine Freunde gerade? Ja. Tatsächlich ja, aber ich habe länger nichts mehr mit denen zusammengenacht. Okay. Willst du mit denen gerade es machen? Hm. Einen davon geht es gerade nicht gut, und, äh... Willst du... Ich habe es auch nicht mehr helfen, ich kann mich auch... ...10 Meter entfernt irgendwo hinsetzen, solange war es. Nee, ganz bestimmt nicht. Also, du willst ganz bestimmt nicht der Person helfen, oder dass ich mich 10 Meter entfernt wegsetze? Also, ich mache das irgendwie über... über Telefon. Okay. Nur gerade muss ich mir erstmal selbst helfen, ich bin nicht wirklich gerade dazu in der Lage, anderen Leuten zu helfen. Oder zum Observatorium zu finden. Ich verstehe. War nur ein Angebot. Ja. Und das sind nicht auch solche Bäume, solche Kirschblütenbäume, oder... ...verture ich mich da an? Ja. Nee, das sind Kirschblütenbäume. Gibt es irgendwie... ...fällt es mäßig viele in dieser Stadt. Oh. Aber es gibt schönere Orte. Ja, ist gut. Aber? Ich würde sagen, so etwas in einem eigenen Garten wäre bestimmt ganz schön. Definitiv. Auf dem Hinterhof wäre das auch so schön. Mhm. Auf dem Ort, wo man sich ziehen könnte. Ich fahre komplett falsch, oder? Ist schon auf dem Weg. Auf dem Weg, oder auf dem... Ich fahre einfach mal. Also... Wie kommst du schon an? Ja, alles gut. Ich... ...vertraue dir da, denke ich. Nein, bitte nicht. Bitte vertraue mir da nicht. Man sagt ja auch uns, der Weg ist das Ziel. Also... Von daher... Ja, den Spruch geht nicht. Achso, du hast mich ja gefunden, wo ich mich gefragt hatte, was du Samstag machst. Machst da... Ja. Hab halt ne Plus 1 auch für die Hochzeit von Mr. Williams und Mr. Williams. Ich dachte so, wenn du Lust hast auf Ablenkung, hättest du da mitkommen können. Ah. Okay, ja. Ich... ...hatte mir sowas schon gedacht. Ich wollte es nicht aussprechen. Aber ich dachte, das ist wahrscheinlich nicht wegen Abdenkung, sondern auch so ein Aufpasser-Ding. Wie meinst du das? Ja, du hast ja gesagt, du passt gerade auf mich auf. Und ich... ...wohn ja jetzt auch bei dir. Deswegen dachte ich, ja, dann... ...wann so ein bisschen... ...ja, weiß ich nicht. Mich beobachten. Da bin ich nicht heimlich aus der Wohnungspflichte oder sowas. So ein Aufpasser-Ding ist das jetzt auch nicht. Wenn du aus der Wohnung gehst und sagst, du willst doch so... ...ne, also... ...das war wirklich eher so gedacht im Sinne von... ...so abgelenkt bist, so ein bisschen. Ich mein, so eine Feier ist bestimmt... Wohin? Ganz witzig. Echt. Da ist sie hoch. Ich bin mal ganz ehrlich. Ich... ...liebe Hochzeiten. Ich war schon auf... ...lange auf keiner mehr. Das hat sich irgendwie nie ergeben. Der letzte, auf der ich war, war... ...ich glaub vor einem Jahr oder so. Mhm. Okay. Andersrum. Oh mein Gott. Ja. Ich würde dir sagen, ich lerne es, aber ich muss das noch ein paar Mal gesagt bekommen. Hm. Okay. Aber du machst es im Dienst doch auch so. Ich fahre nicht im Dienst. Achso. Ja. Sag dir mal, vielleicht ändern. Ne. Ne. Ähm. Du weißt, dass ich dein Assist schief bin und rein theoretisch sagen kann, dass du das Auto fahren sollst. Ich habe keine Uniform. Und alles, was heute passiert, hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Ich mein, wenn du im Dienst bist. Ja. Und das, äh... ...das mit dem Fahren habe ich jetzt gesagt. Jetzt hier. Ne? Und die Uniform. Und deswegen hat's... Deswegen ist es nie passiert. Also... Ich habe meinen Stock vergessen. Oh. So. Äh, ist abgeschlossen? Ja. Ich hätte ich was vergessen abzuschieben. Das ist aber merkwürdig. Also ich muss sagen, ich kann das funken ja nicht so gut, ne? Deswegen sage ich immer, ja, ich funke. Und wenn da schon jemand sitzt, dann sage ich, oh, ich setze mich nach hinten und ich passe auf. Mhm. Ja. Alter, das, was du sagst, kann ich eigentlich nicht verwenden. Das weißt du, ne? Ja, das zählt jetzt halt nicht, ne? Du bist Teil von Lamesa jetzt. Und das ist jetzt gerade aber privat. Ja. Äh, stimmt. Wohl. Privat. Ja, okay. Privat, äh, halb privat. Ich glaube. Ne, ist schon privat. Gefahrenlage privat. Privat klingt immer so komisch irgendwie. Warum? Weil er mir gesagt hat, dass ich kein Privatleben habe. Ja, und doch sind wir hier. Natürlich, weil, ne? Aber ist ja trotzdem privat. Ja. Ähm. Schön hier, oder? Ja. Sag mal, dieses, ähm, Restaurant gerade. Mhm. Äh, wenn ich da jetzt kein... Dann ja. Sonst würden wir nicht so... Warum sind denn so viele Leute hier unterwegs? Wir gehen nach unten. Okay. Also, wenn ich da jetzt keinen find, der mit mir hingeht, äh, äh, der, also, weiß ich nicht, hättest du so spontan irgendwann Lust? Mhm. Klar. Dann, wir machen, denke ich. Also, wenn du dich aushaltbar bist, würde ich, klar. Ja, natürlich. Aber ich bin besser als alleine, ne? Gute. Das, äh, stimmt. Nee, aber, ja, kann man sich das gemeinsam mal anschauen, wie das da so ist. Ja. Weißt du, ich sag dir jetzt was, irgendwo da unten nicht nachrufen wollt. Oder wie Leute, wo wir uns im Dienst gesagt haben, der Piratenschatz liegt dort irgendwo. Ja, irgendwo da. Irgendwo da. Und von hier aus sieht man auch das Observer-Auge. Mhm. Und die Brücke hätte auch zwei blaue Augen da hinten. Stimmt so ein bisschen, weil das eher so ne, so zwei Augen und die leuchten dort ne Brille wäre, oder? Ja, oder es sind zwei sehr skeptische Augen. Das ist... Hätte auch der Fall sollen, ja. Aber es würde auch passen. Vieles passt gerade. Ich finde das, was die Recruiting heute gesagt hat, eigentlich ganz gut. Ja, ich, äh, muss da leider enttäuschen. Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss von zwei Mafia-Unternehmen, anscheinend. Oh, mein, ah, okay. Also ne ganz andere Rechen. Gut. Schade, es hat echt gut gepasst. Es war eine interessante These und ich finde gut, dass sie sich eingebracht hat. Weil ich hätte sie ihr vielleicht ein Mistonen dabei bringen können. Ja. Ich höre Schritte. Schönen guten Abend. Hola, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Komm, man, wa? Warte, ich kann das nicht mehr. Ich kriege wirklich... Keine Panikantagung, aber... Ja, schon. Wir können auch hochgehen. Die sind runtergegangen und wir gehen hoch. Aber wenn ihr wegmöchtet, können wir auch hier weggehen. Ja, wir können da oben, das stimmt. Alternativ kann ich dir auch einen Ort zeigen. Ähm... Ja, also wird definitiv keiner sein. Okay, gerne. Dann hab ich jetzt aber mal gespannt. Wie kommen wir hier weg? Ach, da. Ähm... Sind hier vielleicht auf der anderen Seite keine Treppen? Hm? Da, von? Weiß nicht. Kannst du herausfinden. Was möchtest du denn wissen? Tatsächlich eine Menge. Ich würde dich noch nicht alles fragen. Hm... Also, noch nicht? Noch nicht? Okay. Warum noch nicht? Naja, ich... Ich... Finde ich ja jetzt nicht so gut. Ich... Kann nicht... Ich kann doch nicht einschätzen, was ich fragen kann und was nicht. Also, in der Theorie hat Fragen und eventuell kriegst du eine Antwort oder nicht. So gesehen. Bin nicht so gut im Smalltalk, muss ich sagen. Das ist, äh... Ich bin eigentlich schon relativ gut im Smalltalk, aber irgendwie, äh... Will es im Moment nicht. Okay. Wenn ich die Möglichkeit hätte, es eine Frage zu stellen, wo ich theoretisch darauf antworten würde, was wäre es? Äh... Eine Frage habe ich schon gestellt. Hm... Ach, schwierig. Ich meine, eigentlich ist es nicht schwierig. Nur die Frage stelle ich nicht. Okay. Ich würde dir den Ort einmal ins Navi packen. Hm-hm. Ein bisschen... weiter entfernt. Oh mein Gott. Wie weit entfernt? Im Norden. Im Norden? Also, ich verbinde mit dem Ort... Eigentlich bin ich ein Ort so schön und... Eigentlich irgendwie... Ja... Ist der Ort mittlerweile eher traurig. Warum? Wenn ich es genau nehme. Aber diese traurigen Aspekte ignorieren wir da einfach mal. Sagen wir mal so, ich habe denen auch mal Kate gezeigt und... Ja... Dann haben wir über gewisse Sachen gesprochen und... Ich verstehe es glaube ich, oder? Oh Gott, das ist einfach... Das ist einfach... Ich ähm... Ich muss... Ich muss einfach Dinge abschließen und ich kann es nicht und das nervt mich gerade so. Du meinst dieses ausstehende Gespräch? Ja... Er ist kein schlechter Mensch, wirklich nicht. Er ist nur nicht der Mensch, der zu mir passt. Wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Und wenn du es ihnen auch so vermittelst, wird er das auch verstehen. Aber von der Schilderung her... Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er danach wird auch stört und das einfach akzeptiert. Oder hat er dich auch schon gecampt, so ein bisschen. Zunächst, ja, aber... Wir hatten das... Okay, das ist jetzt wirklich nichts damit zu tun. Das ist auch ein Zufall, aber... Jedes Jahr an Halloween waren wir getrennt. Und er musste im November seinen Geburtstag immer alleine feiern. Irgendwie ein kleiner Fluch. Weiß nicht. Moment. Er musste... Du musstest deinen Geburtstag im November dann alleine... Achso, er. Ich habe im Juni... Er hat im November geburtstag. War gut zu wissen. Wann im Juni genau? Ähm, 9.6. Hm. Okay. Warum gut zu wissen? Einfach so? Und... Wann hast du Geburtstag? Am 24. Dezember. Ach ja, stimmt ja. Oh scheiße, ich habe es mir nicht gemerkt. Ich bin nicht so gut mit Geburtstag. Ich muss mal gleich ganz kurz rechts ranfahren. Ja. Kein Problem. Im Prinzip vergisst den eh jeder. Ich meine, letztes Jahr haben wir alle Leute gratuliert. Wer das hat es vergessen. Also... Schon okay. Moment. Sobald sich die Möglichkeit gibt, werde ich mal ganz kurz rechts ranfahren. Ja. Okay, Moment. Wie die den sein Handy einspeichert, ist ja ihr überlassen, ne? So. Weiter geht's. Ja. Aber noch 100 Meter weiter. Oh, das ist schon hier? Ja. Ach ja, stimmt. Ich habe nicht aufs Navi geguckt. Alles gut. Und wo habe ich hier? Einfach hier an der Seite? Einfach hier rechts, ja. Stock mal hier lassen. Versuch's mal so. Und du hast deinen Geburtstag bis jetzt noch nicht gefeiert. Ja, nicht wirklich. Ganz schön grün hier. Wir sind naturbelassen dafür, dass da vor San Kodo direkt hier ist. Ja. Aber mein Highlight ist eher der große Baum dort hinten und hier direkt vor uns. Ah, ich seh's. Und es gibt auch ein einzelnes Kischeltenbäume hier. Ich mag den Ort. Ich habe schon sehr oft meditiert und bin in mich gegangen. Aber seit sehr langer Zeit mehr. Ich verstehe jetzt, was du meinst mit, dass ich hier, äh, dass hier keiner sein wird. Hm. Geht's denn? Also wir können da hingehen. Ja, es geht. Lange die Nähte nicht aufgehen, ist alles gut. Mein Gott. Warum denn immer direkt so brutal? Ich bin einfach nur sachlich. Ja, auch der einzelne Kirschbäume bauen. Ich habe es wirklich mit diesen Worten heute. Ist auch ganz nett. Natürlich. Der Baum? Ja. Ich meinte, hier ist alles grün. Klar, da hinten ist auch einer. Aber der ist trotzdem. Der fällt sehr auf. Ja. Schön hier. Kannst du dich denn setzen? Natürlich. Müsst du es mir nur hochheilbleicht. Mach ich. Man muss hier hinsetzen. Ja. Okay. Hier ist doch besser als oben beim großen Baum. Ist das so? Ja, es ist besser. Soll ich dir auch helfen beim Hinsetzen? Nee, passt schon. Irgendwie komisch. Ich bin mit meinem Invaliden Assistant Chief unterwegs. Ist das so? Ist das so? Ja. Ja, der invalide Assistant Chief. Das ist ja nett ausgedrückt. Aber eigentlich bist du ja mit Joost gerade unterwegs und nicht mit dem Assistant Chief. Oder ist das dir unangenehm? Nein, ich bin dir genannt. Ich muss tatsächlich sagen, heute war es irgendwie unangenehm. Ich bin dir ziemlich aus dem Weg gegangen. Nee, das habe ich gemerkt. Das war nicht böse gemeint. Aber warum bist du mir aus dem Weg gegangen? Ich weiß nicht. Soll ich vorbeikommen und sagen, hallo und na, auch gut geschlafen? Weiß ich nicht. Das war irgendwie komisch. Ich wollte das Gespräch irgendwie vermeiden. Es wäre aber okay gewesen. Ich bin da ja auch sehr viel alleine im Büro und so. Also ist schon nicht schlimm. Ja, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Weiß ich irgendwie komisch. Ja. Echt? Findest du? Ja, ich. Ich höre im PD immer andauernd irgendwelche Gerüchte über irgendwelche Leute. Und dann wird im Streifenwagen gelacht. Und das sind auch gar keine bösen Sachen. Aber ich habe immer Angst, dass es solche Sachen irgendwann, so Gerüchte über mich geben könnte. Was meinst du denn für Gerüchte? Gerüchte halt. So wie Leute halt sind. Dann weiß man, okay. Die hat eine Gefahrenlage. Die wohnt zusammen. Och, jetzt geht die zu ihnen ins Büro. Ja, nur Officer 1. Was hat die schon Wichtiges zu sagen? Du hast nicht das Gespräch in unserem Department bis jetzt gehabt, ne? Dass du bei uns bist. Geschwächt. Weil eigentlich sollte da gar keiner irgendwas reininterpretieren oder Sonstiges. Weil wir legen hohen Wert darauf, dass unsere Officers ins Büro kommen, wenn irgendwas ist. Und wenn sie mit uns sprechen wollen. Und nehmen wir uns auch die Zeit dafür. Also ich bin da jetzt nicht so Erwerfliches dran. Und ich meine grundsätzlich wohnst du bei mir einfach, weil du dich unsicher gefühlt hast in deiner Wohnung halt. Ich weiß. Das weiß ich, aber trotzdem, wie gesagt, ich höre wie die Leute reden. Und ich will einfach nicht, dass ich zum Gespräch irgendwo mal werde. Weißt du, wenn ich sowas mitbekommen würde, würde es sowieso sehr festlich im Auto werden dann. Außerdem sollte man eh eine geil sein, was andere Leute von mir halten. Ich meine, wenn ich danach gehen würde, müsste ich mich am 180 Grad drehen, oder? Wie meinst du das? Ey, die meisten sehen ja mir... Einen strengen, arroganten, vorgesetzten anscheinend teilweise. Zumindest habe ich manchmal das Gefühl. Und die meisten Leute haben auch Angst, wir sind sehr eingeschüchtert. Gut, das war ich auch. Ich finde das aber okay. Dann ist es halt so, weil... Ja, keine Ahnung. Ich lasse sowieso nicht so gerne Leute... In meinen eher inneren Kreis. Okay. Wait. Entschuldigung. Alles gut. Ja, aber... Was ich eigentlich sagen wollte, ist... Man sollte nicht immer so viel darauf achten, was Leute von mir halten, weil... Sowas kann auch sehr hinderlich und... Gut. Ich weiß ja, du hast recht. Das weiß ich ja. Trotzdem hat man solche Gedanken. Aber ich weiß ja schon. Ich bin... Ähm... Ein bisschen geimpft wegen dem komischen Nachdenk. Er hat auch immer Sachen in meinem Privatleben rum erzählt und das mache ich nicht. Ja, das ist nicht mal Mr. Weiss. Er hat auch damals zu Joseph Napier gesagt, dass Miss Hykes und ich... In einer Beziehung sind. Oh. Ja. Oh. Aber in Beinen ist nichts passiert? Nee. Offensichtlich? Offensichtlich nicht. Also mir zumindest ist es nicht, ja. Also ich will eigentlich damit sagen, dass... Ja. Was ich da jetzt nicht so... Wie ich mir da denken muss, wenn man weiß, hat Privates erzählt. Meistens hat er irgendwie seine Gründe dafür, ist mir aufgefallen. Aber manchmal erschließen sie sich nicht sofort. Ah, okay, ich verstehe. Ja, ich... Äh... Ich versuche nicht so viel auf sowas zu geben. Irgendwie. Jetzt schon. Ich meine, ich mache ja auch nichts, wenn man was Schlechtes sagen könnte. Aber ich bin ja eher immer im Hintergrund. Wiegt manchmal seine Vorteile. Definitiv. Zum Beispiel beim Rollcall, da stehe ich immer ganz hinten. Und wenn gefragt wird, wen der Motschkommander, denke ich immer, ach, Gott sei Dank bin ich nur Officer 1. Und dann gucke ich auch immer ganz schnell zur Seite. Ich sollte... Oh Gott, ich sollte sowas nicht sagen. Ähm... Na gut, dass wir privat damit sind, ne? Ja, gut. Puh. Oder wünschst du, erst ins Geheimen, Motschkommander zu werden? Nein. Wirklich. Überhaupt gar nicht. Ja. Okay. Das Okay hat mir jetzt irgendwie nicht gefallen. War halt dann okay? Das Okay hat mir jetzt aber noch weniger gefallen. Okay. Du wolltest noch eine Frage stellen. Eine Frage? Ja. Äh... Ich... Nein, wollte ich nicht. Also, mir fällt gerade keine ein... Aber vorhin hast du noch gesagt, du hast so viele Fragen, die du gerne beantwortet hättest. Willst aber noch nicht fragen. Ach, du hast damit die Autofahrt gemeint. Ich auch... Nee, ich... Also, nee. Oh Gott, nein. Ich meine, so generell nicht. Ich meine, ich... Man muss trotzdem immer wissen, was man für Fragen stellen kann. Man muss dafür jemanden besser kennen. Aber muss man nicht erst fragen, um jemanden besser kennenzulernen? Ja, ne? Können wir das lieber umgekehrt machen? Warum? Ich weiß nicht, ich will... Umgekehrt. Ja, ich... Stell du mir eine Frage. Ist rot deine Lieblingsfarbe? Oh, rot und lila, ja. Ja. Rot ist, äh... Die Farbe meiner Familie. Lustiger Zufall. Oh, die Farbe relativ viel Rot, tatsächlich. Rot und Schwarz. Auch eine schöne Kombination. Also, eine gute Kombination, meine ich. Oh, okay. Und, äh, deine Lieblingsfarbe? Ist rot. Oh. Okay. Und, ähm... Zumindest ist es... Und es ist mir irgendwie... Eingetrichtert. Vom Gefühl, ja. Ich glaube, der doch rot ist, meine Lieblingsfarbe. Sicher? Ja, sicher. Denke ich. So 100% sicher? Mag zumindest die rote Farbe meinen Tätowierungen, also... Denke ich schon. Was für Tätowierungen hast du denn? Teilweise welche sehen. Bitte? Also, du hast doch teilweise die Tätowierungen gesehen schon. Ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher. Doch, an den Armen. Stimmt, du hattest, äh... So ein Schlafoutfit an. Und ich glaube auch an den Beinen. Ich bin nicht mehr sicher. Ich bin voll tätowiert. Tatsächlich. Bis auf den, äh, oberen Oberkörperbereich. Und jede Tätowierung hat da eine Bedeutung. Darf ich da noch fragen? Oder ist das so, ähm, ein Team? Ist okay, per se. Such dir eine Tätowierungen aus und vielleicht antworte ich drauf. Okay, linker Arm. Linker Arm. Ähm, das ist eine Kombination tatsächlich aus zwei Tätowierungen. Ähm, das stellt einerseits einen Tiger dar. Andererseits aber auch ein Drachen, so wie den Dämonen. Ähm, warum der, also der Drache und der Tiger sind halt so, kann man eigentlich sagen, im schnittigen Kampf oder Konkurrenzkampf in einer gewissen Hinsicht. Ähm, erkläre ich das? Versuch's nochmal sehr einfach klären. Ähm. Entschuldige, dass ich da gerade so ein bisschen lost kipp, wie man das so sagt. Nein, das ist okay. Der Drache ist halt, in Symbolik halt, Stärke, Weisheit kann man eigentlich sagen, aber auch bekannt für seine Güte. Und der Löwe selbst, ja, Entschuldigung, ich bin lost, ist halt eigentlich auch so ähnlich, zählt halt für die Stärke, aber auch für den Mut und Schutz vor vielen Sachen, wie bösen Geistern, Krankheiten, Unglück. Wobei, Unglück eher schwierig, wie man ja sieht. Aber, ach, der Dämon selbst ist halt für, in der westlichen Kultur halt für Böses eine Darstellung. Mhm. Aber bei uns zählt halt für beides. Gut und Böse. Also letztendlich, also es wird auch bei uns Uni halt genannt. Es gibt da sehr viele. Und im Prinzip, auf eine verquere Art und Weise steht er auch für den Schutz. Und man sagt halt immer bei uns, dass halt der Tiger und der Drache halt so stetig im Kampf miteinander sind. Und ich fand das sehr passend, weil oft der Kampf irgendwo in einem ist, auch in mir, was Entscheidungen halt angeht und so. Inwiefern was Entscheidungen angeht? Also generell, Lebensentscheidungen, Familienentscheidungen, Arbeitsentscheidungen, das ist so alles, würde ich halt sagen. Also kann man jetzt nicht so pauschalisieren, das ist sehr situationsbedingt, würde ich halt sagen. Hm. Das hat mehr Bedeutung als meine Tentos. Das war nur der linke Arm. Ja. Ich kann, wenn du möchtest, möchte ich dir ein bisschen mehr über die Tätowierung erzählen. Nur wenn du würdest, dass du dich das wirklich interessiert. Ich möchte da nicht die Leute mit zuquatschen, quatscheln. Quatsch mich ruhig zu euch, hör dir zu. In der Rücken, da habe ich einen sehr großen Drachen tätowiert. Kann man eigentlich sagen. Ach, was, so ein bisschen. Kommt immer drauf an, wie man den Drachen halt sich genau anschaut. Und der Drache selbst, hatte ich ja schon erklärt, zählt natürlich für, ähm, für die Weisheit. Werke und so. Aber hat auch eigentlich noch eine andere Bedeutung für, hm, für den Schutz. Er schützt halt die Menschen. Und bei uns ist es halt, im Westen ist es halt immer der Drache so, derjenige, der für Zerstörung sorgt, für Bösartigkeit, Grausamkeit. Und für uns zählt er halt eher für andere Sachen. Und es hat eher was mit Wasser zu tun, als mit Feuer. Mit Wind und Wasser kann man eigentlich sagen. Und es ist mehr so ein bisschen auch in die positive Richtung. Für mich persönlich ist es eine doppeldeutige Bedeutung, weil einerseits steht es halt für den Schutz, gerade weil ich auch Officer bin. Andererseits aber auch für, ähm, ja, für die Grausamkeiten, die mir angetan wurden. Oh. Ein bisschen, kann man eigentlich sagen. Und die Tätowierung sollte auch einige Narben auf dem Rücken halt verdecken. Ja, verstehe. Wenn man, naja, gehen wir mal vom Rücken weg. Okay. Der rechte Arm ist tatsächlich ein bisschen exotischer. Dort ist halt ein Samurai unter einem Kraken halt verdeckt. Und der Samurai steht halt für Stolz und Ehre, Respekt. Aber auch für, dass man in vielerlei Hinsicht keine Wahl hat. So. Als Samurai war man halt für immer verpflichtet gegenüber seinen Lebensherren. Und das symbolisiert dadurch der Kraken, den ich dort hab. Weil der umschlingt halt so in einer gewissen Art und Weise und Perspektive des Tätowierungen. Der Samurai ist, was in dem Fall mich darstellt, und der mich versucht zurückzuziehen. Und ja, halt auch irgendwo unterdrückt. Fix als Fäden kann man auf verschiedene Art und Weise sehen. Dann das linke Bein. Eine Schlange. Die folglich bei uns halt für verschiedene Sachen stehen. Also viele Tiere stehen dafür für verschiedene Sachen. Ich glaub, das hast du schon ein bisschen gemerkt. Auch sehr schutzbedürftig, also ein schützendes Tier. Was auch für Stärke Wandel zählen kann. Für mich halt auch Heilung. Dass ich meinen Weg selbst entschieden habe, letzten Endes. Und mich nicht irgendwo hin gezwungen wurde. Kann man eigentlich sagen. Ja, und auf dem rechten Bein ist halt auch ein weiterer Drache, weil... Ja. Man kann nicht so viele Drachen haben. Also... Ich fand's sehr schön. Und durch die Bedeutung des Drachens, der so multiple Bedeutung für mich hat, fand ich sehr passend. Dann hab ich noch eine Tätowierung auf dem Bauch. Das ist eine Uni-Maske. Was ist das? Also der Uni selbst ist der Dämon. So gesehen, wenn man die Maske des Unis trägt, wird man selbst so ein Dämon. Kann man eigentlich sagen. Je nachdem. Ist immer sehr unterschiedlich, aus welcher Region man kommt. Wie man's halt sieht. Mich persönlich... Hat der Uni... Also... Hat was ein bisschen mit... verschiedenen Gesichtern zu tun. Sagen wir mal so. Dann gibt's den Henker, der daneben ist. Der steht... Mein Gott, das ist aber kein Tätowier vom Henker selbst. Nein. Der steht für meinen Autos an. Was heißt Autos an? Für meinen Vater. Und... Das ist immer nachzufragen zu müssen. Die Waffe daneben in dieser Tätowierung soll ja bedeuten, dass im Prinzip ich mich aufgelehnt habe, mich für meinen eigenen Weg entschieden habe. Und irgendwo aber auch die Symbolik dafür, dass ich... ein Kopf bin, weil ich Kopf sein möchte. Weil das war mein Wunsch. Ja, das war die langweilige Geschichte über meine Tätowierungen. Das war überhaupt gar nicht langweilig. Ganz im Gegenteil. Ich, ähm... Ich kann backen. Äh, ja. Du bist... wirklich sehr interessant. Man fühlt sich neben dir gerade ein bisschen klein. Ähm... Sumimasen. Das wollte ich jetzt nicht damit erzählen. Nein, das... Möchtest du die Tätowierung sehen? Mal... Ich meine, äh... Jetzt gerade nicht. Vielleicht später. Ist doch viel zu kalt hier. So soll ich dir mal in den Sack hochgeben. Nein, das geht schon. Gut, ich... Bedeutet... ... dir... ...wahrscheinlich... Es geht nicht. Ich gebe dir das mal. Äh... Ja, ich, äh... Ups. Dankeschön. Ja. Bitte wieder zurückgeben. Das überlege ich mir noch. Das ist... Mein... Was? Mein Lieblings-Dacko. Ja, wie gesagt, das überlege ich mir noch. Jetzt habe ich was in der Hand. Jetzt habe ich dir etwas erzählt über mich. Und jetzt musst du mir was über dich erzählen. So ein Geben und Neben Ding, habe ich gehört. Also diese Regel haben wir vorher gar nicht aufgestellt. Aber es wäre ein äquivalenter Tausch. Das ist Gottgeldsneiden. Was ist das? Du Geistleidest. Das ist ein Geistleiden. Oh. Oh. Ähm. Oh mein Gott. Äh. Erklär ich den andermal. Ähm. Okay. Was willst du über mich wissen? Was möchtest du über dich erzählen? Eigentlich gar nicht. Ach so. Okay. Also du möchtest über mich Sachen wissen, aber über dich nichts erzählen. Hat bis jetzt ganz gut geklappt? Ich habe auch meine Gründe, warum ich mir jetzt ein bisschen was über mich erzählt habe. Moment. Wie meinst du das? Ja. Geht einfach mir darum, dass du dich halt wohlfühlst und zumindest etwas über deinen. Über die Person erfährst, die er dem Wohnort angeboten hat, zur Sicherheit. Macht es ja eigentlich ein bisschen angenehmer, oder? Was wolltest du denn jetzt vorher sagen? Etwas über deinen. Wolltest du Assistant Chief sagen oder was anderes? Ich wollte genau das sagen, was ich gesagt habe. Ist das so? Ja. Okay. Zweifelst du da dran? Nein. Bisschen. Bisschen. Okay. Vielleicht so eigentlich oft mal, äh, nachts zum Kühlschrank. Vielleicht mache ich das ja heute Nacht. Ich habe dann das Fernglas in der Hand und werde in deine Nasenlöcher gucken. Ja, was? Vergiss. Ich lasse die Streife und suche dann. Ich kann natürlich mir auch was zu essen mit nach oben nehmen. Nein, du kannst schon zum Kühlschrank gehen. Alles gut, so meinte ich das jetzt. Ich rede ja auch gerade einfach nur Quatsch. Ich meine, wir essen mit zum Sofa, weil du schläfst. Du schläfst um. Du drückst dich davor, äh, eine Frage zu, äh, also über dich was zu erzählen. Ich will nichts über mich erzählen. Aber ich... Ich kriege davon nur schlechte Namen. Ich finde es interessant, Menschen kennenzulernen. Ja, okay. Dann irgendwas... Okay, warte. Keine Vergangenheit. Ähm. Nee, nee, das muss nicht sein. Ich vermeide ja meine Vergangenheit auch letzten Endes. Ich glaube... ...nicht, dass, äh... ...das so gut tut, über meine Vergangenheit zu hören. Okay. Ich erzähle dir eine positive Eigenschaft von mir und eine negative. Wäre das was? Okay. Ja. Welche zuerst? Die negative. Hm. Es ist nicht mehr so negativ, aber ich würde es gerne loswerden. Ähm. Eifersucht. Einfach, weil viel in die Richtung passiert ist. Aber ich würde nicht sagen, es ist hohe Eifersucht, sondern eher Angst. Angst, dass Sachen einfach nochmal passieren. Und dann... ...frag ich manchmal ein, zwei, vielleicht auch dreimal nach. Einfach nur... ...bis ich wirklich eine Antwort kriege, dass ich mir wirklich sicher sein kann, dass alles okay ist. Okay. Verstehe ich. Was ist eine negative Eigenschaft? Und die positive? Hm. Sorgen auf meine Freunde. Mein Bruder. Und... ...meine Beziehungen. Ich bin ein sehr, sehr treuer Mensch. Und wenn ich mich einmal an jemanden festgebissen habe, oder Freunde oder sonst was. Und dann sehe ich nichts anderes mehr. Ich glaube, das ist positiv an mir. Ja... ...gesunde Mischung davon ist positiv, das stimmt. Nicht dieses krankhafte Festbeißen. Also nicht wie so ein kleiner Barbier. Nein. Entschuldige. Das ist mir so eingefallen, weil... ...machchmal habe ich Leute... ...egal. Ja. Hast du zumindest mal so, was ich hatte? Habe ich dich irgendwie eingeschüchtert, David? Nein. Ich nicht. Denkst du, dass du mich eingeschüchtert hast? Weiß nicht. Das wirkte gerade so. Nee. Das ist nicht so einfach, mich einzuschüchern. Glaub mir. Ist das so? Okay. So ist das. Ich bin ziemlich abergläubisch. Okay. Ich habe Angst vor Geistern. Und jedes Mal im Gruseldorf schreie ich mir die... ...Kähle aus dem Leib. Die Seele aus dem Leib. Die Seele raus. Ich weiß es nicht. Das klingt schon ein bisschen... ...interessant. Wieso klingt das interessant? Einfach so. Weil... ...das bestimmt ganz interessant ist. So schwierig was, was ich selbst zu erzählen. Ich... Mich hat das noch nie wirklich jemand gefragt. Ich habe immer nur zugehört. Hat noch nie jemand was über dich gefragt? Nicht so wie du jetzt, nein. Das ist irgendwie... ...warte. Ist es nicht eigentlich... Also für mich ist es eines der Ziele im Leben... ...über die Mitmenschen... ...mit denen ich was zu tun habe, aber auch was zu erfahren. Ich finde das immer sehr interessant. Weißt du... Hm. Du hast gesagt, du bist... ...und das liegt vieles an deiner Erziehung. Bei mir ist es nicht anders. Ich entschuldige mich oft. Das liegt auch an meiner Erziehung. Ich halte mich oft im Hintergrund. Das liegt auch an meiner Erziehung. Ich schaue immer, dass ich unsichtbar bin... ...und kein irgendwie auf die... ...auf den Schlips trete. Ich schaue immer, dass ich nicht nerve. Ich schaue, dass ich nicht so viel rede. Das hat bei mir auch alles damit zu tun. Also eigentlich genau das Gegenteil von mir. Ja, ich denke schon. Ich wurde ja genau anders erzogen. ...irgendwie. Wer müsste Erziehung denn... ...wollen. Aber wir wollten nicht über die Vergangenheit reden. Ja, das stimmt. Ich möchte nicht, dass du... ...dass du dich unwohl fühlst. Reden wir über die Zukunft. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Stimmt die Frage, oder? Keine Frage, die man so nicht antworten kann, weil man keinen... ...Einfluss auf die Zukunft wirklich haben kann, weil... ...es gibt immer eine unbekannte Variable, die alles ändern kann. Oh, das stimmt. Und seine Antwort. Und du? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Hoffentlich lebendig. Das ist machbar. Naja, das ist... ...das kann man auch nicht beeinflussen. Hör doch mal drauf, wann wer in seiner Umgebung ist, oder? Gut, wenn ich jetzt an meine Freunde denke, ich bin in fünf Jahren tot. Das spricht jetzt irgendwie gerade nicht so für deine Freunde. Nein, das sind tolle Menschen, aber... ...genauso unvorsichtig wie ich manchmal. Also genießen sie mehr das im letzten Endes. Bitte? Also genießen sie mehr das im letzten Endes. Was meinst du mit jemandem um sich rumhaben? Meinst du, ich sollte mir einen Beschützer suchen? Jemand, der auf mich aufpasst? Ich meinte eher... ...im letzten Endes hat man doch immer Leute in seiner Umgebung, die... ...weinen da sind, oder nicht? Und auf eine Nacht? Ja. ...weißt du, ich habe gegenteilige Erfahrungen in letzter Zeit gemacht. Ein Schrei am Telefon, ein schlimmer Autounfall und... ...dann geht dann der Lebenspartner einfach arbeiten. Das hat tatsächlich was bei mir hinterlassen. Und ich dachte immer, ich, äh... ...soll mich auf ihn verlassen. Ja gut, aber Mr. Sire ist jetzt nicht die Messlatte dafür. Also, ich glaube ja nicht, dass jeder so reagiert hätte. Sagen wir mal, nehmen wir mal mich als Beispiel. Hätte ich gehört, dass du... ...einen Unfall hast, hätte ich am Telefon gehabt, dann hätte ich versucht... ...dein Handy zu hacken, um zu wissen, wo dein Standort ist, um dir zu helfen. Was? Wirklich? Was? Also... ...ich... ...ja. Ist doch normal, dass man... ...sich dann Sorgen um die Person macht eigentlich. Und nicht, dass man arbeiten geht. Weißt du, wir waren... ...wir waren einmal an, ähm... ...weiß Putsch, hier unten gibt es doch diese... ...dieses Schwimmbad. Ich weiß nicht... ...irgendwas mit Aquareich... ...ich weiß aber nicht mehr, was es war. Und, ähm... ...da waren wir mal, da... ...hat er sich mit jemanden getroffen, weil ich war dabei. Und dann kamen ganz viele Leute mit gelben Bandanas auf ihn zu. Und haben ihn niedergeprügelt. Und, äh... ...ich hab die dann alle auch geprügelt. Weil ich einfach keine Sekunde überlegt hab in dem Moment. Ich dachte, immer umgekehrt wird's auch so sein. Mit der richtigen Person würde es auch sein. Leider ist das so direkt in der, aber... ...da hatten wir uns ja schon drüber unterhalten. Also... ...also... ...ja, das... ...weiß ich... ...finde ich wirklich nicht gut. ...was wirklich nicht... ...gut behandelt, irgendwie. Ich bin mir das immer nicht so sicher. Also meine Freunde würden dir zustimmen. Er hat dann auch seine guten Seiten gehabt, aber ich... ...wie gesagt, es ist... ...ich bin nicht die Richtige dafür. Rihanna, wenn... ...eine Person am Telefon hört, dass sie mit einem Notfall hat... ...und man lieber arbeiten geht, als... ...so der Person zu fahren... ...dann... ...können die guten Seiten existieren, aber... ...soll ich dir noch was sagen? Als ich... ...komme soll, dass ich ein MD bin... ...und... ...ich lag da auf dem Bett... ...und ich hab nur gehört, wie er zu dem... ...äh... ...zu dem Arzt sagt... ...was soll ich denn jetzt machen? Sie muss ja alles von vorne lernen. Sie ist ja jetzt wie ein Baby. Sie kann ja nichts mehr machen. Sie ist wie ein Baby und das hat er tatsächlich... ...aber nicht nur denen gesagt, sondern auch... ...leute irgendwie... ...drumherum und... ...hab ich ihm nie gesagt, dass mich das total vernetzt hat. Weil in dem Moment ging es nicht um ihn. In dem Moment ging es doch um mich. So Sachen sind mir... ...und ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass alles nicht... ...und alles nicht gut war. Ich wünschte, ich hätte das Gespräch schon gemacht. Das ist ja nachvollziehbar. Sollen wir schlafen gehen? Uff, äh, ich mein, sollen wir, ähm... ...also... ...zurückfahren und, äh, schlafen gehen? Ähm, also ich auf der Couch und du im Bett. So meine ich das, Entschuldigung. Also du im Bett und ich auf der Couch. Ja, umgekehrt, genau. Nee, umgekehrt, genau. Ja, genau. Wenn du das möchtest, können wir Richtung, äh... ...Aparallel und Wirr fahren, ja. Okay, ja. Du bist dich ein bisschen vor dieser Piersache gerade, ne? Bitte? Ich bin ja doch alleine aufgestanden. Mhm. Ich sollte dir doch hochhelfen. Mhm. Das war auch nicht so klug. Oh, ich wollte gerade sagen, also wenn du jetzt schon alleine aufstehen kannst, dann kannst du auch Auto fahren. Aber, gut. Wow. Mhm. Super. Geht's? Ja, alles gut. Kein, kein Schmerz. Ich geb dir gleich deine Jacke wieder. Irgendwie glaube ich jetzt noch nicht so ganz. Doch, doch. Im Auto mach ich das. Mhm. Wo ist das Auto? Oh Gott, wir müssen für immer hierbleiben. Wir müssen jetzt hier wohnen. Hier muss ich das Zelt jetzt aufschlagen. Nee, da ist das Apartment schon ein bisschen besser. Hm, fahre nicht da runter. Ja, der Schlüssel ist in der rechten Hose. Das ist doch schon mal nicht runterfallen. Also für die Wohnung. Denkst du, ich würde dich da liegen lassen? Nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Schlafen wir halt da unten unter... Weiß ich nicht. Ich hab lange nicht mehr unter freien Himmel geschlafen. Hm. Ich hab auch schon länger nicht unter freien Himmel geschlafen. Hm. So, fast da. Ich erzähl dir jetzt noch was. Wenn ich, äh, die Apartments finde. Moment. Ähm, die sind nämlich, ähm... Ja, irgendwo hier. Gut. Als du heute mit Herrn Miller da standest. Ähm, weißt du, das wollte ich gerade... Komm ich ja gerade aus der unklären Kabine. Und ich wollte sagen, jo, wir können gehen. Weil, weil ich doch immer dieses Jo sag. Und ich hab's mir aber ganz schnell verkniffen, weil ich dachte, okay, das kommt jetzt wirklich doof. Ich muss es mir nämlich jetzt komplett abgewöhnen. Nein, musst du nicht, alles gut. Also, ich will nochmal sagen, dass ich dich damit nicht meine. Das ist meine Art. So wie ich immer ist das so sage. Das ist auch meine Art. Ich, äh, denke jetzt auch nicht jedes Mal, wenn du jo sagst, dass du mich damit meinst. Falls du da die Sorge hast. Also, jo, okay dann. Ja. Genau. Die frische Luft war doch richtig gut jetzt, oder? Ja, die war, äh, ganz gut. Und wir sind nicht gestorben. Keiner ist uns gefolgt. Alles gut. Ja. Und es sind keine Berglöwen um die Ecke gekommen. Und haben uns... Oh mein Gott, die hab ich ganz vergessen. ...geobachtet. Da waren aber wirklich keine, oder? Weiß nicht. Ich hab jetzt nicht so drauf geachtet. Ich war... Abge... Ich mein, ich hab drauf geachtet. Abgelenkt? Nee, ich hab drauf geachtet. Achso, oh Gott, der leid. Ich hab manchmal, äh, also... Englisch liegt mir nicht immer, weil so, dann durfte ich immer etwas ab und vertrauscht wird. Oh, okay. Ich dachte, du bist schon lange genug hier. Ja, eigentlich... Ja. Eigentlich bin ich hier, ja. Und da ist die Stadt schon. Wir sind fast da, ey. Ja, super, ne? Als Vorsicht auch, ist halt einfach... Wahnsinn. So, hier stoppen. Und weiter geht's. Den unbequemsten Weg, den man nehmen kann. Hm. Ach, herrlich. Die Couch wartet. Ich freu mich schon. Ach, herrlich. Das Bett wartet auf dich und die Couch auf mich. Nein, das Bett wartet auf dich. Die Couch wartet auf mich. Ich setze mich einfach wieder auf den Sessel. Du bist nicht der einzige Dickkopf. Ja, dann setze ich mich nämlich auf den Sessel. Nee, Moment mal. Das funktioniert nicht. Dann lege ich mich auf die Couch und sitze halt auf dem Sessel. Aber vor allem nehme ich dir das Fernglas weg. Okay, das finde ich jetzt aber... Ach, ich muss auf Toilette. Mensch. Ja, meine Güte. Meine Güte. Hilfe. Nee. Nee. Oh mein Gott. Skinner ist mir so unendlich leid. Aber das war jetzt auch. Also das war wirklich lange. Und wir lassen den Boy free. Weil ich glaube, Skinner wird sich durch ganz Los Santos einfach flirten. Er wird eine ganz kurze Trauerphase haben. Und dann wird einfach ganz Los Santos einfach nur mit einem kleinen Skinner-Babys überall rumspringen. Ich sage es euch. Hey, der kommt mir auch bekannt vor der Kleine. Ich kann euch nur eins sagen. Ariane möchte natürlich auch gefallen. Die wird nicht sexy Kleidung anziehen. Aber vielleicht mal was ganz Süßes. Irgendwann so einfach ins Blieh kommen. Ha, das hatte ich gerade so im Kleid. Ach, geht ja gar nicht. Oh. Scheiße. Skinner und Fee. Mord und Totschlag. Es gibt jemanden, wo ich glaube, dass Skinner tatsächlich hing... Also ja, ich glaube schon. Ich glaube, Skinner war auch immer irgendwie... Was soll ich auch machen? Der Mann. Was sexy angehaucht ist. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist immer, wenn Ariane so ist oder sich auch anzieht. War immer super happy. Und ich glaube, er braucht sowas irgendwie. Bis zum nächsten Mal. Das ist einige, das ist einiges an. Aber das ist einiges an, wie ich glaube, ich glaube, es kann sein. Ich höre die ganze Zeit irgendwie Sounds. Ich kann ihn auch nicht umfahren. Boskino und Sophie irgendwie, ja, aber ich weiß nicht, aber das ist so nice. Also er hat den ja immer sehr eifersüchtig gespielt. Das könnte auch nochmal interessant werden. Er hat ihn schon immer eifersüchtig gespielt und Sophie arbeitet ja auch im Unicorn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf einmal so sagt, jo, okay, das wäre irgendwie komisch. I don't know. Ist gut, dass du fremde Männer haben kannst. Weil mit Ariana, also Ariana hat auch mal ein paar Witze gemacht in der Richtung. Und er hat ihn gar nicht gefallen. Ja, ja, doch, das Ding, der kommt wieder. Wenn ich das mitbekommen habe, wahrscheinlich auch jetzt bald. Wenn Ariana aber nicht da ist. So, anschneiden nicht vergessen? Natürlich. Oh, das ist auch noch so ein Ding von, ja, ich sag das auch mal bei meinen Freunden. Ansteigen nicht vergessen. Sag Bescheid, wenn du zu Hause bist. Und solche Sachen. Manche denken dann immer, ich behandle sie für ein Kleinkind, aber ich mach mir einfach nur Sorgen. Ich kann doch was sagen, dann machst du doch doch, äh, weil du hast ja etwas Sorgen, das ist okay. Findest du sowas okay? Also dich, ich würde, also, so rein, äh, ich, ich hab das fast gar nicht gesehen, dieses Stopp steht hier schon wieder. Ja, das kann man natürlich schon mal übersehen, das steht. Ja, ähm, hier hab ich mal gewohnt. Das war meine erste richtige Wohnung hier, hier links. Da, und zwar ganz oben, die allerletzte Wohnung. Hm. Mhm. Ja, aber auch Freunde mal, gewohnt von mir. Ach, ich glaube auch meine Pate. Nee, nee. Wie lange wohnst du eigentlich jetzt schon in deinem, äh, Apartment? Kannst du jetzt genau nachschauen, in der Postfach, wenn du möchtest. Nein, ungefähr. Sommer. Also noch nicht so lange, tatsächlich. Ich hatte die Chance damals auch genutzt, als es frei war und, ja. Und gab's da auch eine Anleihungsfeier? Es sollte ja mal eine stattfinden, tatsächlich. Kate wollte das immer machen, aber es ist nie dazu gekommen, weil, gute Frage, warum. Also, eigentlich nicht. Wie lange ist sie jetzt schon weg? Das ist gar nicht mal so einfach zu antworten, weil ich es halt nicht weiß genug, um ehrlich zu sein. Okay. Ich kann dir sagen, wann ich so letzte Nachricht von mir bekommen habe. Also die letzte Nachricht von Kate oder die letzte Kommunikation von Kate war am 12. Juni. Das ist ja gar nicht so lange her. Vier Monate her. Das ist schon wirklich sehr lange. Ich komme auch gerade aus einer fast dreijährigen Beziehung. Für mich sind vier Monate nicht lange. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Es tut mir so leid. Ups. Ich kann dich leiden, wenn du möchtest. Ja, ich glaube, jetzt nochmal geradeaus, oder? Ja, geradeaus. Und oben auf der Hauptstraße links. Ah, jetzt weiß ich, ja. Man muss es ja auch so sehen. Jemand haut ab, ohne was zu sagen. Und das kann man schon multiplizieren, die Dinge irgendwie gefühlt. Wenn man nicht weiß, was ist los. Dann kommt die Person wieder und hat aber gute Gründe dafür. Für mich persönlich ist es auch mal etwas schwieriger, weil es ist etwas, das man mir auch anmerkt und es nicht ein Geheimnis ist. Ich habe ein sehr großes Problem mit was das Thema Vertrauen angeht. Ich traue sehr wenigen Menschen. Wirklich, hundertprozentig. Da gibt es zwei, drei Leute, wenn es hochkommt. Ja, haben wir was gemeinsam. Ja, das habe ich ein bisschen befürchtet, um ehrlich zu sein. Also das tut auch so ein Problem mit was. Nicht, das wäre was gemeinsam. Also das tut da Probleme mit was, meine ich. Bei manchen Menschen habe ich ein gutes Bauchgefühl. Aber das ist auch wirklich eine Seitenheit. Ja, wir sind da. Ja, Mensch. Ging ja schnell. So, der Herr, ich gebe Ihnen jetzt Ihre Jacke wieder. Bitte schön. Regatta. Ist aber auch nicht mehr kalt, ne? Ja, nicht wirklich. Ich meine, das war gerade, gerade war es wirklich kalt. Mhm. Das Wetter hier in der Stadt ist irgendwie gefühlt ganz anders. Ja. War es denn nett für dich, ein bisschen unterwegs zu sein? Ja, das dann gut. Was habe ich gebraucht? Das freut mich. Ich hatte so eine Situation schon mal. Oder so eine Gefahr warst du. Wo ich bei jemandem... Ach, ich gehe erst mal rein. Ja, ich mache erst mal die Tür auf. Das wäre ganz gut, ja. Äh, ja. Ich, ähm... Ich, ähm... Ja, gut. Dankeschön. Ja. Ich, äh... Ich gehe mich mal ganz kurz umziehen. Ja. Oh. Ich hatte so eine Situation schon mal. Damals war ich mit Gerrit. Ich war mit Harry nicht mehr zusammen. Okay, jetzt ist mit Gerrit tot. Ah, ja. Jetzt weiß ich wieder, was ich... Ich wollte andere Schlafsachen mitnehmen, aber die hat halt nur nacki, nacki. Aber die hat das eine Kleid, das kann man zum Schlafen anziehen. Und diese kurzen Hosen, diese ganz süßen. Ähm... Boah, die Musik ist so schön, ne? Meine Güte. So, ich hoffe, ich kann den jetzt diesen Nudeln da machen. Hm. Ist die Ari nicht eigentlich voll süß? Hallo, was ist denn los? Boah, alter, ich stehe durch. Ähm... Ich nehme die schwarze Joggenhose, vielleicht mal endlich die Schuhe aus. Was ist gerade so Hose-Same-Wunderschön? Ja. Hört ihr die Musik im Hintergrund auch? Ja, ne? Ähm... Hätte sie sich einen anderen Pulli mitnehmen sollen. Ja, wieder das hier nehmen. Ein bisschen Variation rein, wegen des Ariane einfach. Okay. Bin sofort wieder da. Ich würde mich in der Zeit mal aus uns. Okay. Muss ich ganz kurz gucken. Boah. Ich habe es nämlich letztens geschafft, ja? Ich habe es letztens geschafft. Es kann sein, dass es... Ich muss mal ganz kurz probieren. Ne, das war es nicht. Scheiße. Ähm... So war es nicht, ne? Ne. Ich hatte... Eiwasser vielleicht sogar. Ich habe es auf jeden Fall... Ich weiß, ich habe es geschafft, das zu machen. Boah, ich weiß nicht mehr wie. Scheiße. Ich muss überlegen. Ich meine, es wäre tatsächlich mit dem Topf gewesen. Und eigentlich mit einem Wasser. Scheiße, das geht jetzt nicht mehr. Ich weine. Ich kann nicht schlafen wegen Geister-Stories. Ihr seid hier noch wach. It's so, was war bei dir los? Oh, ich bin doof. Ah, 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 ah. Jetzt weiß ich wieder. So. Ja, ja. Und so. Geil. Hat geklappt. Ja, geil. Perfekt. Ich kann dir nämlich sagen, es hat jetzt zum Rezept nicht wirklich gereicht, aber immerhin ist es ein bisschen, ist es fast genauso oder irgendwie sowas. Ja, Soli, hier ist gerade sehr, sehr wholesome. Das ist ja das ganz, ganz furchtbar. Boah, ich muss aber ein bisschen aufpassen. Es geht nochmal schnell zurück und es ist gerade ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Hör, wieso? Technisch gesehen sind Ariane und Skinner noch zusammen. Die sind zusammengekommen. Dann hat er ja gesagt so, ich gehe ab jetzt einen Monat weg. Einen Monat ist okay. Dann hat sie ja, nee, das ist nicht ihr Heim. Das ist nicht ihr Heim. Es ist sehr viel passiert. Sorry, sehr viel. Sie hat, sie weiß nur, dass Skinner überredet wurde zur Hochzeit. Den Ring nicht selbst, der Ring wurde bezahlt von Hanni Marshall, wurde ihm gegeben und er hat den auch nicht abbezahlt. Sie hat das alles Ariane gesagt und nun, nicht so gut, ne? Und Ariane hat das gemerkt, so als Freunde waren die super und nicht so gut. Okay, also. Aber nicht lachen. Ähm. Ich weiß nicht, woher ich jetzt am besten ein gutes Rezept herbekomme. Deswegen reicht es leider nur dafür. Aber vielleicht ist das ja erstmal ausreichend. Ja, Regattro. Das ist recht vollkommen. Ist alleine, reicht schon. Okay. Es ist halt erinnert mich sehr an meine Studentenzeit. Aber ist das nicht eher schlecht? Hm, eigentlich nicht. Die Zinsuppen sind immer geil. So ist die Brühe in einer Kombination mit den Gewürzen, die dabei sind, wenn es da gute Zinsuppen sind. Wenn die lange genug auch im Kochenen Wasser war, schmeckt die auch sehr super und rutscht gut. In dem Mund. Aha. Ja, ich würde... Da kann man es noch ein bisschen verfehlen. Schmeckt's nicht? Doch, doch. Schmeckt, äh... Ich versuche auch nicht zu schlürfen. Nein, das ist okay. Okay, äh, schlürf ruhig. Äh, ich kann dir uns... Nein. Du hast gesagt, dir ist das unangenehm, also schlürf ich nicht. Nein, ich schlürf jetzt nicht. Ich bin das seit drei Jahren gewohnt. Ich versuche nicht zu schlürfen. Ja, ich schlürf. Nein, ich schlürf. Da passiert so. Ich versuche es zu unterdrücken. Oh mein Gott. Nein, hörst du nicht. Oh mein Gott, das ist ja richtig. Ist das genetisch bedingt? Das ist ja... Wow. Ich versuche nicht zu schlürfen. Ich versuche nicht zu schlürfen. Ich habe absolut gar nichts gehört. Das ist... gut. Okay, gut. Ich, äh... dann der Typ da, ne? Ariane, Gefahrenlage. Da ist ihr Assistant Chief. Und jetzt wohnt ihr erst mal hier. Das ist alles ganz... wie in einem Film einfach. Also ich... ich hätte das jetzt auch mitnehmen können. Ich wäre auch zweimal... Alles gut. Also nein, ich bin schon selbstständig. Schon hin. Nein, du... du bist jetzt Invalide. Da ist ein... bisschen Papier daneben gefallen. Ariane. Ja. Packst aber schon rein. Ist das so? Ego. Sorry, dass ich dich darauf... aufmerksam mache. Und das ist immer noch Ari. Was ich versuche, ist... nur nicht so einfach. Ari. Du willst mir... Du... Moment mal. Moment, Sekunde. Sekunde. Halt mal stehen. Ehe. Du sagst mir gerade... dass es nicht so einfach ist, Ari zu sagen, aber du sagst die ganze Zeit Arigato? Ja. Das macht keinen Sinn. Es liegt auch... Ja. An was anderem. An was denn? Das ist halt... Ja. Ähm... Ähm... Halt ungewohnt. Keine Ahnung. Egal. Ich versuch's. Ari. Ja, dann... Ari einfach. Ja, Ari. Ari. Ja, Ari. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Gato. Was? Ne, Entschuldigung. Ich fand's jetzt irgendwie witzig. Ja. Äh. Ich kann schon wirklich sehr... Ja, ich kann schon wirklich sehr witzig sein. Also warte mal ab. Du hast... Ja. Ähm... Das wär angedroht. Ja. Ja, dann accepted oder sowas. Genau. Das ist nicht meine feine Form. Da kommt noch viel mehr. Das... Hört sich an mir ne Drohung. Ja, ist auch ein bisschen ne Drohung. Ähm? So, ähm... Also, nicht... Ja? Du müsstest nochmal ganz kurz mit ner Hogen kommen. Ist das so? Ja, das ist so. Natürlich, ist das so. Da oben. Nicht, dass ich mich verlaufe. Alles gut. Ich kenn mich hier wunderbar aus. Ich zeig dir, wo alles ist. Mhm. Genau. Also. Ja. Da ist so schön Aussicht. Da ist dein Bett. Ja, ich mein dein... Da, wo du schläfst. Also, das ist dein Bett. Genau, das hast du schon mal richtig gesehen. Ja. Und das Bett ist... Genau, da kann man auch draufstehen. Da gehst du drauf und da gehst du jetzt gleich hin. Ja. Und auf dem Bett kann man schlafen. Und das sollte man am besten machen, wenn man... Warte mal, das macht keinen Sinn. Moment, ich fang nochmal von vorne an. Also. Das ist dein Bett. Und das gehört dir. Das ist dein Gästebett, ja. Nein, das ist das einzige Bett hier im Haus. Das ist dein Gästebett, ja. Richtig. Du sprichst das Wort nicht richtig aus, Ari. Ari. Ähm. Gästebett. Deins. Ich glaub, da ist auch irgendwo... Da steht das auch irgendwo, dass das... Also, ich glaube tatsächlich nicht, dass dir irgendwo jetzt Gästebett draufsteht. Ich weiß nicht. Hast du dich mal richtig umgeschaut? Guck mal kurz nach. Irgendwo hier hinten war was. Warte, ich komm sofort wieder. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Also, nochmal. Ja. Bevor du jetzt irgendwelche... Was machst du? Ich, ähm... Überprüfe hier gerade was. Du schreibst gerade einen Zettel. Ich schau dich direkt an. Ich hab genau gesehen. Ich steh genau in deiner Blickrichtung. Ich seh hier... Guck mal, hier liegt doch was. Oh, hier. Ähm. Ja. Hier liegt was. Ja, gut. Da liegt es. Ich hab's mal aufgehoben. Nein, warte. Es ist so... Das lag da. Unter dem Bett. Das ist runtergeweht worden. Wahrscheinlich durch die... Klimanlage. Von wel... Ja. Welch Klima... Oh, Moment mal. Hier ist ein Klimanagel. Aber trotzdem... Also, ich wollte schon sagen. Ja, okay. Also, ich kann dir den Schalter zeigen. Hier. Da steht die Klimanlage auch warm und kalt. Nein. Da steht die Klimanlage mit Ari. Hörst du, du bleibst jetzt einfach hier drin und ich geh unten schlafen. Also geh ich runter und du bleibst hier oben. Das ist schön. Genau. Und das Ganze nochmal umgekehrt. Da liegt irgendwas. Das gänzt. Ist das dein Ohrring dort vorne? Meine Ohrringe habe ich an. Ich wackele gerade mit meinem Kopf. Ist da ein Gutschein? Okay. Wenn du nicht im Bett schläfst, dann kündige ich. Ne, warte mal. Ich brauche das Geld. Ich kündige dich. Das zieht nicht. Okay, dann kündige ich. Wir haben gesagt, wir hatten beruflich Jesus. Nein, also. Die Kündigung in der Mailpost, die verschwindet einfach. Das kannst du überhaupt gar nicht machen. Tatsächlich schon. Oh, scheiße. Wie ist das so? Okay, die Sache ist aber die, du kommst ja sowieso nicht an mir vorbei. Ich, weißt du, ich kann mich nämlich tatsächlich auch, nein, 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 ich kann mich nämlich auch ziemlich breit machen. Nein, nein. Oh, scheiße, nein, nein, hör auf damit. Nein, ich mach mich jetzt richtig schwer. Ich konzentriere jetzt, ich bin jetzt richtig schwer. So, ich bleib hier stehen. Ja. Das mit den Dingen machen wir lieber nicht. Ja, gute Nacht. Was hast du gesagt? Es soll mit runterkommen? Nein, ich hab gesagt, gute Nacht. Oh Gott, weißt du was? Nein, weißt du was? Was ist das? Keine Ahnung, damit kann man spielen. Okay. So. Und das lege ich jetzt hier drauf. Okay, es ist nicht so schwer, man kann es gleich wieder runter. Ja, erzähl weiter. Wie kann man so einen furchtbaren Dickkopf haben? Das ist ja furchtbar. Und so wie ich. Du bist mein Gast. Du wurdest angeschossen. Kannst du nicht einfach... Ja. Also ich schlafe definitiv heute nicht im Bett. Ja. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja. Sag mal, haben wir gerade einen Partnerlook? Partnerlook? Ja. Ja, stimmt. Du hast ein weißes Hobertär an und ich auch. Ja, und ein schwarzes Haus. Aber mein ist kurz und dein ist lang, also kann es ja kein Vaterlook sein. Ja, stimmt. Und ich habe keine grauen Haare, denn ich bin noch viel zu jung. Du weißt das. Wow. 27, ne? Weißt du was? Die Haare sind gefärbt. Ja, das habe ich mir auch gemerkt, aber trotzdem wollte ich nur ärgern. Das funktioniert nicht so. Okay, dann, äh, bis, äh, weißt du was? Ich mache mir morgen Gammeligen, bis Mittwoch dann. Ja, bis Mittwoch. Also, ja, wir sehen uns ja hier in der Wohnung. Ja, natürlich sehen wir uns hier in der Wohnung. Ich gammel auch hier rum, kannst du ruhig runterkommen und wir gucken, wie Fernsehen oder sowas. Ja, vielleicht machen wir das. Ja, genau. Oh ja, Sumi. Ja. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Ja. Oh mein Gott. Hilfe. Das ist ja furchtbar. Warum sind die denn so süß? Hilfe. Frau Fainz-Soli, weißt du, was das für ein Charakter ist? Das ist ganz anders eigentlich. Das ist ganz, ganz anders. Das ist ja super krass, dass du den jetzt so kennenlernst. Also, wow. Also, jetzt glaube ich dann doch, dass da eventuell so, hm. Ja. Ja.